Dreimal erwachte ich, bevor der Morgen dämmerte. Zunächst erfüllte mich Trauer, dann Freude und schließlich ein überwältigendes Gefühl der Einsamkeit. Die Tränen des Schmerzes weckten mich, sie netzten mein Gesicht, tröstlich wie kühlendes Wasser. Überdeutlich stand mir der kleine Steinkreis auf der Kuppe des steilen grünen Berges vor Augen, Craig Nadun, der Feenhügel. Einige sagen, er sei verzaubert, andere meinen, er sei verflucht. Beide haben sie recht. Doch niemand weiß, welchem Zweck er dient. Niemand. Außer mir. Inverness, 1968 Roger Wakefield stand mitten im Raum und fühlte sich umzingelt. Schwere viktorianische Möbel, elf weitere Zimmer voller Möbel, Kleider und Papiere und dann noch, mein Gott, die Bücher. Auf jeder horizontalen Fläche stapelten sich Bücher und Zettel und jeder Schrank war bis zum Bersten gefüllt. Sein verstorbener Adoptivvater hatte sich eines langen, erfüllten Lebens erfreut. Und in seinen mehr als 80 Lebensjahren hatte Reverend Reginald Wakefield niemals etwas fortgeworfen. Roger zügelte den Impuls, in seinen Mini Morris zu springen, nach Oxford zurückzufahren und das Haus samt Inhalt dem Wetter und den Vandalen auszuliefern. Er hatte an der historischen Fakultät von Oxford einen Monat Urlaub genommen, um den Haushalt des Reverend aufzulösen. Doch immer wieder überfiel ihn das Gefühl, er würde für diese Aufgabe Jahre brauchen. Er trat näher an einen der Tische heran und nahm ein Porzellanschälchen in die Hand. Darin befanden sich unzählige kleine Vierecke aus Blei, Gabalunzis, die im 18. Jahrhundert von den Pfarreien an die umherziehenden Bettler quasi als Lizenz ausgegeben wurden. Da der Reverend in seiner Freizeit ein begeisterter Geschichtsforscher mit einer Vorliebe für das 18. Jahrhundert gewesen war, stieß man im Haus überall auf Gegenstände aus der Zeit der Jakobiten. Ihm fiel wieder die Garage ein und aller Mut verließ ihn. Der Reverend war eigentlich Rogers Großonkel. Nach dem Tod von Rogers Eltern im Zweiten Weltkrieg, seine Mutter war bei einem Bombenangriff der Deutschen, sein Vater im Luftraum über dem Ärmelkanal ums Leben gekommen, hatte ihn der Onkel adaptiert. Da er nun einmal nichts wegwerfen konnte, hatte der Reverend den gesamten Nachlass von Rogers Eltern in Kisten und Kartons gepackt und in seiner Garage gestapelt. Roger wusste, dass seit 20 Jahren keine dieser Kisten mehr geöffnet worden war. Er stieß einen biblischen Säufzer aus. »Oh, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen!« Wie zur Antwort klingelte die Türglocke, sodass er sich überrascht auf die Zunge biss. Wie immer bei feuchtem Wetter klemmte die Haustür, und als Roger sie endlich quietschend aufgestemmt hatte, sah er sich einer Dame gegenüber. »Ja, bitte, was gibt's?« Sie war mittelgroß und ausgesprochen hübsch. Ihr zartgliedriger Körper war in weißes Leinen gekleidet, und auf ihrem Kopf prangte eine Mähne braunen, lockigen Haares, das sie halbwegs zu einem Knoten gebändigt hatte. Doch am auffälligsten waren ihre strahlenden Augen. Die Frau lachte und streckte ihm die Hand entgegen. »Sie sind doch Roger, nicht wahr?« »Ich bin Claire Randall, eine alte Freundin des Reverend. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, waren sie fünf Jahre alt.« »Sie sind eine Freundin meines Vaters?« »Dann wissen Sie wohl schon...« »Ja, ich war furchtbar traurig, als ich es hörte.« Das Lächeln wieg einem Ausdruck des Bedauerns. »Wenn ich die Bibliothek ihres Vaters noch recht in Erinnerung habe, durfte allein das Durchsehen der Bücher bis Weihnachten dauern.« »Dann sollten wir ihn auch nicht weiter stören,« ertönte eine sanfte Stimme. »Oh, das habe ich ja ganz vergessen,« rief Claire aus und wandte sich zu der jungen Frau um, die etwas im Hintergrund stand. »Roger Wakefield, meine Tochter Brianna.« Brianna Randall trat mit einem schüchternen Lächeln auf ihn zu. Als Roger die beiden Frauen über den Flur in das Studierzimmer, das Reverend führte, fiel ihm auf, dass Claires Tochter nicht nur angenehm anzusehen, sondern auch größer war als alle jungen Mädchen, die er bisher näher kennengelernt hatte. Sie musste gut 1,80 m messen. Unwillkürlich richtete er sich zu seiner vollen Größe von 1,90 m auf. Erst im letzten Moment duckte er sich, um nicht mit dem Kopf an den Türrahmen zu stoßen, als er nach den beiden Damen das Studierzimmer betrat. »Ich wollte eigentlich schon viel früher kommen,« sagte Claire, während sie sich in einen tiefen Ohrensessel sinken ließ. »Letztes Jahr hatte ich für unsere Reise nach England schon alles gebucht, aber dann gab es im Krankenhaus in Boston einen Notfall. Ich bin Ärztin,« erklärte sie. »Schade, dass es nicht geklappt hat. Ich hätte ihren Vater gern noch einmal wiedergesehen.« Roger fragte sich, warum sie trotzdem gekommen war, wenn sie vom Tod des Reverend schon wusste. »Wir sind mit dem Zug aus London gekommen.« Lächelnd blickte Claire ihre Tochter an. »Ich wollte Brianna die Gegend zeigen. Wenn Sie sie reden hören, würden Sie nicht glauben, dass sie Engländerin ist wie ich, allerdings hat sie nie hier gelebt.« »Wirklich?« Roger warf der jungen Frau einen fragenden Blick zu. Seiner Meinung nach sah sie alles andere als Englisch aus. Eine dichte Mähne roten Haars fiel ihr ungebändigt über die Schultern und umrahmte ein ausdrucksvolles Gesicht mit einer geraden, langen Nase. Ein wenig zu lang vielleicht. »Ich bin in Amerika geboren,« erklärte Brianna. »Aber Mutter und Daddy sind, ähm, waren Engländer.« »Waren?« »Mein Mann ist vor zwei Jahren gestorben,« erklärte Claire. »Ich glaube, Sie haben ihn gekannt.« »Frank Randall.« »Natürlich, Frank Randall.« Roger schlug sich mit der Hand an die Stirn. Randall, ein bedeutender Historiker, war mit dem Reverend eng befreundet gewesen. Seit langem hatten die beiden Männer ihre Erkenntnisse über die Zeit der Jakobiten ausgetauscht, obwohl Frank Randall seit mindestens zehn Jahren nicht mehr im Pfarrhaus gewesen war. »Dann wollen Sie wohl auch die historischen Städten bei Inverness besichtigen,« vermutete Roger. »Waren Sie schon in Culloden?« »Bis jetzt nicht,« erwiderte Brianna. »Aber wir werden im Laufe der Woche noch hinfahren.« »Für heute Nachmittag haben wir eine Ausflugsfahrt zum Loch Ness gebucht,« sagte Claire, »und morgen fahren wir vielleicht nach Fort William.« »Womöglich streifen wir aber auch einfach nur durch Inverness.« »Der Ort ist beträchtlich gewachsen, seit ich vor über zwanzig Jahren hier war.« Roger fragte sich, ob er seine Dienste als Fremdenführer anbieten sollte. »Wenn es irgendetwas gibt, was ich für sie tun kann.« Obwohl sie weiterhin lächelte, veränderte sich Claires Miene. Fast hatte Roger den Eindruck, dass sie auf dieses Angebot nur gewartet hatte. »Wenn Sie es so direkt anbieten,« meinte sie, »es geht um eine kleinere historische Untersuchung. Ich brauche jemanden, der sich mit den Jakobiten im 18. Jahrhundert auskennt, also mit Bonnie Prince Charles und diesen Dingen.« Interessiert beugte Roger sich vor. »Die Jakobiten?« fragte er. »Das ist nicht gerade mein Spezialgebiet, aber in den wichtigsten Dingen kenne ich mich aus. Wenn man so nah an Culloden wohnt, kann man gar nicht anders. Dort fand nämlich die Entscheidungsschlacht statt,« erklärte er Brianna. »Die Soldaten des Bonnie Prince standen dem Heer des Herzogs von Cumberland gegenüber und wurden hingemetzelt.« »Genau,« sagte Claire, »darum geht es auch bei meinem Anliegen.« Sie öffnete die Handtasche und holte ein zusammengefaltetes Blatt Papier heraus. Roger breitete es aus und überflog es rasch. Unter der Überschrift »Jakobitenaufstand von 1745-46, Culloden« waren die Namen von etwa 30 Männern aufgeführt. Diese Männer haben in Culloden gekämpft, und ich möchte wissen, wie viele von ihnen die Schlacht überlebt haben. Roger, der noch immer auf die Liste blickte, rieb sich das Kinn. »Eine einfache Frage«, meinte er, »aber womöglich schwer zu beantworten. Von den Hochlandschotten des Bonnie Prince sind so viele gefallen, dass man sie in Massengräbern beerdigt hat, und die Grabsteine tragen lediglich die Namen der Clans.« »Ich weiß«, entgegnete Claire, »Brianna kennt das Schlachtfeld noch nicht, aber ich war schon mal da, vor langer Zeit.« Roger glaubte zu sehen, wie ein Schatten über ihr Gesicht huschte. Nicht weiter erstaunlich, dachte er, denn das Feld von Culloden war ein Ort, an dem jeder Ergriffenheit verspürte. Auch ihm traten die Tränen in die Augen, wenn er über die weite Moorlandschaft blickte und an die tapferen Hochlandschotten dachte, die hingemetzelt unter der Grasnarbe der Erde lagen. Claire faltete weitere maschinenbeschriebene Blätter auseinander. Ihm fiel auf, wie wohlgeformt und gepflegt ihre Hände waren. Der silberne Ring an ihrer rechten Hand war besonders eindrucksvoll, ein breiter, jakobitischer Reif mit den verschlungenen Ornamenten des Hochlands, in die Distelblüten, das traditionelle Symbol der Highlands, eingraviert waren. Dies sind die Namen ihrer Frauen, soweit wir sie kennen. Vielleicht bringt uns das weiter, denn womöglich haben sie wieder geheiratet oder sind ausgewandert, nachdem ihre Männer in der Schlacht von Koloden gefallen sind, und das muss dann ja wohl im Taufregister der Pfarrei verzeichnet sein. Sie kommen alle aus dem Pfarrkreis von Broch-Morda, also ein ganzes Stück weiter südlich von hier. Eine gute Idee, gab ihr Roger überrascht recht. Historisch gesehen ist es eine faszinierende Aufgabe. Claire nickte. Sie kommen vom selben Hof, einem kleinen Gut in den Highlands namens Broch-Tuarach. In der Gegend heißt es auch Lallibroch, und sie gehören zum Clan der Fraser, obwohl sie dessen Oberhaupt, Lord Lovett, offiziell nie die Treue geschworen hatten. Dem Aufstand haben sie sich schon recht früh angeschlossen und in der Schlacht von Preston-Pence mitgekämpft, während Lord Lovetts Männer erst kurz vor der Schlacht von Koloden hinzustießen. Wirklich? Interessant. Gewöhnlich starb ein Pächter oder Kätner im 18. Jahrhundert an seinem Wohnort, wurde anständig auf dem Dorffriedhof begraben und säuberlich im Taufregister der Pfarrei aufgeführt. Doch Bonnie Prince Charlies Versuch, den Thron von Schottland zurückzuerobern, hatte dem normalen Lauf der Dinge ein Ende gesetzt. Als nach der Niederlage von Koloden eine Hungersnot ausbrach, waren viele Hochlandschotten in die neue Welt ausgewandert. Andere hatten auf der Suche nach Arbeit und Nahrung die Täler und Moore verlassen und sich in die Städte begeben. Nur wenige waren geblieben. Nun, ich glaube, ich kann Ihnen weiterhelfen, überlegte Roger laut. Womöglich konnte er einen Teil der Recherche mit seinen Aufräumarbeiten verbinden. Schließlich standen ihm die 48 Kartons mit der Aufschrift Jakobiten vermischtes noch deutlich vor Augen. Erst als er den Gedanken an die Garage gewaltsam verdrängte, merkte er, dass seine beiden Gäste inzwischen das Thema gewechselt hatten. Droiden? Roger glaubte nicht richtig gehört zu haben. Claire schien enttäuscht. Ihr Vater, der Reverend, wusste darüber gut Bescheid, natürlich nur inoffiziell. Vielleicht hat er Ihnen nichts davon erzählt, weil er es nicht ganz ernst nahm. Als ich damals mit Frank hier war, und das ist jetzt 23 Jahre her, hat der Reverend von einer Gruppe neuzeitlicher Druidinnen erzählt, wie Sie sie wohl nennen würden. Natürlich hatte ich keine Ahnung, ob sie echt waren, wohl eher nicht. Brianna beugte sich interessiert vor. Offiziell durfte sie der Reverend nicht zur Kenntnis nehmen. Heidnische Bräuche, Sie wissen ja. Doch da seine Haushälterin, Mrs. Graham, zu der Gruppe gehörte, bekam er immer wieder Wind von ihren Aktivitäten. Und einmal gab er Frank den Hinweis, dass sie zu Beltene, dem Maifest, im Morgengrauen eine Zeremonie abhalten wollten. Nur mit Mühe konnte sich Roger an die Vorstellung gewöhnen, dass die ehrwürdige Mrs. Graham bei Morgengrauen um einen Steinkreis tanzte. Auf einer Bergkuppe in der Nähe gibt es einen Steinkreis. Wir sind noch vor dem Morgengrauen dorthin gegangen und haben sie heimlich beobachtet, erklärte Claire und zuckte entschuldigend die Achseln. Sie wissen ja selbst, wie Wissenschaftler sind. Wenn es um ihr Thema geht, kennen sie keine Skrupel, geschweige denn ein gesellschaftliches Feingefühl. Roger zuckte leicht zusammen, doch er musste ihr Recht geben. Da haben wir sie dann gesehen, fuhr Claire fort, und Mrs. Graham mitten unter ihnen. Sie waren in weiße Betttücher gehüllt, sangen magische Formeln und tanzten im Steinkreis einen Reigen. Frank war fasziniert, ergänzte sie mit einem Lächeln, aber es war auch wirklich eindrucksvoll, selbst für mich. Sie hielt inne und blickte Roger forschend an. Wie ich gehört habe, ist Mrs. Graham vor ein paar Jahren gestorben. Wissen Sie, ob sie Angehörige hat, die mir etwas darüber erzählen könnten? Tja, Roger zögerte, da ist Fiona, ihre Enkelin. Fiona Graham. Nach dem Tod ihrer Großmutter ist sie hier beim Reverend als Haushälterin eingesprungen. Wenn die Vorstellung von Mrs. Graham im Betttuch von etwas übertroffen werden konnte, dann von dem Gedanken, dass die 19-jährige Fiona als Hüterin uralten mystischen Wissens fungierte. Im Augenblick ist sie nicht hier, aber ich könnte für sie Erkundigungen einziehen. Claire hob abwinkend die schlanke Hand. Bemühen Sie sich nicht, das können wir später immer noch tun. Wir haben Ihnen schon zu viel von Ihrer Zeit geraubt. Apropos Steinkreise, sagte er rasch. Ich glaube, ich weiß, welchen Sie meinen. Er ist recht malerisch und nicht weit von der Stadt entfernt. Er lächelte Brianna Randall an und registrierte dabei die drei kleinen Sommersprossen auf ihrer Wange. Vielleicht sollte ich die Recherche mit einem Ausflug nach Brochtuarach beginnen. Da es in derselben Richtung liegt wie der Steinkreis, könnte ich sie dorthin führen. Den Rest des Tages erledigte Roger geistesabwesend eine Aufgabe nach der anderen. Was zu tun war, stand ihm nur allzu deutlich vor Augen. Früher oder später stand ihm der gigantische Schreibtisch des Reverend bevor, dessen Schubladen von Papieren überquollen. Hinzu kam die riesige Korkwand mit der Flut von Zetteln, aber abgesehen davon, dass er keine Lust hatte aufzuräumen, hätte er sich auch viel lieber Claire Randalls Anliegen gewidmet. Das Projekt an sich war reizvoll, aber wenn er ehrlich war, wollte er zu Mrs. Thomas' Pension gehen und Brianna seine Ergebnisse zu Füßen legen, gleich einem Ritter, der wohl Ähnliches mit einem Drachenkopf getan hätte. Und selbst wenn diese Ergebnisse nicht überwältigend waren, er brauchte einen Vorwand, um sie wiederzusehen und mit ihr sprechen zu können. Vom Wind zerzaust und vom Regen durchnässt kehrten Brianna und ich von Loch Ness zu einem warmen Essen und dem gemütlich knisternden Kaminfeuer im Speisezimmer zurück. Brianna, die zu den Frühaufstehern gehörte, ging zeitig zu Bett, und als ich die Schlafzimmertür öffnete, empfing mich ihr leiser, gleichmäßiger Atem. Ich hatte eine Reihe von Franks Büchern mitgebracht, die ich der Bücherei von Inverness spenden wollte. Jetzt nahm ich einen Band nach dem anderen aus dem Koffer und legte sie auf mein Bett. Die gesammelten Werke meines verstorbenen Ehemanns, eine Leistung, auf die man stolz sein konnte. Im anderen Bett seufzte Brianna im Schlaf kurz auf, bevor sie sich umdrehte. Lange Strähnen roten Haars waren über ihr Gesicht gebreitet und unter ihrer Decke schaute ein schmaler Fuß hervor. Ich schob ihr die Haare aus dem Gesicht und streichelte ihre Stirn. Glücklich lächelte sie, ein Reflex, der ebenso schnell verschwunden war, wie er sich gezeigt hatte. Mein Lächeln blieb, als ich sie betrachtete und ihr wie unzählige Male zuvor zuflüsterte, »Mein Gott, du bist ihm so ähnlich.« Der Wohnraum war dämmerig und gemütlich, das Feuer zu einer gleichmäßigen Flamme heruntergebrannt. Ich zog mir einen Sessel vor den Kamin und stellte die Füße aufs Gitter. Um die tiefe Stille der Nacht des schottischen Hochlands ganz in mich aufzunehmen, saß ich unbeweglich. Zwanzig Jahre lang hatte ich sie nicht mehr gespürt, doch an der tröstlichen Macht der von den Bergen umfangenen Dunkelheit hatte sich nichts geändert. Ich griff in die Tasche meines Morgenmantels und zog eine Kopie der Liste, die ich Roger Wakefield gegeben hatte, heraus und starrte blind auf die Namen. Langsam ließ ich den Finger über die Zeilen gleiten und flüsterte die Namen der Männer wie ein leises Gebet. Mir war, als hätte ich sie zusammengerufen. Und damit hatte ich den ersten Schritt auf dem Weg durch die leere Dunkelheit getan, der zu dem Ort führte, wo sie auf mich warteten. Roger verließ Cullodenhaus am nächsten Morgen mit zwölf Seiten Notizen und einem wachsenden Gefühl der Verwirrung. Was zunächst wie ein durchschnittliches Projekt historischer Recherche ausgesehen hatte, zeigte immer mehr Knoten und Verwicklungen. In der Aufstellung der Gefallenen von Culloden hatte er nur drei Namen von Claires Liste wiedergefunden. Was ihn vor ein Rätsel stellte, war die Tatsache, dass die Namen der Männer von Claires Liste samt und sonders im Regiment Lord Lovitz aufgeführt waren. Dieses Regiment hatte man erst gegen Ende des Feldzugs in den Kampf geschickt, um das Versprechen, das der Lord den Stuarts gegeben hatte, zu erfüllen. Claire hingegen hatte behauptet, dass diese Männer alle von einem kleinen Gut namens Broch Tuarach stammten, das im südwestlichen Winkel der Fraser-Ländereien lag, eigentlich sogar an der Grenze zum Gebiet des McKenzie-Clans. Und diese Männer hatten sich der Armee der Highlander schon fast zu Beginn des Feldzugs angeschlossen. Roger schüttelte den Kopf. Dies alles ergab keinen Sinn. Möglicherweise hatte sich Claire in der Zeit geirrt, aber bestimmt nicht im Ort. Wie konnte es passieren, dass die Männer des kleinen Gutes Broch Tuarach, die dem Oberhaupt des Fraser-Clans keinen Treueeid geleistet hatten, von Simon Fraser in den Kampf geschickt wurden? Doch ohne den Herkunftsort konnte er nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich bei diesen Männern um jene von Claires Liste handelte. Unter den Gefallenen befanden sich mindestens sechs John-Frasers und das in einer Aufstellung, die unvollständig war. Die Engländer hatten sich weder um Genauigkeit noch um Vollständigkeit gekümmert. Die meisten Aufstellungen stammten von den Clan-Oberhäuptern, die nach der Schlacht ihre Männer zählten, um festzustellen, wer nicht zurückgekommen war. Das machte es natürlich nur noch komplizierter. Je länger er nachdachte, desto stärker wurde seine Gewissheit, dass Claire Randall etwas vor ihrer Tochter verbarg. Er hatte allerdings keine Ahnung, was das sein mochte. Noch weniger wusste er, was es mit ihm oder seinem Projekt zu tun hatte. Nur zwei Dinge hielten ihn davon ab, aufzugeben. Brianna und die blanke Neugier. Er wollte wissen, was es damit auf sich hatte, und das würde er, verdammt noch mal, auch herausfinden. Am nächsten Kreisverkehr bog er in die Straße, die nach Inverness und zum Bahnhof führte. Der Flying Scotsman würde ihn in drei Stunden nach Edinburgh bringen. Der Kurator, der die Stuart-Dokumente betreute, war ein alter Freund als Reverend gewesen. Und Roger hatte einen, wenn auch verwirrenden Punkt, bei dem er ansetzen konnte. Lord Lovitts Regimentsliste hatte er entnommen, dass jene 30 Männer unter dem Kommando eines gewissen James Fraser standen, des Herrn von Broch Tuarach. Dieser Mann war offensichtlich das Verbindungsglied zwischen Broch Tuarach und den Frasers von Lovitt. Und Roger fragte sich, weshalb James Fraser nicht auf Claires Liste stand. Die Sonne schien, als er nach einer Nacht in Edinburgh zu dem kleinen Dörfchen Broch Morda nahe dem Anwesen Broch Tuarach aufbrach. Mochte Claire Randall ihre Tochter auch daran hindern, auf das ehemalige Gut zu fahren, ihn konnte niemand davon abhalten. Er hatte Broch Tuarach tatsächlich gefunden, ein großer Steinhaufen vor den eingefallenen Überresten eines kreisrunden Brochs oder Turms. Roger verstand genügend Gaelisch, um zu wissen, dass sein Name »der nach Norden schauende Turm« bedeutete. Daneben lagen das Gutshaus und die Wirtschaftsgebäude, ebenfalls zerfallen, doch nicht bis auf die Grundmauern. Auf einem Pflock an der Einfahrt prangte das verblichene Schild eines Grundstücksmaklers. Auf dem Türsturz entdeckte er den Namen »Fraser«, desgleichen auf den meisten der kleinen Grabsteine des ehemaligen Familienfriedhofs. Nicht einen der Namen, die auf seiner Liste standen, konnte er auf den Grabsteinen finden. Der Karte nach würde er seinen Weg auf der eingeschlagenen Straße fortsetzen müssen, um dann nach knapp fünf Kilometern in das Dörfchen Brochmorda zu gelangen. Wie er befürchtet hatte, war die kleine Dorfkirche schon vor Jahren eingefallen, aber er wollte wenigstens noch einen Blick auf die Überreste des dortigen Kirchhofs werfen. Am folgenden Nachmittag kamen die Randalls auf Rogers Einladung hin zum Tee, um sich seinen Zwischenbericht anzuhören. »Einige Namen von ihrer Liste konnte ich aufspüren«, erklärte er Claire, während er die beiden in die Bibliothek führte. »Aber seltsamerweise habe ich keinen gefunden, der in Culloden gefallen ist.« Wie erstarrt hörte Claire Randall ihm zu. Sie hielt die Lehne des Ohrensessels mit der Hand umklammert, als hätte sie Zeit und Raum vergessen. Zwei von ihnen haben sich kurz nach der Schlacht von Culloden nach Amerika eingeschifft. Vier starben etwa ein Jahr später eines natürlichen Todes. Nicht weiter überraschend, wenn man bedenkt, dass nach der Schlacht eine verheerende Hungersnot ausbrach, die in den Highlands zahlreiche Opfer gefordert hat. Erst als sie erleichtert die Schultern sinken ließ, merkte er, wie angespannt sie gewesen war. Das Klopfen an der Tür riss ihn aus seinen Gedanken. Fiona Graham trat ein und schob einen Teewagen vor sich her. Brianna blickte lächelnd auf die aufgetischten Speisen, als würde sie überlegen, womit sie beginnen sollte. Bisher hatte er sich ausschließlich auf Claire und ihr Vorhaben konzentriert und jeden Blick auf ihre Tochter vermieden. Claire war hübsch, doch es war der Anblick Briannas, der ihm den Atem raubte. Wenn er den geraden Rücken und die anmutigen Bewegungen ihrer Mutter betrachtete, wusste er, woher sie ihre Haltung hatte. Anders verhielt es sich mit der außergewöhnlichen Größe und der Fülle des Taillenlangen mit Kupfer- und Goldfäden durchsetzten, in Bernstein und Zimt auffunkelnden Haares, das ihr in sanften Wellen auf die Schultern fiel. Und mit den blauen Augen, die so dunkel schimmerten, dass sie bei bestimmtem Licht beinahe schwarz aussahen. Und den Mund mit der vollen Unterlippe, der zu leidenschaftlichen Küssen geradezu einlud, all das musste sie wohl von ihrem Vater haben. »Ich habe mich gefragt«, wandte sich Roger betont beiläufig an Brianna, »ob sie mich nicht zu einigen dieser Orte begleiten wollen, zu den Schauplätzen der Ereignisse. Das wäre nicht nur interessant, sondern sie könnten mir auch bei der Arbeit eine Hilfe sein.« Während einer kurzen Abwesenheit Briannas bat ihn Claire leise und eindringlich, »es gibt einen Ort, den sie besser nicht sehen soll, den Steinkreis auf dem Craigner Doon.« Ernst beugte sie sich vor. »Ich würde sie nicht darum bitten, wenn ich keine gewichtigen Gründe hätte. Den Steinkreis möchte ich Brianna selbst zeigen. Warum das so ist, kann ich Ihnen im Augenblick leider nicht sagen, werde es aber zum rechten Zeitpunkt nachholen. Versprechen Sie es mir.« In Rogers Kopf überschlugen sich die Gedanken. Demnach hatte sie ihre Tochter gar nicht von Broch Tuarach fernhalten wollen. Ein Rätsel war aufgeklärt. Dafür hatte sich ein anderes aufgetan. »Selbstverständlich«, erwiderte er. »Äh, Mrs. Randall, Claire, in all den Berichten, in denen diese Männer vorkommen«, fuhr er vorsichtig fort, »wurde immer ein gewisser Hauptmann James Fraser erwähnt. Er muss ihr Anführer gewesen sein. Auf ihrer Liste habe ich ihn aber nicht gefunden. Ist er Ihnen bekannt?« Einen Moment lang stand sie stocksteif da. Doch dann ging ein Zittern durch ihren Körper, und sie antwortete mit anscheinendem Gleichmut, »Er, er ist mir bekannt.« Ihre Stimme klang zwar fest, doch aus ihrem Gesicht war alle Farbe gewichen. »Ich habe ihn nicht auf die Liste gesetzt, weil ich bereits weiß, was mit ihm geschehen ist.« »James Fraser ist in Culloden gestorben.« Es war spät geworden. Roger hätte sich eigentlich schon längst schlafen legen sollen, doch er war alles andere als müde. Die nahezu sechs Meter lange und fast drei Meter hohe Pinnwand im Studierzimmer mit Zetteln, Notizen und Fotos war stellenweise zwölf Schichten dick und bot keinerlei Ansatzpunkt. Er griff in das nächstbeste Fach des Schreibtisches und zog die zusammengerollten Zeitungsausschnitte heraus, die er dort vorfand. Verwundert blinzelte er, denn der Name Randall sprang ihm sofort ins Auge. Unter der Überschrift »Zurückgekehrt von den Toten« hatte man ihr Bild abgedruckt, Claire, nur zwanzig Jahre jünger. Aufrecht saß sie in einem Krankenhausbett. Ihre ungekämmten Haare standen nach allen Seiten ab, der Mund war geschlossen, als wäre er versiegelt, und ihre außergewöhnlichen Augen starrten zornig in die Kamera. Entsetzt blätterte Roger die Zeitungsausschnitte durch. Dann begann er sorgfältig zu lesen. Im Frühjahr des Jahres 1945 war die Frau des angesehenen Historikers Frank Randall während eines Ferienaufenthalts in Inverness plötzlich verschwunden. Das Auto, mit dem sie unterwegs gewesen war, hatte man sicherstellen können, doch von der Frau fehlte jede Spur. Da alles Suchen ergebnislos blieb, kamen Polizei und Ehemann schließlich zu dem Schluss, sie sei, vielleicht von einem Landstreicher, ermordet und ihr Leichnam irgendwo in den Bergen versteckt worden. 1948, nach fast genau drei Jahren, war Claire Randall jedoch zurückgekehrt. Abgerissen und zerlumpt fand man sie nicht weit von der Stelle, wo sie verschwunden war. Abgesehen von einer leichten Unterernährung schien sie gesund, doch geistig verwirrt und desorientiert. Er stieß auf ein Foto des vermeintlich überglücklichen Ehemanns, doch Frank Randall wirkte eher fassungslos als glücklich. Er war schon dabei, die Zeitungsartikel auf einen der Stapel zu legen, als ihm eine Schlagzeile ins Auge stach. Von Feen geraubt, lautete sie, aber noch viel interessanter fand er das Datum über der Schlagzeile. Der 6. Mai 1948. Vorsichtig, als hielte er eine Bombe in der Hand, legte er die Seite aus den Händen. Er rechnete nach. Brianna Randall war knapp 20 Jahre alt. Claire Randall war nicht nur verwirrt, unterernährt und desorientiert zurückgekehrt, sondern auch schwanger. Am folgenden Tag schützte Claire eine Magenverstimmung vor und ließ Roger mit Brianna allein zum Schlachtfeld von Culloden fahren. Roger wies auf das weite, frühlingsgrüne Moor, dem der graue Himmel einen dunklen Anstrich verlieh, und wandte sich an Brianna. Die Soldaten des Herzogs von Cumberland haben die schlimmste Schreckensherrschaft errichtet, die das Hochland jemals erlebt hat. Sie verfolgten die Überlebenden der Schlacht bis in die Berge und plünderten und verbrannten, was ihnen in die Hände fiel. Frauen und Kinder mussten verhungern, und Männer wurden sofort erschossen, ganz gleich, ob sie für Charles gekämpft hatten oder nicht. Ein Zeitgenosse schrieb über den Herzog, er schuf eine Wüste und nannte es Frieden. Ich fürchte, der Herzog von Cumberland ist hierzulande immer noch ausgesprochen unbeliebt. Die Schotten vergessen nicht so schnell, und vergeben tun sie erst recht nicht. Wirklich? Sie blickte ihn neugierig an. Sind Sie Schotte, Roger? Wakefield klingt eigentlich nicht schottisch. Oh, natürlich bin ich Schotte. Wakefield ist nicht mein Geburtsname. Ich habe ihn vom Reverend bekommen, als er mich adoptiert hat. Er war der Onkel meiner Mutter, und als meine Eltern im Krieg umkamen, hat er mich bei sich aufgenommen. Aber eigentlich heiße ich McKenzie. Roger merkte, dass es ihm im Beisein von Brianna gefiel, sich schottisch zu geben. Wissen Sie, woher der Name Prinz Charlie stammt? Die Engländer sind heute noch der Meinung, es sei ein Kosenname, der zeigt, wie beliebt er bei seinen Soldaten war. Und? Stimmt das etwa nicht? Roger schüttelte den Kopf. Weiß Gott nicht. Die Soldaten nannten ihn Prinz Charlak, das gälische Wort für Charles. Charlak Maximus. Charles, der Sohn von James. Also sehr förmlich und respektvoll. Aber weil es sich so ähnlich anhört, haben die Engländer daraus Charlie gemacht. Langsam schlenderten sie auf den Kieswegen über das Schlachtfeld. Die Grabmäler bestanden aus großen, moosüberwachsenen Granitquadern, die von Wind und Wetter rundgeschliffen waren. Sie standen verstreut am Rand des Feldes auf Flecken weichen grünen Grases, und die eingemeißelten Inschriften waren so verwittert, dass man sie teilweise kaum noch lesen konnte. McDonald, Fraser, Grant, McKenzie. Auf dem Heimweg verflüchtigte sich die Melancholie, die sie beim Anblick der vielen Gräber überkommen hatte. Sie sprachen und lachten miteinander wie alte Freunde. Wie schade, dass Mutter nicht mitkommen konnte, meinte Brianna, als sie in die Straße von Mrs. Thomas' Pension einbogen. Ich weiß nicht, aber sie wirkt so abwesend, nicht unbedingt krank, eher so, als würde sie sich Sorgen machen. Am nächsten Tag kam Brianna allein ins Pfarrhaus. Mama ist in der Stadtbücherei, erklärte sie, und kämpft sich durch die alten Telefonbücher. Sie sucht jemanden, den sie von früher her kennt. Nun, ich hoffe, sie findet, was sie sucht, sagte er so beiläufig wie möglich. Aber ist es ihr ernst, dass sie mir helfen wollen? Es wird sicher eine langweilige und schmutzige Angelegenheit. Das Garagentor quietschte und ächzte, bevor es sich dem Unvermeidlichen ergab und sich auftat. Brianna wedelte mit der Hand die Staubwolken beiseite. Oh je, meinte sie hustend. Wie lange mag es wohl her sein, dass jemand hier drin war? Jahrzehnte, vermute ich, antwortete Roger geistesabwesend. Er ließ den Lichtstrahl seiner Taschenlampe durch den Raum gleiten und beleuchtete aufgestapelte Kartons, Holzkisten und mit abblätternden Aufklebern versehene Schrankkoffer. An der Rückwand lehnte ein altersschwacher Tisch. Hier haben wir Platz, meinte Roger. Den ganzen Vormittag arbeiteten sie in ungetrübter Harmonie. Zwar fanden sie inmitten aufwirbelnder Staubflocken zahllose interessante Kleinigkeiten, jedoch nur wenig, was für ihre Nachforschungen von Bedeutung war. Wir sollten mal eine Mittagspause einlegen, meinte Roger schließlich. Gut, nach dem Essen können wir weitermachen, wenn sie nicht zu müde sind. Brianna stand auf und streckte sich. Sie wischte sich die Hände an den Jeans ab und verschwand zwischen den Stapeln von Kisten. Hey! Kurz vor der Tür blieb sie stehen. Sehen Sie mal! Sie wies auf einen Karton in der Mitte eines Stapels. An der Seite klebte ein Zettel mit der Aufschrift Randall. Roger durchzuckte bei diesem Anblick nicht nur gespannte Erregung, sondern auch eine dunkle Vorahnung. Briannas Freude hingegen war ungetrübt. Vielleicht finden wir hier das Material, das wir suchen, rief sie. Möglich. Mit aller Kraft verdrängte Roger das ungute Gefühl, das ihn beim Anblick des Namens überkommen hatte. Nehmen wir ihn mit ins Haus. Nach dem Essen können wir ihn durchsehen. Als sie den Karton später im Arbeitszimmer des Reverend öffneten, fanden sie eine eigentümliche Sammlung von Dingen. Unter alten Fotokopien von Seiten aus verschiedenen Kirchenbüchern lagen zwei, drei Musterungslisten der Armee, ein schmales, kleines Notizbuch mit grauen Kartondeckeln, ein Stapel verblichener Fotografien mit aufgerollten Ecken und eine feste Mappe mit der Aufschrift Randall. Brianna nahm sie in die Hand und öffnete sie. Oh, es ist Daddys Stammbaum, staunte sie. Sehen Sie? Sie reichte Roger die Mappe. Im Innern lagen zwei bogenfestes Pergament mit ordentlichen geraden Linien. Der Anfang ging zurück auf das Jahr 1633 und der letzte Eintrag auf der zweiten Seite lautete Frank Wolverton Randall, verheiratet mit Claire Elizabeth Beecham, 1937. Der ist vor ihrer Geburt angefertigt worden, murmelte Roger und griff nach einem Blatt von dem Stapel auf dem Schreibtisch. Und hier, ein Familienerbstück. Roger betrachtete das als Briefkopf eingeprägte Wappen, ein Offizierspatent der Armee, unterzeichnet von König George II. Von George II.? Herr im Himmel, das war ja noch vor dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Allerdings, es stammt aus dem Jahr 1735 und ist auf den Namen Jonathan Wolverton Randall ausgestellt. Haben Sie von ihm gehört? Ja. Brianna nickte so heftig, dass ihr vereinzelte Locken ins Gesicht fielen. Achtlos strich sie sie zurück und nahm die Urkunde in die Hand. Daddy hat gelegentlich von ihm gesprochen, denn er ist einer der wenigen Vorfahren, über den er etwas wusste. Er war Hauptmann in der Armee, die in Culloden gegen Bonnie Prince Charles gekämpft hat. Fragend blickte sie zu Roger auf. Es kann sogar sein, dass er in der Schlacht gefallen ist. Aber begraben wäre er doch nicht dort, oder? Roger schüttelte den Kopf. Wohl kaum. Die Engländer haben die meisten ihrer Toten nach England gebracht und dort begraben, zumindest die Offiziere. Er warf noch einen Blick auf die Urkunden, die auf dem Tisch ausgebreitet lagen, bevor er sie einsammelte und wieder im Karton verstaute. »Hier«, sagte er, »das betrifft Ihre Familie. Nehmen Sie es mit. Ihre Mutter interessiert es sicher auch.« Brianna war aufgestanden und hatte den Karton hochgehoben. Zögernd blickte sie ihn an. »Möchten Sie...« »Möchten Sie, dass ich wiederkomme?« Roger lächelte. In ihrem Haar klebten Spinnweben und auf ihrem Nasenrücken prangte ein langer Schmutzstreifen. »Nichts lieber als das«, erwiderte er. »Dann bis morgen.« Die Neugier auf das Tagebuch des Reverend ließ Roger nicht mehr los. In seiner sauberen Schrift hatte der Reverend unzählige Seiten mit der Chronik der Ereignisse in seinem Pfarrbezirk gefüllt. Er schlug das Buch auf und blätterte auf der Suche nach dem Namen »Randall« die Seiten um. Auf dem Umschlag stand »Januar bis Juni 1948«. Im Mai 1948 war Claire Randall von ihrem rätselhaften Ausflug zurückgekehrt. Der Eintrag vom 7. Mai lautete »War heute Abend bei Frank Randall wegen dieser Sache mit seiner Frau. Wie traurig. Schreckliche Gerüchte im Umlauf. Habe wiederholt versucht, etwas über die Ereignisse zu erfahren, doch sie spricht nicht darüber. 12. Mai Kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Claire Randall geistig gesund ist? Ich glaube eher, dass sie ein schreckliches Geheimnis mit sich herumträgt und fest entschlossen ist, es zu wahren. Frank schweigt sich zwar aus, doch ich bin überzeugt, dass sie ihn in gewisse Dinge eingeweiht hat. 14. Mai musste Frank versprechen, die Ergebnisse meiner Nachforschungen an sein Büro in der Universität zu schicken, damit Claire nichts davon erfährt. Aber ein paar interessante Informationen über Jonathan Randall, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, was einer von Franks Vorfahren mit dieser leidigen Angelegenheit zu tun hat. Was James Fraser betrifft, wie ich Frank schon sagte, Tabula rasa, einfach ein Rätsel. Einfach ein Rätsel? Und das nicht nur in einer Hinsicht, dachte Roger. Worum hatte Frank Randall den Reverend gebeten? Anscheinend alles über Jonathan Randall und James Fraser zusammenzutragen, was er finden konnte. Offensichtlich hatte Claire ihrem Mann von James Fraser erzählt, zumindest einen Teil, wenn nicht sogar alles. Doch welcher Zusammenhang bestand zwischen einem Hauptmann der englischen Armee, der 1746 in Cologne gefallen war, und jenem Mann, dessen Name untrennbar mit dem Geheimnis von Claires Verschwinden im Jahr 1945 verbunden zu sein schien und dem weiteren Geheimnis um Briannas Vater. Fast hätte Roger den letzten Eintrag überblättert. 18. Juni Ein kurzes Schreiben von Frank Randall Mit der Gesundheit seiner Frau steht es nicht zum Besten und die Schwangerschaft ist gefährdet. Wünschte ihnen alles Gute und legte auch die Informationen bei, die ich bis dato hatte finden können. Was er damit anfangen will, weiß ich nicht, das muss er selbst entscheiden. Habe ihm von der überraschenden Entdeckung berichtet, dass Jonathan Randall auf dem Friedhof von St. Kilda begraben ist und ihn gefragt, ob ich den Grabstein fotografieren soll. Das war alles. Danach wurden weder die Randalls noch James Fraser erwähnt. Als Brianna in unser Zimmer zurückkehrte, lag ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Fragend blickte ich von meinem Buch auf. Roger hat uns eingeladen, morgen mit ihm in einen Ort namens St. Kilda zu fahren. Er sagte, es gebe dort eine sehenswerte Kirche. Ja, ich habe schon davon gehört, erwiderte ich unter Gähnen. Gut, warum nicht? St. Kilda also. Ich war zwar noch nie dort gewesen, doch der Name war mir vertraut. Eine alte Kirche, wie Brianna gesagt hatte, schon lange aufgegeben und fernab jeder Touristenroute. Vielleicht war dies die Gelegenheit, auf die ich gewartet hatte. Dort wäre ich mit Brianna und Roger allein, bräuchte also keine Störung zu befürchten. Beim Gedanken an das bevorstehende Gespräch wurde mein Mund trocken. Wie sollte ich die passenden Worte finden? Ich versuchte mir auszumalen, wie ich vorgehen, was ich sagen und wie sie reagieren würden, doch meine Fantasie reichte nicht aus. Wieder einmal bedauerte ich das Versprechen, das ich Frank gegeben hatte und das mich davon abgehalten hatte, dem Reverend zu schreiben. Denn in diesem Fall wüsste wenigstens schon Roger Bescheid, aber vielleicht auch nicht, denn es hätte ja sein können, dass der Reverend mir keinen Glauben schenkte. Als ich im Dämmerlicht des Morgens erwachte, hatte ich die Hände um die Bettdecke geklammert und das Herz schlug mir mit der Kraft eines Dampfhammers bis zum Halse. Meine Hände zitterten kraftlos und mir brach der Schweiß aus. Ich war zurückgekommen und hatte wieder in der kühlen Luft der Highlands geträumt und die Stimme des Traumes hallte in meinen Ohren und meinem Herzen wieder. Du gehörst zu mir, hatte sie gesagt. Zu mir und ich lasse dich nicht gehen. Still lag der Friedhof von St. Kilda im Sonnenlicht. Das Gelände war so uneben, dass manche Grabsteine in Senken verschwanden. Hübsch und friedlich ist es hier. Brianna schob sich vorsichtig an dem rostigen Tor vorbei. Langsam und ohne festen Plan schlenderten die drei über den alten Friedhof. Roger und Brianna blieben hin und wieder stehen, um sich altmodische Inschriften vorzulesen, während sich Claire abgesondert hatte und immer wieder bückte, um eine Ranke abzuschneiden oder ein blühendes Pflänzchen behutsam mit der Wurzel herauszureißen. Plötzlich stieß Brianna einen gedämpften Schrei aus. »Hier ist es!« Sie stand auf und winkte Claire zu, die am anderen Ende des Friedhofs stand und einen grünen Zweig betrachtete. »Mom, komm her und sieh dir das an!« Claire winkte zurück. Dann stapfte sie mit bedächtigen Schritten über die überwuchernden Grabhügel zu ihnen und dem flachen quadratischen Stein. Blass geworden ließ sie die Finger über die Buchstaben der Inschrift gleiten. »Jonathan Wolverton Randall«, sagte sie leise. »1705 bis 1746. Ich habe es dir gesagt. Habe ich es dir nicht gesagt, du Hurensohn?« Ihre Stimme, die eben noch so beherrscht geklungen hatte, vibrierte nun vor unterdrückter Wut. »Geht ihr schon in die Kirche vor?« sagte sie und nickte Brianna zu. »Ich setze mich dort in den Schatten der Bäume. Ich möchte ein wenig allein sein.« Roger folgte Brianna zum vorderen Teil des Kirchenschiffs. Dabei fiel sein Blick immer wieder auf die Löckchen, die aus ihrem Zopf gerutscht waren und sich im Nacken kräuselten. An der Vorderfront fanden sie anstelle des früheren Altarsteins lediglich ein Loch, über das man blanke Holzplanken gelegt hatte. Roger lief ein Schauer über den Rücken, als er so nah neben Brianna stand. Seine Gefühle waren so übermächtig, dass er den Eindruck hatte, sie würden im leeren Raum wiederhallen und er hoffte nur, Brianna könnte sie nicht hören. Sie kannten sich jetzt knapp eine Woche und hatten bisher kaum die Gelegenheit zu einem ungestörten Gespräch gehabt. Gewiss würde sie ihn abweisen oder, schlimmer noch, auslachen, wenn sie wüsste, was er empfand. Aber als er ihr einen verstohlenen Blick zuwarf, stellte er fest, dass sie ruhig und ernst geblieben war. Auch sie sah ihn an, mit einem Ausdruck in ihren tiefblauen Augen, der ihn alles vergessen ließ. Er wandte sich ihr zu und streckte die Arme nach ihr aus. Ihr Kuss war kurz und sanft, und doch vermittelte er ihnen das Gefühl, als hätten sie sich in diesem Augenblick das Eheversprechen gegeben. Roger ließ die Hände sinken, doch ihre Wärme haftete auf seinem Körper und seinen Lippen, als hielte er sie noch immer im Arm. Plötzlich durchbrach ein Schrei die Stille der Kirche. Ohne weiter zu überlegen, stürzte Roger nach draußen. Eilig stolperte er über die umgefallenen Grabsteine auf die Eiben zu. Er machte sich nicht einmal die Mühe, die Zweige für Brianna beiseite zu halten, die ihm folgte. Da sah er Claire Randalls blutleeres Gesicht. Sie taumelte und sank auf die Knie, als wollten ihre Füße sie nicht mehr tragen. Oh Gott, O Herr im Himmel! Während sie sich in dem hohen Gras aufrichtete, strich sie mit zitternder Hand über einen Grabstein. Zärtlich fuhr sie die verwitterten Buchstaben nach. James Alexander Malcolm McKenzie Fraser, laß sie laut. Oh Gott, ja, ich kannte ihn. Sie senkte den Arm und streifte die Grashalme zur Seite, die in dichten Büscheln um den Grabstein wuchsen. Unter dem Namen wurde eine etwas kleinere Inschrift sichtbar. Verbunden mit Claire über den Tod hinaus, laß sie. Ja, ich kannte ihn, wiederholte sie so leise, dass Roger sie kaum verstand. Claire, das bin ich. Er war mein Mann. Dann blickte sie auf und sah an das bleiche, entsetzte Gesicht ihrer Tochter. Und dein Vater. Fassungslos starrten Roger und Brianna sie an. Außer dem Rauschen der Eiben lag über dem Friedhof Grabesstille. Roger und Brianna hatten mich mit vereinten Kräften vom Friedhof ins Auto gebracht und ins Pfarrhaus gefahren. Roger hatte mir eine Dosis Whisky gegen den Schock verordnet. Ruhe bewahren, Beecham, sagte ich mir. Tief einatmen. Einmal. Zweimal. Gut so. Du brauchst nichts weiter zu tun, als ihnen die Wahrheit zu sagen. Deshalb bist du doch nach Schottland gekommen, oder nicht? Ich öffnete den Mund, brachte aber keinen Ton heraus. Ich hatte schon einmal die Wahrheit gesagt und es war nicht gut gegangen. Ich presste die Augen noch fester zu. Jetzt meinte ich, Franks Stimme zu hören, fast keuchend vor unterdrückter Wut. Was meinen Sie damit? Ich soll Sie nicht bedrängen. Meine Frau ist fast drei Jahre lang verschwunden, kommt schmutzig, misshandelt und schwanger zurück und ich soll ihr keine Fragen stellen? Damals hatte ich mich hilfesuchend zusammengerollt, das Kopfkissen an die Brust gepresst und so fest hineingebissen, dass der Baumwollstoff zerriss. Ich gab mir einen Ruck und öffnete die Augen. Hört mal, sagte ich so sachlich und vernünftig, ich konnte. Es tut mir leid, ich weiß, dass es unsinnig klingt, aber es ist nun einmal wahr und daran kann ich nichts ändern. Diese verdammten Steine sind schuld. Ihr wisst doch, der Steinkreis auf dem Feenhügel im Westen. Craigton Nadun, murmelte Roger. Meinen Sie den? Genau. Erleichtert seufzte ich auf. Dann kennen Sie vielleicht auch die Sagen, die man sich über die Feenhügel erzählt, nicht wahr? Über Menschen, die im Felsgestein gefangen sind und zweihundert Jahre später wieder aufwachen. Briannes Unruhe wuchs von Minute zu Minute, doch Roger hielt sie fest. Ich holte Tiefluft. Ich weiß lediglich, dass ich im Jahr 1945 in einen dieser verdammten gespaltenen Steine geriet und im Jahr 1743 am Fuß des Berges wieder aufwachte. Genau das hatte ich auch Frank erzählt. Sprachlos hatte er mich einen Moment lang angestarrt, dann hatte er nach der Vase auf den Nachttisch gegriffen und sie auf den Boden geschmettert. Doch Roger blickte mich an wie ein Wissenschaftler, dessen neue Mikrobe seine kühnsten Erwartungen erfüllt hat. Ich fragte mich, warum, doch momentan war ich zu sehr damit beschäftigt, Worte zu finden, die einigermaßen vernünftig klangen. Der Erste, der mir über den Weg lief, war ein englischer Dragoner in voller Montur, sagte ich, und da dämmerte mir, dass etwas nicht stimmte. Aber ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie ich zurückkehren sollte. Zudem war es so, dass Damen nicht ohne Begleitung in der Gegend herumspazierten und wenn doch, dann trugen sie kein dünnes Kleid und Halbschuhe. Angefangen vom Dragoner-Hauptmann wusste jeder, der mir begegnete, dass mit mir etwas nicht stimmte, aber sie wussten nicht was. Dieser Dragoner, fuhr ich fort, während mir bei der Erinnerung an Jonathan Walburton Randall, Hauptmann des achten Dragoner-Regiments seiner Majestät, ein Schauer über den Rücken lief, zuerst glaubte ich zu träumen, weil er Frank so ähnlich sah. Sie wissen ja, dass er einer von Franks Vorfahren war, aber er war ein Widerling und ein Sadist. Verblüfft blickten sich die beiden an. Er hatte ausgesprochen seltsame Vorlieben, aber es war Jamie, den er haben wollte. Um nichts in der Welt hätte ich das Wort Liebte über die Lippen gebracht. Mein Hals war wie ausgetrocknet und ich schluckte den letzten Rest des Whiskys herunter. Roger hob fragend die Karaffe hoch und mit einem Nicken hielt ich ihm mein Glas entgegen. Jamie? Ist das Jamie Fraser? Und das war... Er war mein Mann, bestätigte ich. Brianna schüttelte den Kopf. Aber du hattest doch schon einen Mann, das durftest du nicht. Die Alternative bestand darin, Jonathan Randall ausgeliefert zu werden. Jamie hat mich zu meinem Schutz geheiratet und das war verdammt großzügig von ihm. Plötzlich überwältigte mich die Erinnerung an unsere Hochzeitsnacht. Er hatte noch nie mit einer Frau geschlafen und seine Hände zitterten, als er mich berührte. Auch ich hatte Angst und die war begründeter als seine. Doch als er mich im Morgengrauen umarmte und ich seine warme Brust an meinem Rücken spürte und seine Oberschenkel mich umschlangen, hatte er geflüstert, fürchte dich nicht. Wir sind jetzt zu zweit. Verstehen Sie, sagte ich zu Roger, ich konnte nicht zurückkehren. Als die Schotten mich fanden, war ich auf der Flucht vor Hauptmann Randall. Die Gruppe um Jamie war gerade auf Viehdiebstahl. Es waren Männer vom Clan der McKenzie's von Leoch, der Familie seiner Mutter. Ich dachte an meine späteren, fruchtlosen Versuche, aus der Burg von Leoch zu fliehen und an den Tag, als ich Jamie die Wahrheit gesagt hatte. In dem Dörfchen Cranesmoor, unterhalb der Burg, hat man mir als Hexe den Prozess gemacht. Aber Jamie hat mich gerettet und dann habe ich ihm alles erzählt. Daraufhin brachte er mich zu dem Berg und sagte mir, ich solle zurückkehren, zurück zu Frank. Ich hielt inne und holte tief Luft. Es war schon zu spät. sagte ich und starrte auf meine Hände. Als ich mit Jamie vermehlt wurde, hatte ich Franks Goldreif nicht abgelegt. Stattdessen trug ich Jamies Silberring am Ringfinger meiner rechten Hand und das nun schon seit mehr als 20 Jahren, seit er ihn mir angesteckt hatte. Ich habe Frank geliebt, fuhr ich fort, wobei ich Briannas Blick auswich. Sehr sogar. Doch damals war Jamie schon zu einem Teil von mir geworden. Ich konnte ihn nicht verlassen. Ich brachte es einfach nicht über mich. Er brachte mich dann auf sein Gut. Es hieß Lallibroch und war wunderschön. Das malerische Anwesen war von Wäldern, Flüssen und sogar ein wenig fruchtbarem Ackerland umgeben. Im Hochland eine Seltenheit. Doch selbst Lallibroch hatte uns nur vorübergehend Zuflucht bieten können. Jamie war ein Geächteter, erklärte ich, und sah wieder die Narben vor mir, die die Peitschenhebe der Engländer auf seinem Rücken hinterlassen hatten. Auf seinen Kopf war ein Preis ausgesetzt. Er wurde gefangen genommen und ins Randworth-Gefängnis geworfen. Er sollte gehängt werden. Ich konnte ihn jedoch retten, oder das, was von ihm übrig war. Der Kommandeur der Garnison in Randworth hieß nämlich Jonathan Randall. Den Bildern, die diese Worte in mir heraufbeschworen, wäre ich lieber ausgewichen, doch ich konnte nichts dagegen tun. Jamie, wie er nackt und blutig in Eldridge Hall lag, wo wir Zuflucht gefunden hatten. Mithilfe von Mortick, einem Mitglied des Fraser-Clans, hatte ich ihn verstecken und dann über den Kanal nach Frankreich bringen können. Dort fanden wir Schutz in der Abtei St. Anne de Beaupré, der ein Onkel von Jamie als Abfuhr stand. Doch hinter den sicheren Mauern des Klosters musste ich feststellen, dass meine Aufgabe nicht damit endete, Jamie das Leben gerettet zu haben. Die Demütigungen, die ihm Jonathan Randall zugefügt hatte, hatten sich in seine Seele eingebrannt wie die Lederpeitsche in sein Fleisch und die Wunden schmerzten ebenso stark. Noch heute wusste ich nicht, wie es mir gelungen war, die bösen Geister zu bannen. Bei manchen Heilungen verwischen sich die Grenzen zwischen Medizin und Magie. Aber ich habe ihn geheilt, sagte ich leise. Er ist zu mir zurückgekommen. Ratlos schüttelte Brianna den Kopf und den trotzigen Ausdruck, den sie dabei zeigte, kannte ich nur zu gut. Frank war nicht dein Vater, sagte ich rund heraus. Solange er lebte, wollte er dein Vater sein. Er hat dich geliebt. Aber jetzt ist Frank tot und du hast ein Recht darauf, zu wissen, woher du stammst. Wenn du es nicht glauben willst, dann geh in die National Portrait Gallery. Dort hängt ein Bild von Alan McKenzie, Jamies Mutter. Sie trägt das hier. Ich berührte die Kette, die ich um meinen Hals trug. Unregelmäßige Barockperlen aus schottischen Flüssen, zwischendurchbohrten Goldplättchen. Jamie hat sie mir zur Hochzeit geschenkt. Roger warf Brianna einen Blick zu, als würde er sie zum ersten Mal sehen. Dann haben sie die Männer, die auf der Liste stehen und in Koloden gekämpft haben, also gekannt? fragte er. Es gelang mir, mich etwas zu entspannen. Ja, ich habe sie gekannt. Sie waren in Frankreich, murmelte Roger, mehr zu sich selbst. Sein Entsetzen war einer aufgeregten Neugier gewichen. Aber sie haben doch nicht etwa gewusst? Doch, erwiderte ich, deshalb sind wir ja nach Frankreich gegangen. Ich habe Jamie von der Schlacht von Koloden im Jahr 1746 erzählt. Wir sind nach Paris gegangen, um Charles Stewart aufzuhalten. Le Havre, Frankreich, Februar 1744 Brot, murmelte ich leise, ohne die Augen zu öffnen. Von der anderen Seite des Bettes drang leises Rascheln. Dann hörte ich, wie eine Schublade geöffnet wurde. Dem folgten ein verhaltener gälischer Fluch und das leise Tappen nackter Füße auf den Bodendielen. Hier ist er, Sessnick, sagte eine besorgte Stimme und ich spürte eine trockene Brotrinde an meiner Unterlippe. Jeden Bissen musste ich meine trockene Kehle hinunterwirken, doch wohlweislich bat ich nicht um Wasser. Die Übelkeit ließ allmählich nach und veräppte schließlich. Als ich die Augen öffnete, blickte ich in das sorgenvolle Gesicht von Jamie Fraser. Alles in Ordnung, erkundigte er sich. Ich nickte. Gleich geht es mir besser, erklärte ich mit erzwungener Heiterkeit. Macht ihr keine Sorgen, es ist völlig normal, wenn einer schwangeren Frau morgens schlecht ist. Ich blickte auf das Bett. Die Decken waren, wie in den meisten Gasthöfen, nicht allzu sauber. Aber das Silbergeld aus Jamies Geldbeutel hatte uns zu dem besten Raum verholfen und das schmale Bett war mit Gänsefedern statt mit Häcksel oder Wolle gefüllt. Vielleicht sollte ich mich wirklich noch mal hinlegen, murmelte ich, hob meine Füße vom eiskalten Boden und schob sie unter die Decke. Wo ich einen warmen Winkel zu finden hoffte. Sorge dich nicht um mich. Mach dich lieber auf den Weg. Du solltest deinen Cousin nicht warten lassen. Trotz der kalten Luft, die unter der Tür hereinwehte, gewann ich meine gute Laune wieder zurück. Da Jamie immer noch unsicher schien, ob er gehen sollte, zog ich ihn zu mir herab und umarmte ihn. Nicht nur, weil ich ihn beruhigen wollte, sondern auch, weil er sich so wunderbar warm anfühlte. Jamie? fragte ich leise. Freust du dich über das Baby? In Schottland geächtet, aus seinem Heim verbannt und mit vagen Zukunftsaussichten in Frankreich, hätte er allen Grund, über diese neue Pflicht nicht gerade ins Schwärmen zu geraten. Er schwieg einen Augenblick, drückte mich noch fester an sich und seufzte kurz auf, bevor er antwortete. Ich schlief noch eine Weile, und als ich aufwachte, läutete am nahegelegenen Platz eine Kirchenglocke. Die ersten Wochen der Schwangerschaft ermüdeten mich und die Anstrengungen der Reise hatten ein Übriges getan, sodass mir die lange Rast mehr als willkommen war. Die Winterstürme waren Frankreichs Küste entlanggefegt und während unserer Reise hatte es unablässig geregnet und geschneit. Aber es hätte auch noch schlimmer kommen können. Ursprünglich hatten wir beabsichtigt, nach Rom zu fahren und nicht nach Le Havre. Bei solch einem Wetter hätte das eine Reise von drei oder vier Wochen bedeutet. Da Jamie im Ausland darauf angewiesen war, Geld zu verdienen, hatte man ihm für James Stewart, dem im Exil lebenden König von Schottland oder Thronprätendent, je nach Treuebekenntnis, ein Empfehlungsschreiben als Übersetzer mitgegeben. Aus diesem Grunde hatten wir uns seinem Hofstaat in der Nähe von Rom anschließen wollen. Unmittelbar vor unserer Abreise nach Italien hatte uns jedoch Jamies Onkel Alexander, der Abt, in seine Räume gebeten. Was ich euch jetzt sage, muss unter uns bleiben, erklärte er ernst. Seine Hoheit Prinz Charles Edward hat Rom verlassen und wird in dieser Woche in Frankreich eintreffen. James Stewart hatte 1715 einen missglückten Versuch unternommen, seinen Thron zurückzuerobern. Es war ein schlecht geplanter Feldzug, der schon bald aufgrund mangelnder Unterstützung scheiterte. Seitdem hatte der Verbande James von Schottland in unermüdlichen Schreiben an befreundete Monarchen, insbesondere an seinen Cousin, den König von Frankreich, immer wieder seinen rechtmäßigen Anspruch auf den Thron Englands und Schottlands betont und dabei auf die Stellung seines Sohnes Prinz Charles als Thronerbe hingewiesen. Der in Rom im Exil lebende König James genoss die Unterstützung des Papstes, der erhebliches Interesse an der Wiedereinsetzung einer katholischen Monarchie in England und Schottland besaß. Daher wurden die meisten seiner Briefe durch päpstliche Boten befördert und über treue Anhänger wie den Abt innerhalb der kirchlichen Hierarchie weitergeleitet. Sie standen in Verbindung mit den schottischen Jakobiten, sodass diese Beförderung weniger Risiken bag, als wenn man die Briefe auf gewöhnlichem Weg von Rom nach Edinburgh oder in die Highlands geschickt hätte. Und da könntet du und deine Frau uns gute Dienste leisten, wenn ihr mögt. Der Vorschlag war einfach. Wenn der Neffe seines treuen und hochgeschätzten Freundes Alexander bereit war, nach Paris zu reisen und seinem Sohn, seiner Hoheit Prinz Charles, in jedweder Form zu Diensten zu sein, würde seine Majestät König James für die Reisekosten und ein bescheidenes Gehalt aufkommen. Ich war verblüfft. Wir hatten beabsichtigt, nach Rom zu fahren, um den zweiten jakobitischen Aufstand im Jahre 1745 zu verhindern. Aus meinen Geschichtskenntnissen wusste ich, dass dieser Aufstand von Charles Edward Stuart angeführt, den Versuch seines Vaters vom Jahre 1715 bei weitem Übertreffen, aber dennoch nicht von Erfolg gekrönt sein sollte. Wenn die Dinge so fortschritten, wie ich annahm, würden die Soldaten unter Bonny Prince Charles 1746 bei Culloden eine verheerende Niederlage hinnehmen müssen, unter deren Auswirkungen die Bevölkerung der Highlands noch zwei weitere Jahrhunderte zu leiden haben würde. Jetzt, im Jahre 1744, war Charles offensichtlich gerade im Begriff in Frankreich um Unterstützung zu bitten. Wo ließ sich ein Aufstand besser verhindern als an der Seite seines Anführers? Und so brachen wir auf. Allerdings begaben wir uns nicht auf direktem Weg nach Paris, sondern fuhren zunächst nach Le Havre, um uns dort mit James' Cousin Jared Fraser zu treffen. Jared war ein erfolgreicher, schottischer Emigrant, der mit Wein und Schnaps handelte und dem ein Lagerhaus, ein geräumiges Stadthaus in Paris und darüber hinaus noch ein Weindepot in Le Havre gehörte. Als er aus Jamies Brief erfuhr, dass wir auf dem Weg nach Paris waren, hatte er Jamie dorthin gebeten. Jamie hatte eine Zeit lang bei ihm gewohnt, als er 18 war und nach Paris kam, um den letzten Schliff zu erlangen. Keiner kannte sich in der Pariser Gesellschaft besser aus als jemand, der mit Getränken handelt. »Wir haben heute Morgen einen Termin am Hafen, in Jareds Lagerhaus, du und ich.« Jamies Kopf tauchte in der Tür auf. »Besitzt du etwas Passendes zum Anziehen, Cessnack?« Auf unseren Reisen hatte ich ein praktisches graues Searchkleid getragen, zu dem mir der Almosenpfleger der Abtei St. Anne verholfen hatte. Außerdem besaß ich noch das Kleid, mit dem ich aus Schottland geflohen war. Das blattgrüne Samtgewand ließ mich recht blass aussehen, aber zumindest war es elegant. Jared Fraser war ein kleiner, schlanker Mann mit dunklen Augen. Er sah seinem entfernten Cousin Mörtek vom Clan der Fraser, der uns bis nach La Havre begleitet hatte, ziemlich ähnlich. Bei unserer ersten Begegnung stand Jared würdevoll in den weit geöffneten Türen seines Lagerhauses, sodass die Hafenarbeiter mit ihren Fässern einen Bogen um ihn machen mussten. Nachdem man uns auf die Rampe geführt hatte und wir schließlich vor ihm standen, begrüßte er uns mit breitem Grinsen. Meine Liebe, rief er, nahm mich am Arm und zog mich resolut zur Seite, um den Weg für zwei kräftige Schauerleute freizumachen, die soeben ein Fass durch die riesige Tür rollten. Wie ich mich freue, dich, äh, ich darf doch du sagen, endlich kennen zu lernen. Lärmend polterte das Fass über die Planken der Rampe und ich hörte, wie in seinem Innern die Flüssigkeit hin und her schwappte. Mit Rum kann man so umgehen, erklärte Jared und sein Blick folgte dem riesigen Fass auf seinem Hindernislauf durch das Lagerhaus. Aber nicht mit Port. Um den kümmere ich mich immer selbst, ebenso um den Flaschenwein. Eigentlich wollte ich mich gerade auf den Weg machen, um eine neue Lieferung Portwein entgegenzunehmen. Hättet ihr Lust, mich zu begleiten? Le Havre war eine wichtige Hafenstadt und die Hafenanlagen bildeten das Herz der Stadt. Dort lagen drei Mastschiffe, Ruderboote und kleine Galeren vor Anker, all die Schiffe, die die Versorgung Frankreichs gewährleisteten. Die Adrienne, Jareds Schiff, ein Dreimaster von ungefähr 18 Metern Länge mit mächtigem Bug, lag unweit eines großen Lagerhauses, über dessen Tür der Name Fraser stand am Kai. Den Bug schmückte eine grimmig blickende Gallionsfigur, die mit ihrem entblößten Busen und den salzverkrusteten Locken den Anschein erweckte, als fände sie keinen sonderlich großen Gefallen an der See. Jared bat uns in die Kapitänskajüte, trat an den winzigen Tisch und füllte unsere Gläser feierlich mit Portwein, bevor er zu sprechen anhob. Dann blickte er mit einem Lächeln zu Jamie und anschließend zu mir. Ich wollte an sich mit meiner Bitte nicht so überstürzt an euch herantreten, erklärte er, aber ich brauche einen Mann. Du musst verstehen, meine Liebe, er verbeugte sich vor mir, ich habe die Aussicht, mich an einem neuen Weinkeller an der Musel zu beteiligen. Das Unternehmen wird mehrere Monate in Anspruch nehmen und ich kann meine Geschäfte hier nicht sich selbst überlassen. Er zögerte einen Augenblick. Dann lächelte er Jamie an. Da ich weiß, dass du gut mit Zahlen umgehen kannst, war ich geneigt, deine Ankunft als Wink des Schicksals zu verstehen. Jareds Angebot klang mehr als großzügig. Als Gegenleistung dafür, dass Jamie seine Geschäfte in Frankreich sechs Monate lang führte, wollte er ihm nicht nur ein Gehalt zahlen, sondern ihm darüber hinaus sein Haus in Paris mit dem gesamten Personal zur Verfügung stellen. Und eine schöne Frau, die Abendgesellschaften gibt, ist ein bedeutendes Kapital im Weingeschäft, Cousin. Deine Frau würde mir einen großen Gefallen erweisen, wenn sie sich die Mühe macht und Gäste zu sich bittet. Der Gedanke, für die Pariser Gesellschaft Abendeinladungen auszurichten, jagte mir nicht wenig Angst ein. Fragend blickte Jamie mich an. Ich schluckte schwer, nickte aber lächelnd. Es war kein schlechtes Angebot. Wenn er sich zutraute, das Importgeschäft zu übernehmen, konnte ich wohl zumindest Essen bestellen und dabei mein Französisch aufpolieren. Kein Problem, murmelte ich, aber Jared hatte ohnehin mit meiner Zustimmung gerechnet, denn er fuhr bereits mit seinen Ausführungen fort, den Blick unverwandt auf Jamie gerichtet. Ich dachte mir, dass du vielleicht eine Arbeit und eine Unterkunft benötigst, zum Wohl der anderen Geschäfte, deren Wegen du nach Paris gekommen bist. Sollte auch Jared zu den Jakobiten zählen, war der Briefwechsel zwischen ihm und Abt Alexander gewiss nicht zufällig. Mit einem Schlag offenbarte sich mir das verflochtene Netzwerk der Jakobiten. Als ich später mit Jamie und Jared durch den Hafen schlenderte, sahen wir neben der Gangway eines Schiffes eine dicke Traube von Männern und es herrschte ein fürchterliches Geschrei und Gedränge. Jared wandte sich in gutturalem Französisch an einen der Matrosen. Er sagt, auf der Patagonia sei eine Krankheit ausgebrochen. Welche Krankheit? Da ich meinen Medizinkasten nicht mitgebracht hatte, konnte ich nur wenig tun, aber ich war neugierig. Man befürchtet, es sind die Pocken, aber man ist sich nicht sicher. Der Hafenmeister ist bereits verständigt worden. Meine Frau ist eine Heilerin, klärte Jamie Jared auf, bevor er sich kopfschüttelnd zu mir wandte. Nein, Sesnick, es ist zu gefährlich. Die Gangway der Patagonia lag genau in meinem Blickfeld und ich sah, wie die Männer plötzlich so angstvoll zurückwichen, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Zwei Matrosen kamen von Deck. Zwischen sich trugen sie eine weiße Leinwand, die unter dem Gewicht eines Mannes durchhing. Kurz entschlossen wandte ich mich um und steuerte den hinteren Landungssteg an. Mach dir keine Sorgen, rief ich Jamie über die Schulter zu. Sollten es die Pocken sein, dann bin ich davor gefeit. Vorsichtig näherte ich mich dem Kranken und blieb ein paar Schritte vor ihm stehen. Sein fiebriges Gesicht war dunkelrot und mit weißen Pusteln übersät. Unruhig und stöhnend warf er den Kopf hin und her und sein rissiger Mund stand offen, als ob er Durst hätte. Während ich den Mann untersuchte, hatten Jamie und Jared die Lagerhalle betreten. Sie wurden von einem kleinen Mann in goldbetresstem Rock, dem Hafenmeister und dem Kapitän des von der Seuche befallenen Schiffes begleitet. Ich fürchte, es sind die Pocken, erklärte ich. Der Kapitän der Patagonia stöhnte wütend auf, trat mit verzerrtem Gesicht auf mich zu und hob die Hand, als wollte er mich schlagen. Nein, rief er, dummes Weib, wollen Sie mich ruinieren? Der Hafenmeister trat näher und verkündete, Pocken, die Dame hat recht, es tut mir leid, Monsieur le Comte de Saint-Germain, aber Sie kennen das Gesetz. Der Angesprochene seufzte ungeduldig. Nachdem er mich stirnrunzelnd angeblickt hatte, wandte er sich entschlossen an den Hafenmeister. Gewiss lässt sich das in Ordnung bringen, Monsieur, ich bitte um eine kurze Unterredung. Sein Auftreten ließ keinerlei Zweifel, dass er daran gewöhnt war, seinen Willen durchzusetzen. Der kleine Hafenmeister wich jedoch mit abwehrend erhobenen Händen zurück. Non, Monsieur le Comte, wandte er ein. Je regrette, zu viele Leute wissen bereits Bescheid. Ich muss die Vorbereitungen zur Zerstörung des Schiffes treffen. Monsieur le Comte und sein Kapitän starrten mich hasserfüllt an. Jamie funkelte die zwei Männer drohend an. Der Comte trat einen Schritt auf mich zu. Sind Sie sich eigentlich bewusst, was Sie da angerichtet haben? fauchte er. Seien Sie gewarnt, Madame. Dafür werden Sie büßen. Gerards Pariser Haus stand in der Rue Trémolant in einem wohlhabenden Bezirk mit dicht an dicht gebauten Steinhäusern, die drei, vier oder gar fünf Stockwerke hatten. Hm, war Mertex einziger Kommentar angesichts Gerards Wohnhaus. Ich suche mir meine eigene Unterkunft. Wenn dich ein anständiges Dach über dem Kopf nervös macht, kannst du dich ja in den Stallungen schlafen legen, schlug Jamie vor und grinste auf seinen kleinen, mürrischen Patenonkel hinunter. Wir lassen dir dann den Haferbrei auf einem Silbertablett servieren. Wir waren hier, um das Unheil zu verhindern. Dieser Gedanke wirkte in dem Frieden und Luxus, den Gerards Haus uns bot, unwirklich. Wie hält man eine Rebellion auf? Wenn Revolten in Tavernen geschürt werden, lassen sie sich vielleicht auf Abendeinladungen verhindern? Achselzuckend betrachtete ich mein Spiegelbild, blies mir eine verirrte Locke aus der Stirn und ging nach unten, um mich mit der Köchin anzufreunden. Die Dienstboten erkannten bald, dass ich keinerlei Absicht hegte, mich in ihre Arbeit einzumischen, und es machte sich unter ihnen eine Atmosphäre wachsamer Gehorsamkeit breit. In meiner Übermüdung hatte ich bei unserer Ankunft zunächst etwa zwölf gezählt, die in der Eingangshalle zur Begutachtung angetreten waren, mitsamt dem Pferdeknecht, dem Stallburschen und dem Küchenjungen, die ich in dem Allgemeinen Durcheinander übersehen hatte, waren es jedoch 15. Während ich mich mit dem Haushalt vertraut machte und alles Wissenswerte sammelte, was ich aus dem Klatsch der Dienstmädchen aufschnappen konnte, war Jamie täglich mit Jared unterwegs, besuchte Kunden, traf Leute und bereitete sich darauf vor, seiner Hoheit zu Diensten zu sein, indem er Bekanntschaften schloss, die für einen Prinz im Exil von Nutzen sein konnten. Unter unseren zukünftigen Abendgästen konnten wir eventuell Verbündete oder Gegner finden. Saint-Germain? wiederholte ich fragend, als ich den Namen aus dem Geschwätz des Zimmermädchens heraushörte, während sie den Parkettboden bohnerte. Der Compte de Saint-Germain? Oui, Madame. Sie war ein kleines, rundes Mädchen, freundlich und willens, alles recht zu machen. Der Compte hat einen sehr schlechten Ruf, Madame. erklärte sie bedeutungsvoll. Er hat seine Seele dem Teufel verkauft, müssen Sie wissen? Er zelebriert die Schwarze Messe, bei der die Gottlosen das Blut und das Fleisch unschuldiger Kinder miteinander teilen. Da hast du dir ja ein ganz besonderes Exemplar zum Feind gemacht, dachte ich. Glücklicherweise war der Compte de Saint-Germain heute Abend nicht unser Gast. Wir speisten en famille, da Jared vor seiner Abreise noch einige Einzelheiten mit Jamie besprechen wollte. Das Wichtigste war dabei, das königliche Levers in Versailles. Die Einladung gilt nicht dir, Junge, stellte er freundlich klar, sondern mir. Der König möchte sicher gehen, dass ich aus Deutschland zurückkehre. Die jüngste Steuererhebung traf die Händler schwer, so dass eine große Anzahl Ausländer das Land verließ, zum Nachteil der königlichen Finanzen, wie du dir vorstellen kannst. Ich weiß die Geschäfte in guten Händen, Junge. Bevor ich mich auf die Reise begebe, könnten wir noch über anderes sprechen. Ich habe vereinbart, dass du seiner Hoheit Prinz Charles übermorgen deine Aufwartung machen wirst. Er verlässt sein Haus nur selten und trifft nur wenige Menschen. Unmittelbar bevor Jared abreiste, führte er Jamie in dem kleinen Haus auf dem Montmartre ein, in dem seine Hoheit Prinz Charles Stuart residierte, bis ich herausstellen würde, auf welche Weise Louis sich für einen mittellosen Cousin und Thronanwärter einzusetzen gedachte. Wie war es? Bestürmte ich Jamie, kaum dass er wieder da war. Wir hatten beide einen Becher Weinbrand vor uns, berichtete Jamie auf mein Drängen gehorsam. Ich fragte ihn, wie ihm Paris gefalle, und er antwortete, er empfände es als unangenehm einengend, da er nicht auf die Jagd gehen könne. Daraufhin sprachen wir über die Jagd. Er erklärte, er hoffe, mich einmal zur Jagd nach Schottland einladen zu können. Als Jared mich daran erinnerte, er müsse auf dem Rückweg noch einmal am Lagerhaus Halt machen, reichte mir seine Hoheit die Hand, ich küsste sie und wir verschwanden. Zu gerne hätte ich gewusst, ob nicht wenigstens der König von Frankreich eine Spur beeindruckender war. Die täglichen Pflichten in Jared's Handelskontor hielten Jamie in Atem. Gleich nach dem Frühstück brach er mit Mörtek zu den Lagerhäusern auf, um die neuen Lieferungen zu überwachen, die Bestandslisten zu ergänzen und die Docks an der Seine sowie seiner Beschreibung nach äußerst zweifelhafte Tavernen zu besuchen. Wenigstens hast du Mörtek bei dir, stellte ich beruhigt fest, und mitten am Tag wird man euch wohl kaum etwas tun. Zwar wirkte der kleine Clans Mann, der sich äußerlich nur durch den karierten unteren Teil seiner Kleidung von den Halunken im Hafen unterschied nicht besonders beeindruckend, aber seit ich mit ihm durch halb Schottland geritten war, um Jamie aus dem Randworth Gefängnis zu befreien, gab es niemanden, dem ich das Wohl meines Mannes lieber anvertraut hätte. Jamie hatte mich gebeten, ihm bei den Arbeitszimmer, als uns Mr. Silence Hawkins einen Besuch abstattete, um zwei Fässer flämischen Weinbrands zu bestellen. Der gesetzte, wohlhabende Engländer, ein Immigrant wie Jared, hatte sich auf den Export französischen Weinbrands in seine Heimat spezialisiert. Er ließ den Blick über Jamies Kilt gleiten, dessen Fraser Rot sich leuchtend von der dunklen Holzvertefelung seines Arbeitszimmers abhob. An ihrer Kleidung sehe ich, dass sie aus den Highlands stammen. Vielleicht könnten sie mich einweihen, welche Gefühle gegenwärtig in diesem Teil des Landes vorherrschen. Sie wissen doch, man hört so viele Gerüchte. Auf eine einladende Handbewegung Jamies hin, ließ er sich in einen Sessel sinken. Gerüchte, nun, die gibt es in Schottland immer. Jamie war angelegentlich damit beschäftigt, seinen Federkiel zu schärfen und Gefühle, nun, wenn sie die Politik meinen, bin ich leider nicht auf dem neuesten Stand. Ich weiß um die jakobitischen Sympathien ihres Cousins, denn er macht schließlich keinen Hehl daraus. Ich habe mich nur gefragt, ob alle Schotten einer Meinung sind, wenn es um den Thron Anspruch der Stuarts geht. Da Jamie an weiteren Fragen dieser Art nicht gelegen schien, schaltete ich mich ein und bot Madeira und Kekse an. Einen Moment schüttelte er bedauernd den Kopf und schob den Sessel zurück. Nein, vielen Dank, Madame. Die Arabella läuft diesen Donnerstag ein und ich muss nach Calais fahren und sie empfangen. Sie trägt eine Fracht, die ich keinem meiner Mitarbeiter anvertrauen kann. Meine Nichte Mary ist an Bord, erklärte er. Während wir hier sitzen, ist sie bereits auf dem Weg zur französischen Küste. Sie ist fünfzehn und noch niemals von zu Hause fort gewesen. Da kann ich sie die Reise nach Paris wohl kaum allein machen lassen. Gewiss nicht, gab ich ihm höflich recht. Mary Hawkins. Ein Allerweltsname und doch kam er mir bekannt vor. Etwas Bestimmtes verband ich damit allerdings nicht. Ich rätselte noch daran herum, als Jamie Mr. Hawkins zur Tür geleitete. Heiraten soll sie, erklärte Mr. Hawkins mit Genugtuung. Meinem Bruder ist es gelungen, für sie eine höchst vorteilhafte Verbindung mit einem Angehörigen des französischen Adels zu arrangieren. Stolz schwoll seine Brust. Mein älterer Bruder ist nämlich ein Baronet, müssen sie wissen. Nun, wenn dieser Herr dem Adel angehört, werden wir ihre Nichte wahrscheinlich demnächst bei Hof antreffen, stellte Jamie fest. Wer ist denn der glückliche Bräutigam? Mit einem Ausdruck der Verschlagenheit beugte Mr. Hawkins sich vor. Eigentlich dürfte ich ja nicht darüber sprechen, weil wir den Ehekontrakt noch nicht unterzeichnet haben. Es handelt sich um ein hochrangiges Mitglied des Geschlechts der Gascogne. Nachdem Mr. Hawkins aufgebrochen war, wandte ich mich zu Jamie um. Gascogne? Er meint wahrscheinlich, aber das kann doch nicht sein Ernst sein. Diese widerliche alte Wie-Komm-de-Marie-Nie mit den Schnupftabaks-Flecken am Kinn, der letzte Woche bei uns zu Gast war? Plötzlich fuhr mir ein Schreck in die Glieder, denn in diesem Moment war mir eingefallen, wo ich den Namen Mary Hawkins schon einmal gelesen hatte. Jamie hatte sich geirrt. Die Sache ging mich sehr wohl etwas an, denn dieser Name stand in gestochener Handschrift und verblaster Tinte oben auf einer Ahnentafel. Es war Mary Hawkins nicht vorherbestimmt, die Ehefrau des Altersschwarren Wie-Komm-de-Marie-Nie zu werden. Im Jahr des Herrn 1745 sollte sie Jonathan Randall heiraten. Nach einer schlaflosen Nacht fiel mir am folgenden Morgen der Kräuterhändler aus der Rüde-Varenne ein, von dem man mir berichtet hatte. Ein Hexenmeister mit einem Laden, den man sich unbedingt einmal ansehen sollte. Regale bis zur Decke, durch Glastüren geschützt, wahrscheinlich weil dahinter wertvolle, teure Substanzen verborgen waren. Im hinteren Teil des Ladens, wo dunkle Rauchwolken durch die Tür quollen, beugte sich Maître Raymond über die Feuerstelle. Er maß wenig mehr als 1,20, hatte einen mächtigen Brustkorb und leicht hervorquellende freundliche schwarze Augen. Mir fehlten einige der Kräuter, die ich für meinen Schlaftrunk brauchte und ich nahm eines der Gefäße aus dem Regal, zog den Stöpsel heraus und roch an seinem Inhalt. Senf, sagte ich und zog die Nase kraus. Und Thymian, das Ganze in Walnussöl scheint mir. Aber wie haben sie es geschafft, dass es so eklig wird? Ich kippte das Gefäß zur Zierde im Gesicht. Ein breites Grinsen überzog sein Gesicht, verfaultes Fruchtfleisch eines Kürbisses. Er beugte sich nahe zu mir und legte vertrauensvoll seine Hand auf meine. Sie sind vom Fach, nicht wahr? fragte er, obwohl sie nicht danach aussehen. Das hängt davon ab, was sie damit meinen, entgegnete ich. Ich bin eine Heilerin. Aha, eine Heilerin. Er blickte Das habe ich mir gedacht. Wie kann ich Ihnen zu Diensten sein? Schon bald entwickelte sich zwischen uns ein lebhaftes Gespräch, denn er kannte sich gut aus in der Anwendung von Pflanzen und Kräutern. Immer wieder nahm er ein Gefäß aus dem Regal, schüttelte ein wenig von seinem Inhalt in seiner Hand und zerrieb die Blätter, damit ich Sie verstehen Ihr Handwerk tatsächlich. Er lächelte hintergründig und wir setzten uns nieder, um unser Geschäft abzuwickeln. Leise zog ich die Tür des Salons hinter mir zu und holte Tiefluft, doch unter dem engen Fischbeinkorsett entwich mir der Atem mit einem erstickten Keuchen. Jamie hatte mich gedrängt, mir ein Kleid anfertigen zu lassen, das mich aus der Masse heraushob. Der König hatte uns zu einem Ball in Versailles eingeladen. Ich muss bei den reichen Gehör finden, hatte Jamie erklärt, und da ich weder über Einfluss noch über Macht verfüge, muss ich dafür sorgen, dass sie meine Gesellschaft suchen. Seinem verblüfften Ausdruck nach zu urteilen, war mir der Anfang gelungen. Ich tänzelte auf der Stelle, sodass der weite Rock hin und her schwang. Hübsch, nicht wahr? fragte ich. Endlich fand Jamie seine Stimme wieder. Auffällig, krächzte er. Himmel, man kann jeden Zentimeter deiner Brust bis hinunter zur dritten Rippe sehen. Du hast mir doch selbst gesagt, ich soll auffallen, erinnerte ich ihn, und im Vergleich zum letzten Schrei am Hofe ist dies noch gar nichts. Jamie wandte seinen Blick von meinem Dekolleté ab und presste die Lippen zusammen. Murmelte er und schaute höchst schottisch aus. Ich lachte, schlang ihm die Arme um den Hals und zog ihn zu mir herab, sodass ich ihn küssen konnte. Er fasste mich um die Taille und ohne es zu merken strich er mit dem Daumen über die weiche Seide meines Mieders. Seine Hand fuhr über den glatten Stoff hinauf zu meinem Nacken. Mit der anderen umfasste er meine runde Brust, die sich oberhalb des engen Mieders wölbte. Dann ließ er sie los, richtete sich auf und schüttelte zweifelnd den Kopf. Anscheinend hast du keine Vorstellung, wie du in dem Kleid aussiehst, Mädchen. Ich würde dich am liebsten auf der Stelle ins Bett schleifen. Und diese verdammten Gallier verfügen nicht über meine Willenskraft. In puncto als sich der Lakai an der Flügeltür aufrichtete und verkündete »San Majesté Leroy Louis«. Unterholt vollem Nicken nach links und rechts nahm er die Begrüßung seiner Untertanen entgegen, die sich tief vor ihm verneigten. Louis trug eine modische Perücke und sein Rock war aus feinem, mit hunderten von schillernden Seidenschmetterlingen bestickten Samt. Dazu trug er Schuhe mit überdimensionalen, ebenfalls schmetterlingsförmigen Schnallen. Unruhig glitt sein verschleierter Blick durch den Saal. Das rote Kleid hatte ich ganz und gar vergessen. Seine Majestät blieb direkt vor mir stehen und verbeugte sich, die Hand elegant an die Hüfte gelegt. »Cher Madame«, sagte er, »wir sind entzückt.« Ich hörte, wie Jamie hinter mir scharf die Luft einsog, dann trat er vor und verbeugte sich vor dem König. »Darf ich euch meine Frau vorstellen, Eure Majestät, die Herrin von Broch Tuarach?« Jamie richtete sich auf und trat zurück. Ich fragte mich derweilen, warum er mir mit den Fingern auf den Rücken trommelte. Erst dann begriff ich, dass er mir damit zu verstehen geben wollte, einen Hofknicks zu machen. Rasch ließ ich mich in die Knie sinken und zwang mich, die Augen zu Boden zu richten. »Seine Majestät diniert heute mit einem Herren aus dem englischen Adel,« erklärte der Höfling, der gerade erst in Paris eingetroffen ist. Aus diesem Grund hat seine Majestät einige der wichtigsten englischen Kaufleute aus der Cité zum Mittagessen gebeten, denn er möchte dem Herzog die Gesellschaft seiner Landsleute bieten. »Vielen Dank,« sagte Jamie. Sagen Sie seiner Majestät, dass es uns eine Ehre ist. Ich hätte es vielleicht überstanden, wären da nicht die verdammten Nachtigallen gewesen. Wegen der vielen Höflinge und Zuschauer war es im Speisesaal heiß und stickig. Eines der Stäbchen meines Korsetts hatte sich gelöst und stach mir bei jedem Atemzug in die linke Seite. Sicher, es gab nur drei Sorten eingelegtes Gemüse und nicht acht und wurde nicht en bruchette serviert und der Fisch, der zwar aufs leckerste in Wein gedünstet war, wurde filetiert angeboten, nicht im Ganzen und auf einem Meer von Krabben in Aspik. Als ob er seiner Enttäuschung ob einer derart frugalen Speisenfolge Ausdruck verleihen wollte, hatte einer der Köche ein ganz bezauberndes Ordöwe zubereitet. Ein kunstvoll aus Teigstreifen gefertigtes und mit echten blühenden Apfelzweigen geschmücktes Nest, auf dessen Rand zwei gerupfte und gegrillte mit Zimtäpfeln gefüllte und dann wieder mit ihrem Federkleid versehenen Nachtigallen thronten. In dem Nest saß ihre Brut, die winzigen Flügelchen braun und knusprig, die zarte Haut mit Honig glasiert, die schwarzen Schnäbel aufgerissen, sodass man einen Ausblick auf die Mandelfüllung bekam. Bei diesem Anblick kam ich zu dem Ergebnis, dass es Schlimmeres gäbe, als seine Majestät durch einen vorzeitigen Aufbruch zu beleidigen und ergriff die Flucht. Als ich mich einige Minuten später im Gebüsch wieder aufrichtete, spürte ich eine Hand in meinem Rücken und als Jamie sich neben mich setzte und mich umschlang, ließ ich mich in seine Arme sinken. Oh mein Gott, es tut mir leid, Moduin, geht es jetzt wieder? Ja, sagte ich, setzte mich auf und richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf die Umgebung. Der Park von Versailles war offen für die Allgemeinheit und so mischten sich unter die farbenfroh gekleideten Adligen auch Gruppen von Kaufleuten und Arbeitern, um das schöne Wetter zu genießen. Plötzlich wurden die Türen zu der nahegelegenen Terrasse geöffnet und unter lautem Schwatzen ergossen sich die Gäste des Königs ins Freie. Offensichtlich waren die Gäste aus England eingetroffen. Neugierig betrachtete ich die Eingetroffenen. Den Herzog von Sandringham hatte ich bereits auf Burg Leoch kennengelernt. Seine quadratische Figur war unverkennbar, während er an Louis' Seite marschierte und den Kopf mit der modischen Perücke in höflicher Aufmerksamkeit geneigt hielt. Doch am meisten interessierte mich das junge Mädchen, das hinter dem Herzog stand. Trotz ihrer schlichten Kleidung war sie von einer zarten Schönheit, die alle Blicke auf sich zog. Sie war klein und zierlich, aber hübsch gerundet. Mit ihrem dunklen, glänzenden, ungepuderten Haar, der außergewöhnlich hellen Haut und ihren rosig angehauchten Wangen erinnerte sie an ein Blütenblatt. Und dann sah ich ihn. Während meine Blicke ungläubig über die elegante Form des Schädels und die unter all den gepuderten Perücken hervorstechenden dunklen Haare glitten, wich alles Blut aus meinem Kopf. Alarmglocken schrillten in meinen Ohren wie die Luftschutzsirenen in London und widersprüchliche Stimmen stritten in mir, wie dieser Anblick zu deuten war. Jonathan Randall Dies kam nicht von mir, sondern ruhig und beherrscht von Jamie. Aufmerksam geworden durch mein eigenartiges Verhalten war er meinem Blick gefolgt und hatte das gleiche gesehen wie ich. Kein Muskel regte sich in ihm. Er wirkte wie ein Löwe auf der Pirsch, doch in den Tiefen seiner Augen funkelte es. Vor den Augen des Königs die Waffe zu ziehen bedeutete den sicheren Tod. Mörtek befand sich in einem Teil des Parks, der zu weit entfernt lag, um ihn zu Hilfe zu rufen. Zwei Schritte nur und wir wären in Randalls Reichweite, nahe genug, um ihn anzugreifen. Ich legte Jamie die Hand auf den Arm. Der war ebenso hart wie der Schwert griff, den er umklammert hielt. Das Blut toste in meinen Ohren. Jamie, sagte ich, Jamie. Und dann verlor ich das Bewusstsein. Ich tauchte aus einem flirrenden gelben Nebel aus Sonnenlicht, Staub und Erinnerungsfetzen auf und war vollkommen verwirrt. Ich fand mich umgeben von einem Kreis neugieriger Höflinger. Man hatte eine kleine Lücke für seine Majestät freigelassen, die mich mit teilnahmsvollem Interesse musterte. Zwei Männer knieten im Staub neben mir. Zu meiner rechten Jamie, die Augen weit aufgerissen, das Gesicht kreide bleich und zu meiner linken sind sie wohl auf Madame. Die hellbraunen Augen unter den fragend hochgezogenen brauen zeigten nichts als höfliche Besorgtheit. Es war nicht Jonathan Randall. Dieser Mann war gut zehn Jahre jünger als der Hauptmann mit einem blassen Gesicht. Seinen fein geschnittenen Lippen fehlte der grausame Zug, der für den Hauptmann so typisch war. Sie... Ich wandte mich von ihm ab. Alex Randall, Madame, antwortete er rasch. Ich glaube allerdings nicht, dass wir schon das Vergnügen hatten. Der Herzog von Sandringham verbeugte sich leicht. Mr. Randall steht als Sekretär in meinen Diensten, gnädige Frau. Die Priesterweiher ist eine edle Berufung, doch von hehren Absichten allein kann man nicht leben, nicht wahr, Alex? Der junge Mann errötete ein wenig, da erst bemerkte ich seinen dunklen Anzug und den steifen weißen Kragen, die ihn als geistlichen auswiesen. Das kleine Intermezzo fand ein Ende, als der König mit einem Händeklatschen zwei Lakaien herbeirief. Auf Louis' Anweisung packten sie mich an den Armen und setzten mich trotz meines Protestes in eine Sänfte. Als ich nach dem holprigen Transport zuhause angelangt war, vertauschte ich mein schweres Kleid und das unbequeme Korsett mit einem seidenen Morgenmantel. Jamie saß mit geschlossenen Augen am erkalteten Kamin. Er war weiß wie sein Leinenhemd. Heilige Jungfrau, murmelte er und schüttelte den Kopf. Um Haaresbreite hätte ich den Mann ermordet. Weißt du, Claire, wenn du nicht ohnmächtig geworden wärst, er schauderte. Dann ist er also Jonathan Randalls Bruder? fragte ich leise. Jamie wusste, dass ich an Frank gedacht hatte. Im Dämmerlicht konnte ich ein schiefes Lächeln erkennen. Er bückte sich langsam, hob mich hoch und wiegte mich in seinen Armen. Sein Hemd hatte noch den frischen, intensiven Geruch der Gärten von Versailles. Nachdem er mich auf die Stirn geküsst hatte, wandte er sich zum Bett. Komm, leg dich hin, Claire, sagte er leise. Wir Das Haus der Deux-Rohans, wobei die Bezeichnung Haus eine krasse Untertreibung ist, erstrahlte im Licht der Laternen, die im Garten aufgehängt waren und die Terrasse säumten. Die meisten Salons waren kleine, private Zusammenkünfte, doch die Prinzess Louise de la Tour de Rohan zog die Sache lieber im großen Stil auf, mit kleinen, spontanen Gesangseinlagen und Tanz. Ich hatte die Prinzessin eine Woche zuvor bei einer anderen Abendgesellschaft kennengelernt und man hatte getuschelt, sie sei die Geliebte von Prinz Charles. Machère Claire, rief sie und nahm mich sofort in Beschlag. Sie kommen gerade recht. Kommen Sie, tun Sie mir einen Gefallen und reden Sie mit diesem närrischen englischen Kind. Das närrische englische Kind war in der Tat sehr jung. An ihren Wangen erkannte ich sie wieder. Sie war das Mädchen, das ich im Garten von Versailles gesehen hatte, kurz vor dem beunruhigenden Erscheinen von Alex Randall. Madame Fraser ist auch Engländerin, erklärte Louise dem Mädchen. In ihrer Gesellschaft werden Sie sich bald wie zu Hause fühlen. Ich heiße Claire Fraser, sagte ich, aber Louise hat wohl vergessen, mir ihren Namen zu verraten. Ich hielt inne, aber es kam keine Antwort. Ihr Gesicht wurde immer röter, die Lippen waren zusammengepresst und ihre Hände ballten sich zu Fäusten. Nach einem tiefen Atemzug reckte sie das Kinn. Ich heiße fing sie an und plötzlich begriff ich, warum sie so schweigsam und schüchtern war. Mary Hawkins brachte sie schließlich hervor. Und ich singe nicht, fügte sie trotzig hinzu. Hatte ich sie zuvor schon interessant gefunden, so war ich jetzt von ihr fasziniert. Das war also die Nichte von Silas Hawkins, die Tochter des Baronés, die den Willkommte Marie nie heiraten sollte. Ich blickte mich nach dem Willkommt um, doch zu meiner Erleichterung war er außer Sichtweite. Sie müssen nicht sprechen, wenn sie nicht wollen. Aber vielleicht sollten sie es doch mit singen versuchen, meinte ich, einer plötzlichen Eingebung folgend. Ich kannte einmal einen Arzt, der sich auf die Behandlung von Stotterern spezialisiert hat. Er sagte, beim Singen stottern sie nicht. Mit weit aufgerissenen Augen nahm Mary Hawkins diese erstaunliche Neuigkeit auf. Ich sah mich um und entdeckte gleich in der Nähe einen Alkoven mit einem Vorhang, hinter dem sich eine bequeme Bank verbarg. Kommen Sie, sagte ich und nahm sie bei der Hand. Setzen Sie sich hier rein, dann müssen Sie nicht mit den Leuten reden. Wenn Sie mitsingen wollen, kommen Sie raus, wenn wir anfangen, sonst bleiben Sie einfach drin, bis das Fest vorbei ist. Einen Augenblick lang starrte sie mich an, dann schenkte sie mir plötzlich ein strahlendes Lächeln voller Dankbarkeit und huschte in den Alkoven. Während ich unauffällig davor Wache hielt, damit kein neugieriger Diener sie störte, entdeckte ich unter den vorbeigehenden Gästen plötzlich voller Schrecken den Comte de Saint-Germain, den ich am Hafen von Le Havre begegnet war. Hatte er mich auch erkannt? Ich floh auf die Terrasse und wurde zum Glück von Jamie abgelenkt, der mir seine große warme Hand auf die Schulter legte. Sanft drehte er mein Gesicht zu sich und küsste mich zärtlich. Erst als der Wind uns mit einem feinen Sprühregen vom Springbrunnen bedachte, lösten wir uns voneinander. Er trat zurück, verbeugte sich und machte eine einladende Handbewegung in den hell erleuchteten Raum. Darf ich um diesen Tanz bitten, gnädige Frau? Beim Frühstück am folgenden Morgen versuchte ich, Jamie zu überzeugen, dass ich etwas Sinnvolleres tun wollte, als meine Zeit in Salons zu verbringen. Nun, ich atmete tief durch, weißt du, ich habe mir gedacht, ich könnte vielleicht regelmäßig im Krankenhaus arbeiten. Ich habe gehört, dass im Hospital des Angers alle Ärzte und Heiler unentgeltlich arbeiten. Die meisten kommen nicht jeden Tag, aber ich habe ja viel freie Zeit und könnte um Himmels Willen, du könntest dir eine gefährliche Krankheit holen. Er sah mich entsetzt an. Ist es dir nicht nützlich genug, den eigenen Haushalt zu versorgen und mit mir eine Ehe zu führen? Es bedurfte meiner ganzen Überzeugungskraft, Jamie klarzumachen, dass es nicht nur ein Wunsch war, im Krankenhaus zu arbeiten, sondern ein Bedürfnis. Schließlich brummte er, na schön, dann geh meinetwegen, aber du nimmst Mördeck zum Geleiten mit und einen Lakaien, die Gegend um die Kathedrale ist ziemlich ärmlich. Ich hatte eine Menge guter Oberschwestern kennengelernt, für die Besten unter ihnen war die Arbeit zu einer echten Berufung geworden. Bei Mutter Hildegard war dieser Vorgang genau umgekehrt verlaufen, und zwar mit beeindruckendem Ergebnis. Für eine Institution wie das Hospital des Angers war Hildegard de Gascogne die beste Lehrerin, die man sich denken konnte. Gehüllt in ein langes schwarzes Wollgewand wachte die fast 1,80 große hagere Frau Sinnen. Ihre tiefe, volltönende Stimme hallte durch die Spitalflure wie das Echo der Kirchenglocken von nebenan. Ich konnte sie schon hören, bevor ich sie sah. Die kräftige Stimme nahm an Lautstärke zu, als sie auf das Schreibzimmer zustrebte, wo sechs Hofdamen und ich warteten. Schwester Angelique, seien Sie so gut und bringen Sie die Damen zur Hausapotheke, befahl Mutter Hildegard. Geben Sie ihnen passende Kleidung, dann führen Sie sie durch die Krankenseele. Sie können bei der Essensausgabe helfen. Mutter Hildegard war eine gute Menschenkennerin. Unter dem Eindruck von Kretze, Eczemen und Ausfluss verabschiedeten sich drei der Damen bereits nach dem ersten Krankensaal. Mitten im nächsten Saal führte ein großer, schlachsiger Mann in einem dunklen Gehrock eine Beinamputation durch, was besonderes Geschick erforderte, da der Patient offensichtlich nicht betäubt war. Zwei stämmige Pfleger hielten ihn fest und auf seiner Brust saß eine kräftige Nonne. Eine der Damen hinter mir gab einen wirkenden Laut von sich, als ich mich umdrehte, sah ich nur noch die wallenden Gewänder zweier Möchtegern- Samariterinnen, die sich gleichzeitig durch die enge Tür in den Flur zu zwängen versuchten. Amüsiert bemerkte ich, dass Mary Hawkins noch immer neben mir stand. Ihr Möchten Sie gehen? fragte ich höflich. Mutter Hildegard ruft Ihnen bestimmt eine Kutsche. Mary schluckte hörbar, reckte jedoch entschlossen das Kinn vor. Nein, sagte sie, wenn Sie bleiben, bleibe ich auch. Schwester Angelique, die schon weitergegangen war, ohne unsere Abwesenheit zu bemerken, kam zurück. Mit einem schwachen Lächeln auf den Lippen wartete sie geduldig, als rechnete sie damit, dass auch wir davon laufen würden. Ich beugte mich über eine Pritsche in der Ecke, wo eine sehr magere Frau unter einer dünnen Decke lag und mit trübem, matten Blick an die Decke starrte. Neben ihr auf dem Boden stand ein Gefäß randvoll mit Urin. Ungeachtet Schwester Angeliques Protestes nahm ich behutsam das Gefäß und roch daran. Unverkennbar, ein unangenehm süßlicher Geruch. Ich zögerte, doch es gab nur eine Methode, um sicher zu gehen. Mit leichtem Egel steckte ich die Fingerspitze in das Glas und leckte vorsichtig daran. Mary starrte mich mit hervorquellenden Augen an und wirkte, doch Schwester Angelique beobachtete mich interessiert. Können Sie denn feststellen, was ihr fehlt, Madame? fragte die Nonne neugierig. Allein am Urin? Nicht nur daran, erwiderte ich. Der Durst, sie ist zuckerkrank. Sie kann die Nahrung, die sie zu sich nimmt, nicht verwerten und trinkt ungeheuer viel, folglich scheidet sie auch große Mengen Urin aus. Und meinen Sie, dass sie wieder gesund wird, Madame? Nein, antwortete ich ohne Umschweife. Die Krankheit ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Sie wird den Monat wohl nicht überleben. Ah, sie musterte mich mit respektvoll hochgezogenen Augenbrauen. Dasselbe hat auch Monsieur Parnell gesagt, der Herrn Beschauer. So wanderten wir von einem Bett zum anderen, bis wir den Rundgang durch den riesigen Saal hinter uns gebracht hatten. Ich sah Krankheiten, die ich nur aus medizinischen Handbüchern kannte, und traumatische Verletzungen aller Art, von Kopfwunden, die von einer Wirtshausschlägerei herrührten, bis zu einem Fuhrmann, dem ein rollendes Weinfass den Brustkorb eingedrückt hatte. Am Ende des Rundgangs sah mich Schwester Angelique mit einem ironischen Lächeln an. Nun, Madame, wollen Sie immer noch dem Herrn dienen, heizt die Ärmel hoch. Bring Sie mir eine Schüssel heißes Wasser, Schwester, antwortete ich, und Seife. Wie war's, Sesnick? fragte Jamie, als er mich auf der Chaiselong liegend vorfand. Entsetzlich, erwiderte ich mit einem strahlenden Lächeln. Er zog eine Augenbraue hoch, dann lächelte er zu mir herab. Dann hat es dir also Spaß gemacht, ja? Ach, Jamie, es ist so wunderbar, Böden gewischt, Patienten mit Haferschleim gefüttert und als Schwester Angelique nicht hersah, konnte ich ein paar Leuten frische Sachen anziehen und ein Geschwür öffnen. Schön, meinte er, aber hast du inmitten all dieses Vergnügens wenigstens daran gedacht, etwas zu essen? Unter seinem gestrengen Blick vertilgte ich brav Fleischpasteten und Käse, während ich überschwänglich und in allen Einzelheiten das Hospital des Angers und seine Patienten schilderte. Er betrachtete das Kuchenstück, das sich ihm hinhielt. Vielleicht könntest du warten, bis der Bissen im Magen angekommen ist, bevor du wieder von brandigen Zehennägeln erzählst. Das Hospital des Angers wurde ein Zufluchtsort für mich. Die offene, ungekünstelte Art der Nonnen und Patienten stand in einem erfrischenden Gegensatz zu der ständig brodelnden Gerüchteküche der Höflinge. Da ich sachverständig wirkte und nichts verlangte außer etwas Verbandsstoff und Leintüchern wurde ich von den Nonnen bald akzeptiert. Die geschäftige Mutter Hildegard ließ sich etwas mehr Zeit, bis sie sich ein Bild von mir gemacht hatte. Anfangs redete sie gar nicht mit mir, abgesehen von einem Bonjour Madame im Vorübergehen. Sie schien zwar nie in Eile zu sein, legte aber jeden Tag eine überachtliche Strecke zurück, gefolgt von ihrem kleinen weißen Hund Bouton, der kaum mithalten konnte. Mit den flauschigen Schoßhündchen, die bei den Hofdamen so beliebt waren, hatte Bouton nichts gemein. Er erinnerte entfernt an eine Mischung aus Pudel und Dackel, hatte raues, grauses Fell und kurze Beine. Seine Pfoten mit den schwarzen Nägeln klickten auf dem Steinboden, wenn er hinter Mutter Hildegard hertrottete und mit seiner spitzen Schnauze beinahe die Enden ihres langen schwarzen Gewandes berührte. Manche Ärzte reagierten auf Bouton mit misstrauischer Abneigung, andere mit jovialer Freundlichkeit. Ein Wundarzt pflegte ihn als widerliche Ratte zu bezeichnen, sobald Mutter Hildegard außer Hörweite war. Ein anderer nannte ihn einen stinkenden Hasen. Für die Nonnen war er so etwas wie ein Maskottchen. Der Priester von der Kathedrale nebenan, der den Patienten die Sakramente erteilte und von Bouton einmal gebissen worden war, vertraute mir an, das Tier sei ein Dämon in Hundegestalt. Obwohl das Urteil des Priesters wenig schmeichelhaft war, schien es mir doch der Wahrheit am nächsten zu kommen. Denn nachdem ich die beiden ein paar Wochen lang beobachtet hatte, gelangte ich Obwohl ich begierig war, das ungleiche Paar einmal aus nächster Nähe bei der Arbeit zu beobachten, ergab sich erst an einem düsteren, verregneten Vormittag im März die Gelegenheit dazu. Ich stand am Bett eines Fuhrmanns und zerbrach mir den Kopf, was mit ihm nicht stimmte. Man hatte ihn vorige Woche hergebracht. Er war mit dem Unterschenkel in die Speichen seines Wagens geraten. Der Bruch war kompliziert, aber nicht bedenklich. Es war mir ein Rätsel, warum dieser Mann immer noch vor Fieber glühte. Was meinen Sie, sagte Mutter Hildegard? Es gibt wohl einen zweiten Infektionsherd, erläuterte ich, aber ich finde ihn nicht. Ich frage mich, ob er vielleicht eine innere Entzündung hat, die nichts mit dem verletzten Bein zu tun hat. Mutter Hildegard nickte. Das wäre jedenfalls möglich. Bouton! Der Hund schaute mit schräg gelegtem Kopf zu seinem Frauchen, das eine Kinnbewegung in Richtung Patient machte. Bouton vorsichtig, denkt daran, der Mann hat ein gebrochenes Bein. Als hätte der Hund tatsächlich jedes Wort verstanden, begann er neugierig an die Patienten herum zu schnüffeln, steckte die Nase in die Achselhöhlen, dann stellte er sich auf die Brust und forschte dort weiter, ehe er sich der Leistenbeuge zuwandte. Er stupste mit der Nase an den Oberschenkelansatz. Nach einem kurzen Bellen setzte er sich und wedelte triumphierend mit dem Schwanz. Das ist es, sagte Mutter Hildegard und deutete auf einen kleinen braunen Schorf knapp unterhalb der Leistenbeuge. Ein Fäulnisherd. Tatsächlich, der Schorf hatte sich an einer Stelle gelöst und darunter trat dicker gelber Eiter hervor. Eine nähere Untersuchung, bei der Mutter Hildegard den Mann festhalten musste, löste das Rätsel. Als das Wagenrad zerbrochen war, hatte sich ein langer Holz splitter tief in den Oberschenkel des Mannes gebohrt. Nachdem ich die Eintrittsstelle etwas aufgeschnitten hatte, förderte ich Blut- und Eiter überzogenen Holzsplitter zutage. Erstaunlich, sagte ich und meinte es auch so. Ich freue mich über Ihre Hilfe, Madame, Mutter Hildegard lächelte, aber es wundert mich, warum ich sie nur bei Patienten mit Verletzungen und Brüchen sehe. Diejenigen, die Ausschlag, Husten oder Fieber haben, meiden sie jedoch. Es liegt nicht an mangelndem Interesse, versicherte ich ihr. Ich bin schwanger, deshalb halte ich mich von ansteckenden Krankheiten fern, um des Kindes Willen. Knochenbrüche sind nun mal nicht ansteckend. Die kleinen grauen Augen der Nonne taxierten mich neugierig. Dann sind sie also nicht nur eine Dame, sondern auch schwanger und ihr Mann lässt sie trotzdem hierher kommen? Er muss ein ganz außergewöhnlicher Mensch sein. Nun, er ist Schotte, antwortete ich. Als ich nach Hause kam, lag Jamie auf dem Wohnzimmerteppich und neben ihm saß ein kleiner Junge im Schneidersitz. Jamie hatte ein Fangbecherspiel in der Hand, blickte mich in aller Unschuld an, während ich einen Schmutzstreifen auf seiner einen Gesichtshälfte bemerkte und auf seinem Hemd und seinem Kild waren Dreckspritzer. Der Junge, der unsere auf Englisch geführte Unterhaltung nicht verstand, war völlig in das Spiel vertieft. Er mochte neun oder zehn Jahre alt sein, war klein für sein Alter und feingliedrig. Die Gesichtszüge des Knaben waren typisch französisch und an der blassen, fahlen Haut und den großen, dunklen Augen erkannte man das Pariser Gassenkind. Fergü, erklärte Jamie, ist ein begabter Kerl und ein lustiger Kumpan für müßige Stunden, wenn ein von seiner Frau vernachlässigter Mann Kurzweil in der lasterhaften Stadt sucht. Fergü? Ich musterte das Kind in den abgetragenen, viel zu großen Kleidern. Naja, eigentlich heißt er Claudel, aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das nicht sehr männlich klingt, deshalb rufen wir ihn jetzt Fergü. Das ist ein passender Kriegername. Bei der Erwähnung seines Namens sah uns der Junge mit einem schüchternden Lächeln an. Jamie fuhr unbekümmert fort. Er steht jetzt in meinen Diensten. Und was soll er tun? Wir haben doch schon einen Küchenjungen, einen Stiefelknecht und einen Stallburschen. Jamie nickte. Ja, das stimmt, aber wir haben noch keinen Taschendieb. Besser gesagt, wir hatten keinen, bis jetzt. Ich atmete tief durch. Aha, vielleicht bin ich ein bisschen begriffsstutzig, aber könntest du mir mal erklären, wozu wir einen Taschendieb brauchen? Zum Briefe stehlen, Sesnick, erwiderte Jamie gelassen. Aus seiner Hoheit ist nichts Vernünftiges herauszubekommen. Wenn ich bei ihm bin, tut er nichts anderes, als über Louise de la Tour zu seufzen oder sich möglichst rasch zu betrinken. Briefe, Sesnick, fuhr Jamie fort. Das ist es, was ich brauche. Briefe aus Rom mit dem Siegel der Stewards, Briefe aus Frankreich, aus England, aus Spanien. Wir können sie uns entweder im Hause des Prinzen besorgen, Fergü kann mich als Page begleiten, oder vielleicht beim päpstlichen Boten, der sie überbringt. Das wäre sogar noch besser, denn dann wüssten wir im Voraus Bescheid. Fergü wird mir nach besten Kräften helfen. Dafür hat er Kleider, Kost und Logis frei und erhält von mir 30 IQ jährlich. Wenn er erwischt wird und er eine Hand oder ein Ohr verliert, komme ich lebenslang für seinen Unterhalt auf und wenn er gehängt wird, verspreche ich, ein Jahr lang Messen für ihn lesen zu lassen. Das ist doch anständig, oder? Herr Gott, Jamie, war alles, was ich herausbringen konnte und ich beobachtete neugierig unseren frisch gebackenen Angestellten, während dieser einen neuen Versuch mit dem Spielzeug wagte. Woher hast du ihn? fragte ich. Aus einem Bordell. Ach so, natürlich, entgegnete ich. Was für eine Frage. Mein Blick fiel auf den Schmutz an seinen Kleidern und du hattest selbstverständlich einen ganz ausgezeichneten Grund, dort vorbeizuschauen, nehme ich an. Ei? Er lehnte sich zurück und grinste. Ich dachte, es wäre dir lieber, ich würde ein solches Etablissement aufsuchen, statt mir in einer finsteren Gasse den Schädel einschlagen zu lassen. Ich sah, wie der Junge die Schale mit Keksen fixierte. Ich glaube, dein Schützling ist hungrig, sagte ich. Gib ihm doch was zu essen und dann erzähl mir, was zum Teufel heute Nachmittag passiert ist. Nun, ich war unterwegs zum Hafen, begann er, während er sich erhob, und gleich hinter der Rue Eglantin spürte ich ein merkwürdiges Prickeln im Nacken. Jamie Fraser hatte zwei Jahre in der französischen Armee gedient, war dann mit einer Bande Schotten ohne Clanbindung herumgezogen und war in den Hochmooren und Bergen seines Heimatlandes als Verbrecher gejagt worden. All das hatte seinen sechsten Sinn geschärft. Und so wandte er sich an der nächsten Ecke unverzüglich nach links statt nach rechts und presste sich an die Mauer neben der Tür. Keine Sekunde später betraten zwei Männer die Straße. Man brauchte keine besonders feine Nase, um den Meersalzgeruch der beiden Männer wahrzunehmen. Kein Zweifel, dass es sich um Matrosen handelte. Ich wollte gerade in der anderen Richtung davon gehen, berichtete Jamie, als ich einen weiteren Mann am Ende der Gasse sah. Dieser war unschwer als Spießgeselle der beiden anderen zu erkennen. Er hatte ebenso schmierige Locken und ein Fischmesser an der Seite. Offensichtlich stand er hier wache, während seine Kameraden sich weiter vorne umsahen. Mit einem wachsamen Blick auf die Passanten war Jamie vor die Tür getreten und hatte sich dem Wachposten genähert. Der Mann schien ihn kaum zu beachten. Sein Blick verriet keinerlei böse Absichten. Jamie dachte fast, seine innere Stimme hätte ihn getrogen, doch da bemerkte er ein kurzes Aufflackern im Blick des Mannes. Seinem lebensrettenden Instinkt folgend sprang Jamie vor, schlug den Kerl zu Boden und landete mit dem Gesicht auf dem dreckigen Straßenpflaster. Die Leute stoben unter Entsetzensschreien auseinander und als Jamie aufsprang, sah er das Wurfmesser, das ihn verfehlt hatte und zitternd in den Brettern einer Bude steckte. In diesem Stadtviertel patrouillierte die königliche Wache nur selten und die Menschenmenge auf der Straße bot, abgesehen von dem Hindernis, das sie für die Verfolger darstellte, kaum Schutz. Niemand wollte sich wegen eines Ausländers in eine gewalttätige Auseinandersetzung einmischen. Von der Rue Pelletere zweigen keine Gassen ab. Ich brauchte aber zumindest irgendeine Stelle, wo ich das schwerziehen konnte und eine Mauer im Rücken hatte, erklärte Jamie. Also drückte ich gegen die Türen, an denen ich vorbeikam, bis ich eine fand, die aufging. Er stürzte in den düsteren Eingangsflur und stand plötzlich mitten in einem großen, hell erleuchteten und parfümgeschwängerten Raum. Im Salon einer gewissen Madame Elise. Ohne auf die Äußerungen der faszinierten Damen einzugehen, hatte Jamie sich verschämt einen Weg durch das, wie er es nannte, Durcheinander von nackten Armen und Beinen gebahnt, bis er an einer Wand Vergü erblickte, der den Eindringling mit großen Augen anstarrte. Jamie stürzte sich auf diesen einzigen Geschlechtsgenossen weit und breit, packte ihn an der Schulter und bat ihn inständig, ihm sofort einen Fluchtweg zu zeigen. Er zögerte keinen Augenblick, der gute Junge. Die Treppe hoch, in ein Zimmer und durchs Fenster aufs Dach und schon waren wir draußen, alle beide. Jamie warf einen liebevollen Blick auf seinen neuen Angestellten. Weißt du, bemerkte ich, ich bin froh, dass du nicht vom Pfad der Tugend abgewichen bist, aber im Moment würde mich mehr interessieren, wer die Kerle waren, die dich verfolgt haben, vielleicht Räuber? Das wäre möglich, aber sie haben mich gar nicht erst angesprochen, sie wollten mich schlicht weg ermorden. Sein Ton war völlig sachlich, doch mir wurden die Knie weich und ich musste mich setzen. Einen Absud aus drei Handvoll Berberitzenblättern über Nacht ziehen lassen und eine halbe Handvoll schwarze Nieswurz damit aufgießen. Leicht angeekelt legte ich die Zutatenliste auf den Intarsientisch. Selbst die besten Engelmacherinnen halten diese Mixtur für gefährlich. Louise, bist du dir sicher, dass du es willst? Auf ihrem rundlichen Gesicht zeichneten sich Flecken ab und ihre Unterlippe zitterte. Ob ich denn eine andere Wahl? Sie Leibungstrank und starrte gleichermaßen angewidert wie fasziniert darauf. Ach, ich wollte, ich werde tot, jammerte sie. Warum habe ich nicht wie du das Glück, das Kind eines Ehemanns auszutragen, den ich liebe? Ich setzte mich neben sie und tätschelte ihre Schulter. Louise, sagte ich, willst du das Kind? Natürlich will ich's, rief sie, es ist Charles' Kind. Mit kummervoller Miene blickte sie auf ihren Bauch hinunter. Es ist mein Kind, flüsterte sie, aber es geht nicht. Jules ließe sich scheiden, es gäbe einen entsetzlichen Skandal. Ja, aber, ich schlug jede Vorsicht in den Wind, gäbe es irgendeine Möglichkeit, Jules davon zu überzeugen, dass es sein Kind ist? Du meinst, ich soll mit Jules schlafen? Aber Charles wäre außer sich. Weiß er denn von dem Kind? Sie nickte nachdenklich. Ja, er war wütend und sagte, es sei alles meine Schuld. Ich hätte warten sollen, bis er den Thron seines Vaters zurückerobert hat. Eines Tages wäre er dann König und würde mich von Jules wegbringen und den Papst veranlassen, unsere Ehe zu annulieren. Schau, glaubst du etwa, Charles möchte, dass du seinen Sohn opferst, ob ehelich oder nicht? Nun, Louise war wankend geworden und schien unbedingt überzeugt werden zu wollen. Einen kurzen Augenblick lang empfand ich Mitleid mit Jules, Prinz de Rouen. Die Sonne ging schon fast unter, als ich mich müde nach Hause schleppte. Louise war, vor Nervosität zitternd, oben in ihrem Zimmer, wo sie sich von ihrer Zofe die Haare frisieren ließ und sich mit ihrem gewagtesten Kleid herausputzte, ehe sie zu einem trauten Abendessen mit ihrem Gemahl hinuntergehen wollte. Ich war völlig erschöpft und freute mich, Jamie in seinem Arbeitszimmer allein über seinen Briefen anzutreffen. Im Schein des flackernden Feuers wirkte sein Gesicht sorgenvoller und älter, als er war, noch keine vierundzwanzig, wie ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen musste. Wir können niemandem trauen, Sesnick, möglicherweise sind sogar unter unseren Dienstboten Spione. Nachdem er den Schlüssel in seiner Rocktasche verstaut hatte, bot er mir seinen Arm an. Gehen wir schlafen. Ich nahm die Kerze in die Hand und hackte mich bei ihm unter. Macht es dich nicht ein bisschen unruhig, fragte ich ihn, als wir die Treppe hinaufgingen, dass du niemandem trauen kannst? Er lachte leise. Nun, niemand würde ich nicht sagen, Sesnick. Ich habe dich und Mörtig und meine Schwester Jenny und ihren Mann Eien. Euch vieren würde ich mein Leben anvertrauen, was ich auch schon mehr als einmal getan habe. Ich fröstelte, als er die Vorhänge des großen Bettes zurückzog. Das Feuer hatte man bereits mit Asche bedeckt und im Zimmer wurde es kalt. Vier Leute, denen man trauen kann, sind nicht gerade viel, meinte ich, als ich die Bänder meines Kleides löste. Noch lange vor der Morgendämmerung zwitscherte draußen ein Vogel. Schlaftrunken rieb Jamie seine Wange an meinem Unterarm, dann hauchte er mir einen Kuss in die Armbeuge, sodass ich wohlig erschauderte. Hm, murmelte er, während seine Hand über meine Rippen glitt. Ich mag es, wenn du eine Gänsehaut bekommst. So, erwiderte ich und fuhr mit den Fingernägeln sanft über seinen Rücken, was ihm ebenfalls eine Gänsehaut bescherte. Oh, selber ah, sagte ich leise. Genüsslich stöhnend wälzte er sich zur Seite und schlang die Arme um mich. Ich genoss es, seinen nackten Körper zu spüren, seine Wärme, die wie ein über Nacht mit Asche bedecktes Feuer in der kalten Morgendämmerung wieder aufloderte. Seine Lippen schlossen sich sanft um eine meiner Brustwarzen und ich stöhnte lustvoll auf. Fergü erwies sich als außerordentlich geschickt in seinem Handwerk und beinahe jeden Tag erhielten wir eine neue Ausleser aus der Korrespondenz seiner Hoheit. Manchmal hatte ich Mühe, mit dem Abschreiben fertig zu werden, ehe Fergü zu einem neuen Raubzug aufbrach, bei dem er die entwendeten Briefe zurückbrachte Ich lese doch nicht die Liebesbriefe, die der Mann bekommt, sagte er entschlossen, außerdem erzählt dir Louise sowieso alles. Das stimmte, Louise und ich waren gute Freundinnen geworden und sie verbrachte in meinem Salon beinahe ebenso viel Zeit wie in ihrem eigenen. Dabei pflegte sie sich erst händeringend über Charles zu beklagen und vergaß ihn gleich darauf, wenn wir über die Wunder der Schwangerschaft plauderten. Trotz ihrer Flatterhaftigkeit mochte ich sie, aber ich war auch erleichtert, wenn ich mich durch meine nachmittaglichen Besuche im Hospital des Angers ihre Gegenwart entziehen konnte. Auch wenn Louise wohl kaum je einen Fuß über die Schwelle des Spitals setzen würde, war ich dort nicht ohne Gesellschaft. Ungeachtet ihres ersten Eindrucks hatte Mary Hawkins den Mut aufgebracht, mich immer häufiger zu begleiten. Auf dem Weg zum Spital war es auch, dass Mary mir errötend anvertraute, sie sei verliebt, und zwar an einen Engländer. So verbrachte ich meine Tage mit gesellschaftlichen Pflichten, meiner Arbeit im Hospital und immer wieder den von Vergu erbeuteten Briefen. James' Anhänger sprachen in ihren Briefen hoffnungsvoll von der Rückeroberung des Thrones, während James' eigene Mitteilungen an seinen Sohn nicht einmal den leisesten Hinweis darauf enthielten. Stattdessen sprach aus ihnen der Wunsch, Charles solle auf Louis einen guten Eindruck machen. Und ohne die Drohung einer bewaffneten jakobitischen Invasion, die die Engländer beschäftigen würde, hätte Louis kaum noch einen Grund, seinem jungen Verwandten mehr als eine kümmerliche Appanage zu zahlen. Aber sicher war das alles noch nicht. Die Briefe, in deren Besitz Jamie gelangt war, reichten nicht weiter zurück als bis Januar, dem Zeitpunkt von Charles' Ankunft in Frankreich. Und da sie entweder verschlüsselt oder sehr vorsichtig formuliert waren, ließen sie viele Fragen offen. Aber letztlich deutete alles in ein und dieselbe Richtung. Eines Tages bat Jamie mich sogar, Mutter Hildegard wegen einer seltsam verschlüsselt wirkenden Partitur um Rat zu fragen. Die Liedtexte waren deutsch, aber in England abgeschickt worden. So ergab es sich, dass ich an jenem Abend nicht in die Rue Tremelon zurückkehrte, sondern mit den Schwestern im Refektorium zur Abend aß und anschließend Mutter Hildegard in ihre Privaträume folgte. Die kleine Wohnung bestand aus drei Räumen. Der Salon zeugte von einem gewissen Wohlstand und war zweifellos der Ort, wo sie offizielle Besuche empfing. Mit dem Anblick, den der zweite Raum bot, hatte ich allerdings nicht gerechnet. Zunächst schien das kleine Zimmer nichts anderes als ein großes Cembalo zu enthalten. Auf den zweiten Blick entdeckte ich dann ein paar andere Möbel, einschließlich einer Bücherwand, in der sich dicht an dicht musikhistorische Bücher und handgebundene Manuskripte drängten, ähnlich jenem, das Mutter Hildegard jetzt auf den Notenständer des Cembalos legte. Sie schob mich zu einem Stuhl vor dem Sekretär. Dort finden Sie leere Blätter und Tinte, Madame. Nun wollen wir einmal sehen, was uns dieses kleine Lied zu sagen hat. Die Notenlinien zogen sich sauber über die gesamte Seite des Pergaments und die Noten, Schlüssel und Pausen waren sorgfältig gemalt worden. Oben auf dem Blatt stand der Titel, Lied des Landes. Der Name lässt ahnen, dass es sich um eine schlichte Weise handelt, ähnlich einem Volkslied, erklärte Mutter Hildegard. Aber damit stimmt die Kompositionsform nicht überein. Können Sie vom Blatt lesen? Ich lehnte mich über Mutter Hildegards Schultern und sang die ersten drei Zeilen. Plötzlich hörte sie zu spielen auf und blickte zu mir hoch. Das ist die Grundmelodie, die sich später in Variationen wiederholt. Aber in was für welchen? Sie müssen wissen, dass mir etwas Ähnliches schon einmal untergekommen ist. Es stammte von einem alten Deutschen namens Bach. Ich könnte sogar schwören. Murmeln schob sie die Bank zurück, ging hinüber zu einem Regal und fuhr mit dem Finger über die Handschriften rein. Hier sind die Stücke von Bach. Ich habe mich länger nicht damit beschäftigt. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher. Sie verstummte und blätterte nacheinander die auf ihren Knien abgelegten Hefte durch. Ha! Triumphierend hielt sie mir ein Musikstück entgegen. Sehen Sie das hier? Die Seite trug die unleserlich hingeworfene Überschrift Goldberg-Variationen. Ehrfürchtig berührte ich das Notenblatt, schluckte schwer und lenkte den Blick wieder auf das Lied. Fast sofort erkannte ich, was Mutter Hildegard gemeint hatte. Sie haben recht, die gleiche Melodie, rief ich aus. Hier und da eine andere Note, aber im Grunde ist es das Thema von Bach. Wirklich eigenartig. Nicht wahr? Fiel sie höchst befriedigt ein. Die Melodie kehrt ständig wieder, jedoch immer in einer anderen Tonart. Vermutlich war es das, was ihrem Mann ins Auge gestochen ist. Selbst jemandem, der keine Noten lesen kann, muss der dauernde Vorzeichenwechsel auffallen. Unwillkürlich entfuhr mir ein Schrei. Der Schlüssel, rief ich halblachend. Tonart heißt auf Englisch Key. Die Tonart ist der Schlüssel zu unserem Rätsel. Jamie, fügte ich hinzu, hat ja gesagt, dass ein Engländer den Text verschlüsselt hat und der muss einen wahrhaft diabolischen Sinn für Humor haben. Diese Erkenntnis brachte uns der Lösung näher. Wenn es sich um einen englischen Autor handelte, hatte er die Nachricht vermutlich auch auf Englisch verfasst und den deutschen Text nur als Buchstabenquelle verwendet. Da ich Jamie bereits beim Experimentieren mit Alphabet und Buchstaben beobachtet hatte, bedurfte es nur wenige Versuche, das Muster zu entdecken. 2b heißt, dass man vom Beginn des Abschnitts an jeden zweiten Buchstaben nehmen muss, stellte ich fest und schrieb das Ergebnis eifrig nieder. Und bei drei Kreuzen jeden dritten Buchstaben vom Ende des Abschnitts an. Sie haben Tinte an der Nase, stellte Mutter Hildegard fest, bevor sie mir über die Schulter blickte. Ergibt es einen Sinn? Ja, erwiderte ich. Mein Mund war plötzlich wie ausgetrocknet. Ja, es ergibt einen Sinn. Die entschlüsselte Nachricht war kurz und äußerst beunruhigend. Die treuen englischen Untertanen seiner Majestät erwarten seine rechtmäßige Wiedereinsetzung. 50.000 Pfund stehen euch zur Verfügung, sobald eure Hoheit englischen Boden betreten, lasse ich laut. Ein Buchstabe, ein S bleibt übrig. Hm. Mutter Hildegard blickte erst neugierig auf die Nachricht, dann auf mich. Sie wissen es wahrscheinlich schon, meinte sie kopfnickend, aber sie können ihrem Mann versichern, dass ich nichts weitererzählen werde. Du lieber Himmel, es ist ja bereits tiefe Nacht. Mutter Hildegard erhob sich und ging in den Salon nebenan. Eine Nonne trug ein Tablett mit heißer Milch herein. Während ich trank, legte Mutter Hildegard das Papier, das uns so viel Kopfzerbrechen bereitet hatte, auf den Sekretär und zog ein handgeschriebenes Notenblatt hervor. Ich werde etwas für Sie spielen, kündigte sie an. Es wird Ihnen helfen, sich auf den Schlaf einzustimmen. Eine leichte, beruhigende Musik erklang. Ich sah Mutter Hildegards Rücken unter dem schwarzen Gewand und die kräftigen Schultern, während sie spielte. Der Welt außerhalb ihres Allerheiligsten offensichtlich weit entrückt und fiel in traumlosen Schlaf. Das heißt also, meinte Jamie, dass mehr als bloßes Gerede dahinter steckt, vielleicht. Ich betrachtete die verschlüsselte Nachricht mit wachsendem Interesse. Die Mitteilung war für Charles bestimmt, erinnerte mich Jamie, und sie kam direkt aus England, nicht über Rom. Fergü hat sie einem gewöhnlichen Boten entwendet und nicht einem päpstlichen abgesandten. Sie lag in einem Päckchen, das mit englischen Siegeln versehen war. Nach allem, was ich in James' Briefen gelesen habe, stirnrunzelnd, schüttelte er den Kopf. Dann ist es also möglich, dass Charles auf eigene Faust handelt, fragte ich, entsetzt und fasziniert von dieser Möglichkeit. Vielleicht hat James seinem Sohn aufgetragen, er solle so tun, als planten sie den Griff nach dem Thron, um Louis von ihrem Wert zu überzeugen. Ich denke, wir sollten jetzt ein scharfes Auge auf die Engländer in Paris haben. Jamie nahm das Notenblatt vom Bett und überflog nachdenklich die Seiten. Falls ihm tatsächlich jemand Unterstützung in diesem Ausmaß gewähren will, wird er vermutlich einen Boten zu Charles schicken. Wenn ich 50.000 Pfund riskiere, würde es mich doch sehr interessieren zu sehen, was ich dafür bekomme, oder was meinst du? Oh, ja, sicher, antwortete ich. Und apropos Engländer, kauft seine Hoheit in patriotischer Gesinnung den Weinbrand bei dir und Jared, oder beehrt er etwa Mr. Silas Hawkins? Mr. Hawkins, der unbedingt in Erfahrung bringen möchte, wie das politische Klima im schottischen Hochland ist. Voller Bewunderung schüttelte Jamie den Kopf. Eigentlich habe ich dich geheiratet, weil du ein hübsches Gesicht hast und einen schönen, runden Hintern. Und nun stellt sich heraus, dass du auch noch denken kannst. Geschickt wich er dem Hieb aus, den ich ihm übers Ohr ziehen wollte, und grinste mich an. Ich weiß es nicht, Zersneck, aber ich werde es heute noch in Erfahrung bringen. Prinz Charles kaufte seinen Weinbrand tatsächlich bei Mr. Hawkins. Doch abgesehen davon brachten die folgenden vier Wochen kaum neue Erkenntnisse. Es Louis nahm nach wie vor keine Notiz von Charles. Jamie betrieb seinen Weinhandel und besuchte den Prinzen. Fergü unternahm weiterhin Beutezüge. Louis de la Tour zeigte sich missmutig, aber nichtsdestoweniger blühend an der Seite ihres Gatten. Ich übergab mich weiterhin jeden Morgen, arbeitete nachmittags im Spital und überstand das Abendessen mit anmutigem Lächeln. Zwei Dinge ließen uns jedoch hoffen, sie würden uns unserem Ziel näher bringen. Zum einen lud der höchst gelangweilte Charles, Jamie immer öfter ein, mit ihm in Tavernen zu gehen, zum anderen wurde Monsieur Duvernay, der Finanzminister, von Jamie im Schach besiegt. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Wie Jamie vorhergesehen hatte, spornten die erlittenen Niederlagen Monsieur Duvernays Ehrgeiz an, was zur Folge hatte, dass wir häufig Einladungen nach Versailles ins königliche Schloss erhielten. Während ich mich unter die Leute mischte und dem Klatsch lauschte, spielte Jamie unter den Blicken einer Schar von Bewunderern Schach. Als ich mich eines Abends suchend nach einer Sitzgelegenheit umwandte, fiel mein Blick auf den Comte de Saint-Germain am anderen Ende des Saales. Er betrachtete mich und als er mich so anstarrte, lächelte er. Ein für ihn ungewohnter Ausdruck, und er stand ihm ganz und gar nicht. Ich dachte jedoch nicht weiter darüber nach, sondern verbeugte mich in seine Richtung, so graziös ich konnte. Dann gesellte ich mich wieder zu den Damen, plauderte über dieses und jenes und versuchte das Gespräch möglichst oft auf Schottland und den im Exil lebenden König zu lenken. Im Großen und Ganzen schien die Aussicht, das Haus Stuart könnte möglicherweise wieder den englischen Thron besteigen, die französische Aristokratie nicht sonderlich zu beschäftigen. Der König sollte gesagt haben, was ihn betreffe, könne England protestantisch bleiben. Und wenn die Engländer mitsamt George von Hannover in der Hölle schmorten, umso besser. Die Jakobiten, so gab man mir zu verstehen, seien ein langweiliges Thema. Mit dem Turm den Damenbauer schlagen, murmelte Jamie, als wir uns zum Schlafen niederlegten. Wieder einmal durften wir als Gäste im Schloss übernachten. Da die Partie bis weit nach Mitternacht gedauert hatte und der Finanzminister von unserer Rückfahrt nach Paris um diese Uhrzeit nichts hören wollte, brachte man uns in einem kleinen Appartement unter. Diesmal war es sogar um ein bis zwei Kategorien besser ausgestattet als beim vorigen Mal, stellte ich fest, mit Federbett und einem Fenster, das auf den südlichen Blumengarten hinausging. Erleichtert darüber, endlich zu liegen, bewegte ich meine Füße unter dem Federbett hin und her. Ein leichter Schmerz durchfuhr mich. Ich fuhr über meinen schon leicht gewölbten Leib und massierte die gespannte Haut, um den inneren Aufruhr zu besänftigen. Vergeblich. Meine Haut brannte wie Feuer und meine Eingeweide wandten sich, wurden zu Schlangen, Bissen und Schlugen um sich, während sie sich ineinander verwickelten. »Claire! Mädel, was ist los?« Der Klang der Stimme brachte mich halbwegs zu mir. Ich lag auf dem Bett, Jamie hielt meine Schulter und ich versuchte, meine Beine auszustrecken. Jamie deckte mich zu und verließ hastig das Zimmer. Er nahm sich kaum Zeit, seinen Kilt anzulegen. »Madame! Madame!« Als ich die Augen öffnete, blickte ich in das entsetzte Gesicht des Zimmermädchens. Hinter ihr stand Jamie, halbnackt und außer sich vor Angst. Dann drangen plötzlich Stimmen an mein Ohr. Als ich keuchend die Augen öffnete, erkannte ich Monsieur Flash, den Hofmedikus. Mit gerunzelter Stirn kniete er neben meinem Bett. Von dieser Gunstbezeugung des Königs hätte ich mich eigentlich geschmeichelt fühlen müssen, doch im Augenblick war es mir einerlei. »Keine Fehlgeburt«, versicherte Monsieur Flash Jamie, der ihm besorgt über die Schulter sah. »Keinerlei Blutung, höchstwahrscheinlich die Leber. Sie sollte umgehen zur Ader gelassen werden.« Gewaltsam befreite ich mich aus seinen Händen. »Verschwinden Sie, Sie verdammter Quacksalber! Jamie, lass ihn nicht an mich ran damit!« Jamie, aus dessen Gesicht alle Farbe gewichen war, ließ den Blick zwischen Monsieur Flash und mir hin und her wandern. Dann kam er zu einem Entschluss, packte den armen Medikus, drehte ihn herum und schob ihn zur Tür. Wieder wurde ich von einem Krampf erfasst, der sich wie eine Klammer um meine Eingeweide legte. Ich schnappte nach Luft und rollte mich erneut zusammen. Als der Schmerz etwas nachließ und ich die Augen öffnete, bemerkte ich, dass mich eine Dame forschend anblickte. Auf ihrem Gesicht zeichnete sich eine plötzliche Erkenntnis ab, und ohne mich aus den Augen zu lassen, flüsterte sie ihrer Nachbarin etwas zu. Im Zimmer herrschte zu großer Lärm, als dass ich sie hätte verstehen können, doch ich konnte ihr das Wort von den Lippen ablesen. Gift. Als der Schmerz geheimnisvoll gurgelnd weiter nach unten wanderte, wurde mir schlagartig klar, was los war. Es war keine Fehlgeburt und erst recht keine Leberentzündung. Gift war es eigentlich auch nicht. Es war Faulbaumrinde. Sie! Mit drohender Gebärde ging ich auf Maitre Raymond los, der hinter seinem Arbeitstisch Zuflucht gesucht hatte. Sieh, 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 verdammter, froschgesichtiger, kleiner Wurm! Mit Mühe und Not hatte ich Jamie davon abhalten können, mich in Maitre Remands Apotheke zu begleiten, um ihn gewaltsam zum Sprechen zu bringen. Schließlich hatte ich ihn dazu überredet, in der Kutsche zu warten. Sie sind ja nicht gestorben, Madame, stellte der Kräuterkundige fest, aber sie hätten durchaus sterben können. Es war also kein böser Streich? fragte ich ein wenig kleinlaut. Wollte mich tatsächlich jemand umbringen? Und ich bin nur deshalb noch am Leben, weil sie ein Mann mit Gewissen sind? Ich habe diese Substanz im letzten Monat an zwei Personen verkauft. Es waren Dienstboten, die höchstwahrscheinlich auf Anweisung ihrer Herrschaft handelten. Ich trommelte mit den Fingern auf die Theke. Die einzige Person, die mich bedroht hatte, war der Comte de Saint-Germain. Hatte er einen Diener damit beauftragt, das vermeintliche Gift zu beschaffen, um es mir dann eigenhändig ins Getränk zu mischen? Als ich mir den Abend in Versailles wieder ins Gedächtnis rief, erschien es mir möglich. Die Weingläser wurden auf Tabletts von Dienern herumgereicht. Der Comte hätte mir nicht mal auf armes Länge nahe kommen, sondern einfach nur einen Diener bestechen müssen, damit dieser mir ein bestimmtes Glas reichte. Raymond betrachtete mich aufmerksam. Kommen Sie mit, ich habe etwas für Sie. Zu meiner Verwunderung bückte er sich und war plötzlich unter dem Tisch verschwunden. Als er nicht mehr auftauchte, beugte ich mich hinunter und lugte unter den Tisch. Eine glühende Kohlenschicht bedeckte die Feuerstelle, aber zu beiden Seiten war etwas platzfrei und im Schatten des Mauerwerks unter dem Tisch befand sich eine Öffnung. Ich zögerte eine Sekunde, schürzte dann meine Röcke und folgte ihm. Der Raum, der dahinter lag, war zwar klein, jedoch hoch genug, dass man aufrechter entstehen konnte. Zwei Wände wurden von Fächern eingenommen und in jedem lag ein Tierschädel, winzige Schädel von Fledermäusen und verschiedenen Mäusearten, die Knochen durchscheinend, die kleinen Zähne gefährlich scharf, Pferdeschädel mit wuchtigen Kiefern und etwas kleinere von Eseln. Bewundernd ging ich von einem Fach zum nächsten, berührte mal hier, mal dort etwas. Diese dort, ich deutete nach oben, sind etwas Besonderes, nicht wahr? Oh ja, es sind Wölfe. Vorsichtig nahm er einen der Schädel herunter. Warum haben Sie sie gesammelt, fragte ich ihn. Mir war mit einem Mal aufgefallen, dass Regale voller Tierschädel nicht zur normalen Ausstattung eines Apothekers zählten. Sie leisten mir bei der Arbeit Gesellschaft. Unvermittelt wechselte er das Thema. Ich habe etwas für Sie. Neugierig folgte ich ihm zu einem hohen Schrank am Ende des Raumes. Er war mit zahlreichen eigentümlichen Schnörkeln und Kringeln fünf Ecken und Kreisen bemalt. Kabbalistische Symbole. Sie beschäftigen sich mit der Kabbalah? fragte ich ihn, während ich die Symbole amüsiert betrachtete. Das würde den geheimen Arbeitsraum erklären. Zwar herrschte in französischen Literatenzirkeln und Adelskreisen ein starkes Interesse an Okkultismus, doch man sprach nur hinter vorgehaltener Hand darüber, weil man die kirchliche Säuberungswut fürchtete. Zu meiner Überraschung brach Raymond in Gelächter aus. Nein, eigentlich nicht. Die Symbole auf dem Schrank sollen neugierige Leute abschrecken. Mit einem verschmitzten Lächeln öffnete er die Schranktür. Es war tatsächlich ein Schrank mit doppeltem Boden. Maître Raymond zog eine der kleinen Schubladen an der Hinterwand heraus und kippte den Inhalt in seine Hand. Nach kurzem Wühlen nahm er einen großen weißen Kristall und überreichte ihn mir. Für sie, sagte er, zum Schutz. Was, ein Zauber? fragte ich spöttisch, während ich den Stein in der Hand drehte und wendete. Raymond lachte und ließ kleine bunte Steine auf die fleckige Filzunterlage rieseln. So könnte man es nennen, Madame. Ich kann natürlich mehr dafür berechnen, wenn ich behaupte, sie besitzen magische Kräfte. Mit einem Finger schnipste er ein kleines gelbliches Klümpchen in meine Richtung. Schwefel. Wenn man ihn mit ein paar anderen Kleinigkeiten pulverisiert und eine Lunte daran hält, explodiert es. Schießpulver. Ist das Magie oder ist es die Natur des Schwefels? Vermutlich hängt es davon ab, mit wem sie darüber sprechen, stellte ich fest, woraufhin sich seine Miene zu einem Grinsen verzog. Wenn Sie jemals beabsichtigen, Ihren Mann zu verlassen, Madame, sagte er schmunzelnd, werden Sie bestimmt nicht verhungern. Ich habe ja gesagt, Sie kennen sich aus. Mein Mann, rief ich aus. Nun wusste ich, was die gedämpften Geräusche aus dem entfernten Ladenraum zu bedeuten hatten. Um Himmels Willen, ich habe Jamie vergessen. Warten Sie. Raymond packte mich am Ellbogen und hielt mich zurück. Dann legte er eine Hand über die meine, die den weißen Kristall hielt. Der Kristall. Ich habe Ihnen doch gesagt. Er ist zu Ihrem Schutz. Schon gut, erwiderte ich ungeduldig, als ich meinen Namen immer lauter rufen hörte. Wie wirkt er? Er reagiert empfindlich, wenn sich Gift in der Nähe befindet. Dann ändert er seine Farbe. Ich hielt inne, richtete mich auf und starrte ihm ins Gesicht. Gift, wiederholte ich langsam, das heißt … Ja, Madame, vielleicht schweben Sie noch immer in Gefahr. Ein grimmiger Ausdruck breitete sich über Raymonds Gesicht, während ich gebückt über die Asche in der Feuerstelle stieg. Als Jamie mich erblickte, senkte er den Dolch, mit dessen Griff er soeben die Wand bearbeiten wollte. Ich übernahm den größten Teil der Erklärungen, während Raymond dann und wann einsilbige Bestätigungen einwarf. Der kleine Apotheker schien seiner gesamten Schlagfertigkeit beraubt. Von übergebeugt hockte er auf einem Schemel neben dem Feuer. Erst nachdem ich die Sache mit dem weißen Kristall erzählt hatte, kam wieder Leben in ihn. Es stimmt, Herr, versicherte er Jamie. Ich bin mir nicht sicher, ob sich Ihre Frau oder Sie selbst in Gefahr befinden oder gar Sie beide. Ich habe keine Einzelheiten erfahren, sondern nur den Namen Fraser gehört, an einem Ort, an dem man seinen Namen lieber nicht hören möchte. Jamie sah ihn scharf an. Tatsächlich? Und Sie sind dort gleichfalls anzutreffen, Maître Raymond? Sind diese Leute gar Partner von Ihnen? Raymonds Lächeln fiel ein wenig matt aus. Ich würde sie eher als Rivalen bezeichnen, Herr. Auf unserer holprigen Fahrt in die Rue Trémolin blieb Jamie schweigsam. Er starrte aus dem Fenster der Kutsche und klopfte sich mit den steifen Fingern seiner Rechten auf den Oberschenkel. »Ein Ort, an dem man seinen Namen lieber nicht hören möchte,« murmelte er. »Ich möchte zu gern wissen, was sich dahinter verbirgt.« Mir fielen die kabbalistischen Symbole auf Raymonds Schrank wieder ein, und es überlief mich kalt. Ich erinnerte mich an die Gerüchte, die man über den Comte de Saint-Germain erzählt hatte. Ich erzählte Jamie davon und was Raymond gesagt hatte. »Für ihn sind die Symbole vielleicht nur Malerei und Dekoration,« schloss ich meine Ausführungen, »aber er kennt zweifellos Leute, die andere an sich sind. Wen sonst sollte er von dem Schrank fernhalten wollen?« Jamie nickte. »Ei, das ist mir nicht neu. Es gibt allerhand Gerüchte bei Hof. Ich habe ihnen keine Beachtung geschenkt, weil ich es für albernes Gerede hielt, aber jetzt schaue ich mir die Sache genauer an.« Plötzlich lachte er auf und zog mich an sich. »Ich werde Mörtek auf den Comte de Saint-Germain ansetzen. Dann hat der Comte endlich einen echten Dämon, gegen den er sich wehren muss.« Arm in Arm gingen wir ins Haus, aufgewühlt von all den Gerüchten und möglichen Gefahren. Jamie zog mich mit ungewohnte Heftigkeit an sich und murmelte mir etwas ins Haar. »Diese Begehrde, dein Zustand, nun, das scheint mir nicht recht.« Er wandte sich ab, um sein Hemd aufzuknöpfen, und seine Stimme klang gedämpft. »Ich habe immer gedacht, es wäre einfach, bei einer Frau zu liegen,« erklärte er leise, »aber ich möchte dir zu Füßen liegen und dich anbeten, und außerdem will ich dich auf die Knie zwingen, meine Hände in dein Haar wühlen, und ich will, dass mich dein Mund befriedigt, und ich will beides gleichzeitig, Sesnek.« Er schob seine Hände unter mein Haar und umschloss mein Gesicht. »Ich verstehe mich selbst nicht, Sesnek. Deinen Nacken unter meinen Händen zu fühlen und die zarte Haut deiner Brüste und Arme. Guter Gott, du bist meine Frau und ich liebe dich, und ich würde für dich mein Leben geben. Und trotzdem möchte ich dich so hart küssen, dass deine Lippen bluten und meine Finger maler auf deine Haut hinterlassen.« Er ließ das Hemd fallen und legte mir die Hände auf den Kopf, als wollte er mich segnen. »Ich möchte dich wie ein Kätzchen unter meinem Hemd tragen, Moduin, und gleichzeitig will ich deine Schenkel öffnen und dich reiten wie ein Stier.« Seine Finger krallten sich in meine Haare. »Ich verstehe mich selbst nicht.« Ich zog meinen Kopf weg und trat einen halben Schritt zurück. Das Blut pulsierte unter meiner Haut, und ein Schauder erfasste meinen Körper. »Glaubst du, ich empfinde anders?« entgegnete ich. »Glaubst du nicht, dass ich dich auch manchmal beißen möchte, bis ich Blut schmecke, und dass ich dich kratzen will, bis du schreist?« Behutsam streckte ich meine Hand nach ihm aus. Seine Brust fühlte sich warm an. Ich berührte ihn mit dem Nagel meines Zeigefingers unterhalb der Brustwarze. Sachte bewegte ich ihn um die Warze herum und sah, wie sie sich in dem buschigen Haar aufstellte. Mein Fingernagel drückte sich fester in die helle Haut, glitt abwärts und hinterließ einen schwachen, roten Streifen. Ich zitterte, wandte mich aber nicht ab. »Manchmal möchte ich dich wie ein wildes Pferd reiten und dich zähmen. Hast du das gewusst? Ich weiß, ich kann es. Ich will dich so scharf machen, bis du nur noch räuchelst, dich an den Rand des Zusammenbruchs bringen und es genießen, Jamie. Wirklich? Und doch will ich so oft, ich musste schlucken, will ich einfach deinen Kopf an meine Brust drücken, dich liebkosen wie ein Kind und in den Schlaf wiegen.« Meine Augen hatten sich mit Tränen gefüllt, sodass ich sein Gesicht nur verschwommen wahrnahm und nicht sah, ob er auch weinte. Seine Arme schlossen sich um meinen Körper und die feuchte Wärme, die von ihm ausging, umfing mich wie der Atem eines heißen Sommerwindes. »Claire, du bringst mich um,« flüsterte er, das Gesicht in meinem Haar vergraben. Er hob mich hoch und trug mich zum Bett. Dann kniete er nieder und legte mich auf die zerwühlten Decken. »Du liegst jetzt bei mir,« sagte er ruhig, »und ich werde dich so nehmen, wie ich muss. Und wenn du es mir gleich tun willst, dann tu es und sei willkommen, denn jeder Winkel meiner Seele ist dein.« Er zitterte, als meine Hände an seinen Hals wanderten. Ich zog ihn zu mir herunter. Als alles vorbei war, streichelte ich ihn und strich ihm die Locken zurück. »Manchmal wünschte ich, du wärst es, der in mir ist,« flüsterte ich. »Ich möchte dich in mir aufnehmen, damit dir nichts zustoßen kann.« Er legte seine große, warme Hand schützend und liebkosend über die leichte Wölbung meines Bauches. »Du tust es,« Muruin, sagte er. »Du tust es.« Ende April gab es im königlichen Zeughaus eine Explosion. Später hörte ich, dass ein achtloser Pförtner eine Fackel an der falschen Stelle abgelegt hatte, woraufhin das größte Schießpulver- und Feuerwaffenarsenal von Paris mit einem Donnerschlag in die Luft flog, sodass die Tauben von Notre-Dame aufflogen. Da ich zu der Zeit im Hospital des Angers arbeitete, sah ich, welch gewaltiger Aufgabe die Schwestern erwartete und hatte Fergü mit der Nachricht heimgeschickt, dass sie später kommen würde. Er war in Begleitung von Mörtek zurückgekehrt, und die beiden warteten auf den Stufen vor dem Eingang auf Mary und mich. »Wir sollten versuchen, eine Kutsche aufzutreiben, Junge. In der Dunkelheit können die Damen nicht zu Fuß gehen. Vielleicht bekommen wir eine in der Rue du Faubon-Saint-Honoré.« Er deutete auf eine schmale, dunkle Passage. »Das ist eine Abkürzung.« Nach kurzen Bedenken nickte Mörtek zustimmend. »In Ordnung, Junge. Gehen wir.« Vor dem Laden eines Segelmachers hörte ich einen Mann, den ich für einen Nachtwächter hielt, plötzlich rufen. »Monsieur! Madame!« Mörtek wirbelte herum, aber bevor ich ihn warnen konnte, traf ihn ein Schlag von hinten, und er fiel mit dem Gesicht nach unten auf die Straße. »Kümmere dich um den Mann!« befahl eine Stimme hinter mir. »Schnell!« Ich wandte mich im Griff des Angreifers, aber seine Hände glitten zu meinen Handgelenken und verdrehten sie so brutal, dass ich laut aufschrie. Ein harter Schlag traf mich am Ohr, sodass mir schwindelig wurde. Als meine Augen aufhörten zu tränen, erkannte ich ein längliches weißes Bündel in der Gosse. Mörtek lag fein säuberlich verpackt in einem Segeltuchsack. Der falsche Nachtwächter beugte sich über ihn. Ich bemerkte, dass er sein Gesicht von der Stirn bis zur Oberlippe hinter einer dunklen Maske verborgen hatte, und dass er eine Kniehose und überraschenderweise Seidenstrümpfe und Lederschuhe trug. Rasch warf ich einen Blick auf Mary neben mir. Einer der Maskierten hielt sie von hinten fest, ein Arm umklammerte ihre Taille, der andere fuhr ihr unter die Röcke. Der Mann, der vor mir stand, zog mich an sich. Die Maske bedeckte nur seine obere Gesichtshälfte, und seine Zunge drängte sich zwischen meine Lippen, sie schmeckte nach Alkohol und Zwiebeln. Ich wirkte bis zu und spuckte aus, als der Bandit von mir abließ. Er ohrfeigte mich und zwang mich in der Gosse auf die Knie. Mary trat nach dem Grobian, der ihr unsanft den Rock hochzog. Man hörte Satin reißen und einen Schrei, als sich seine Finger zwischen ihre Schenkel gruben. »Eine Jungfrau! Ich habe eine Jungfrau!« frohlockte er. Einer der Männer verbeugte sich höhnisch vor Mary. »Mademoiselle, herzlichen Glückwunsch! Ihr Mann wird in der Hochzeitsnacht allen Grund haben, uns zu danken, da ihm keine lästigen Hindernisse den Weg versperren werden!« Die Hände, die mich packten und wieder hochzerrten, waren manikürt, und an einer prangte in der Gabelung von Daumen und Zeigefinger ein Leberfleck. »Das muss ich mir einprägen,« dachte ich grimmig. »Wenn Sie uns am Leben ließen, könnte es sich als nützlich erweisen.« »Zunächst werden Sie uns mit Ihren süßen Lippen beehren, Madame«, verkündete der Anführer, trat einen Schritt zurück und zerrte an den Schnüren seiner Hose. Er griff nach mir, um mich an der Flucht zu hindern, und die große Kapuze meines Umhangs fiel zurück. Im Kampf lösten sich meine Haarnadeln, sodass mir die Locken auf die Schultern fielen, wie Fahnen im Nachtwind flatterten und mir die Sicht nahmen. Auf der dunklen Straße konnte ich die Silberschnalle von Marys Schuh erkennen. Sie lag auf dem Rücken, wehrte sich, trat nach dem Mann, der über ihr lag, und fluchend versuchte, seine Hose herunterzuziehen. Einer nahm mich um die Taille, hob mich hoch und zog mich nach hinten. Das Licht aus dem Hoftor schien mir in die Augen, sodass ich kurze Zeit nichts sah. »Heilige Mutter Gottes!« Als sich der Griff um meine Arme lockerte, riss ich mich los, und der Mann starrte mich mit offenem Mund entsetzt an. Dann wich er vor mir zurück und bekreuzigte sich. »En nomini patris et fili et spiritus sancti«, brabbelte er sich immer wieder bekreuzigend. »La Dame Blanche«. Zitternd und wie betäubt stand ich auf der Straße, bis mich Marys gellende Schreie in die Wirklichkeit zurückriefen. Beide Angreifer zogen den Vergewaltiger an den Armen und brachten ihn endlich auf die Beine. Die Hose hing ihm in Fetzen herunter, während sein blutverschmiertes, erigiertes Glied zwischen den Hemdschößen zitterte. Das Geräusch von hastig näher kommenden Schritten brachte ihn endlich zur Besinnung. Seine beiden Helfer ergriffen die Flucht und überließen ihn seinem Schicksal. Mit einem leisen Fluch humpelte er in die nächstbeste Seitengasse. »Au secours! Au secours! Gendarme!« Ein atemloser Hilferuf schallte durch die Gasse. Offenbar bahnte sich der Rufer durch den Unrat auf der Straße einen Weg in unsere Richtung. Als ich in der dunklen Gestalt, die aus der Gasse stürmte, Alexander Randall erkannte, war ich tatsächlich erstaunt. Er blickte verstört auf den als Müllsack getarnten Mörtek, auf mich, die ich erstarrt und nach Luft ringend an der Wand lehnte, und auf die zusammengekauerte Mary, die im Schatten fast unsichtbar war. Kurze Zeit stand er ratlos da, dann wirbelte er herum und kletterte an dem schmiedeeisernen Tor empor, aus dem die Angreifer gekommen waren. Er griff nach der Laterne, die über dem Tor an einem Balken baumelte. Das Licht war tröstlich, auch wenn sich in seinem Schein ein jammervoller Anblick bot. Mary lag zusammengekauert auf den Knien, barg den Kopf in den Armen und zitterte heftig, ohne einen Laut von sich zu geben. Wie ein unheil verkündender Vogel stürzte Alex auf sie zu und kniete sich neben sie. »Miss Hawkins, Mary, ist alles in Ordnung?« Mit einiger Anstrengung löste ich mich von der Wand und ging mit zitternden Knien zu dem Sack der Mörtek-Bark, löste die Verschnürung und heraus sprang Mörtek wie ein Schachtelteufelchen. Eine große, dunkelrote Beule an der Stirn verlieh seinem Gesicht ein noch wilderes Aussehen. Mit zerrissenen Kleidern und völlig erschöpft gelangten wir nach Hause, wo ich Jamie nur kurz von unserem Missgeschick berichten konnte. »Das kann nicht gut gehen«, murmelte ich, während ich meine Frisur mit brillanten besetzten Haarnadeln feststeckte. »Sie müsste medizinisch versorgt werden. Sie braucht einen Arzt.« »Sie hat schon einen«, erklärte Jamie, hob das Kinn und knüpfte in den Spiegel blickend sein Halstuch. »Dich«. Ausgerechnet an diesem Tag mussten wir eine Abendgesellschaft geben, und zwar keine gewöhnliche. Der Herzog von Sandringham war als Ehrengast geladen und sollte in einem kleinen, aber erlesenen Kreis empfangen werden. Monsieur Duvernay kam mit seinem ältesten Sohn, einem bekannten Bankier. Louise und Jules de la Tour gaben sich die Ehre, und damit es ein bisschen interessanter wurde, hatten wir auch den Comte de Saint-Germain eingeladen. »Ich habe geschäftlich mit ihm zu tun«, erklärte Jamie. »Er war schon öfter hier zu Gast, bei Jared. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und ihn beobachten, wenn er sich beim Essen mit dir unterhält. Wie ich ihn kenne, hält er mit seinen Gedanken nicht hinterm Berg.« Er nahm den weißen Kristall, den mir Maître Remond gegeben hatte, und wog ihn nachdenklich in der Hand. »Sieht nicht schlecht aus«, meinte er. »Ich werde ihn in Gold fassen lassen, damit du ihn um den Hals tragen kannst. Spiel damit bei der Abendgesellschaft herum, bis jemand danach fragt, Cessnack. Dann erklärst du, wofür der Kristall gut ist. Achte auf Saint-Germains Reaktion, wenn du davon sprichst. Wenn er dir das Gift in Versailles verabreicht hat, dann wird er sich bestimmt irgendwie verraten.« Alles, wonach ich mich im Augenblick sehnte, war Ruhe, Stille und völlige Abgeschiedenheit, um meine Wunden zu lecken. Stattdessen erwartete mich eine Abendgesellschaft mit einem Herzog, der vielleicht ein Jakobit, vielleicht aber auch ein englischer Agent war, einem Compt, der unter Umständen als Giftmörder sein Unwesen trieb und einem Vergewaltigungsopfer, das bei uns Unterschlupf gefunden hatte. Meine Hände zitterten so stark, dass ich die Kette mit dem Kristall kaum schließen konnte. »Bist du gleich fertig, Cessnack? Die Gäste könnten jeden Augenblick eintreffen.« Mary hielten wir in einem Gästezimmer im ersten Stock verborgen. Ich hatte sie sorgfältig untersucht, aber sie hatte nur einige Schürfwunden davon getragen. Schlimmer war der Schock, gegen den ich ihr eine gerade noch vertretbare Dosis Mohnsaft verabreicht hatte. Hartnäckig hatte sich Alex Rundle allen Versuchen, Jamies widersetzt, ihn heimzuschicken. Ausgestattet mit der strikten Anweisung, mich zu holen, wenn sie aufwachte, hielt er jetzt bei Mary Wache. »Warum ist der Idiot ausgerechnet in diesem Augenblick dort aufgetaucht?« überlegte ich laut, während ich in einer Schublade nach der Puderdose kramte. »Das habe ich ihn auch gefragt,« erwiderte Jamie. »Anscheinend ist der arme Narr in Mary Hawkins verliebt. Er folgt ihr kreuz und quer durch die Stadt und lässt den Kopf hängen wie eine verwelkte Blume, weil Mary den bekommte Marie nie heiraten soll.« Die Puderdose fiel mir aus der Hand. »Er, er liebt sie?« stieß ich hervor und wedelte mit der Hand, um die Puderwolke zu vertreiben. »Das behauptet er, und ich sehe keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln,« sagte Jamie, »aber er ist ein armer Esel, mit seinem Einkommen kann er keinen Hausstand gründen, und er ist gesundheitlich angeschlagen, also würde er schwerlich eine andere Stellung finden, wenn ihn der Herzog ohne Zeugnis entlässt.« »Bestimmt wird sie von einem der Dienstboten entdeckt. Mit dieser schon einmal geäußerten Sorge wollte ich mich von den neuesten tragischen Enthüllungen ablenken.« »Nein, bestimmt nicht, die haben genug zu tun. Und morgen früh hat sich Mary vielleicht so weit erholt, dass sie ins Haus ihres Onkels zurückkehren kann.« »Ich habe ihn davon benachrichtigt,« fügte Jamie hinzu, »dass sie im Haus einer Freundin übernachtet, weil es spät geworden ist. Ich wollte vermeiden, dass man nach ihr sucht, sonst ist ihr Ruf ruiniert.« Er nahm mein Gesicht in seine Hände und küßte mich, sodass die Angst vor der Zukunft und das Grauen der nächtlichen Erlebnisse für einen Augenblick von mir abfielen. Dann trat er zurück und lächelte. Auch er hatte Sorgenfalten, aber in seinen Augen konnte ich nichts weiter sehen als mein kleines Spiegelbild. Wir waren ohne Zwischenfälle beim zweiten Gang angelangt, und ich entspannte mich allmählich, obwohl meine Hand über der Bouillon immer noch zitterte. Als Ehrengast nahm der Herzog von Sandringham den besten Platz an der Tafel ein. Da der Herzog zu dieser Zeit der namhafteste Engländer in Paris war, hatte Jamie sich die Mühe gemacht, die Bekanntschaft mit ihm zu pflegen, in der Hoffnung, auf Gerüchte zu stoßen, die zum Absender der musikalischen Botschaft an Charles Stewart führen würden. Doch meine Aufmerksamkeit wanderte immer wieder vom Herzog zu seinem Gegenüber, Silas Hawkins. Ich hätte auf der Stelle tot umfallen und damit allen Beteiligten Ärger ersparen können, als der Herzog mit ihm zusammen durch die Tür spaziert kam, beiläufig über die Schulter blickte und meinte, »Mrs. Fraser, Sie kennen Hawkins doch bereits, nicht wahr?« Aus den fröhlichen kleinen Augen des Herzogs sprach die treuherzige Gewissheit, dass ich ihm seinen Wunsch nicht abschlagen würde, also lächelte ich und ließ noch ein Gedeck auflegen. Ich warf einen Blick auf die Uhr über dem Kaminsims. Wie lange würde es noch dauern, bis sie endlich alle fort waren? Im Geiste ging ich die bereits servierten und die noch geplanten Gänge durch. Bald kam das Dessert, dann der Salat und der Käse, Weinbrand und Kaffee für die Herren, die Chör für die Damen. Ein, zwei Stunden anregende Gespräche, nicht zu anregend, bei Gott, sonst blieben sie womöglich bis zum Morgengrauen. Jamie warf mir einen Blick zu und erhob sich. »Wenn Sie erlauben, Mesdames, Messieurs«, sagte er mit einer Verneigung, »ich habe einen hervorragenden Portwein anzubieten, den ich Eure Hoheit kosten lassen möchte. Ich hole ihn aus dem Keller.« »Es muss der Belle Rouge sein«, erklärte der Comte de Saint-Germain selbstgefällig. »Aber ich habe einen noch besseren Port entdeckt. Er wird auf der Insel Gostos vor der portugiesischen Küste erzeugt und abgefüllt. Ich habe einen Vertrag über die Abnahme des gesamten Jahrgangs. Er wird im August geliefert.« »Tatsächlich, Monsieur Lecomte?« Silas Hawkins zog die buschigen, ergrauten Brauen hoch. »Sie haben also einen neuen Partner gefunden, der ins Geschäft investiert?« »Soviel ich weiß, waren Ihre eigenen Mittel erschöpft, so könnte man wohl sagen, nach der traurigen Zerstörung der Patagonia.« Er nahm ein Käsehäppchen von der Platte und schob es sich genüsslich in den Mund. Die Gesichtsmuskeln des Comte erstarrten, und er musterte Mr. Hawkins mit unverholener Abneigung. »Glücklicherweise, Monsieur«, erklärte er, seinen Zorn mit sichtlicher Anstrengung zügelnd, »habe ich in der Tat einen Partner gefunden, der in diese Unternehmung zu investieren wünscht. Es handelt sich um einen Landsmann unseres freundlichen Gastgebers. Er heißt Charles Stewart.« Diese Neuigkeit zeigte die Wirkung, die sich der Comte erhofft haben durfte. »Seine Hoheit hat von einer italienischen Bank ein Darlehen von 15.000 Livret erhalten und mir die gesamte Summe überlassen, um ein Schiff anzuheuern und die Flaschenfüllung des Jahrgangs zu bezahlen. Ich habe den unterzeichneten Brief hier.« Ein gellender Schrei schnitt ihm das Wort ab. Die Gäste erhoben sich von der Tafel und strömten in die Halle, wo sich Mary Hawkins in ihrem zerfetzten Hemd auf dem unteren Treppenabsatz zeigte. »Nein!« kreischte sie. »Nein! Fassen Sie mich nicht an!« Von der Droge umnebelt war Alex Randall das Opfer ihrer Attacke, der sich vergeblich bemühte, sie festzuhalten und zu beruhigen. »Nomme de Dieu!« entfuhr es Mary's Onkel, Silas Hawkins. »Lassen Sie sie sofort los!« Mit hervorquellenden Augen und starr vor Schreck stand der Weinhändler einen Moment da, dann senkte er den Kopf und bahnte sich wie ein wütender Stier seinen Weg durch die Zuschauer. Angstvoll hielt ich nach Jamie Ausschau, da entdeckte ich ihn, wie er sich gewaltsam zwischen Mary und Alex drängte, Letzteren an den Schultern packte, sorgfältig Maß nahm und ihn mit einem gezielten Kinnhaken niederschlug. Die Uhr auf dem Kamin Sims tickte aufdringlich laut. Es war das einzige Geräusch im Haus, abgesehen von dem Knarren der Dielen und den gedämpften Lauten aus der Küche, wo die Dienstboten noch arbeiteten. Von Lärm jedweder Art hatte ich für die nächste Zeit genug. Ich brauchte Ruhe, um wieder zu mir zu finden. Zweifelsfrei lag die Abendgesellschaft der Saison hinter mir. Wer nicht das Glück gehabt hatte, sie mitzuerleben, würde noch Monate später behaupten, dabei gewesen zu sein und zur Bekräftigung mit Klatsch und verzerrten Schilderungen aufwarten. Es war mir schließlich gelungen, Marys habhaft zu werden und ihr noch ein Quäntchen Mohnsaft einzuflößen. Daraufhin sank sie zu Boden und ich konnte mich der Auseinandersetzung zwischen Jamie und Mr. Hawkins zuwenden. »Ruiniert!« schrie er immer wieder mit schriller Stimme. »Sie haben meine Nichte ruiniert! Dreckiger, schottischer Schweinehund, Sie und Ihre Schlampe!« Mit grimmiger Miene versetzte ihm Jamie einen Faustschlag, er glitt zu Boden und blieb mit dem Rücken zur Wand sitzen. »Nur weiter so«, ließ ich eine Stimme hinter meinem Rücken vernehmen. »Warum jetzt aufhören, Tuarach?« »Schlagen Sie doch alle drei nieder! Machen Sie reinen Tisch!« Angewidert blickte Jamie auf die elegante Gestalt hinter mir. »Scheren Sie sich fort, St. Germain! Diese Sache geht Sie nichts an«, sagte Jamie müde, aber laut genug, um sich bei dem Lärm von unten verständlich zu machen. Die Naht seines Rockes war an der Schulter geplatzt, sodass die Falten des weißen Leinenhemds hervorlugten. St. Germain verzog seine schmalen Lippen zu einem Lächeln. Offensichtlich amüsierte sich der Kommt großartig. »Es geht mich nichts an? Gehen derartige Vorkommnisse einen Verfechter von Anstand und Moral etwa nichts an?« Belustigt betrachtete er die stattliche Anzahl lebloser Körper auf dem Treppenabsatz. Doch ungeachtet aller Anstrengungen brach der Großteil der Gäste erst auf, als die Leibgarde des Königs eintraf. Kaum hatte sich Mr. Hawkins erholt, zeigte er Jamie wegen Entführung und Kuppelei an. Nach einigem Hin und Her, verworrenen Beschuldigungen und Erklärungen ließ sich Jamie schließlich ins Hauptquartier der Leibgarde in der Bastille abführen, wo sich die Sache – vielleicht – aufklären würde. Der bleiche, schwitzende Alex Randall, der offensichtlich keine Ahnung hatte, was eigentlich los war, wurde ebenfalls festgenommen. Der Herzog, sein Arbeitgeber, überließ den Sekretär seinem Schicksal. Er hatte unauffällig seine Kutsche vorfahren lassen und war noch vor dem Eintreffen der Leibgarde verschwunden. Ganz gleich, in welcher diplomatischen Mission er unterwegs war, die Verwicklung in einen Skandal wäre ihm nicht dienlich gewesen. Die immer noch bewusstlose Mary Hawkins wurde ins Haus ihres Onkels gebracht. Ich wurde wach, als ich die Tür des Salons öffnete. Im grauen Licht des frühen Morgens sah ich Jamie. Trotz seiner Blässe und der müden, geröteten Augen hatte er ein Lächeln auf den Lippen. »Ich hatte Angst, dass du nicht wiederkommst«, sagte ich, als er seinen Kopf an meiner Brust barg. »Monsieur Duvernay hat sich für mich verbirgt«, erwiderte Jamie und zog mich aufs Sofa neben sich. Während des ganzen Palawas saß er in einer Ecke, und als der Richter seine Entscheidung fällte, stand er auf und sagte, er habe Gelegenheit gehabt, mehrmals mit mir Schach zu spielen. Dabei habe er einen so günstigen Eindruck von meinen moralischen Grundsätzen gewonnen, dass ich an einer so verwerflichen Tat keinen Anteil haben könne. Er hielt inne und zuckte die Achseln. »Alles, was ich will«, flüsterte er mir ins Ohr, »ist diese verdreckten Sachen ausziehen und dich hier auf dem Kaminvorleger nehmen und dann sofort einschlafen, den Kopf an deine Schulter gebettet und bis morgen so liegen bleiben.« Als wir uns endlich umgezogen hatten und aus der Küche das Frühstück heraufgebracht wurde, war die Dämmerung dem Tag gewichen. »Eins wüsste ich zu gern«, sagte ich, während ich die Schokolade einschenkte, »wer zum Teufel ist la Dame Blanche.« »La Dame Blanche? Sie gilt als weise Frau, als Heilerin, aber sie kann auch ins Innerste eines Menschen blicken und seine Seele zu Asche machen, wenn sie dort etwas Böses entdeckt.« Von Jamies Augen sah ich nur die langen Wimpern, während er die Nase in die Kakaotasse steckte, aber seine Wangen waren so rot, dass es nicht allein an dem heißen Getränk liegen konnte. »So, so, du weißt etwas darüber«, stellte ich fest. »Überrascht es dich zu hören, dass die beiden Männer, die uns letzte Nacht überfallen haben, mich La Dame Blanche genannt haben und Fersengeld gegeben haben?« Verblüfft sah er mich an. »Herr im Himmel«, sagte er halb zu sich selbst, »bem Kartenspielen und Würfeln bei seiner Hoheit, sie fanden es sehr komisch, dass ich meiner Frau treu bleiben will. Sie sagten, »Nun, ich war es leid.« Er sah weg. Seine Ohren brannten feuerrot. »Also hast du ihnen weiß gemacht, ich sei La Dame Blanche?« Angestrengt versuchte ich, ein Lachen zu unterdrücken. »Und wenn du dich mit den Damen der Nacht einlassen würdest, ließe ich dein Geschlecht einschrumpeln?« »Äh, nun ja.« »Mein Gott, ich kann mich wohl kaum beklagen«, meinte ich schließlich, »denn mit der Geschichte hast du nicht nur deine Tugend verteidigt, sondern auch eine Vergewaltigung verhindert. Übrigens habe ich heute Nachmittag einige Besuche zu machen. Zuerst Maitre Raymond und dann Mary Hawkins. »Lavendel vielleicht?« Raymond stellte sich auf Zehenspitzen, um ein Gefäß aus dem Regal zu holen. Nicht als Heilmittel, aber das Aroma beruhigt die Nerven. »Das hängt davon ab, um wessen Nerven es sich handelt«, entgegnete ich, da mir Jamies Reaktion auf Lavendel einfiel. Es war Jack Randalls Lieblingsduft, und auf Jamie wirkte das Aroma alles andere als beruhigend. »In diesem Fall könnte es jedoch helfen, oder zumindest keinen Schaden anrichten.« »Keinen Schaden anrichten«, zitierte er nachdenklich, »ein guter Grundsatz.« »Dieser Grundsatz ist Teil des hippokratischen Eids. Ich beobachtete, wie er in seinen Schubladen und Dosen stöberte. Der Eid, den ein Arzt schwört. Ich werde die Kranken bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht.« »Aha. Und haben Sie diesen Eid abgelegt, Madame?« Die klugen Amphibienaugen zwinkerten mir über den hohen Tresen hinweg zu. Ich spürte, wie ich unter seinem forschenden Blick errötete. »Nein, eigentlich nicht. Ich bin keine richtige Ärztin. Noch nicht.« Mir war schleierhaft, was mich bewegt hatte, Letzteres hinzuzufügen. »Nein? Und doch versuchen Sie, etwas zu heilen, an das sich ein richtiger Arzt nicht heranwagen würde, weil er weiß, dass die verlorene Jungfräulichkeit nicht wiederherstellbar ist.« Die Ironie seiner Worte war nicht zu überhören. »Oh, tatsächlich nicht?« antwortete ich ungerührt. Fergü hatte einige Geheimnisse der »Damen« im Haus von Madame Elise ausgeplaudert. »Was hat es dann mit der Ferkelblase voll Hühnerblut auf sich? Aber was können wir einstweilen tun, ohne auf Wunder von Menschenhand zurückzugreifen?« »Hm.« Er breitete ein Gazetuch auf dem Tresen aus und schüttete eine Handvoll fein zerstoßener Kräuter darauf. »Das ist Jakobskraut«, sagte er, und faltete die Gase geschickt zu einem kleinen Quadrat mit eingesteckten Ecken. »Damit behandelt man Hautreizungen, Kratzwunden und Entzündungen der Geschlechtsteile. Wäre das zweckdienlich?« »Das kann man wohl sagen«, entgegnete ich grimmig, »als Aufguss oder Absud?« »Absud«, warm unter den gegebenen Umständen. Er ging zu einem anderen Regal und holte eines der großen weißen Porzellangefäße heraus. Die Beschriftung auf der Seite lautete »Kelidonium«. »Ein Schlafmittel«, erklärte er, »ich glaube, auf Opium-Mond-Derivate sollten Sie lieber verzichten. Diese Patientin reagiert offenbar unberechenbar darauf.« »Sie haben die Geschichte schon gehört, nicht wahr?«, sagte ich resigniert. Es war zu erwarten gewesen. Schließlich zählten Neuigkeiten zu den wichtigeren Waren, mit denen Maitre Raymond handelte. In dem kleinen Geschäft liefen die Fäden zusammen, und sein Inhaber wurde von Dutzenden von Informanten, vom Straßenhändler bis zum königlichen Kammerjunker, mit Klatsch versorgt. »Aus drei verschiedenen Quellen«, erwiderte Raymond. Er sah aus dem Fenster und reckte den Hals, um einen Blick auf die riesige Horloge zu werfen, die an der Wand des benachbarten Eckhauses hing. »Und es ist noch nicht einmal zwei Uhr, wahrscheinlich werde ich, bevor es Abend wird, noch mehrere Versionen der Ereignisse bei ihrer Abendgesellschaft hören.« Aus dem breiten, zahnlosen Mund kam ein leises Lachen. »Besonders gut gefällt mir die Version, in der Igemal zu einem Duell auf der Straße aufgefordert wird, während sie dem Compt anbieten, seine Lust an dem ohnmächtigen Mädchen zu stillen, sofern er darauf verzichtet, die Leibgarde des Königs zu rufen.« »Hm«, sagte ich, eine befangene Nachahmung des schottischen Urlauts. »Würden Sie vielleicht gern erfahren, was wirklich geschehen ist?« »Man hat Jamie zwar entlassen, aber wir stehen noch unter Verdacht.« »Und jetzt gilt Ihre größte Sorge dem Mädchen, oder nicht?« Ich nickte. »Für Ihren Ruf kann ich im Augenblick nichts tun. Ich kann nur versuchen, ihr zu helfen, damit sie wieder gesund wird.« Ein boshaftes schwarzes Auge spähte über den Rand des Metallkelchs mit Kirschlikör, den er mir anbot. Die meisten Ärzte, die ich kenne, würden sagen, ich kann nur versuchen, sie zu heilen. Wollen Sie ihr tatsächlich beim Gesundwerden helfen? Es ist interessant, dass Sie den Unterschied erkennen. Aber wenn jemand imstande ist, das Innerste der Patientin zu erreichen, dann ist es doch wohl la Dame Blanche. Ich setzte den Kelch ab und starrte den Apotheker an. Gedanken, Verdächtigungen und Erkenntnisse schossen mir durch den Kopf, bis sie sich heillos ineinander verhedderten. Um Zeit zum Nachdenken zu gewinnen, hielt ich mich zunächst an den ersten Teil seiner Bemerkung. »Das Innerste der Patientin?« Einem offenen Gefäß auf dem Tisch entnahm er eine Prise weißen Pulvers, die er in seinen Kelch gab. Das bernsteingelbe Getränk nahm sofort eine blutrote Färbung an und begann zu brodeln. »Drachenblut«, bemerkte er, die blubbernde Flüssigkeit schwenkend. »Es geht nur in einem versilberten Gefäß.« Dabei wird der Becher natürlich verdorben, aber unter den richtigen Umständen ist es äußerst wirksam. Ich gab ein leises Gurgeln von mir. »Oh, das Innerste der Patientin«, sagte er, als erinnerte er sich an etwas, worüber wir vor Tagen gesprochen hatten. »Ja, natürlich. La Dame Blanche schaut ins Innerste eines Menschen und führt ihn zur Heilung oder in den Tod. Also mag ein Bösewicht zurecht fürchten, ihr ins Gesicht zu blicken.« Er nahm seinen Kelch, prostete mir zu und lehrte die brodelnde Flüssigkeit in einem Zug. Sie hinterließ eine schwachrosa Spur auf seinen Lippen. »Sie sind in meinem Geschäft gesehen worden«, erklärte er. »Ihre Herkunft ist geheimnisumwogen und, wie Ihr Gemahl bemerkt hat, ist mein Ruf etwas suspekt. Ich bewege mich in gewissen Kreisen. Sie wissen ja, wie die Leute reden.« Er stellte seinen Kelch ab und beugte sich vor. »Sie sagten, Ihre Sorge würde nur zum Teil Mademoiselle Hawkins gelten, Madame. Haben Sie noch andere Sorgen?« »Durchaus.« Ich knippte an meinem Likör. »Ich vermute, Sie sind über das, was in Paris geschieht, bestens im Bilde.« Er lächelte und blickte mich mit wohlwollender Aufmerksamkeit an. »Haben Sie etwas über Charles Stewart gehört? Wissen Sie überhaupt, wer er ist?« Die Frage überraschte ihn, und er zog seine Stirn kraus. Dann nahm er ein Glasfläschchen, das vor ihm auf dem Tisch stand, und drehte es versonnen zwischen den Handflächen. »Ja, Madame«, sagte er, »sein Vater ist König von Schottland, oder sollte es sein, nicht wahr?« Mir entging nicht, dass er überlegte, wie viel er mir erzählen durfte. Einstweilen betrachtete ich eingehend das Fläschchen in meiner Hand, um ihm Zeit zu lassen, seine Entscheidung zu treffen. »Wie man hört«, sagte Raymond leise, »ist ein englischer Herzog bei König Louis in Versailles zu Gast. Es heißt auch, dass der Herzog deswegen hier ist, um Handelsvereinbarungen zu treffen. Aber was man hört, ist nicht immer die ganze Wahrheit, Madame.« Ich versuchte mir einen Reim auf die Geschichte zu machen. Jamie hatte ebenfalls das Gerücht gehört, dass es bei Sandringhams Mission nicht nur um Handelsrechte ging. Was, wenn der Besuch des Herzogs auf ein mögliches Abkommen zwischen Frankreich und England zielte? Und wenn Louis heimlich mit England verhandelte, was mochte dann Philipp von Spanien unternehmen, wenn sich ein mittelloser Verwandter an ihn wandte, der die Macht besaß, die Engländer von außenpolitischen Abenteuern abzuhalten? »Drei bourbonische Vettern«, murmelte Raymond vor sich hin, »von einem Blute. Aber verfolgen sie auch ein Ziel?« »Verstehe«, sagte ich seufzend, »und was halten Sie von den neuen Geschäftsbeziehungen zwischen Charles Stewart und dem Comte de Saint-Germain?« Das Amphibienlächeln wurde noch breiter. »Ich habe gehört, dass seine Hoheit in letzter Zeit häufig bei den Docks anzutreffen ist, selbstverständlich, um mit seinem neuen Partner zu sprechen, und er sieht sich die Schiffe an, die vor Anker liegen, so schön, so schnell, so... teuer. Schottland liegt doch jenseits des Meeres, wenn ich mich nicht irre.« »In der Tat«, ich stand auf, um mich zu verabschieden. »Ich danke Ihnen«, sagte ich. »Werden Sie mich benachrichtigen, wenn Sie etwas hören?« Er neigte hultvoll sein imposantes Haupt. »Ich muss zugeben«, fügte ich nachdenklich hinzu, »dass Sie sich bisher sehr hilfsbereit gezeigt haben. In letzter Zeit hat niemand versucht, mich zu vergiften, und ich vermute, dass Sie und Jamie es verhindern werden, wenn man mich auf dem Place de la Bastille wegen Hexerei verbrennen will, oder?« »Gewiss«, entgegnete er mit Würde, »in Paris wurde seit, ähm, mindestens zwanzig Jahren niemand mehr wegen Hexerei verbrannt. Sie können völlig unbesorgt sein. Solange Sie niemanden ermorden,« fügte er hinzu. »Ich werde mein Bestes tun«, erwiderte ich, und stand auf, um mich zu verabschieden. In der Droschke auf der Fahrt zum Haus der Hawkins hatte ich Zeit, über den Besuch bei Maitre Raymond nachzudenken, Offensichtlich war er es gewesen, der Jamies verrückte Geschichte unter seinen abergläubischen Kunden weiterverbreitete, obwohl mir die Vorstellung, dass mein Name bei Seancen und auf schwarzen Messen fiel, ganz und gar nicht schmeckte. Auf meine Fragen hatte er auch erstaunlich offen über seine Sicht eines möglichen Abkommens zwischen Sandringham und dem König gesprochen. Dann ging mir auf, dass ich vergessen hatte, Maitre Raymond nach seinen Kontakten zum Comte de Saint-Germain zu fragen. Nach allem, was man hörte, war der Comte eine zentrale Figur in jenen mysteriösen Kreisen, die Raymond erwähnt hatte. Als Kollege oder als Rivale? Und erreichten die Wellen, die jene Kreise schlugen, auch das Königsschloss? Louis interessierte sich angeblich für Astrologie. War es denkbar, dass durch die dunklen Kanäle von Kabbalismus und Zauberei eine Verbindung zwischen Louis, dem Comte und Charles Stewart bestand? Das Haus der Familie Hawkins in der Rue Mallory war ein ansehnliches dreistöckiges Gebäude, doch trotz der Wärme waren alle Fensterläden fest verschlossen, um neugierige Blicke abzuwehren. Nach langem Klopfen wurde zögerlich geöffnet, und ich hob meinen Korb hoch. Ich habe ein paar Arzneien für Mary mitgebracht. Ohne eine Einladung abzuwarten, begab ich mich rasch zu ihrem Zimmer. Sie lag im Bett und rührte sich nicht. Eine bemitleidenswert kleine, zusammengekauerte Gestalt unter einer dicken Daunendecke. »Ich bin's«, sagte ich. »Warum kommst du nicht heraus, bevor du da drin erstickst?« Plötzlich kam das Bettzeug in Bewegung. Mary tauchte aus den Decken auf und umarmte mich stürmisch. Zwar wirkte sie unruhig und erregt, aber der Schlaf, gepaart mit der Widerstandskraft der Jugend, hatte sie körperlich weitgehend wiederhergestellt. Mehr Sorgen machte mir das, was man nicht sah. »Wie geht es dir?« Ich strich ihr das schwere, dunkle Haar aus der Stirn und betrachtete sie forschend. »Gut«, sagte sie und schluckte. »Ich habe ein bisschen geblutet, aber es hat aufgehört.« Sie errötete noch tiefer, sah mir aber in die Augen. »Ich... es ist... wund. Geht es wieder weg?« »Ja, natürlich«, sagte ich freundlich. »Ich habe dir Kräuter mitgebracht. Sie müssen in Wasser aufgekocht werden, und wenn der Absud etwas abgekühlt ist, kannst du ihn für Umschläge oder für ein Sitzbad verwenden. Das hilft.« Mary schwieg lange Zeit und spielte mit den Kräuterpäckchen auf dem Tisch. Als sie mich schließlich ansah, lächelte sie tapfer, obwohl ihre Unterlippe zitterte. »Jetzt muss ich wenigstens nicht den Weg kommt heiraten, aber, oh Claire, Alex wird nie wieder mit mir sprechen. Ich werde ihn nie wieder sehen, nie.« Hysterisch weinend sank sie mir in die Arme. Ich drückte sie an mich, streichelte ihren Rücken und redete beruhigend auf sie ein. Dabei vergoss ich selbst ein paar Tränen, die unbemerkt auf Marys dunkles, glänzendes Haar fielen. »Du wirst ihn wiedersehen«, flüsterte ich. »Natürlich siehst du ihn wieder. Für ihn hat sich nichts geändert. Er ist ein guter Mensch.« Ich dachte immer noch über Bankiers und Darlehen nach, als unsere Kutsche vor dem Anwesen hielt, das der Herzog in der Rue de Saint angemietet hatte. Zu dem imposanten, schönen Gebäude inmitten eines großen Gartens führte eine lange, mit Pappeln gesäumte Auffahrt. Der Herzog, der uns im großen Salon empfing, war die Freundlichkeit in Person. »Unsinn, Unsinn«, meinte er auf Jamies Entschuldigung wegen des Zwischenfalls auf unserer Abendgesellschaft. »Verdammt erregbares Volk, die Franzosen. Machen furchtbar viel Aufhebens um alles und jedes. Nun wollen wir einmal all diese faszinierenden Angebote durchsehen, oder? Und vielleicht möchte sich ihre liebe Gemahlin inzwischen ein wenig amüsieren, nicht wahr? Er machte eine vage Armbewegung in Richtung der Wand mit Gemälden und wohlgefüllten Bücherregalen und wandte sich sofort wieder den Papieren zu, während Jamie sich gewissenhaft dem eigentlichen Zweck unseres Besuches widmete, dem Herzog unauffällig zu entlocken, ob er auf Seiten der Stewards stand oder nicht. Auch ich hatte mir für den Besuch etwas vorgenommen. Während sich die Männer wieder ins Gespräch vertieften, wollte ich hinausschlüpfen und Alex Randall suchen. Für Mary Hawkins hatte ich bereits getan, was in meiner Macht stand. Jeder weitere Schritt musste von ihm kommen. Ich streckte den Kopf in die Halle, konnte aber keinen Lakai entdecken. Als ich am anderen Ende des Flures eine Bewegung sah, rief ich die Person an, doch sie antwortete nicht. Alles, was ich hörte, waren verstohlene Schritte auf dem polierten Parkett. Für einen Dienstboten war dieses Verhalten merkwürdig. Ich blieb stehen und schaute mich um. Mir fiel auf, dass eine Tür in meiner Nähe nur angelehnt war. Da ich nichts hörte, nahm ich die Klinke und öffnete. Was in aller Welt machst du denn hier, rief ich erstaunt. Oh, hast du mich erschreckt, du liebe Güte, ich habe gedacht, ich muss sterben. Mary Hawkins presste beide Hände an ihr mieder. Ihr Gesicht war kalkweiß und ihre dunklen Augen vor Schreck geweihtet. Ich bin mit einer Droschke gekommen. Ich muss Alex finden. Ich muss mit ihm reden. Ich muss wissen, ob er, ob er... Sie rang die Hände. Es war nicht zu übersehen, welche Überwindung es sie kostete, die Worte über die Lippen zu bringen. Madame, kann ich Ihnen helfen? Mary zuckte zusammen und mein Herzschlag setzte aus. Verdammte Lakain, sie tauchten immer nur dann auf, wenn man sie nicht brauchte. Jetzt half nur noch größte Unverfrorenheit. Ja, sagte ich mit aller Arroganz, die mir zu Gebote stand. Wollen Sie bitte Mr. Randall mitteilen, dass er Besuch hat? Ich bedauere, aber das ist nicht möglich, erklärte der Lakai mit kühler Höflichkeit. Und warum nicht? Weil Mr. Alexander Randall nicht mehr im Dienste seiner Hoheit steht, Madame. Er wurde entlassen. Mary schoss auf die Tür zu und rannte fast Jamie um, der soeben hereinkam. Was begann er, ehe er mich hinter ihr entdeckte? Oh, da bist du ja, Cessnick. Ich habe mich entschuldigt, weil ich dich suchen wollte. Seine Hoheit hat mir gerade gesagt, dass Alex Randall... »Nein«, stöhnte Mary. »Nein«, sie lief zur Tür und war verschwunden, bevor wir sie aufhalten konnten. Oh, verdammte Nerren! Ich streifte meine Schuhe ab, raffte meine Röcke und rannte ihr nach. Ich sah gerade noch, wie sie um die Ecke in einen angrenzenden Flur verschwand und nahm die Verfolgung auf. Ich stürmte um eine Ecke und stieß mit voller Wucht mit einem Mann zusammen, der mir entgegenkam. »Hoppla«, rief er verblüfft, als ich gegen ihn prallte, und hielt mich an beiden Armen fest, damit wir nicht gemeinsam zu Boden gingen. »Tut mir leid«, rief ich atemlos. »Ich dachte, sie seien...« »Oh Gott im Himmel!« Der fein geschnittene Mund hätte Alex gehören können, abgesehen von den tiefen Falten, die ihn umgaben. Aber ich kannte nur einen Mann, der derart kalte Augen besaß. Als er mich erkannte, wurde er schreckensbleich. »Zum Teufel, Sie sind's!«, rief er. »Ich dachte, Sie seien tot!« Mit aller Kraft versuchte ich, mich aus dem eisernen Griff Jonathan Randalls zu befreien. Er musterte mich von Kopf bis Fuß und taxierte meine Erscheinung, Seidenkleid, Haarschmuck, Juwelen. »Wohl mit einem Franzosen verheiratet«, erkundigte er sich. »Ich habe sie immer für eine französische Spionin gehalten. Hoffentlich hält ihr neuer Gatte sie besser im Zaum als...« Die Worte erstarben ihm auf den Lippen, als er aufblickte, um zu sehen, wer soeben den Flur hinter mir betrat. »Wenn ich ihn aus der Ruhe hatte bringen wollen, so wurde mir dieser Wunsch jetzt erfüllt.« Ich schluckte und drehte mich langsam um. Er stand reglos da, kaum einen Meter hinter mir. Neben ihm stand ein hoher Fensterflügel offen, in dem die Schatten der Zypressen spielten wie Wellen auf einem versunkenen Felsen. Auch Jamie zeigte nicht mehr Regung als ein Felsen. Was in ihm vorging, konnte man nur ahnen, seine Augen waren groß und klar wie Glas, als wäre die Seele hinter diesem Spiegel längst davongeflogen. Er sagte nichts, streckte mir aber die Hand entgegen. Es dauerte einen Moment, bis ich die Geistesgegenwart aufbrachte, sie zu ergreifen. Sie war kalt und hart, und ich hielt sie umklammert, als ginge es um das liebe Leben. Er zog mich eng an sich, nahm meinen Arm und führte mich weg, ohne ein Wort zu sagen oder seinen Gesichtsausdruck zu verändern. Als wir das Ende des Flures erreichten, brach Randall das Schweigen. »Jamie«, sagte er. Seine heisere Stimme klang halb ungläubig, halb flehend. Jamie blieb stehen und drehte sich zu ihm um. »Nein.« Jamies Stimme klang gefasst, beinahe ausdruckslos. »Ich bin der Herr von Brochtuarach, und künftig werden Sie mich nur noch in aller Form ansprechen, bis Sie mit meinem Schwert auf der Brust um Ihr Leben betteln. Dann können Sie mich beim Vornamen nennen, denn es wird das letzte Wort sein, das je über Ihre Lippen kommt.« Mit unerwarteter Heftigkeit fuhr Jamie herum, sodass ich sein weites Plate blähte und ich Randall nicht mehr sehen konnte, als wir in den angrenzenden Flur abbogen. Jamie stieg nicht mit in unsere Kutsche ein, und ich war außer mir vor Sorge und Wut. Der maßlose Durst nach Blut und Rache. Wurde er überstürzt handeln? Verdammt, wie lauteten die Spielregeln für ein Duell? In unserer Eingangshalle blieb ich stehen und beschwor stumm mein bleiches Spiegelbild. Wenn er sich duelliert, was braucht er als erstes? Sein Schwert. Es war unvorstellbar, dass er das wichtigste Duell seines Lebens mit einem anderen als seinem eigenen Schwert austrug. Sein Onkel, Dougal McKenzie, hatte es ihm mit 17 geschenkt, seine Kampfausbildung überwacht und ihm die Tricks und die Vorteile gezeigt, die einem linkshändigen Schwertkämpfer mit dieser Waffe zugute kamen. Dann dämmerte es mir. Erst forderte man den Gegner, dann wurde ein Ort vereinbart. Er wurde mit Bedacht gewählt, um nicht die Aufmerksamkeit der Polizei oder der königlichen Garde auf sich zu ziehen. Und um den Ort zu vereinbaren, wurde ein Sekundant benötigt. Ah ja, deshalb war er also verschwunden, um den Sekundanten zu suchen. Von den Dienstboten war niemand zu sehen, also löste ich die Schnüre meines Mieders und nahm einen tiefen, befreienden Atemzug. Wenn ich gewusst hätte, dass du die Angewohnheit hast, dich auf der Dealer auszuziehen, wäre ich im Salon geblieben, sagte eine ironische Stimme mit unverkennbar schottischem Akzent hinter mir. Ich wirbelte herum. Vor Schreck brachte ich kein Wort heraus. Der Mann, der den Türrahmen ausfüllte, war fast so groß wie Jamie, bewegte sich mit derselben kraftvollen Anmut, strahlte dieselbe kühle Selbstbeherrschung aus. Sein Haar war jedoch dunkel, und die tiefliegenden Augen schimmerten haselnussbraun. Dougal McKenzie tauchte in diesem Haus auf, als hätte ich ihn durch meine Gedanken herbeigerufen. Jamie, Frank, Randall, Dougal. Ich sah ihre Gesichter vor mir, ihre Namen klangen mir in den Ohren. Was? Um alles in der Welt machst du hier? Ich richtete mich auf und strich mir das Haar aus der Stirn. Brauche ich einen Grund, um einen Verwandten zu besuchen? Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. König James vermutlich. Bedeutet deine Anwesenheit in Paris etwa, dass du Cullum von deiner Denkungsart überzeugt hast? Dougal McKenzie mochte ja ein Jakobit sein, doch das Oberhaupt der McKenzys von Leoch war sein Bruder Cullum. Da seine Beine durch eine entstellende Krankheit verkrüppelt waren, konnte Cullum seinen Clan nicht länger in die Schlacht führen. Dougal war der Kriegsherr. Aber die Entscheidung, ob sie in die Schlacht zogen, oblag Cullum. Als 18-Jähriger hatte Dougal seinem Bruder die Treue geschworen, und diesen Eid hatte er 30 Jahre lang gehalten. Und er würde ihn weiterhalten, das wusste ich, bis zu dem Tag, an dem Cullum starb oder den Clan nicht länger führen konnte. Und an diesem Tag würde Dougal Cullums Nachfolger als Clan-Oberhaupt antreten, und die Männer des McKenzie-Clans würden ihm folgen, wohin er sie führte, unter dem Schrägkreuz Schottlands, unter dem Banner von König James, in vorderster Reihe für Bonny Prinz Charles. Cullum hatte Geschäftsinteressen in Frankreich, Wein und Nutzholz vor allem. Zweifellos war dies der Vorwand für Dougalas Besuch in Paris, nach außen hin vielleicht sogar der Hauptgrund. Aber er hatte noch andere Motive, da war ich mir sicher. Und die Anwesenheit von Prinz Charles Stewart war bestimmt eines davon. Eines musste man Dougal Mackenzie lassen. Eine Begegnung mit ihm regte die Geistestätigkeit an. Es war einfach notwendig, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was er im Moment tatsächlich im Schilde führte. Wie auch immer, ich bin froh, dass du jetzt hier bist, bemerkte ich und deutete in die Halle. Hol mir meinen Mantel, während ich mein Mieder zuschnüre. Ich möchte, dass du mich auf das Kommissariat de Police begleitest. Als ich sah, wie seine Kinnlade herunterklappte, flackerte Hoffnung in mir auf. Wenn es mir gelungen war, Dougal Mackenzie zu verblüffen, dann konnte ich doch gewiss auch ein Duell verhindern. Wusstest du, dass Jack Randall noch lebt, erkundigte ich mich, als wir in der Kutsche saßen. Ich hatte nicht gehört, dass er tot ist, erklärte Dougal gelassen. Ich wurde stutzig. Aber natürlich hatte er recht. Wir hatten Randall nur für tot gehalten, weil man den zu Tode getrampelten Burschen Randalls für den Hauptmann gehalten hatte. Natürlich hatte sich die Nachricht von Randalls Tod nicht in den Highlands verbreitet, da er ja noch lebte. Ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Er ist nicht tot, sagte ich, sondern in Paris. In Paris? Das interessierte ihn. Er zog die Brauen hoch und beim nächsten Gedanken riss er die Augen auf. Wo ist Jamie? fragte er scharf. Ich freute mich, dass er den wesentlichen Punkt sofort erfasst hatte. Er wusste, was Jamies erster Impuls sein würde, wenn er dem Mann hier außerhalb der schützenden Grenzen Englands begegnete. Gut, sagte er bedächtig. Aber warum die Polizei? Du willst den Jungen doch nicht im Voraus einsperren lassen, oder? Deinen eigenen Mann? Nicht Jamie, erklärte ich. Randall! Eine Freundin und ich wurden vor ein paar Tagen auf der Straße... angegriffen. Bei der Erinnerung daran schluckte ich. Die Männer waren maskiert. Ich habe sie nicht erkannt. Aber einer von ihnen hatte dieselbe Größe und Statur wie Jonathan Randall. Ich möchte aussagen, dass ich Randall heute in einem Haus getroffen und ihn als einen der Täter erkannt habe. Dougals Stirn umwölkte sich. Plötzlich schien ihm ein neuer Gedanke zu kommen. Hast du schon mal von Les Disciples du Mal gehört? Eine Art Gesellschaft. Junge Männer aus gutem Hause, die sich für Dinge interessieren, die man... ungesund nennen könnte. Nämlich? Ich warf ihm einen herausfordernden Blick zu. Er lächelte ziemlich grimmig, bevor er antwortete. Eine Jungfernschaft zum Beispiel. Oder die Brustwarzen einer verheirateten Frau. Seine Augen huschten über meine Brust. Deine Freundin ist Jungfrau, nicht wahr? Oder sie war es. Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Ich wischte mir das Gesicht mit meinem Leinentuch ab und stopfte es in die Tasche meines Umhangs, was mir nicht auf Anhieb gelang, da meine Hand zitterte. Ja, was hast du noch gehört? Weißt du, wer mit Les Disciples zu tun hat? Dougal schüttelte den Kopf. Nur Gerüchte. Der wie Comte de Bousquet, der jüngste von den Chamiss-Söhnen, vielleicht. Der Comte de Saint-Germain. Was denn? Ist der nicht gut, Mädel? Die Kutsche kam zum Stehen. Es blieb wenig Zeit für weitere Überlegungen. War ich im Begriff dafür zu sorgen, dass der Mann, der Mary Gewalt angetan hatte, ungeschoren davonkam und darüber hinaus, dass Jamies Todfeind in Sicherheit gebracht wurde? Zittern vor Aufregung holte ich Tiefluft. Mir blieb verdammt noch mal keine andere Wahl. Was jetzt zählte, war das Leben. Die Gerechtigkeit musste warten, bis ihre Zeit gekommen war. Alles, was ich Dougal erzählt hatte, war die reine Wahrheit. Und doch so weit von der Wahrheit entfernt. Denn ich hätte Charles Stewart und seinen Vater mit Freuden zur Hölle geschickt. Ich hätte jede Hoffnung, ihn von seiner Torheit abzuhalten, geopfert, ja sogar Jamies Verhaftung riskiert, nur um die Wunde zu heilen, die Randalls Wiederauferstehung in Jamies Seele geschlagen hatte. Nur allzu gern hätte ich ihm dabei geholfen, Randall zu töten. Doch etwas hielt mich davon ab. Eine Erwägung, die schwerer bog als Jamies Stolz, als seine männliche Würde, als sein Seelenfrieden. Frank. Jetzt wusste ich, warum Franks Goldring noch an meiner linken Hand glänzte, das Metall ebenso kalt wie meine Hand. Randall lebte, konnte immer noch heiraten und ein Kind zeugen, das die Linie fortführte. Wenn Jamie ihn nicht vorher tötete. Doch der Preis für Franks Leben war Jamies Seele. Wie sollte ich zwischen beiden meine Wahl treffen? Es musste mir gelingen, Jamie eine Frist von einem Jahr abzuringen. Ein Jahr, in dem Randall am Leben blieb und ein Kind zeugen konnte. Unglücklicherweise hatten die Aufregungen zur Folge, dass ich Blutungen bekam. So lag es auf der Hand, dass ich meine Tätigkeit im Hospital des Angers nun einstellen musste, und ich schickte Fergü mit einem kurzen, erklärenden Brief zu Mutter Hildegard. Als er wiederkam, brachte er neben ihren Segenswünschen und Grüßen ein bräunliches Elixier mit, das Fehlgeburten verhindern sollte. Zögernd versuchte ich einen Teelöffel voll. Die Medizin war bitter und hinterließ einen üblen Nachgeschmack, aber es ging mir besser. Den Großteil des Tages verbrachte ich nun auf der Chaiselon, wo ich las, döste, nähte oder einfach Löcher in die Luft starrte. Wenn Jamie daheim war, verbrachte er die meiste Zeit mit mir, und wir besprachen die Tagesgeschäfte oder die neuesten Briefe der Jakobiten. Glaubst du, Charles hat nur das Geld im Sinn? Heute Nachmittag war Louise hier. Sie sagte, Charles sei wegen irgendetwas sehr erregt gewesen. Er machte mysteriöse Andeutungen über etwas Großartiges, das er in Angriff nehmen wolle. Von einem großen Abenteuer hat er gesprochen. Das klingt nicht nur nach einer Investition in Portwein, oder? Keineswegs. Jamies Gesicht verdüsterte sich bei dem Gedanken. Die Lösung kam ein paar Tage später. Mörtek war bei uns im Schlafzimmer. Er hatte mir von den Docks mehrere Ballen Stoff mitgebracht. Es heißt, dass in Portugal die Pocken ausgebrochen sind, bemerkte er, und ließ den teuren Seidenmoor Reh auf das Bett plumpsen. Heute früh ist ein Schiff mit Eisen aus Lissabon eingetroffen. Der Hafenmeister hat es untersucht, hat aber nichts gefunden. Als er die Weinbrandflasche auf dem Tisch erspähte, schenkte er sich einen Becher halb voll und goss es wie Wasser hinunter. »Pocken«, murmelte Jamie vor sich hin. »Pocken«. Allmählich glättete sich seine Stirn und auch die senkrechten Falten zwischen seinen Brauen verschwanden. Er wirkte auf einmal sehr nachdenklich. Der Anflug eines Lächelns spielte um seinen breiten Mund. »Hast du etwas in deinem Medizinkasten, das Fieber auslöst? Oder rote Ruhe oder Pusteln?« »Nun ja«, entgegnete ich langsam und dachte nach, »Rosmarin zum Beispiel. Oder Cayenne. Und Faulbaumrinde natürlich für Durchfall. Warum?« »Hör zu«, Jamie beugte sich verschwörerisch über uns. »Was geschieht, wenn das Schiff des Comte de Saint-Germain mit Pocken an Bord aus Portugal zurückkehrt?« »In dem Fall?« Mörtecks schwarze Äuglein blitzten neugierig auf. Würden sie die Fracht verlieren? Man würde das Schiff verbrennen oder im Hafen versenken, wie das Gesetz es befiehlt. Aber wie willst du das anstellen, mein Junge?« Einige Tage lang diskutierten und forschten wir, bis der Plan ausgereift war. Bewaffnet mit einem Beutel, der Rosmarinextrakt, Nesselsaft und Färberwurzel enthielt, würde Mörteck sich am Ende der Woche auf den Weg nach Lissabon machen, wo er in den Tavernen Seeleute aushorchen und das vom Comte de Saint-Germain angeheuerte Schiff ausfindig machen sollte. Dann wollte er eine Überfahrt auf eben diesem Frachter buchen, während er uns durch einen Boten den Namen des Schiffes und den Tag der Abreise mitteilen würde. »Das Zeug nimmst du lieber erst ein, wenn du mich in Oviedo an Bord kommen siehst. Ohne Zeugen könnte sich der Kapitän für den einfachsten Ausweg entscheiden und dich nachts über Bord gehen lassen.« Ich sah erst den einen an, dann den anderen. Der Plan war zwar verwegen, konnte aber klappen. Wenn der Kapitän davon überzeugt werden konnte, dass einer seiner Passagiere an Pocken erkrankt war, würde er sein Schiff auf keinen Fall in Le Havre einlaufen lassen, wo die französischen Gesetze seine Zerstörung verlangten. Vor die Wahl gestellt, entweder mit der Fracht nach Lissabon zurückzusegeln und damit jeglichen Gewinn der Fahrt einzubüßen oder zwei Wochen in Oviedo festzusitzen, während die Nachricht an seinen Auftraggeber in Paris ging, würde er sich vielleicht überlegen, die Fracht an den reichen, schottischen Kaufmann abzustoßen, der gerade an Bord gekommen war. »Schade, dass wir den Wein nicht nach Paris bringen können,« hatte Jamie während der Planung bemerkt, »aber Saint-Germain würde uns bestimmt auf die Schliche kommen. Ich denke, wir verkaufen ihn am besten über einen spanischen Mittelsmann. Ich kenne jemanden, in Bilbao. Dabei fällt zwar weniger Gewinn ab als in Frankreich, und die Steuern sind höher, aber man kann nicht alles haben, oder? Wenn die Möglichkeit bestünde, dass Charles Erfolg hat, ei, dann wäre es etwas anderes.« Mit halb gespielter Verzweiflung zuckte er die Achseln. »Statt nur die Post seiner Hoheit zu stehlen, gehe ich jetzt zu Bankraub und Seeräuberei über. Aber anscheinend gibt es keinen anderen Ausweg.« Er schwieg und betrachtete seine Hände. Dann sah er mich an und lächelte. »Ich wollte Pirat werden, als ich klein war,« sagte er. »Nur schade, dass ich kein Endermesser tragen kann.« Der nächste Tag brachte eine Reihe merkwürdiger Zwischenfälle. Zuerst beehrte uns Prinz Charles mit einem heimlichen Besuch und deutete an, dass er seinen Portwein lieber an seinen Landsmann Jamie als an den französischen Komp verkaufen würde. Dann erschien ein Bote mit einem Brief des Aufsehers des Lagerhauses. Jamie sollte einem seiner Männer aus der Klemme helfen, der im Bordell in Schwierigkeiten geraten war. »Hast du das vor?«, fragte ich amüsiert. Auf Jamies Gesicht spiegelten sich widerstreitende Gefühle, Empörung und Belustigung. »Es wird mir nichts anderes übrig bleiben,« sagte er resigniert. »Ich nehme Fergü mit für die Botengänge.« Lächelnd beugte er sich zu mir herunter und küßte mich auf die Stirn. »Zum Abendessen bin ich wieder da,«, Mauduin. »Gab dich wohl.« Ich legte mich wieder hin. Ich schlief selten tief, meist döste ich und ließ mich in Fantasien treiben, die sich um die sanften Bewegungen des Kindes rankten. Irgendwann am Spätnachmittag wurde ich durch ein leises Klopfen an der Schlafzimmertür geweckt. »Entrée?«, sagte ich, während ich schläfrig aufstand. Es war Louise, die mich oft besuchte, um mich mit Neuigkeiten vom Hof zu versorgen. »Oh, Sie haben es wohl noch nicht gehört.« Sie hielt inne, um Atem zu schöpfen und die dramatische Wirkung zu steigern. »Es geht um den Herren von Broch-Tuarach. Heute Morgen hat er einen Engländer zum Duell gefordert, wegen einer Uhre.« Ich klammerte mich an dem Tischchen fest, neben dem ich stand, und vor meinen Augen tanzten schwarze Flecken. »Mon Dieu!«, rief Louise, »es war in diesem Bordell unten am Fischmarkt. Stellen Sie sich vor, zu so früher Stunde ein Bordell aufzusuchen. Männer sind wirklich seltsam.« Auf jeden Fall tat er seinen großen Schlag, und ein englischer Offizier poltete die Treppe hinunter, nur halb bekleidet, ohne Perücke. Er tockete gegen die Wand. »Und wer erschien oben an der Treppe wie der Rache-Gott persönlich? Niemand anders als unser Petit James.« Ich merkte an ihrer Stimme, wie Freundschaft und Klatschsucht miteinander rangen. Der Herr von Tuarach rannte die Treppe hinunter, packte den Engländer am Hals und schüttelte ihn wie eine Ratte. Drei Diener von Madame Elise waren nötig, um ihn zu bändigen. Es hieß der Engländer aber nach Luft gerungen. Dann richtete er sich auf und sagte zu ihrem Mann, »Schon zweimal hätten Sie mich beinahe umgebracht, Fraser. Vielleicht gelingt es Ihnen eines Tages.« Und der Herr von Tuarach fluchte in dieser schrecklichen, schottischen Sprache, schlug den Engländer mit der Hand ins Gesicht und sagte, »Morgen bei Tagesanbruch sind Sie ein toter Mann.« Damit drehte er sich um, eilte wieder die Treppe hinauf, und der Engländer ging. Ich taumelte. Dann gaben meine Knie nach. »Geht es Ihnen nicht gut, Claire?« Louise stützte mit der Hand meinen Ellbogen. Sie versprach sofort, ein Mädchen heraufzuschicken. Ich wartete jedoch nicht ab, bis Hilfe kam. Ich tastete mich zur Kommode, auf der mein kleiner Medizinkasten für Notfälle stand. Doch als ich den Deckel öffnete, erstarrte ich. Einen Augenblick lang weigerte sich mein Verstand, zu registrieren, was meine Augen sahen. Das zusammengefaltete Blatt Papier, das sorgfältig zwischen die Fläschchen geklemmt war. Meine Finger zitterten, als ich es herausholte. Es tut mir leid. Kühn und schwarz standen die Worte mitten auf dem Papier. Der Buchstabe »J« war ebenso sorgfältig darunter gesetzt. Aber dann waren hastig noch zwei Worte hingekritzelt worden, ein verzweifeltes Postskriptum. »Ich muss.« Natürlich war es Jonathan Randall, und Jamie hatte sich aufgemacht, ihn zu töten. Das war der einzige klare Gedanke, den ich in diesem Sumpf aus Entsetzen und wirren Vermutungen fassen konnte. Warum aber? Was konnte ihn bewegen, das Versprechen zu brechen, das er mir gegeben hatte? Ich versuchte mir einen Reim auf die Ereignisse zu machen, von denen Louise, wenn auch aus dritter Hand, berichtet hatte. Daher konnte ich mir ziemlich sicher sein, dass Randall die üblichen Dienstleistungen eines Bordells nicht in Anspruch nehmen würde. Sich mit einer Frau zu vergnügen, entsprach nicht seinem Naturell. Was er genoss, was er brauchte, waren Angst, Schmerz und Demütigung. Und wenn Jamie, dessen eigene Haut von Randalls Liebesbezeugungen vernarbt war, auf den Hauptmann gestoßen war, während dieser sich mit einer Dame des Etablissements auf solche Weise vergnügte, dann hätte ihn das alle Versprechungen vergessen lassen können. Unter der linken Brustwarze hatte er eine kleine weiße Narbe. Da hatte er sich das Brandmahl von Jonathan Randalls Siegelring aus der Haut geschnitten. Die maßlose Wut, die ihn dazu getrieben hatte, sich lieber selbst zu verletzen, als diese Demütigung zu tragen, konnte leicht wieder hervorbrechen, um seinen Peiniger und dessen unseligen Nachkommen zu vernichten. Frank, flüsterte ich, und meine linke Hand umschloss unwillkürlich den goldenen Ehering. Oh mein Gott, Frank! Für Jamie war Frank nicht mehr als ein Geist, die verschwommene Möglichkeit einer Zuflucht für mich. Für mich war Frank der Mann, mit dem ich gelebt und mein Bett geteilt und den ich schließlich verlassen hatte, um bei Jamie Fraser zu bleiben. Ich kann nicht, flüsterte ich in die Leere, die mich umgab. Ich kann es nicht zulassen. Das Licht des Nachmittags wich den grauen Schatten der Dämmerung. Ich legte mich auf das Bett, ohne mich auszuziehen oder zuzudecken. Die Dämmerung ging über in schwarze Nacht, und ich wusste, dass ich keinen Schlaf finden würde. Das Einzige, was mich tröstete, waren die Bewegungen meines Kindes, während mir das Echo von Jamies Worten in den Ohren klang. Morgen, bei Tagesanbruch, sind sie ein toter Mann. Der Bois de Boulogne am Rande von Paris war ein kleiner Wald, aber doch zu groß, um ihn auf der Suche nach einer Lichtung, die sich für ein Duell eignete, zu Fuß zu durchstreifen. Während der Nacht hatte es zu regnen begonnen, und das Licht der Dämmerung wurde durch Wolken gedämpft. Die Kutsche hielt auf dem Weg, der durch den Wald führte, bei einer Ansammlung baufälliger Häuser. Ich hatte dem Kutscher genaue Anweisungen gegeben. Er schwang sich von seinem Sitz, band die Pferde fest und verschwand in einem der Häuser. Die Leute, die am Waldrand wohnten, wussten, was dort vor sich ging. Ich lehnte mich zurück und zog den schweren Umhang enger um mich. Die Erschöpfung einer schlaflosen Nacht zehrte an mir, und die Furcht lag mir bleischwer im Magen. Und da war auch noch der schwelende Zorn. Wie konnte er das tun? Du hast es mir versprochen, Jamie, verdammt sollst du sein, du hast es mir versprochen, flüsterte ich. Der Wald war still, tropfnass, Nebel verhüllt. Würden Sie sich hier treffen? Der Kutscher kam zurück in Begleitung eines Jungen, der Behänder auf den Kutschbock sprang und mit einer ausladenden Handbewegung nach links wies. Zweimal hielten wir an. Der Junge verschwand im Unterholz, kam jedoch nach kurzer Zeit wieder und schüttelte den Kopf. Als er beim dritten Mal wiederkehrte, stand ihm die Erregung so deutlich ins Gesicht geschrieben, dass ich den Wagenschlag schon geöffnet hatte, bevor er dem Kutscher etwas zurufen konnte. Das Geld hatte ich schon in der Hand. Ich warf es ihm zu, packte ihn am Ärmel und sagte, »Zeig mir, wo Sie sind. Rasch, beeil dich!« Die Zweige, die mir ins Gesicht schlugen, bemerkte ich ebenso wenig wie die Nässe, die in meine Kleider drangen, als ich die Blätter streifte. Ich hörte sie, bevor ich sie sah. Sie hatten bereits angefangen. Das Klirren der Waffen wurde durch das feuchte Laubwerk gedämpft, war aber deutlich vernehmbar. Die beiden fochten im Hemd, sie waren vom Regen durchnässt, sodass sie Schultern und Rücken deutlich abzeichneten. Jamie hatte gesagt, er sei der bessere Kämpfer. Vielleicht war das richtig, aber auch Jonathan Randall verstand es, das schwer zu führen. Geschmeidig wie eine Schlange wich er den Schlägen aus, sein Schwert blitzte auf wie ein silberner Reißzahn. Jamie war nicht minder schnell, verblüffend anmutig für seine Größe, leichtfüßig und sicher. Reglos beobachtete ich sie. Vor Tagesanbruch war ich aufgebrochen, um sie aufzuspüren und aufzuhalten. Und jetzt, wo ich sie gefunden hatte, durfte ich nicht eingreifen, weil eine Störung verhängnisvoll sein konnte. Es blieb mir nichts anderes übrig, als abzuwarten, welcher von beiden sterben würde. Randall hob sein Schwert, um einen Schlag abzuwehren, war aber nicht schnell genug. Auf die Wucht des Hiebes, der ihm die Waffe aus der Hand schlug, war er nicht gefasst. Ich öffnete den Mund, um zu schreien. Ich wollte Jamies Namen rufen, aber mein Schrei klang schwach und erstickt. Während ich da stand und den Kampf beobachtete, fuhr mir ein stechender Schmerz durch den Rücken. Ich hatte das Gefühl, dass etwas in mir brach. Blindtastend griff ich nach dem nächstbesten Zweig. Ich sah Jamies Gesicht, sah sein Schwert niedersausen, gnadenlos, die spitze berührte Randalls Taille am Bund der Hose, stach zu und fuhr mit einer raschen Drehbewegung nach unten, sodass sich das Leder tiefrot verfärbte. Blut strömte heiß über meine Schenkel und die Kälte drang in meinen Körper ein, bis in die Knochen. Ich spürte die Spannung mit jeder Welle des Schmerzes, die mein Rückgrat hinunterfuhr und im Unterleib explodierte. Alles löste sich in einem schwarzen Wirbel auf. Ich hörte Stimmen, die meisten aufgeregt, manche um Ruhe bemüht, alle französisch sprechend. Ein Wort konnte ich hören und verstehen, meinen Namen, der wie aus weiter Ferne immer wieder gerufen wurde. Claire, Claire. Jamie, wollte ich sagen, aber meine Lippen waren steif und gefühllos vor Kälte. Bringt sie ins Spital, schlug jemand vor. Bringt sie zu Mutter Hildegard. Fünf Tage lag ich im Hospital des Angers, spürte das Fieber, den Schmerz und die Kälte, die mir in den Knochen saß. Meine Hände glitten immer wieder ruhelos und in dumpfer Trauer über meinen leeren Bauch. In meinen wirren Fieberfantasien rief ich nach Jamie. Verlust und Angst mordeten mich. Ich schlief Tag und Nacht. Ob das ein notwendiger Schritt zur körperlichen Genesung war oder ein trotziger Rückzug aus der Realität, weiß ich nicht, aber ich erwachte nur widerwillig, um ein wenig zu essen und sank dann sofort wieder in den Schlaf des Vergessens, als wäre das bisschen warme Suppe in meinem Magen ein Anker, der mich in die düsteren Tiefen der Bewusstlosigkeit hinunterzog. Einige Tage später wurde ich von hartnäckigen Stimmen in nächster Nähe geweckt und ich spürte Hände, die mich aus dem Bett hoben. »Claire, meine liebe Freundin, fürchte dich nicht, Machère, es ist alles in Ordnung. Ich nehme dich mit nach Fontainebleau. Gute Luft und gutes Essen, das ist es, was dir fehlt. Und Ruhe, du brauchst viel Ruhe.« Ich blinzelte ins Licht. Luises Gesicht, rund, rosig und besorgt, schwebte vor mir. Hinter ihr stand Mutter Hildegard, groß und streng, wie der Engel am Tor zum Paradies. »Ja«, sagte Mutter Hildegard, dank ihrer tiefen Stimme besaß auch das schlichteste Wort aus ihrem Mund weit mehr Gewicht als Luises aufgeregtes Gezwitsche. »Es wird Ihnen gut tun. Au revoir, meine Liebe.« Und dann wurde ich die Stufen des Spitals hinuntergetragen und in Luises Kutsche gesetzt. Ich schloss die Augen, lehnte mich zurück und hoffte, dass es bis zu Luises Landsitz nicht weit war. Luise bemühte sich um mich, so gut sie konnte. Ich litt häufig unter Schlafstörungen, vielleicht, weil sich mein Wachzustand kaum von einem unruhigen Dösen unterschied. Nachts lag ich wach und starrte die mit Blumen und Früchten verzierte Stuckdecke an. Sie hing blass und grau über mir in der Dunkelheit, die Verkörperung der Depression, die tagsüber meinen Verstand umnebelte. Von Jamie hörte ich nichts, auch nicht über Dritter. Ob ihn seine Schuld oder seine Verletzungen gehindert hatten, mich im Spital zu besuchen, wusste ich nicht. Aber er war nicht gekommen und genauso wenig kam er nach Fort-en-Bleu. Inzwischen war er wahrscheinlich unterwegs nach Oviedo. Manchmal ertappte ich mich bei der Überlegung, wann oder ob ich ihn wiedersehen würde und was, wenn überhaupt, wir einander zu sagen hätten. Aber meist zog ich es vor, nicht darüber nachzudenken. Ich ließ die Tage kommen und gehen, einen nach dem anderen, vermied es an die Zukunft oder die Vergangenheit zu denken und lebte nur in der Gegenwart. Während jener Tage in Fontainebleau kam ich zwar körperlich allmählich wieder zu Kräften, aber geistig dämmerte ich nur so dahin, mied jede Erinnerung und wollte nichts tun. Besuch kam nur selten. Das Landhaus war ein Zufluchtsort, wo mir das hektische Treiben der Pariser Gesellschaft wie einer der unangenehmen Träume erschien, die mich quälten. Folglich war ich überrascht, als der Butler aus unserem Haus in Paris einen Brief brachte, versiegelt und an mich adressiert, weil, wie er sagte, der Herr Fort sei. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Es musste sich um das Schreiben handeln, in dem Mörtek den Namen und den Abreisetag des Schiffes nannte, das Charles Stewart's Portwein von Lissabon nach Paris transportierte. Jamie konnte nicht nach Spanien gereist sein, bevor er diese Information erhalten hatte. Was ist los? fragte ich. Wo ist Jamie? dass er mich im Hospital nicht besucht hatte, hatte ich auf Schuldgefühle zurückgeführt, denn schließlich hatte sein rücksichtsloses Verhalten unserem Kind, Frank, und beinahe auch mir das Leben gekostet. Louise straffte ihre rundlichen Schultern. Er ist in der Bastille, sagte sie nach einem tiefen Atemzug, wegen des Duells. Meine Knie wurden weich, und ich ließ mich auf die nächstbeste Sitzgelegenheit fallen. Aber was, wie, wie laut das Urteil? fragte ich. Er hat den Befehl des Königs missachtet, sagte sie. Er bleibt so lange im Gefängnis, wie es dem König beliebt. Ein Glück, dass er seinen Gegner nicht getötet hat. Dann ist er also nicht tot, fragte ich wie im Traum. Hauptmann Randall, er lebt? Als ich in der Kutsche saß, die holpernd in Richtung Paris fuhr, verlor ich fast wieder den Mut. Schwester Hildegard hatte mir geholfen, eine Audienz beim König zu erlangen. In ein prachtvolles Kleid aus scharlachroter Seite gekleidet, durchschritt ich schier endlose, kerzenerleuchtete Korridore mit zahllosen Spiegeln. Der königliche Kammerjunker führte mich zu einer kleinen, holzgetäfelten Tür in einem Alkoven. Ich wusste nicht genau, was ich erwartet hatte, aber der Anblick, der sich mir bot, wirkte halbwegs beruhigend. Der König war zwanglos gekleidet, in Hemd und Kniehose, um die Schultern einen Morgenmantel aus brauner Seide. Seine Majestät lächelte und bedeutete mir, aufzustehen, indem er mir freundlich den Arm tätschelte. Setzen Sie sich doch! Louis ließ sich auf einem Stuhl nieder und bedeutete mir, auf dem anderen Platz zu nehmen. Nun, bitte, sagte er lächelnd, sagen Sie mir, was ich für Sie tun kann. Mein Gemahl, stotterte ich nervös, er ist in der Bastille. Natürlich, murmelte der König, wegen eines Duells. Ich entsinne mich. Machère, wenn ich Ihre Bitte erfülle und Ihren Garten freilasse, würde er Frankreich verlassen müssen. Er zog wie zur Warnung seine buschigen Brauen hoch. Das wäre eine Bedingung. Ich verstehe. Ich hatte das Gefühl, dass mein wild hämmerndes Herz seine Worte übertönte. Dass Jamie Frankreich verlassen sollte, war schließlich der Punkt, um den es ging. Aber er wurde aus Schottland verbannt. Ich denke, das ließe sich regeln. Ich zögerte, aber mir blieb keine andere Wahl, als um Jamies Willen zuzustimmen. Einverstanden? Gut. Der König nickte erfreut. Dann sah er mich wieder an, seine Augen ruten auf meinem Gesicht, glitten über meinen Hals, meine Brüste, meinen Körper. Als Gegenleistung möchte ich einen kleinen Dienst von Ihnen erbitten, Madame, sagte er leise. Ich sah ihm einen Augenblick lang direkt in die Augen. Très bien, mon cher. Dann kommen Sie mit mir. Zu meiner Überraschung führte er mich nicht zu der Chaiselon, sondern zur Tür am anderen Ende des Raumes. Es war ziemlich dunkel, der Raum wurde nur von Öllämpchen erleuchtet, die in Grüppchen zu je fünf in Wandnischen standen. Der Raum war rund, ebenso wie der riesige Tisch in der Mitte. Dort saßen Menschen, die im Dunkel des Zimmers nur schemenhaft zu erkennen waren. Bei meinem Eintreten erhob sich ein Raunen, das jedoch sofort erstarb, als der König erschien. Als ich meine Augen an die Düsternis gewöhnt hatten, bemerkte ich zu meinem Entsetzen, dass die Leute am Tisch Kapuzen trugen. Wir haben von ihren außerordentlichen Fähigkeiten gehört, Madame, und von ihrem Ruf. Louis lächelte. Regardez, Madame. Bei ihrem Anblick fuhr ich zusammen und der Griff des Königs wurde fester. Da standen der Comte de Saint-Germain und Maître Raymond nebeneinander, zwischen ihnen etwa zwei Meter Abstand. Diese beiden Männer, erklärte Louis, sind der Zauberei, der Hexerei und der schwarzen Kunst angeklagt. Seine Stimme war kalt und voller Ingrimm. Man warf den beiden Gräueltaten und abscheuliche Opferungen vor, die Ermordung unschuldiger Menschen, den Vollzug von Liebesrieten auf dem Altar Gottes, die Herbeiführung von Krankheit und Tod gegen Bezahlung. Ich legte die Hand auf den Magen, ein Gedenk der bitteren Faulbaumrinde, Schändung von Jungfrauen. Ich warf dem Comte einen flüchtigen Blick zu, doch sein Gesicht war wie versteinert. Mit zusammengekniffenen Lippen lauschte er den Beschuldigungen. Wir haben eine Zeugin hierher gebracht, erklärte der König. Eine weiße Dame. La Dame Blanche blickt in das Herz und in die Seele eines Menschen und kann diese Wahrheit zum Guten wenden oder zur Vernichtung. Es herrschte vollkommenes Schweigen. Der Rauch der Kerzen hing in einer Wolke unter der vergoldeten Decke und bewegte sich in der trägen Luftströmung. Alle Blicke richteten sich auf mich. Schließlich wandte ich mich trotz meiner Verzweiflung an den Comte. Ich sehe einen Namen in Ihren Gedanken, Monsieur Lecomte, sagte ich atemlos und halb erstickt vor Angst, aber das konnte ich nicht ändern. Ich ließ die Hände sinken und sah ihm in die Augen. Les Disciples du Mal! Was haben Sie mit Les Disciples zu tun, Monsieur Lecomte? Es fiel ihm wirklich schwer, seine Gefühle zu verbergen. Seine Augen traten hervor, er wurde blass und trotz meiner Furcht empfand ich leise Genugtuung. Der Name Les Disciples du Mal war auch dem König geläufig, die schläfrigen dunklen Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Der Comte mochte ein Gauner und ein Scharlatan sein, aber ein Feigling war er nicht. Er nahm seine letzten Kräfte zusammen, blickte mich wütend an und warf den Kopf zurück. Diese Frau lügt, sagte er, sie ist eine Dienerin Satans, zusammen mit ihrem Meister, dem berüchtigten Hexer. Er deutete theatralisch auf Raymond und griff rasch in die Brusttasche seines Rockes. Was er hervorzog, war eine Schlange. Seht, sagte er triumphierend, die Frau schreckt davor zurück, sie ist eine Hexe. Bevor ich etwas erwidern konnte, ergriff Maître Raymond das Wort. In der Bibel steht, Monsieur Lecomte, wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Aus seiner Tasche holte er eine Flasche und einen kleinen silbernen Becher. Mit eurer Erlaubnis, Majestät, sagte Raymond mit einem raschen Blick in meine Richtung, schlage ich vor, dass wir uns alle drei dieser Probe unterziehen. Louis wirkte ziemlich verblüfft, nickte aber und eine bernsteinfarbene Flüssigkeit ergoss sich in den Becher. Sofort verfärbte sich der Inhalt rot und begann zu blubbern. Drachenblut, erläuterte Raymond und reichte mir den Becher. Es blieb mir nichts anderes übrig, als ein paar Schluck zu trinken. Mit angemessener Feierlichkeit trank auch Raymond davon. Als er den Becher absetzte, zeigten sich seine rot gefärbten Lippen. Dann wandte er sich an den König. Dürfte ich La Dame Blanche bitten, Monsieur Lecomte, den Becher zu reichen? Auf das Nicken des Königs hin nahm ich den Becher. Meine Knie zitterten heftig. Die weiße Dame erkennt den wahren Charakter eines Menschen. Wusste ich wirklich über die beiden Bescheid? Über Raymond und den Comte? Hätte ich dem Ganzen Einhalt gebieten können? Das habe ich mich hundertmal, tausendmal gefragt. Später. Hätte ich anders handeln können? Ich wusste, dass der Becher in meinen Händen den Tod barg. Der weiße Kristall, den ich am Hals trug, erinnerte mich an Gift. Der Comte las mir die Wahrheit vom Gesicht ab. Sein Gesicht war blass und starr. Er nahm den Becher aus meiner Hand und leerte ihn. Auch als seine Augen im Wissen um den nahenden Tod glasig wurden, sah er mir noch ins Gesicht. Er fiel zu Boden und krümmte sich, dann erschlaffte sein Körper. Die Schlange aber befreite sich aus den weißen Satinfalten seines Gewandes und schlüpfte hurtig davon, um zu Louis' Füßen Zuflucht zu suchen. Von Paris aus fuhr ich wieder zu Louis' nach Fontainebleau. Ich wollte weder in die Rue Trimolant zurückkehren, noch an einen anderen Ort, an dem Jamie mich finden würde. Und für die Suche blieb ihm wenig Zeit, denn er musste sofort nach Spanien aufbrechen, wenn sein Plan gelingen sollte. Die gutmütige Louise verzieh mir meine List und ich rechnete es ihr hoch an, dass sie nicht fragte, was ich getan hatte. Und ich kümmerte mich ein wenig um Fergü, den einzigen Menschen, für den ich mich noch verantwortlich fühlte. Als ich ihn auf einem meiner täglichen Nachmittagsspaziergänge im Streit mit einem Stallburschen fand, der in einem heftigen Gerangel auf dem Boden endete, verschlug es mir die Sprache. Durch die zerrissene Hose sah ich eine kleine rote Narbe. Das Brandmal eines Siegelringes hatte sich tief ins Fleisch gegraben. Etwas Ähnliches hatte ich bisher nur ein einziges Mal gesehen und der Verursacher war Jonathan Rundle gewesen. Es ist meine Schuld, Madame, aber ich wusste es nicht. Ich wusste ja nicht, dass er mit dem Engländer kämpfen würde und jetzt ist der Herr fort und er kommt nie wieder und ich bin an allem schuld. Heftig schluchzend sank er von mir auf die Erde. Er weinte so laut, dass er mich wohl nicht hören konnte, als ich mich über ihn beugte und ihn hochhob, aber ich sagte es trotzdem. Es ist nicht deine Schuld, Fergü, und meine ist es auch nicht, aber du hast recht, er ist fort. Nach Fergüs Geständnis versank ich noch tiefer in Apathie. Die graue Wolke, die mich seit der Fehlgeburt umgab, zog sich um mich zusammen und verdunkelte das Licht der strahlendsten Tage. Es war kühl für August, weil es die ganze Nacht hindurch geregnet hatte. Auf den Wegen hatten sich Pfützen gebildet und von den Bäumen tropfte es unablässig. Dennoch hatte mich Luis zu einem Spaziergang in den Garten geschickt. Als ich hinter mir Schritte hörte, drehte ich mich um. Ich sah eine große Gestalt um die Ecke kommen. Jamie. Ich wandte mich um, als hätte ich ihn nicht gesehen und ging auf den Laubengang zu. Claire. Verstellung hatte keinen Sinn, er hatte mich schon gesehen und folgte mir. Warte doch, Claire. Er packte mich am Handgelenk. Sein Gesicht war braungebrannt und schmal, zu beiden Seiten des Mundes hatten sich tiefe Falten eingegraben und seine Augen waren schmerzerfüllt. Claire, sagte er sanfter, da er nun mein Gesicht sehen konnte. Claire, es war auch mein Kind. Ich taumelte wie blind auf das Spalier zu und ließ mich auf eine Holzbank fallen. Nach einer Weile fragte Jamie ruhig, Hast du das Kind gesehen? Sie war vollkommen, sagte ich leise, als spreche ich mit mir selbst. So klein. Ihr Kopf passte in meine hohle Hand. Ich erinnerte mich an die fernen Geräusche im Spital, als ich von den Toten zurückgekehrt war. Und ich wollte mich der Liebe nicht mehr preisgeben, nur damit sie mir dann wieder genommen wurde. Jamie war aufgestanden. Claire, flüsterte er, bitte, lass dich von mir trösten. Trösten? entgegnete ich, wie willst du das machen? Kannst du mir mein Kind zurückgeben? Er sank vor mir auf die Knie, aber ich hielt den Kopf gesenkt und starrte auf meine leeren Hände, die auf meinem Schoß lagen. Da spürte ich, dass er die Hand nach mir ausstreckte, zögerte, sie zurückzog und wieder ausstreckte. Nein, sagte er fast unhörbar. Nein, das kann ich nicht, aber mit Gottes Hilfe könnte ich dir ein anderes geben. Die Hände fest verschlungen saßen wir auf der Bank und sprachen lange Zeit kein Wort, während die feuchte Brise im Weinlaub unsere Gedanken flüsterte. Regentropfen rieselten auf uns herab wie Tränen über Trennung und Verlust. Als ich mich an Jamie schmiegte, um die Geschichte von den falschen Pocken und der Portwein-Piraterie zu hören, war seine Wärme tröstlich und nicht mehr bedrohlich. Vor die unangenehme Wahl gestellt, nach Le Havre weiter zu segeln, während eine Botschaft nach Paris abgeschickt wurde, hatte der Kapitän der Scalamandre, wie vorhergesehen, die Möglichkeit ergriffen, den Portwein an den neuen Käufer abzustoßen, den ihm das Schicksal zugefügt hatte. Er starrte auf seine Hände, die still auf seinem Schoß lagen. »Ich konnte mich nicht entscheiden,« sagte er leise, »ob ich kommen sollte oder nicht. Deshalb bin ich zu Fuß gegangen, um Zeit zum Nachdenken zu haben, von Paris bis nach Fontainebleau. Ich musste kommen,« sagte er schlicht. »Schottland,« seufzte ich, als wir aneinander geschmiegt im Bett lagen und dachte an die kühlen Flüsschen und dunklen Kiefern von Lallibroch. »Können wir nicht heimfahren?« »Es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben,« meinte er trocken. »In der Begnadigung des Königs heißt es, wenn ich Frankreich nicht bis Mitte September verlassen habe, sitze ich wieder in der Bastille. Vermutlich hat seine Majestät auch eine Begnadigung von der englischen Krone erwirkt, sodass ich nicht sofort aufgeknüpft werde, wenn ich in Inverness an Land gehe. Unsere Überfahrt ist schon gebucht, um ganz sicher zu gehen. Er strich sich das Haar aus der Stirn und lächelte gequält. »Ich vermute, der Herzog von Sandringham und vielleicht auch König George wollen mich nach Hause schicken, wo sie ein Auge auf mich haben können.« »Ich will nicht behaupten, dass ich mich nicht freue,« seufzte ich, während ich meine Wange an seine Schulter schmiegte, um den warmen Duft und den leichten, salzigen Geschmack seiner Haut zu genießen. »Ich liebe dich,« sagte ich ganz leise, damit er es nicht hörte, einfach aus Freude daran, es zu sagen. Er umarmte mich, umschlang meine Hüften mit seinen Beinen und drang in mich ein. Ich stöhnte und hätte am liebsten den Kopf weggedreht, doch er hielt mein Gesicht mit beiden Händen fest und zwang mich, ihm in die Augen zu blicken und seinen sinnlichen, schmerzverzerrten Mund zu sehen, während er sich weiter rhythmisch bewegte. Und ich sah, wie er die letzte Maske fallen ließ und mir seine Abgründe zeigte und die Wunden seiner Seele. Ich hätte um seine Qualen geweint und um meine, wenn ich gekonnt hätte. Aber seine Augen hielten die Meinen fest, offen, tränenlos, grenzenlos wie das Meer. Sein Leib hielt den Meinen gefangen, trieb mich vor sich her wie der Westwind, der die Segel einer Bark bläht. Und ich trat die Reise an in sein Innerstes, so wie er in mich. Und als die letzten Stürme der Liebe mich erschütterten, schrie er auf und wir ritten zusammen auf den Wellen als ein Fleisch und erblickten uns selbst in den Augen des Anderen. Man nannte es Broch Tuharach wegen des Steinturms, der auf dem Hang hinter dem Gutshaus emporragte. Die Bewohner dieses Anwesens nannten es Lallybroch. Ich seh's, ich seh's, ertönte Fergüs schrille Stimme hinter mir. Er hatte auf seinem Pferd sitzen bleiben dürfen, da sein Fliegengewicht dem Tier wohl kaum etwas ausmachte. Ich schirmte meine Augen mit der Hand ab und sah in die Richtung, in die er zeigte. Und tatsächlich, von seiner höheren Warte aus hatte er die dunklen Umrisse des alten Steinturms auf dem Hügel entdeckt. Das neuere Herrenhaus unterhalb war schwerer zu erkennen. Es war aus weißgekalktem Stein gebaut und die Hausmauer und die Felder ringsum glänzten im Sonnenlicht. Das Haus lag inmitten von Gerstenfeldern in einer Senke und war von einer Reihe von Bäumen teilweise noch verdeckt. Jamie hob den Kopf und als er das wohlvertraute Gutshaus von Lallybroch entdeckte, hielt er inne. Eine Weile blieb er reglos und schweigend stehen, doch ich sah, wie sich seine Schultern strafften. Die Pferde waren scheinbar ebenso ungeduldig wie wir, sie spürten die Nähe der Stallungen und schlugen eine schnellere Gangart ein. Diesmal war es ganz anders als bei unserer ersten Heimkehr. Damals waren wir beide auf der Flucht gewesen, ich vor der Zukunft, Jamie vor seiner Vergangenheit. Wir hatten hier eine glückliche Zeit verbracht, wenn auch in ständiger Anspannung und Unsicherheit. Es drohte immer die Gefahr, dass wir entdeckt würden und Jamie verhaftet werden würde. Dank der Hilfe des Herzogs von Sandringham war Jamie nun heimgekehrt, um sein Erbe anzutreten und ich, um meinen rechtmäßigen Platz als seine Frau einzunehmen. Damals waren wir erschöpft und vollkommen unerwartet angekommen und hatten das ganze Haus durcheinander gebracht. Diesmal waren wir angekündigt, wie es sich gehörte und brachten Geschenke aus Frankreich mit. Ich war zwar sicher, dass man uns herzlich empfangen würde, doch ich fragte mich, wie Jamies Schwester und ihr Mann damit zurechtkommen würden, dass wir nun für immer blieben. Schließlich hatten sie die letzten Jahre als Herr und Herrin von Haus und Hof gelebt. Das Herrenhaus mit seinen Nebengebäuden lag jetzt vor uns. Die schiefergedeckten Dächer wurden bereits von den ersten aufziehenden Regenwolken verdunkelt, als Jenny Fraser Murray auf uns zustürmte. Wir hielten uns einen Augenblick fest umschlungen und dachten an unsere letzte Umarmung, als wir am Rande eines Wäldchens in nächtlicher Dunkelheit Abschied genommen hatten, ich, um Jamie zu suchen und sie, um zu ihrer neugeborenen Tochter zurückzukehren. Jenny blickte ihren Bruder an, den sie seit beinahe einem Jahr nicht mehr gesehen hatte. Während sie ihn von Kopf bis Fuß musterte, sein Haar triefte vor Nässe und an seinen Stiefeln klebten Lehmklumpen deutete sie auf die Tür. Erst die Stiefel ausgezogen, befahl sie streng. Jamie funkelte seine Schwester an. Ich komme mit dem Schiff in Schottland an, halbtot von der Überfahrt, reite vier Tage über die Berge, um hierher zu kommen und als ich endlich da bin, darf ich nicht einmal eintreten, um meine ausgetrocknete Kehle zu befeuchten. Jamie, mein Lieber, sagte seine Schwester mit zuckersüßer Stimme, willst du dein Essen oder soll ich's den Hunden geben? Er raffte sich mit einem resignierten Seufzer auf, zuckte verdrießlich mit den Schultern und bedeutete Mörtek ihm zu folgen. Als er in Fergü vorbeikam, packte er ihn, zog ihn hoch und schleifte den schläfrigen Jungen mit. Willkommen zu Hause, meinte Jamie mit einem wehmütigen Blick auf das Feuer im Haus. Es folgte hektische Geschäftigkeit, doch als es endlich anfing zu regnen, saßen wir bereits gemütlich im Salon und packten die Pakete aus, die wir aus Frankreich mitgebracht hatten. Ich bewunderte die kleine Maggie und ihren großen Bruder Jamie, einen stämmigen Vierjährigen. Der jüngste Nachwuchs war bislang nur eine schwache Wölbung unter der Schürze seiner Mutter. Jenny legte ab und zu zärtlich ihre Hand darauf, was mir einen kleinen Stich versetzte. Ei, sie ist wieder schwanger. Eiens schmale Wangen wurden von einer tiefen Röte überzogen. Gott, eure Maggie ist doch noch kein Jahr alt, sagte Jamie und hob tadelnd eine Augenbraue. Kannst du dich denn gar nicht beherrschen? Ich, gab Ian entrüstet zurück, sie ist so stur wie ihr Bruder, wenn sie ihren Kopf durchsetzen will. Er beugte sich nach hinten und landete einen sanften Tritt mitten in Jamies Magen. Jamie krümmte sich lachend. Dann ist es ja gut, dass ich wieder da bin, sagte er. Ich helfe dir, sie im Zaum zu halten. In der Tat wurde Jamie von Lallibroch sogleich voll in Anspruch genommen, ganz so, als ob er nie weg gewesen wäre und auch ich wurde in den Alltag des Landlebens einbezogen. Es war ein stürmischer Herbst mit viel Regen, doch gab es auch heitere, schöne Tage. Überall herrschte lebhaftes Treiben, die Ernte musste eingebracht und die für den herannahenden Winter notwendigen Vorbereitungen getroffen werden. Ich verrichtete die täglich anstehenden Arbeiten im Haushalt gern, doch am liebsten mochte ich die langen Spaziergänge zu den Karten im Umkreis. Bei diesen Rundgängen hatte ich stets einen großen Korb mit einer Vielzahl von Dingen dabei, von kleinen Mitbringseln für die Kinder bis zu den Arzneimitteln, die häufig benötigt wurden. Denn aufgrund der Armut und der schlechten hygienischen Verhältnisse waren Krankheiten weit verbreitet und nördlich von Fort William und südlich von Inverness gab es keine Ärzte. Manche Krankheiten konnte ich behandeln, zum Beispiel Zahnfleischbluten und Hautausschlag im Frühstadium von Skorbut, anderes dagegen überstieg meine Heilkräfte. Es war seltsam und wunderbar zugleich, in Lallibroch im oberen Schlafzimmer neben Jamie aufzuwachen, sein schlafendes Gesicht im morgendlichen Dämmerlicht zu sehen und daran zu denken, dass er in diesem Bett geboren worden war. Die Geräusche im Haus, das Ächzen der Hintertreppe unter den Schritten einer Magd, der Regen, der auf das Schieferdach trommelte, all das waren Geräusche, die er schon so oft gehört hatte, dass er sie nicht mehr wahrnahm. Ich schon. Seine Mutter Ellen hatte einen spätblühenden Rosenstrauch neben der Haustür gepflanzt, dessen feiner und schwerer Duft durch das Schlafzimmerfenster drang. Es war, als ob sie selbst hereinkäme und im Vorübergehen sanft sein Gesicht streifte und auch mich mit einer flüchtigen Berührung willkommen hieß. Hinter dem Wohnhaus lag Lallibruch selbst, Felder und Scheunen, das Dorf und die kleinen Gehöfte. In dem Fluss, der von den Bergen herabkam, hatte Jamie Fische gefangen, er war die Eichen hinaufgeklettert und hatte Lärchen erklommen, deren Holz inzwischen von den Herdfeuern der Karten verzehrt worden war. Dies hier war sein Zuhause. Allerdings war da jene Zeit der Abwesenheit gewesen, in der er Dinge gesehen hatte, die über die engen Grenzen von Lallibruch hinausgingen, ja, jenseits der felsigen Küste Schottlands lagen. Jamie hatte mit Königen gesprochen, Recht und Gesetz und Handel kennengelernt, Abenteuer, Gewalt und Magie erlebt. Da er nun einmal die Grenzen der Heimat überschritten hatte, konnte ihn seine Bestimmung, sein Schicksal hierfür immer festhalten? Ich war mir nicht sicher. Eines Nachmittags gingen wir von den Feldern zum Gutshaus zurück. Vermisst du Frankreich, Sassneck? fragte er plötzlich. Nein, sagte ich verblüfft. Weshalb? Er zuckte die Schultern, ohne mich anzusehen. Nun, das Leben hier ist nicht glanzvoll, nicht wie in Paris, und du hast nicht einmal eine interessante Arbeit wie im Spital. Er sah mich vorsichtig an. Ich glaube, ich habe Angst, dass es dir hier langweilig wird, mit der Zeit. Ich schwieg eine Weile, bevor ich antwortete, obwohl ich mir darüber schon einige Gedanken gemacht hatte. Mit der Zeit, sagte ich bedächtig, Jamie. Ich habe in meinem Leben schon viel mitgemacht, und ich habe viele Orte gesehen. Dort, wo ich herkomme, gab es Dinge, die ich manchmal vermisse. Ich möchte manchmal in London mit dem Bus fahren, oder den Telefonhörer in die Hand nehmen und mit jemandem reden, der weit weg ist. ich möchte einen Wasserhahn aufdrehen und warmes Wasser haben und es nicht immer von der Quelle holen und in einem Kessel warm machen müssen. Das würde mir gefallen, aber ich brauche es nicht. Und was das glanzvolle Leben betrifft, ich habe es kennengelernt und ich mochte es nicht. Hübsche Kleider sind ja schön und gut, aber wenn Klatsch, Intrige, dumme, feste und kleinliche Etikette damit verbunden sind, nein, da laufe ich lieber im Hemd rum und sage dafür, er lachte und ich drückte noch einmal fest seinen Arm. Was die Arbeit angeht, ich habe doch zu tun hier. Ich sah hinunter auf den Korb mit Kräutern und Arzneien, den ich im Arm trug. Ich kann mich doch nützlich machen. Und wenn ich Mutter Hildegard oder meine anderen Freunde vermisse, na ja, auch wenn es nicht so schnell geht wie mit dem Telefon, immerhin gibt es die Briefpost. Ich blieb stehen und blickte ihn an. Das Licht der untergehenden Sonne warf einen goldenen Schimmer auf sein Gesicht und ließ die Backenknochen deutlich hervortreten. Jamie, ich möchte da sein, wo du bist, nirgendwo sonst. Die erste Kartoffelernte in Lallibruch sollte in wenigen Tagen stattfinden und auf meinen schüchternen und laienhaften Rad hin wurde ein kleiner Keller gebaut, um die Kartoffeln darin zu lagern. Ich hatte äußerst gemischte Gefühle, wenn ich das Kartoffelfeld betrachtete. Einerseits war ich richtig stolz auf das wuchernde Kraut, andererseits bekam ich panische Angst bei dem Gedanken, dass 60 Familien den ganzen Winter hindurch mit dem auskommen mussten, was unter diesem Kraut in der Erde steckte. Auf meinen Vorschlag hin, den ich unbedacht ein Jahr zuvor gemacht hatte, war ein erstklassiges Gerstenfeld in einen Kartoffelacker umgewandelt worden. Bis dahin waren Kartoffeln im Hochland gänzlich unbekannt. Wie ich wusste, würde sich die Kartoffel im Hochland zu einem wichtigen Nahrungsmittel entwickeln, da sie weniger krankheitsanfällig war als Hafer und Gerste. Das hatte ich vor langer Zeit in einem Geografiebuch gelesen. Doch die Verantwortung für die Menschen zu übernehmen, die von den Früchten der Erde leben mussten, war etwas ganz anderes. Das Feld war in der üblichen Art und Weise angelegt, lange Dämme hoch angehäufter dazwischen. Ian, betraut mit dem Anbau der Kartoffeln in einem Land, in dem diese Feldfrucht noch nie gesichtet worden war, war systematisch und methodisch zu Werke gegangen. Er hatte sich aus Edinburgh nicht nur das Saatgut, sondern auch ein Buch über die Feldbestellung schicken lassen. Jenny hatte mir verraten, dass er sich niemals ohne das Buch zum Kartoffelacker begab, denn es konnte ja plötzlich ein schwieriges Problem auftauchen. Die Kartoffeln werden geerntet, wenn die erste Wintergans auftaucht, las er vor und drückte die Heugabel noch etwas tiefer ins Erdreich, dann stemmte er sich gegen den Griff. Die Umstehenden stießen ein erstauntes aus, als sie die vielen braunen Knollen sahen, die an den Wurzeln des Kartoffelstocks hingen. Ian und ich knieten nieder und scharrten im lockeren Erdreich nach den Kartoffeln. Es hat geklappt, rief Ian immer wieder, während ihr eine Kartoffel nach der anderen hervorscharrte. Seht euch das an, wie groß sie sind! Er lächelte mir erleichtert zu. Eine dicke Strähne seines glatten braunen Haares fiel ihm über die Stirn und seine Wange war schmutzverschmiert. Holt Holz für ein Feuer! Tom und Willie und Mrs. Willie, wenn sie so freundlich wären, einen großen Kessel zu holen. Ei, das ist gut, einer der Männer soll ihnen dabei helfen. Und du? Er wandte sich an einen der jüngeren Männer und deutete zu den Karten hinter den Bäumen. Geh und sag es allen, es gibt Kartoffeln zum Abendessen. Und so bereitete ich, mit Jennys tatkräftiger Hilfe und unter Zuhilfenahme von zehn Eimern Milch aus der Molkerei, drei frisch geschlachteten Hühnern und vier Dutzend Lauchstangen aus dem Gemüsegarten, eine Hühnersuppe mit Lauch und gerösteten Kartoffeln für den Gutzahn von Lallibroch und seine Pächter. Die Sonne war bereits hinter dem Horizont verschwunden, als das Essen fertig war, doch der Himmel war noch hell. Durch die dunklen Zweige des Kiefernwäldchens auf dem Hügel blitzten rote und goldene Lichtstreifen. Die Pächter waren noch etwas unschlüssig angesichts der bevorstehenden Bereicherung ihres Speiseplans, aber die gesellige Stimmung sowie ein Fässchen mit selbst gebranntem Whisky half, die Zweifel zu überwinden. Bald waren überall auf dem freien Feld neben dem Kartoffelacker Grüppchen versammelt, die sich über die gefüllten Teller auf ihren Knien beugten und aßen. Nach dem Essen begann einer der Männer zu singen. Ein anderer holte eine Holzflöte hervor und begleitete ihn mit einer Melodie, die dünn und schrill die kalte Herbstnacht durchdrang. Es war kühl, Bewege dich nicht, Cessnack, flüsterte Jamie. Nur einen Augenblick, Moduin. Ich erstarrte gehorsam, bis er mich an der Schulter berührte. Ist gut, Cessnack, flüsterte er zärtlich. Du bist so schön, wenn das Feuer auf dein Gesicht scheint und dein Haar im Wind weht. Dieses Bild will ich in meiner Erinnerung festhalten. Ein hübscher, kräftiger Junge, dein Kleiner, sagte ich zu Jenny, die in ihrem Nähkorb nach einem Knopf suchte. Sie blickte auf, sah hinaus in den Hof und lächelte. Ja, unser Jamie ist ein lieber Kerl. Sie trat zu mir ans Fenster und beobachtete die spielenden Kinder. Er ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten, fuhr sie liebevoll fort, aber er wird, glaube ich, breiter an den Schultern. Womöglich wird er einmal so groß wie sein Onkel. Sie hatte wohl recht. Der kleine Jamie, knapp vier Jahre alt, war zwar noch pummelig, doch er hatte lange Beine und sein Rücken war breit und muskulös. Er hatte den gleichen Knochenbau wie sein Onkel und wie bei seinem Onkel hatte man das Gefühl, er sei aus zäherem Material als gewöhnliche Sterbliche. Ich holte einen Kinderkittel aus dem Nähkorb und stülpte die Innenseite nach außen, um den aufgetrennten Saum unter dem Ärmel zu flicken. Die Kälte draußen war nur erträglich für spielende Kinder und arbeitende Männer. Drinnen im Salon war es warm und behaglich. Die Fensterscheiben, die uns vor der Eiseskälte draußen schützten, beschlugen rasch, während wir da saßen und arbeiteten. Apropos Verwandte, sagte ich und kniff die Augen zusammen, als du klein warst? Jenny schüttelte den Kopf. Ich habe Callum nie kennengelernt. Dougal war ein-, zweimal hier, als er Jamie zu Silvester herbrachte, aber ich kann nicht behaupten, dass ich ihn gut kenne. Mein Vater sagte einmal, Gott stehe Dougal Mackenzie bei, wenn sein Bruder Callum stirbt. Das erschien mir merkwürdig, denn jeder weiß, dass Callum schwer verkrüppelt ist und Dougal an seiner Stelle die Führung übernommen hat, die Pacht eintreibt, Forderungen erfüllt und falls nötig den Clan in den Kampf führt. Ja, das stimmt aber, ich zögerte, da ich nicht genau wusste, wie ich diese seltsame Beziehung beschreiben sollte. Einmal, fuhr ich mit einem Lächeln fort, habe ich sie streiten hören, und er sagte Callum zu Dougal, wenn die Brüder Mackenzie sich einen Schwanz und ein Gehirn teilen müssen, dann bin ich froh über meinen Anteil an diesem Geschäft. Jenny lachte laut auf, Augen, die denen ihres Bruders so ähnlich waren, funkelten nachdenklich. So ist es also. Ich habe mich einmal über Dougal gewundert, als er über Callums Sohn, den kleinen Hamish sprach, mit einer Begeisterung, die für einen Onkel höchst ungewöhnlich war. Du bist fix, Jenny, sagte ich und sah sie an. Sehr fix. Ich habe lange gebraucht, bis Schultern, doch ein schwaches Lächeln spielte um ihre Lippen. Es wird bald schneien, meinte Jenny mit einem Blick zum Fenster. Die Luft ist feucht. Hast du heute Morgen den Nebel über dem Loch gesehen? Die Beziehung zwischen uns vieren entwickelte sich ständig weiter und im Laufe der Monate entstand ein starkes Band, das auf Freundschaft gründete und in der Arbeit wurzelte. Gegenseitige Achtung und gegenseitiges Vertrauen waren einfach notwendig, es gab so viel zu tun. Als Jennys Entbindung näher rückte, übernahm ich mehr und mehr häusliche Pflichten und sie überließ mir immer häufiger die Führung. Es wäre mir jedoch niemals in den Sinn gekommen, ihren Platz einnehmen zu wollen. Seit dem Tod ihrer Mutter war sie die Seele von Haus und Hof und die Dienstboten und Pächter kamen meistens zu ihr, wenn sie etwas benötigten. Dennoch gewöhnten sie sich nach und nach auch an mich und behandelten mich mit freundlicher, teils ehrfürchtiger, teils zutraulicher Achtung. Die erste Arbeit im Frühjahr war das Kartoffellegen. Über die Hälfte der Felder war für den Kartoffelanbau vorgesehen. Eine Entscheidung, deren Richtigkeit bald durch einen Hagelsturm bestätigt wurde, der die jungen Gersten Pflänzchen zerstörte. Die niedrigen Kartoffelstauden überstanden das Unwetter ohne Schaden. Das zweite große Ereignis des Frühjahrs war die Geburt von Jennys und Ions zweiter Tochter Catherine. Sie kam mit einer so blitzartigen Geschwindigkeit zur Welt, dass jedermann überrascht war, sogar Jenny. So nahm das Jahr seinen Lauf, die Natur erblühte und auch ich blühte auf und meine letzten Wunden verhalten. Die Post traf sehr unregelmäßig ein, manchmal kam sie einmal pro Woche, manchmal einen Monat lang gar nicht. Doch angesichts der langen Wege, die ein Bote zurücklegen musste, um die Post im Hochland abzuliefern, hielt ich es für ein Wunder, dass überhaupt Briefe ankamen. An diesem Tag traf jedoch ein großer Stapel Briefe und Bücher ein, die zum Schutz gegen Unwetter in Ölpapier eingeschlagen und fest verschnürt waren. Jenny schickte den Boten in die Küche, damit er sich dort stärke, löste vorsichtig den Knoten und steckte, sparsam wie sie war, die Schnur in ihre Rocktasche. Oh, drei französische Romane und ein Gedichtband aus Paris, rief Jenny aufgeregt aus, als sie das Päckchen geöffnet hatte. Welchen lesen wir heute Abend? Sie hob den kleinen Bücherstapel hoch und strich freudig erregt über den weichen Ledereinband des obersten Buches. Jenny liebte Bücher mit derselben Leidenschaft, die ihr Bruder für Pferde empfand. Das Gut besaß eine ansehnliche kleine Bibliothek und war auch die freie Zeit zwischen Arbeit und Schlafengehen kurz bemessen, so blieb doch immer noch Zeit für ein paar Minuten Lektüre. Da hat man etwas, worüber man während der Arbeit nachdenken kann, erklärte Jenny. Auch wenn ich schrecklich müde bin, erinnere ich mich am nächsten Tag beim Buttern, Spinnen oder Walken an das, was ich gelesen habe, und im Geist schlage ich sogar die Seiten um. Bei der Erwähnung des Walkens sah ich deutlich ein Bild des Schuppens vor mir, in dem die Frauen einander in zwei Reihen gegenüber saßen, barfuß und in ihren ältesten Kleidern und sich gegen die Wände lehnten und mit den Füßen gegen die tropfnassen Wolltuchbahnen schlugen. Auf diese Weise entstand das dichte, filzige Gewebe, das der Hochlandnebel und selbst leichter Regen nicht zu durchdringen vermag. Hin und wieder stand eine der Frauen auf und holte von draußen den Kessel mit dampfendem Urin vom Feuer. Die heißen erstickenden Dämpfe stiegen aus der nassen Wolle auf, während die Walkerinnen ihre Füße vor den Spritzern in Sicherheit brachten und grobe Scherze machten. Heißer Urin fixiert die Farbe, hatte mir eine der Frauen erklärt, als ich voller Erstaunen zum ersten Mal den Schuppen betrat. Einmal abgesehen von dem scharfen Geruch war der Schuppen ein warmer, gemütlicher Ort. Die Frauen plauderten, scherzten und sangen, während sie ihre nackten Füße in den dampfenden Stoff einsinken ließen. Ich wurde durch das Geräusch schwerer Stiefel im Flur aus meinen Gedanken gerissen. Ein Schwall kalter, feuchter Luft schwappte herein, als die Tür aufging. Ich hörte die Stimmen von Jamie und Arjen, die gälisch miteinander sprachen, in jener behebigen, unspektakulären Art, die bedeutete, dass sie über die Landwirtschaft redeten. Als Jenny die beiden erblickte, legte sie die Post auf den Tisch und holte frische Leinen Handtücher aus der Truhe im Flur. Trocknet euch ab, bevor ihr den ganzen Teppich nass tropft, sagte sie mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete, und reichte jedem ein Handtuch. Und zieht eure schmutzigen Stiefel aus. Die Post ist gekommen, Jamie, für dich ein dicker Brief mit dem königlichen Siegel des Hauses Stuart, wahrscheinlich eine erneute Klage von Charles über die Unbilden des Pariser Lebens und die Qualen verschmähter Liebe? Ich stand in der Küche, als ich Jamie aufschreien hörte. Niemals zuvor hatte ich einen solchen Laut aus seinem Mund vernommen. In seiner Stimme lagen Schock und Entsetzen und noch etwas fatalistisch Ergebenes. Ich rannte durch den Flur in das Wohnzimmer, wo er am Tisch stand, sein Gesicht kreide bleich und taumelte wie ein entwurzelter Baum. Jamie, was ist? Ich griff nach dem Blatt Papier und überflog es rasch. Es war ein Brief von Jared. Mein lieber Cousin, las ich, hoch erfreut, kann meine Bewunderung gar nicht mit Worten ausdrücken, dein Mut und deine Tapferkeit werden mir ein Ansporn sein, von Erfolg gekrönt, meine Gebete werden dich begleiten? Ich blickte verwirrt von dem Brief auf. Wovon um Himmels Willen spricht er? Was hast du getan, Jamie? Er grinste freudlos und reichte mir ein weiteres Blatt Papier, diesmal ein billig bedrucktes Flugblatt. Es geht nicht darum, was ich gemacht habe, Cessnick, erwiderte er. Das Flugblatt trug das Wappen des Königshauses der Stewards. Die Botschaft, die es enthielt, war knapp und feierlich. Durch den Ratschluss des allmächtigen Gottes, hieß es darin, mache König James der Achte von Schottland und der Dritte von England und Irland hiermit seinen rechtmäßigen Anspruch auf den Thron der drei Königreiche geltend. Hiermit hätten auch die Oberhäupter der Hochlandclans, die jakobitischen Lords, sowie weitere treue Untertanen seiner Majestät König James ihre Unterstützung zugesichert, indem sie ihren Namen unter diesen Bündnisvertrag setzten. Mir wurde eiskalt, als ich dies las, und eine lähmende Angst stieg in mir auf, die mir beinahe die Luft abschnürte. Meine Ohren dröhnten und mir wurde schwarz vor Augen. Das Blatt war unterzeichnet von den schottischen Clan-Oberhäuptern, die damit aller Welt ihre Treue zu Charles Stuart erklärten und ihr Leben und ihr Ansehen dem Erfolg seiner Sache widmeten. Unter anderem standen da die Namen Clan Ronald, Glangery und Angus MacDonald von Scotus und ganz unten James Alexander Mackenzie Fraser von Broch Tuarach. Gott im Himmel, flüsterte ich, der verdammte Dreckskerl hat einfach deinen Namen darunter gesetzt. Jamie griff nach dem anderen Brief, der noch ungeöffnet auf dem Tisch lag, schweres Pergament mit dem Wappen der Stuarts auf dem Wachssiegel. Ungeduldig riss er den Brief auf, überflog ihn hastig und legte ihn dann auf den Tisch, als hätte er sich daran verbrannt. Eine Ausrede, sagte er heiser, aus Zeitmangel hat er mir das Dokument angeblich nicht schicken können, damit ich es selbst unterzeichne, und seine Dankbarkeit für meine treue Unterstützung. Claire, um Himmels Willen, was soll ich bloß machen? Es war ein verzweifelter Ohnmächtig sah ich zu, wie er vor den Kamin sank und reglos ins Feuer starrte. Jenny, die die Szene wie versteinert beobachtet hatte, nahm jetzt den Brief und das Flugblatt und las sie aufmerksam. Dann legte sie die Schriftstücke behutsam auf den blankpolierten Tisch zurück. Mit finsterer Miene ging sie zu ihrem Bruder und legte ihm die Hand auf die Schulter. Jamie, sagte sie leise, ihr Gesicht war blass. Du kannst nur eins machen, mein Lieber, du musst losziehen und für Charles Stewart kämpfen, du musst ihm beistehen, damit er den Kampf gewinnt. Jenny hatte recht, doch in meinem Schock gelang es mir nicht sofort, den Sinn ihrer Worte zu erfassen. Die Veröffentlichung dieses Bündnisvertrags brandmarkte jene, die unterzeichnet hatten als Rebellen und Verräter. Es spielte jetzt keine Rolle mehr, wie Charles bis an diesen Punkt hatte gelangen können oder wie er die Mittel dafür aufgetrieben hatte. Er hatte sich zur Rebellion entschlossen und Jamie hatte keine andere Wahl. Mit den Vorbereitungen zum Aufbruch wuchs die Aufregung, die allmählich den ganzen Gutshof erfasste. Waffen, die seit dem Aufstand von 1715 gehortet worden waren, wurden aus ihren Verstecken hervorgeholt, poliert und geschliffen. Wenn sich die Männer zufällig begegneten, blieben sie stehen, steckten in der heißen Augustsonne die Köpfe zusammen und führten ernste Gespräche. Die Frauen beobachteten sie und wurden immer schweigsamer. Jamie? Aye. Die Antwort kam prompt. Ich wusste, dass er nicht schlief, obwohl er reglos da lag. Das Zimmer war mondhell erleuchtet und ich konnte sein Gesicht deutlich erkennen, wenn ich mich aufstützte. Er starrte zur Decke, als könnte er in den von Mond und Sternen erleuchteten Himmel hinaus blicken. Du willst mich doch wohl nicht hier lassen? Ich hätte nicht gefragt, wäre da nicht dieses Gespräch mit Eiern gewesen, der, so schwer es ihm auch fiel, wegen seines Holzbeines bleiben würde. Jamie hatte sich mit ihm zusammengesetzt, um die nötigsten Anordnungen zu treffen und auszuwählen, wer in Begleitung des Gutsherrn, dem Prinzen zu Hilfe kommen und wer da bleiben sollte, um sich um die Tiere und den Hof von Lallibroch zu kümmern. Ich wusste, dass ihm diese Entscheidungen schwer gefallen waren, obwohl Jamie es nach außen hin nicht zeigte. Ruhig waren, die im Frühjahr benötigt wurden, vor der Abreise noch in Ordnung gebracht werden. Andere, die die einzige Stütze einer großen Familie waren, müssten jedoch daheim bleiben. Es waren schwierige Entscheidungen und eine genaue Planung war erforderlich. Wie viele Männer sollten gehen, damit sie den Kampf überhaupt beeinflussen konnten? Denn Jenny hatte Recht, Jamie hatte keine andere Wahl. Er musste Charles Stuart helfen, den Sieg zu erringen, und zu dem Zweck brauchte er so viele Männer und Waffen wie möglich. Auf der anderen Seite aber stand ich, mein entsetzliches Wissen und zugleich mein Mangel an Wissen. Wir hatten verhindert, dass Charles Stuart genügend Geld zur Finanzierung seiner Rebellion auftrieb, dennoch war es Bonnie Prince Charles, leichtsinnig und schwach, aber eisern entschlossen, sein Erbe einzufordern, gelungen, die Clans von Glen Finnen um sich zu sammeln. Durch einen weiteren Brief Jared's hatten wir erfahren, dass Charles inzwischen mit zwei kleinen Fregatten den Kanal überquert hatte und sicher auf der Insel Eriskay gelandet war. In Jared's Brief kam zugleich Bewunderung und Entsetzen zum Ausdruck angesichts der Leichtsinnigkeit des gesamten Unternehmens. Doch als loyaler Jakobit bemühte er sich nach Kräften seine Zweifel zu zerstreuen. Und bisher hatte der Erfolg Charles ja auch recht gegeben. Gerüchte halber erfuhren wir, dass er darauf wartete, dass die Clans seinem Aufruhr folgten. Und nach einigen nervenzermürbenden Stunden waren 300 Mann des Cameron Clans die steilen grünen Hügel hinuntergekommen. Sie waren die ersten gewesen, doch bald hatten sich andere angeschlossen, wie der Bündnisvertrag zeigte. Wenn Charles aber trotz aller Anstrengungen scheitern sollte, wie viele Männer aus Lallibroch durften verschont werden, wie viele konnten zu Hause bleiben, um zu retten, was zu retten war. Ian selbst war in Sicherheit, das stand fest, und es war ein Trost für Jamies gequälte Seele. Doch die anderen, jene 60 Familien, die zu Lallibroch gehörten, die Entscheidung, wer ging und wer blieb, kam in gewisser Weise der Suche nach Opfern gleich, die zur Schlachtbank geführt werden sollten. Jamie hatte seine Wahl getroffen, doch an zwei Grundprinzipien hatte er festgehalten. Keine Frauen sollten die Truppen begleiten und keine Burschen unter 18 Jahren. Ian war darüber etwas erstaunt gewesen, während die meisten Frauen mit kleinen Kindern zu Hause blieben, war es in den Highlands durchaus versorgten und mit ihnen die Verpflegung teilten. Und die jungen Burschen, die sich bereits mit 14 als Männer betrachteten, fühlten sich gewiss tief gedemütigt, dass man sie nicht für voll nahm. Doch Jamie hatte seine Anweisungen in einem Tonkund getan, der keinen Widerspruch duldete, und nach kurzem Zögern hatte Ian nur genickt und sie aufgeschrieben. Ich hatte ihn in Anwesenheit von Jenny und Ian nicht fragen wollen, ob sein Verbot auch für mich gelten sollte. Aber ob es nun galt oder nicht, ich war fest entschlossen, mit ihm zu gehen. Dich zurücklassen? entgegnete er nun, und ich sah, wie er den Mund zu einem leichten Grinsen verzog. Hätte ich denn eine Chance, das durchzusetzen? Nein, erwiderte ich und schmiegte mich erleichtert an ihn. Nein, ich muss dich mitnehmen, Cessnick, ob ich will oder nicht. Du weißt Dinge, die unterwegs von Nutzen sein können, und außerdem bist du eine Heilerin, wie man selten eine findet. Wir werden dich brauchen. Er tätschelte meine Schulter und seufzte. Ich würde weiß Gott was dafür geben, Moduin, wenn ich dich hier zurücklassen könnte, aber es geht nicht. Du wirst also mitkommen, du und Fergü. Fergü? Ich war erstaunt. Ich dachte, du willst keinen der jungen Burschen mitnehmen. Er seufzte wieder. Bei Fergü ist es anders. Die anderen Burschen, die nehme ich deshalb nicht mit, weil sie hierher gehören. Wenn alles schief geht, müssen sie dafür sorgen, dass ihre Familie nicht verhungern. Sie müssen die Felder bestellen und für die Tiere sorgen, aber Fergü, er gehört nicht hierher, Sesnig, auch nicht nach Frankreich, sonst hätte ich ihn dorthin zurück geschickt, aber dort ist er auch nicht daheim. Sein Platz ist bei dir, erwiderte ich sanft, wie auch mein Platz bei dir ist. Er schwieg lange, dann drückte er mich behutsam an sich. Ei, das stimmt, sagte er leise. Schlaf jetzt, Moduin, es Schottland, September 1745. Nach viertägigem Marsch gelangten wir zu einem Berg nahe Kolder, vor dem sich ein weites Moor erstreckte. Doch wir schlugen unser Lager im Schutz der weiter oben gelegenen Bäume auf. Zwei Flüsschen durchschnitten den moosbewachsenen Berghang und das frische frühherbstliche Wetter ließ das Ganze eher wie einen Ausflug ins Grüne als einen Kriegszug erscheinen. Doch es war der 17. September und wenn mich mein bruchstückhaftes Wissen über die Geschichte der Jakobiten nicht trug, würde es in wenigen Tagen Krieg geben. Erzähl es mir noch einmal, Sesnek, hatte Jamie zum x-ten Male gebeten, während wir die gewundenen Pfade und die morastigen Wege entlang zogen. Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich nicht allzu viel darüber weiß, erwiderte ich. Die Geschichtsbücher geben nur spärlich Auskunft und früher habe ich diesen Ereignissen keine große Beachtung geschenkt. Ich kann dir nur sagen, dass es zur Schlacht kam, äh, kommen wird, und zwar in der Nähe der Stadt Preston. Darum wird sie auch die Schlacht von Preston Pence genannt. Ei, und weiter? Angestrengt versuchte ich, mich an weitere Einzelheiten zu erinnern. Die Schotten gewinnen, sagte ich, um hilfreiche Auskunft bemüht. Darauf kommt es an, bemerkte Jamie leicht sarkastisch, aber es wäre nützlich, etwas mehr zu wissen. Also gut, Hand in Hand setzten wir unseren Weg fort. Es war ein beachtlicher Sieg, begann ich aus der Erinnerung zu zitieren, denn die Jakobiten waren den Gegnern zahlenmäßig weit unterlegen. Sie überraschten General Copes Armee im Morgengrauen. Sie hatten die aufgehende Sonne im Rücken, daran erinnere ich mich genau, und die Schlacht bedeutete eine große Niederlage für den Gegner. Es gab hunderte von Toten auf Seiten der Engländer. Die siegreichen Jakobiten hatten nur dreißig Opfer zu beklagen, nur dreißig Tote. Wir hatten dreißig Männer aus Lallibroch mitgenommen, und wenn man sie so ansah, schien der Trupp recht stattlich. Aber irgendwie fühlte ich mich doch schuldig. Wir zogen tagelang weiter. Am Abend saßen die Männer satt und träge um das Feuer, erzählten sich Geschichten und kratzten sich. Das Kratzen war zu einer verbreiteten Unart geworden. Durch die beengten Unterkünfte und die mangelnden Waschmöglichkeiten hatten sich die Läuse so stark vermehrt, dass es niemanden wunderte, wenn ein Mann ein Exemplar dieser Gattung aus einer Falte seines Plates herauspickte und ins Feuer warf. Die Männer stellten mein Zelt am Rande des Platzes auf. Ich hätte zwar ebenso gut wie sie unter freiem Himmel schlafen können, aber mittlerweile war ich für den kleinen privaten Freiraum dankbar, der mir durch die Zeltwände gewährt wurde. Und es war, wie Mörtek mit gewohnter Unverblümtheit gesagt hatte, als ich ihm für seine Hilfe beim Aufbau des Zeltes dankte, nicht nur zu meinem Vorteil. Wenn er es sich nachts zwischen deinen Schenkeln bequem macht, wird es ihm keiner neiden, hatte er mit einer Kopfbewegung in Jamies Richtung gesagt, der mit einigen anderen Männern ins Gespräch vertieft war. Aber man sollte den jungen Burschen keinen Anlass geben, über Dinge nachzudenken, die sie nicht haben können, stimmt's? Schließlich erreichten wir Trenant, wo wir mit den anderen Clan Oberhäuptern zusammentrafen. Es war bereits später Nachmittag. Das verschlafene Dorf in den Bergen über dem Meer war fest in der Hand der Hochlandarmee. Der größte Teil des Heeres lagerte zwar in den Bergen hinter den Häusern, die auf die schmale bis zur Küste verlaufende Ebene blickten, doch das ständige Kommen und Gehen ließ trennend nicht zur Ruhe kommen. Ständig trafen mehr oder weniger militärisch wirkende neue Truppeneinheiten ein. Kundschafter und Boten, manche auf Ponys, andere auf Schusters Rappen, eilten hin und her. Die Frauen und Kinder der Soldaten und die Marketenderinnen saßen vor den Karten und fragten die vorbeieilenden Boten nach den neuesten Nachrichten. Am Rande dieses To war Boos hielten wir an und Jamie machte sich auf die Suche nach Lord George Murray, dem Oberbefehlshaber des Heeres. Währenddessen bemühte ich mich, zusammen mit anderen Frauen eine Art Krankenhausbrigade auf die Beine zu stellen. Die Frauen und Familien der Hochlandsoldaten waren in den Teilten mit ihren Gastgebern das karge Mahl aus Haferbrei und Salzhering. Auch für mich stand ein Abendessen bereit, obwohl ich kaum Appetit hatte. Als die Sonne hinter der Dorfkirche verschwand, konnte ich den Berghang hinter dem Ort sehen, wo die Hochlandarmee ihr Lager aufgeschlagen hatte. Seine Hoheit war vor einer Stunde mit der anderen Hälfte der Armee zurückgekehrt, um sich ein paar hundert Meter jenseits der Straße sah ich den schwachen Schein der ersten englischen Feuer. Der schwere Qualm brennenden Torfes aus den Karten und der herbere Geruch der englischen Holzfeuer überlagerten den des Meeres. Die erste Kanone ging kurz vor Morgengrauen los. Der dumpfe Knall erschütterte die Dielenbrette, auf denen ich schlief. Ich schreckte auf und ergriff die Hand der Frau, die neben mir schlief. Eigentlich sollte man meinen, man wäre gewappnet, wenn man vorher weiß, dass etwas geschehen wird, doch dem ist nicht so. Aus einer Ecke der Karte drang ein leises Stöhnen. Heilige Maria, heiliger Michael, schütze uns, murmelte die Frau neben mir. Hastig standen die Frauen auf, sie sprachen kaum, sondern lauschten auf die Geräusche, die von der Schlacht unten in der Ebene heraufdrangen. Es war also doch nützlich, mehr zu wissen. Diese Frauen hatten keine Ahnung von geheimen Pfaden, von Angriffen im Morgengrauen und überraschenden Niederlagen. Sie wussten lediglich, dass ihre Männer und Söhne im Augenblick dem Kanonen und Musketenfeuer einer englischen Armee gegenüber standen, die viermal so groß war wie ihre Weissagungen sind immer eine ziemlich riskante Sache und mir war klar, dass sie mir nicht glauben würden und so blieb mir nur übrig, sie durch Arbeit abzulenken. Meine Damen, sagte ich, wir haben schon viel getan, aber wir sind noch lange nicht fertig. Wir werden kochendes Wasser benötigen, Kessel zum Wasser kochen und Rahmtöpfe zum Einweichen, Haferbrei für die, die essen können, Milch Talg und Knoblauch zum Verbinden der Wunden, Holzlatten für Schienen, Flaschen und Krüge, Tassen und Löffel, Nähnadeln und starken Faden. Mrs. McPerson, wenn sie so freundlich wären? Ich wusste vom Verlauf der Schlacht lediglich, welche Seite gewinnen und dass die Zahl der Toten auf Seiten der Jakobitischen Armee gering sein würde. Nur ein Satz war mir von jener Seite des Buches, die mir verschwommen vor Augen stand, immer wieder in Erinnerung. Die siegreichen Jakobiten hatten nur dreißig Opfer zu beklagen. Opfer. Todesopfer, korrigierte ich mich. Aber auch jeder Verwundete war ein Opfer, und als die Sonne hoch am Himmel stand, befanden sich weitaus mehr als dreißig Verwundete in unserer Karte. Langsam machten sich die Sieger auf den Heimweg nach Trenant. Die Gesunden stützten ihre verwundeten Kameraden. Dies war die erste Bewährungsprobe für meine Mitarbeiterinnen, und sie trotzten der Herausforderung ebenso tapfer wie die Kämpfer auf dem Schlachtfeld. Sie sträubten sich und jammerten und gingen einander auf die Nerven, doch als es ernst wurde, stürzten sie sich voll Mut und Entschlossenheit in den Kampf. Am Spätnachmittag befanden sich 20 bis 30 Männer in der Karte und meine beiden Helferinnen hatten alle Hände voll zu tun. Das Haus war groß genug für eine fünf- bis sechsköpfige Familie, doch jetzt war jeder Quadratzentimeter belegt. Durchs Fenster sah ich die Offiziere im Pfarrhaus ein- und ausgehen. Dort herrschte Hochbetrieb und ich ließ die Tür nicht aus den Augen. Doch Jamie war nicht unter den Ankömmlingen, die die Zahl der Verwundeten meldeten und Glückwünsche entgegen nahmen. Ich verdrängte meine Unruhe und Sorge, indem ich mir sagte, dass er ja auch nicht unter den Verwundeten war. Bis jetzt hatte ich keine Zeit gehabt, das kleine Zelt am Hang aufzusuchen, wo die Toten in geordneten Reihen nebeneinander lagen, als warteten sie auf einen letzten Appell. Doch unter den Toten war er bestimmt nicht. Bestimmt nicht, sagte ich mir. Da ging die Tür auf und hereinkam, Jamie. Ich spürte, wie meine Knie nachgaben, als ich ihn sah, und ich streckte eine Hand aus, um mich am Kamin festzuhalten. Er hatte mich gesucht, sein Blick huschte durch das Zimmer, und als er mich entdeckt hatte, ließ ein atemberaubendes Lächeln sein Gesicht erstrahlen. Er starrte vor Schmutz, war vom Pulverdampf geschwärzt und mit Blut bespritzt, seine bloßen Füße waren ebenfalls Schmutz verkrustet, doch er war unversehrt. Gott sei Dank, sagten seine dunkelblauen Augen, und Gott sei Dank, gab ihm mein Blick als Antwort zurück. Für mehr hatten wir keine Zeit, immer wieder kamen neue Verwundete herein, und jeder halbwegs gesunde Zivilist im Dorf hatte bei der Pflege irgendeine Aufgabe übernommen. Ernste Verwundungen verarztete ich, so gut ich konnte. Knochenbrüche wurden nebenan behandelt, wo zwei Wundärzte Schienen und Bandagen anlegten. Soldaten mit leichteren Brustwunden wurden so bequem wie möglich an die Wand gelehnt, in sitzender Position, um ihnen das Atmen zu erleichtern. Soldaten mit schweren Kopfverletzungen wurden zu den Sterbenden in die Kirche gebracht. Ich konnte nichts für sie tun. Sie waren in Gottes Hand besser aufgehoben. Am schlimmsten waren verletzte und verstümmelte Gliedmaßen sowie Bauchwunden. Es gab keine Möglichkeit zur Sterilisation. Das Einzige, was ich tun konnte, war, mir immer wieder die Hände zu waschen und meine Helferinnen mit strengem Blick daran zu erinnern, das Gleiche zu tun. Außerdem sorgte ich dafür, dass die Verbände, die wir benutzten, vorher ausgekocht wurden. Ich wusste, dass diese Vorkehrungen in den anderen Karten trotz meiner ständigen Ermahnungen als Zeitverschwendung betrachtet und deshalb nicht getroffen wurden. Wenn ich schon die Schwestern und Ärzte im Hospital des Angers nicht hatte überzeugen können, dass es Keime gibt, wie sollte ich dann auf die Einsicht der einfachen schottischen Landfrauen und der Wundärzte, die nebenberuflich Hufschmied waren, hoffen? Am frühen Abend kam seine Hoheit Prinz Charles Edward, um die Verwundeten zu besuchen. Ich behandelte eben einen Mann mit einer Wunde am Kopf, die genäht werden musste, doch aus den Augenwinkeln heraus konnte ich Charles bei seinem Rundgang beobachten. Er schritt langsam von Lager zu Lager, ließ keinen aus, fragte jeden nach seinem Namen und seiner Herkunft, dankte und drückte sein Mitgefühl, seine Glückwünsche und sein Bedauern aus. Die Männer, die Engländer wie die Hochland schotten, waren vor Ergriffenheit ganz stumm und stammelten nur verlegene Antworten auf die freundlichen Fragen seiner Hoheit. Ich bringe euch den Segen und Dank meines Vaters, sagte er, eure Taten an diesem heutigen Tag werden niemals vergessen sein. Die Männer am Boden hatten gewiss keinen Grund zur Euphorie, aber viele lächelten und alle brachten murmelnd ihre Freude zum Ausdruck. Als Charles sich bereit zum Gehen wandte, erblickte er Jamie, der sich in eine Ecke gedrückt hatte. Über das Gesicht seiner Hoheit huschte ein freudiges Lächeln. Mon cher, ich habe sie heute noch gar nicht gesehen, ich hörte gerade, sie selbst sind verwundet. Jamie blickte verlegend rein. Rasch warf er mir einen Blick zu, ob ich zugehört hatte, und sah dann wieder den Prinzen »Zeigen Sie es mir!« Das waren schlichte Worte, doch es war unmissverständlich ein Befehl, und Jamie streifte sein Plate ab. Sein dunkler Tartan war auf der Innenseite beinahe schwarz. Von der Achselhöhle bis zur Hüfte war sein Hemd voll Blut, das an einigen Stellen bereits zu braunen Flecken getrocknet war. Ich wandte mich von meinem Patienten ab, ging zu Jamie und half ihm, sein Hemd auszuziehen. Obwohl er viel Blut verloren hatte, wusste ich, dass es keine ernste Verletzung war. Er stand fest auf den Beinen und die Blutung war zum Stillstand gekommen. Es war ein Säbelhieb quer über die Rippen. Er hatte Glück gehabt, dass der Säbel nicht im rechten Winkel ins Fleisch gedrungen war. So hatte er nur eine etwa 20 Zentimeter von der Infektionsgefahr war es nichts Ernstes. Dies wollte ich seiner Hoheit eben mitteilen, doch als ich seinen seltsamen Gesichtsausdruck sah, hielt ich inne. Den Bruchteil einer Sekunde lang dachte ich, Charles stünde unter Schock, weil er den Anblick von Wunden und Blut nicht gewohnt war. Aber das konnte nicht sein, er war zwar nicht der geborene Krieger, aber genau wie Jamie bereits mit 14 Jahren in seine erste Schlacht gezogen. Nein, sagte ich mir, als das Entsetzen allmählich aus den sanften braunen Augen wich, es war die Tatsache, dass Jamie kein namenloser Untertan war, dessen Pflicht es war, für die Steward sein Leben zu opfern, sondern ein Freund. Und vielleicht hatte Jamies Wunde ihm bewusst gemacht, dass auf seinen Befehl hin Blut vergossen worden war, Männer um seinet Willen verwundet worden waren. Er betrachtete die Wunde eindringlich, dann sah er Jamie in die Augen. Er drückte ihm die Hand und neigte den Kopf. Danke, sagte er leise. In diesem Augenblick dachte ich, dass er vielleicht doch das Zeug zum König gehabt hätte. Als es Abend wurde und auch die letzten Nachzügler eintrafen, setzte ich mich und lehnte den Kopf zurück. Die Luft in der Karte war schwül und schweres Atmen war zu hören. Nicht das gleichmäßige Schnarchen gesunder Männer, sondern das flache Keuchen derjenigen, denen das Atmen Schmerzen bereitete und das Stöhnen derer, die in einen zeitweiligen Dämmerzustand verfallen waren und vergessen hatten, dass ein Mann schmerzen klaglos erduldet. Die Männer in dieser Karte waren zwar schwer verwundet, befanden sich aber außer Lebensgefahr. Doch ich wusste, dass der Tod nachts durch die Gänge einer Krankenstation streift und nach denen sucht, deren Abwehrkräfte geschwächt sind. Auch wenn ich jetzt nur noch wenig tun konnte, um sie zu heilen oder ihre Schmerzen zu lindern, so konnte ich ihnen wenigstens das Gefühl geben, dass sie nicht allein waren, dass jemand bei ihnen war, der sich zwischen sie und die Schatten der Nacht stellte. Ich stand auf und stieg über die Strohlager hinweg, bückte mich zu jedem Einzelnen hinunter, sprach tröstende Worte, brachte eine Decke in Ordnung, strich dem einen das Haar glatt und massierte einem anderen die verkrampften Gliedmaßen. Hier verlangte jemand einen Schluck Wasser, dort musste der Verband gewechselt werden, hier wurde blieb ich kurz stehen und sog die kühle Nachtluft ein, die den Geruch der Ausdünstungen in der Karte hinwegfegte. Ich ließ die weiche Feuchtigkeit über meine Haut streichen und vergaß für einen Augenblick die Verwundeten. Du hast nicht viel geschlafen, Cessnack. Jamies leise Stimme ertönte von der Straße her. Die anderen Karten mit Verwundeten befanden sich in dieser Richtung. Erwiderte ich nüchtern. Ich fragte mich, wie lange er nun schon ohne Schlaf auskam. Ich dehnte meinen Rücken. Ich halte schon durch bis zum Morgengrauen, dann kann jemand anders die Wache übernehmen. Wenn die Verwundeten erst einmal die Nacht überstanden hätten, wären sie, wie ich meinte, außer Gefahr. Dann bleibe ich bei dir, sagte er und zog mich an sich. Ich kann auch nicht schüchelte Jamies Nacken und er legte mit geschlossenen Augen seine Stirn an die Meiner. Ein kurzes Schweigen, dann seufzte er und begann zu sprechen, zuerst zögernd, dann immer schneller, als wollte er rasch alles los werden. Ich erinnere mich an alles, sagte er beinahe flüsternd, an jeden Schlag, an jedes Gesicht, an die wiehernden Pferde, an den Gestank des Schießpulvers, des Blutes, meines eigenen Schweißes, an alles. Aber es war so, als siehe ich mir dabei von außen zu, ich war nicht wirklich da. Er machte die Augen auf und sah mich von der Seite an. Er zitterte. Verstehst du das? fragte er. Ja. Ich hatte zwar nicht mit Schwert und Dolch gekämpft, aber mit meinen bloßen Händen und mit meiner Wahl gehabt hatte. Und ich kannte jenes seltsame Gefühl des Losgelöst Seins. Der Verstand scheint sich über den Körper zu erheben, kühl beobachtend und dirigierend. Die körperliche Erschöpfung tritt erst viel später ein, wenn die Krise überstanden ist. Diesen Punkt hatte ich noch nicht erreicht. Ich nahm meinen Umhang von den Schultern und legte ihn über Jamie, bevor ich in die Karte zurück ging. Edinburgh Oktober 1745 Nach dem überwältigenden Sieg von Preston Pence hatte Charles seine Armee nach Edinburgh zurückgeführt, um sich dort in seinem Ruhm zu sonnen. Während er sich sonnte, rackerten sich seine Generäle und die Clan Führer ab, versammelten ihre Männer um sich, ergänzten die Ausrüstung und bereiteten sich auf künftige Kämpfe vor. Durch den frühen Erfolg ermutigt, verkündete Charles freimütig, er werde als nächstes Sterling einnehmen, dann Carlyle und dann vielleicht nach Süden vorrücken, womöglich sogar bis London. Ich verbrachte meine freie Zeit damit, Nadeln zum Nähen der Wunden zu zählen, Weidenrinde zu sammeln und überall, wo sich eine Gelegenheit bot, Alkohol zu stibizen, den ich als Desinfektionsmittel brauchte. Zu meiner großen Überraschung ließ mich Charles nervös zeigte er auf einen der goldenen damastbezogenen Stühle und bedeutete mir, Platz zu nehmen. Ich habe einen Clan Führer hier. Er ist der Meinung, sie kennen ihn. Offensichtlich musste er sich zwingen, in höflichem Ton fortzufahren. Es ist wichtig, äußerst wichtig, Madame, dass er davon überzeugt wird, sich mir anzuschließen. Ich brauche, ich erbitte ihre Hilfe. Sie müssen ihn überzeugen. Nachdenklich rieb ich mir die Nase und sah ihn an. Wieder eine Entscheidung, wieder eine Gelegenheit, den Gang der Dinge zu lenken, und wieder wusste ich nicht, was das Beste war. Ich seufzte, wie auch immer ich mich entschied, ich konnte einen Entschluss nur dann treffen, wenn ich dem geheimnisvollen Fremden gegenüber stand. Ich sah an mir hinunter, um zu prüfen, ob ich in meinem Kleid einem Clan gleichgültig, an welchen Gebrechen er litt. Dann stand ich auf und klemmte meinen Medizinkasten unter den Arm. Ich will es versuchen, eure Hoheit, sagte ich. Seine Gesichtszüge entspannten sich. Er wandte sich zu der Tür, die zum Nachmittagssalon führte. Kommen Sie, ich bringe Sie selbst hin. Der Wachposten an der Tür sprang überrascht zur Seite, als Charles schwungvoll die Tür öffnete und, ohne ihn anzusehen, an ihm vorbeieilte. Am anderen Ende des langen, mit Goubelins geschmückten Raumes befand sich ein großer Marmorkamin und daneben, auf dem Sofa, erblickte ich den Mann, der darauf lag. Er lächelte schwach, als er meine Überraschung bemerkte. Nun ja, sagte er, und in den taubengrauen Augen lag ein Ausdruck der Belustigung. Auch ich hätte nicht gedacht, dich jemals wiederzusehen. Man könnte glauben, es sei Schicksal. Er wandte den Kopf und gab seinem Leibwächter ein Zeichen. Hol einen Tropfen Weinbrand für Mistress Claire. Ich fürchte, unser Wiedersehen hat sie etwas aus der Fassung gebracht. Cullum McKenzie Blick hatte sich ebenso wenig verändert wie seine Stimme. In ihnen offenbarte sich der Charakter des Mannes, der mehr als 30 Jahre lang den McKenzie-Clan geführt hatte, ungeachtet seiner Krankheit, die ihn schon als Jüngling zum Krüppel gemacht hatte. Die schwarzen Haare waren inzwischen stark ergraut, seine Gesichtszüge zerfurcht, die Haut schlaff. Auch die ehemals breite Brust war runter und er wirkte abgemagert. Er hatte bereits ein Glas in der Hand, gefüllt mit einem Trank, der im Schein des Feuers bernsteinfarben funkelte. Er setzte sich mühsam auf und prostete mir mit einer ironischen Geste zu. Du siehst blendend aus. Nichte. Immerhin ist es schon zwei Jahre her, seit du mich zum letzten Mal gesehen hast. Mrs. Duncan hat mir damals nicht einer Hexe großen Wert beimisst, gab ich spöttisch zurück. Cullum sah Charles an, der unserem Gespräch mit offenem Mund lauschte. Ich danke euch für eure Güte, dass ihr mir für meine Begegnung mit Mrs. Fraser eure Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt habt, Hoheit, sagte er mit einer Verbeugung. Die Worte waren durchaus höflich, aber offensichtlich wollte Cullum ihn damit hinaus komplementieren. Charles, der es nicht gewohnt war, dass man so mit ihm umsprang, verbeugte sich kurz und ging hinaus. Ich habe darum gebeten, dich zu sehen, da ich mich bei dir entschuldigen muss, sagte er ohne Umschweife. Oh, entschuldigen, sagte ich mit so viel Sarkasmus wie möglich, vermutlich dafür, dass du mich beinahe als Hexe hättest verbrennen lassen, dass du mir die Kleider vom Leib hast Pech und dem Scheiterhaufen gerade noch entronnen bin. Ich starrte ihn wutentbrannt an. Entschuldigen? Das Lächeln auf seinem Gesicht verschwand. Ich bitte um Verzeihung für meine Leichtfertigkeit, sagte er leise. Ich hatte nicht die Absicht, dich zu verspotten. Nein, sagte ich und seufzte tief. Wohl nicht. Vermutlich willst du sagen, dass es auch nicht in deiner Absicht lag, mich wegen Hexerei einsperren zu lassen. Seine grauen Augen blickten mich scharf an. Du weißt es? Jillis hat es gesagt, als wir im Diebesloch waren. Sie meinte, du hättest es eigentlich auf sie abgesehen. Dass es mich auch erwischt hat, war eher ein Missgeschick. Das stimmt. Er sah plötzlich sehr müde aus. Wärst du in der Burg gewesen, hätte ich dich schützen können. Warum um Himmels Willen bist du auch ins Dorf gegangen? Man hat mir ausgerichtet, Jillis Duncan sei krank und habe mich gebeten, zu kommen, erwiderte ich knapp. Er nickte und seine grauen Augen blickten nachdenklich. Übrigens, ich versuchte, das Thema zu wechseln, kann ich mir nicht vorstellen, dass du dich auf den langen Weg von Leoch nach Edinburgh gemacht hast, nur um dich bei mir zu entschuldigen. Es muss eine höllisch anstrengende Reise gewesen sein. Ei, das kann man wohl sagen. Dass du in Edinburgh bist, habe ich erst erfahren, als seine Hoheit Jamie Fraser erwähnte, und dann habe ich nach dir gefragt. Ein Grinsen huschte über sein Gesicht. Colm, Dougal und Jamie besaßen alle drei die Fähigkeit, das, was sie wirklich dachten, zu verbergen, doch Colm war darin der unbestrittene Meister. Ich bin gekommen, um mit Charles zu sprechen. Mehr sagte er nicht. Ich saß da und überlegte, ob ich zu Charles Gunsten etwas sagen könnte oder sagen sollte. Vielleicht sollte ich das besser Jamie überlassen. Die Tatsache, dass Colm es bedauerte, mich beinahe dem Tod ausgeliefert zu haben, bedeutete nicht unbedingt, dass er geneigt war, mir zu vertrauen. Und nur weil ich zu Charles Gefolge gehörte, sah er seinen Verdacht, ich könnte eine englische Spionin sein, gewiss nicht widerlegt. Ich überlegte immer noch hin und her und beobachtete Colm. Die geröteten Augenlider und die etwas blut unter laufenden Augen konnten ebenso gut von den Strapazen der Reise als vom Alkohol her rühren. Er hatte darum gebeten, dass ich meinen Medizinkasten mitbrachte. Wenn du so viel Weinbrand brauchst, wird dir irgendwann nur noch Opium helfen, sagte ich ohne Umschweife. Ich habe Laudanum hier, aber ich kann dir ... Das ist es nicht, was ich von dir will. Mit befehlsgewohnter Stimme fiel er mir ins Wort. Laudanum zu besorgen ist kein Problem. Es gibt gewiss einen Apotheker in der Stadt, der es verkauft, oder Mohnsirup, oder auch unverdünntes Opium. Ich klappte den Deckel des Kastens zu und legte meine Hand darauf. Er hatte also nicht vor, den Rest seines Lebens dahin zu dämmern und die Führung des Clans im Ungewissen zu lassen. Aber wenn er kein vorübergehendes Vergessen brauchte, was dann? Vielleicht ein ewiges? Ich kannte Callum McKenzie. Der skrupellose Verstand, der Jillis Duncans Tod geplant hatte, würde auch nicht zögern, wenn es um seinen eigenen ging. Jetzt war es mir klar. Er war gekommen, um Charles Stewart zu treffen und um zu entscheiden, ob die McKenzie's von Leoch für die jakobitische Sache kämpfen sollten. War diese Entscheidung getroffen, würde Dougal die Führung des Clans übernehmen. Und dann? Er wies mit einer Kopfbewegung auf meinen Kasten. Du kennst dich wie Mrs. Duncan mit Arzneien aus. Und ich dachte, du wüsstest vielleicht, womit sie ihren Mann getötet hat. Es war schnell und zuverlässig. Und es scheint angemessen, fügte er bitter hinzu. Am Abend überstürzten sich die Ereignisse. Jamie hatte mir anvertraut, dass er sich mit Callum getroffen hatte und ihm nach längerem Abwegen geraten hatte, nach Leoch zurückzukehren und mit seinen Männern dort zu bleiben. Bevor Callum jedoch Charles aufsuchen konnte, war er tot. Jamie war fassungslos. Besorgnis und Müdigkeit standen ihm ins Gesicht geschrieben und er ließ es geschehen, dass ich hinter ihn trat und meine Hände auf seine breiten Schultern legte. Er seufzte resigniert. Das bedeutet, Claire, dass unser aller Schicksal jetzt in seinen Händen liegt. Charles, meine ich. Ich glaube nicht, dass Callum wirklich viel mitzureden hat das Sessnick. Nur die wenigsten Menschen wählen die Stunde ihres Todes selbst. Callum wollte es tun. Ich hatte bisher gezögert, Jamie von meiner ersten Begegnung mit Callum zu erzählen. Als Jamie hörte, dass Callum beschlossen hatte, sich das Leben zu nehmen, schüttelte er ungläubig den Kopf und seufzte. Dann frage ich Ein Zeichen? Callums Tod, bevor er, wie er vorhatte, Charles' Hilferuf abweisen konnte, ob dies ein Zeichen dafür ist, dass Charles seinen Kampf gewinnen soll. Ich erinnerte mich an meinen Abschied von Callum. Wie wir erfuhren, hatte der Tod ihn überrascht, als er im Bett saß, ein volles Glas Weinbrand neben sich. Er war also gestorben, wie er es sich immer gewünscht hatte, mit klarem Kopf und wachem Verstand. Der Schmerz, sein ständiger Begleiter, war ihm auch auf seinem letzten Weg nicht von der Seite gewichen. Das weiß Gott allein, sagte ich schließlich. Ei, erwiderte er, ei, ich hoffe, dass es jemand weiß. Als ich am folgenden Abend kurz vor Einbruch der Dunkelheit zur Apotheke eilte, um mir Rosskastanien und Pfefferminze zu beschaffen, wurde ich heftig an der Schulter zurückgehalten. Der Schrei erstarb mir auf den Lippen. Vor mir stand Jonathan Rundle. Er trug keine Uniform und schien vollkommen unbewaffnet, doch der Griff, mit dem er meinen Arm umklammert hielt, war eisenhart. Aber wenn er vorhatte, mich zu erdrosseln, würde er merken, dass ich kein leichtes Opfer war. Als hätte er meine Gedanken erraten, blieb er stehen und riss mich herum. Ich will Ihnen nicht zu leide tun, sagte er mit leiser aber fester Stimme, seien Sie nicht töricht, wenn ich Sie töten wollte, so könnte ich das hier erledigen. Gut, sagte ich, hier kann uns niemand hören. Was wollen Sie von mir? Ich benötige Ihre Kenntnisse als Heilerin und Formationen, die ich über die Tropenbewegungen und die weiteren Pläne des Kurfürsten besitze, erwiderte er knapp. Ich war ehrlich verblüfft. Sie brauchen ärztliche Hilfe? fragte ich, ohne meine Erregung zu verbergen. Meine Hilfe? Ich glaubte, dass sie, ich meine, mit großer Selbstbeherrschung gelang es mir, ruhig fortzufahren. Gewiss haben Sie bereits die notwendige ärztliche Behandlung erhalten. Sie scheinen in guter Verfassung zu sein. Zumindest nach außen hin. Ich biss mir auf die Lippen, um die aufsteigende Hysterie zu bezähmen. Man hat mir gesagt, ich könne von Glück reden, dass ich die Alex Randall seine Stellung beim Herzog von Sandringham wegen des Skandals um Mary Hawkins verloren hatte und aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands keinen neuen Posten finden konnte, war er gezwungen gewesen, seinen Bruder um Hilfe zu ersuchen. Durch die Besetzung Edinburghs war es dann allerdings schwierig geworden, sich um ihn zu kümmern, so dass Alex Randall im vergangenen Monat in seiner kleinen Wohnung mehr machen. Durch die kalte Witterung, die schlechte Ernährung und die ärmlichen Verhältnisse hatte sich sein ohnehin schlechter Gesundheitszustand noch verschlimmert. Um Hilfe für seinen kranken Bruder zu erhalten, hatte Jonathan Randall sich entschlossen, seinen König zu verraten. Weshalb kommen Sie zu mir? fragte ich. Er sah mich etwas überrascht an. Weil Sie sind, wer Sie sind. Seine Lippen verzogen sich zu einem spöttischen Grinsen. Wenn man vorhat, seine Seele zu verkaufen, ist es dann nicht sinnvoll, sich an die Mächte der Finsternis zu wenden? Zwischen den dahin jagenden Wolken lugte der Mond hervor. In der Dunkelheit, wenn er wie jetzt den Kopf etwas abgewandt hatte, sah er wieder dem Mann täuschend ähnlich, den ich einst geliebt hatte, Frank. Doch ich wählen eine höchst seltsame Weise, mich um Hilfe zu bitten, sagte ich mit zitternder Stimme. Meine Hände gruben sich in den Stoff meines Rockes, der sich klamm anfühlte. Mir geht es um einen klaren Handel, Madam. Für den erwiesenen Dienst wird ein entsprechender Preis bezahlt. Ich erbitte Ihre Hilfe für Alex Heilung, aber ich möchte nicht riskieren, dass seine Seele in ihre Hände fällt. Sagen Sie mir also, akzeptieren Sie den Preis, den ich biete? Ich wandte mich von ihm ab. Ich zitterte so heftig, dass ich mit geschlossenen Augen darauf wartete, dass es mir besser ging. War dies der Preis, den ich für den Verlust von Frank zu zahlen hatte? War es mir gegeben, tausend Leben zu retten durch den Verlust dieses einen? Wenn konnte ich Alex nur wegen des Mannes, der mich darum bat, meine Hilfe verweigern? Mein Kopf war schwer und ich fühlte mich schwach. Randall war noch da, er wartete geduldig in der kalten Finsternis. Ja, sagte ich, in Ordnung, ich komme morgen Vormittag. Ich werde da sein, sagte er, und ich werde Ihnen die versprochenen Auskünfte geben. Das Haus lag in einem elenden, heruntergekommenen Viertel. Randall ergriff meinen Ellbogen, damit ich auf den schlüpfrigen Pflastersteinen nicht ausrutschte. Ich versteifte mich, und augenblicklich zog er seine Hand weg. Er hatte sich bemüht, das Zimmer seines Bruders bequem auszustatten. Am Boden stand eine Wasserschüssel mit einem Krug, das Bett hatte eine Federmatratze und mehrere dicke Decken. Der Mann, rot im Gesicht, und wenn er hustete, erzitterte das robuste Bettgestell. Ich ging zum Fenster und riss es auf, ohne auf Randalls Protest zu achten. Kalte Luft rang herein, und der üble Geruch von Körperausdünstungen und schmutzigen Betttüchern verflüchtigte sich etwas. Als der Hustenanfall nachließ, verfärbten sich Alex Randalls Lippen bläulich, und er atmete schwer. »Nett, dass Sie gekommen sind, und kämpfte dabei gegen den Husten. Ich zog sein Hemd hoch und hörte ihn an Brust und Rücken ab. Seine Haut war schweißnaß. Sein dunkles Haar war zerzaust. Ich bemühte mich, die Gefühle zu unterdrücken, die in mir aufstiegen, und strich ihm das Haar glatt. Eigentlich wollte ich es ihm nicht sagen, aber er wusste es sicher schon. Sie haben eine starke Erkältung und Sie haben Tuberkulose, Schwindsucht. Eine schmale weiße Handgriff nach der meinen. Wie lange noch? fragte er. Ich weiß nicht, sagte ich. Das ist die Wahrheit. Ich weiß es nicht. Und Ihr Bruder, wollen Sie, dass ich... Nein, erwiderte er entschlossen. Sein Mund verzog sich, und er sah Frank in diesem Augenblick so ähnlich, dass ich am liebsten um ihn geweint hätte. Auf diese Weise gelangte ich regelmäßig an Informationen, mit denen Jonathan Randall die Behandlung seines Bruders abzahlte. Jamie wusste selbstverständlich, dass ich mich um Alex Randall ebenso kümmerte, wie um die Kranken der Jakobitischen Armee. Was er nicht wusste und was ich ihm um keinen Preis der Welt hätte sagen können, war, dass ich mich einmal in der Woche, manchmal auch öfter, mit Jonathan Randall traf, um zu erfahren, welche Nachrichten aus dem Süden in der Burg von Edinburgh eintrafen. Manchmal besuchte er Alex, während ich dort war. Manchmal trat, während ich in der Abenddämmerung nach Hause ging, eine in schlichtes braun gekleidete Gestalt hinter einer Hausecke hervor und gab mir ein Zeichen oder eine Stimme sprach mich aus dem Nebel an. Es war zermürbend. Manchmal hatte ich das Gefühl, von Franks Geist verfolgt zu werden. Der Nachteil allerdings bestand darin, dass sich Randalls Informationen nicht besonders hervorheben konnte und deshalb die Gefahr bestand, dass sie in der Flut der Gerüchte untergingen. Die Burg von Stirling fiel schließlich, doch der Preis dafür war hoch gewesen und der Vorteil, daraus erwuchs, zweifelhaft. Dennoch, dieser Sieg hatte auf Charles eine euphorische und letztlich fatale Wirkung. Wir erfuhren, dass Dougal McKenzie nach Callums Tod ihm zehntausend Pfund versprochen hatte und hoch in seiner Gunst stand. Plötzlich erinnerte ich mich, wo ich von dieser Summe schon einmal gehört hatte. Gilles Duncan, rief ich. Mir schauderte bei der Erinnerung an das Gespräch in dem finsteren, schmutzigen Gefängnis. In den letzten zwei Jahren konnte ich über zehntausend Pfund abzweigen. Gilles hatte sich des Diebstahls gerühmt, den sie durch die geschickte Fälschung des Namens ihres Mannes zuwege gebracht hatte. Arthur Duncan, den sie vergiftet hatte, war der Prokurator des Bezirks gewesen. Zehntausend Pfund für die Sache der Jakobiten. Wenn der Aufstand losgeht, dann weiß ich, dass ich dazu beigetragen habe. Man hatte sie wegen Hexerei zum Tode verurteilt und dann noch bis zur Geburt ihres Kindes leben lassen, da sie ihrem Geliebten Dougal McKenzie gebar. Sie war unter den Zweigen einer Eberesche verbrannt worden. Sie hat das Geld gestohlen und es Dougal gegeben, oder er hat es ihr weggenommen, wer weiß. Erregt stand ich auf und ging vor dem Feuer auf und ab. Der gerissene Kerl, rief ich, das also hat er vor anderthalb Jahren in Paris gemacht. Was? Jamie runzelte die Stirn. Er hat Charles Stuart besucht, um sich davon zu überzeugen, dass er wirklich einen Aufstand plant. Aber solange Callum noch lebte, konnte Dougal es nicht wagen, Charles das Geld zu geben. Callum hätte Fragen gestellt. Verstehe, nickte Jamie nachdenklich, aber nun ist Callum tot, fuhr er ruhig fort. Und Dougal McKenzie ist der Favorit des Prinzen. Die kleine Glocke über der Tür der Apotheke ertönte, als jemand hinter mir eintrat. Was machst du denn hier? fragte ich überrascht, als ich Mary Hawkins erkannte. Vaters Schwester lebt hier. Sie umarmte mich stürmisch. Ich wohne bei ihr. Oh, Claire, ich freue mich so, dich zu sehen. Er hat mir geschrieben, gestand Mary, als wir die Straße hinunter gingen. Alex, ein Freund hat mir den Brief gebracht. Ihr Gesicht glühte, als sie seinen Namen aussprach, aber gleichzeitig wirkte sie bedrückt. Als ich herausfand, dass er sich in Edinburgh aufhält, bat ich, meinen Vater Tante Mildred besuchen zu dürfen. Nach allem, was in Paris geschehen war, sah er mich kaum noch an, fügte sie bitter hinzu. Also hast du Alex gesehen? Ich fragte mich, wie es dem jungen Geistlichen seit meinem letzten Besuch ergangen war. Außerdem war mir schleierhaft, wie er den Ja, er hätte mir nicht geschrieben, aber er glaubte, er müsse bald sterben, und er wollte mich wissen, mich wissen lassen. Ihre Stimme zitterte ein wenig. Ist schon gut. Hilflos tätschelte ich sie, wohlwissend, dass ich nichts tun konnte, um es wirklich gut zu machen. Du bist gekommen und hast ihn gesehen, nur das zählt. Ja, ihre Stimme war Monate gehabt, zwei Monate Glück, aber es ist nicht genug, Claire, es ist nicht genug. Nein, erwiderte ich ruhig, für eine solche Liebe reicht auch ein ganzes Leben nicht. Ich nahm mir die Zeit, Alex Randall einmal täglich zu besuchen. Alex schlief nicht nur wenig, sondern auch schlecht. Folglich war er morgens matt und übermüdet. Ich verabreichte ihm eine leichte Mischung aus Minze und Lavendel mit einigen Tropfen Mohnsaft. Nach diesem Trank konnte er in der Regel ein paar Stunden schlafen, sodass er Marys Besuch am Nachmittag erholt entgegensah. Bei einem meiner Besucher erfuhr ich durch Jonathan Randall, der sich nach wie vor an seine Abmachung hielt, dass Charles den Befehl erteilt hatte, nach Norden zu marschieren, um die Burg von Stirling zurück zu erobern. Mit langsamen Schritten kehrte ich zu unserem Quartier zurück. Meine Gedanken überschlugen sich. Ich musste Jamie sofort benachrichtigen. Ich konnte ihm nicht sagen, aus welcher Quelle mein Wissen stammte. Würden die Befehlshaber bereit sein, der durch nichts belegten Aussage einer Frau zu glauben? Selbst wenn es sich um eine Frau handelte, die angeblich übernatürliche Kräfte besaß. Die Männer der Hochlandarmee hatten sich in Gruppen zu zehn oder zwanzig über das Gelände verteilt und bewegten sich stoßweise vorwärts, als wüchsen hier und da plötzlich kleine Hügel aus dem Boden. Meine Neuigkeiten waren von anderer Seite bestätigt worden. Spione hatten ebenfalls von Truppenbewegungen berichtet und die schottische Armee hatte sich nun in Marsch gesetzt. Jamie hatte es aufgegeben, mich wegen der Gefahren zur Rückkehr nach Lallibroch zu bewegen. Ich hatte versprochen, nicht im Weg zu sein, aber wenn es zum Kampf kam, mussten sich die Armee ärzte bereithalten. Jamie saß auf seinem Pferd und er war selbst in der Finsternis als Schatten erkennbar. Als er den Arm hob, lösten sich zwei dunkle Gestalten aus der Gruppe der Marschierenden und traten an Weher sagen, dass wir von englischen Wachen entdeckt worden sind. Wir werden nicht länger warten. Ich nehme meine Männer und ziehe an Dougals Truppen vorbei auf die andere Seite des Pfarrer Kirkhill. Wir fallen dann von hinten ein, während die McKenzies von Westen kommen. Auf dem Berg zu deiner linken, vielleicht eine Viertelmeile von hier entfernt steht eine kleine Kirche. Dort wartest du auf mich Cessnack. Reite jetzt dorthin und bleibe dort. In der Dunkelheit tastete er nach meinem Arm und drückte ihn. Ich komme zu dir, wenn ich kann, und wenn nicht, schicke ich Mörtek. Falls die Sache schiefläuft, geh in die Kirche und suche dort Asyl. Mach dir um mich keine Sorgen. Meine Lippen waren kalt und ich hoffte, dass meine Stimme nicht so unsicher klang, wie ich mich fühlte. Ich schluckte das »Sei vorsichtig« hinunter, das mir auf der Zunge lag, und begnügte mich damit, ihn zu berühren. Seine Wange fühlte sich kalt wie Metall an. Ich lenkte mein Pferd nach links und brauchte meine ganze Aufmerksamkeit, um in der Dunkelheit die Kapelle zu finden. Es handelte sich um ein kleines rietgedecktes Steingebäude auf einer Kuppe. Von hier oben sah man die Wachfeuer der Engländer durch den Schneeregen funkeln, und aus der Ferne hörte ich Stimmen. Ob Schotten oder Engländer konnte ich nicht sagen. Dann setzten die Dudelsäcke ein, ein dünnes, unheimliches Geheul. Schrill und gespenstisch erklangen ihre Töne an verschiedenen Stellen auf dem Hügel. Als der Wind drehte und mir der Schneeregen entgegenschlug, wurden die Rufe lauter. Die Kapelle hatte keinen Vorbau und auf dem Berg standen keine Bäume, die Schutz vor dem Wind gewährt hätten. Die Kirche bot nicht nur vor den Engländern Zuflucht, sondern auch vor der Gewalt der Elemente. Ich stieß die Tür auf und zog das Pferd am Zügel hinter mir hinein. Drinnen war es stockfinster. Das einzige mit Öltuch bespannte Fenster zeichnete sich als milchiger Fleck über dem Altar ab. Was auf dem Falkirk Hill geschah, konnte man nur ahnen. Hier und da sah man Geschützfeuer im Dunkeln aufblitzen. Von Ferne hörte ich Waffen klirren und dann und wann eine dumpfe Explosion. Auch die Schreie von Verwundeten drangen an mein Ohr, hoch wie das Pfeifen eines Dudelsacks, ganz anders als das gälische Kriegsgeschrei. Hin und wieder schlug der Wind um und die Geräusche der Schlacht verstummten. Die erste Warnung, die ich vernahm, war ein Schrei aus nächster Nähe. Tulach Art! Das war der Schlachtruf der McKenzie's. Einige von Dougals Leuten waren in Richtung meiner Zufluchtsstätte gedrängt worden. Ich zog mich zurück, ließ die Tür aber einen Spalt offen, sodass ich hinausspähen konnte. Das Häuflein Männer stürmte auf die Hügelkuppe zu, eindeutig Hochländer. Plates, Bärte und Haare flatterten im Wind, die Tür wurde aufgestoßen und schwarze Gestalten drängten in den kleinen Kirchenraum. Mein Pferd bäumte sich auf und wierte, ich hatte mich ans andere Ende der Kirche zurückgezogen und wartete, eingezwängt zwischen Altar und Wand, dass ich meinen Widerspruch duldete. Hier ist McKenzie von Leoch, wessen Pferd ist das? Meins. Vorsichtig trat ich hinter dem Altar hervor. Der Klang meiner Stimme löste einen neuen Tumult aus, aber Dougal brachte die Leute mit seiner kräftigen Stimme zum Schweigen. Ruhe, verdammt sollt ihr sein! Bist du das Claire Fraser? Kein Licht, befahl Dougal. Wenn die Engländer uns verfolgen, werden sie die merkte ich und biss mir auf die Lippen. Von der anderen Seite des Raumes hörte ich gequältes Husten. Ich erkannte die Stimme Ruperts, einem von Dougals Männern. Leise flurend ertastete ich mir einen Weg durch die Kirche. Schon allein das gurgelnde Geräusch dieses Husten sagte mir, dass es schlimm um den Verletzten stand. So schlimm, dass ich auch mit meinem Medizinkasten nicht viel würde ausrichten können. Hier bin ich, sagte ich und tastete nach seinem Kopf. Behutsam fühlte ich unter den struppigen Haaren nach der Halsschlagader. Der Puls ging fliegend, aber immer noch ziemlich regelmäßig. Der Schweiß stand Rupert auf der Stirn, aber seine Haut fühlte sich klamm an. Gut, ich hab's, flüsterte ich, als ich das Loch in seinem Hemd fand. Ist die Kugel irgendwo wieder herausgekommen? wisperte ich. Abgesehen von dem Pferd, das ich noch nicht ganz beruhigen wollte, herrschte in der Kirche Grabes Stille. Durch die geschlossene Tür war der Schlachtenlärm von draußen nur gedämpft zu hören. Man konnte nicht beurteilen, wie nah die Engländer herangekommen waren. Nein, erwiderte Rupert und hustete wieder. Ich merkte, wie er sich an den Mund griff und bewegte meine Hand mit einem Zipfel seines Plates in dieselbe Richtung. Die Wunde selbst blutete kaum, aber das Tuch, das sich ihm an den Mund hielt, sog sich sofort mit warmem Blut voll. Die Kugel hatte mindestens eine Lunge durchlöchert, vielleicht auch beide, und seine Brust füllte sich allmählich mit Blut. Mit dieser Verletzung konnte Rupert höchstens ein paar Stunden Was brauchst du, um ihm zu helfen? Deinen kleinen Kasten? Ist er auf dem Pferd? Er hatte sich erhoben, bevor ich ihm sagen konnte, dass nichts aus meinem Medizinkasten Rupert helfen konnte. Ein lautes Krachen vom Altar her setzte dem Geflüster ein Ende, und die Männer tasteten hastig nach ihren Waffen. Es krachte noch einmal und das Öltuch im Fenster riss ein Zwei. Frische, kalte Luft und wirbelnde Schneeflocken wehten herein. Sesnick, Claire, bist du da? Als ich die leise Stimme vom Fenster her hörte, war ich sofort auf den Beinen. Jamie! Die anderen atmeten erleichtert auf und ließen die Schwerter scheppernd zu Boden fallen. Der schwache Lichtschein, der von draußen hereindrang, wurde kurz von Jamies Kopf und Schultern verdunkelt. Wer ist hier? fragte er mit gedämpfter Stimme und sah sich um. Tugel, bist du's? Ei, ich bin's, mein Junge, außerdem deine Frau und noch ein paar Männer. Hast du da draußen irgendwo die englischen Bastarde gesehen? Jamie lachte auf. Warum glaubst du wohl, bin ich durchs Fenster reingekommen? Unten am Hügel sind ungefähr zwanzig von der Sorte, und um zu merken, dass ihr hier seid, brauchen sie keine Ohren, sondern nur Augen sehen. Dougal warf einen Blick in Richtung Fenster, aber Jamie schüttelte bereits den Kopf. Es hat keinen Sinn, Dougal. Das Gros steht südlich von hier, aber auf dieser Seite tummeln sich immer noch einige Engländer von dem Trupp, auf den wir gestoßen sind. Ein paar von ihnen haben mich über den Hügel gejagt. Ich habe mich seitwärts in die Büsche geschlagen und bin zur Kirche gekrochen, aber ich denke, dass sie damit beschäftigt sind, das Gelände über uns durchzukämmen. Er streckte die Hand nach mir aus. Sie fühlte sich kalt und klamm an, aber ich war einfach nur froh, ihn zu berühren, ihn bei mir zu haben. Wie um Jamies Worte zu bekräftigen, stöhnte Rupert laut auf. Auf der Stelle hockten sich Dougal und ich neben ihn und auch Jamie sank auf die Knie. Rupert war noch nicht tot, aber besser ging es ihm auch nicht. Seine Hände fühlten sich eiskalt an und sein Atem ging keuchend und pfeifend. Dougal, flüsterte er, gib mir Licht, ich will dein Gesicht noch einmal sehen. Ich spürte, wie Dougal vor Schmerz zusammenzuckte, als er den Sinn dieser Worte begriff. Leise erteilte er einen Befehl und aus einer Hand voll riet wurde eine Fackel gedreht. Dougal, sagte Rupert und lächelte, als sich der Freund besorgt über ihn beugte, trauere nicht um mich. Dougals Lippen zuckten im Feuerschein. Ich bin dein Anführer, Mann, sagte er schließlich mit einem zittrigen Lächeln. Du erteilst mir Ruperts Hand, die auf seiner Brust lag und hielt sie fest. Rupert gab ein leises, pfeifendes Geräusch von sich, im nächsten Augenblick hustete er und spuckte einen Schwall Blut. Du bist mein Anführer, Dougal. Ich will lieber durch deine Hand sterben, als durch die Hand eines Fremden. Komm schon. Das Sterben tut mir weh, Freund, ich einen entsetzten Blick. Ächzend drehte sich Rupert zur Seite und umklammerte meine Hand. Dougals Dolch traf ihn unter dem Brustbein, hart und schnell. Ruperts stämmiger Leib krümmte sich und fiel zur Seite. Doch der je Schmerzensschrei kam aus Dougals Kehler. Wie erstarrt verharrte das Oberhaupt der McKenzie's, die Augen geschlossen, den Schaft seines Dolches fest umklammert. Schließlich erhob sich Jamie, nahm ihn gälische Trostworte murmelnd bei den Schultern und drehte ihn fort. Fragend sah er mich an, ich nickte und breitete meine Arme aus. Sanft schob er Dougal in meine Richtung und ich zog ihn an mich. Auf dem Boden kauern hielten wir beide ihn fest, während er weinte. Auch Jamie liefen die Tränen übers Gesicht und ich hörte, wie die anderen Männer aufseufzten und schluchzten. Besser sie weinen um Rupert als um sich selbst, dachte ich bei mir. Wenn die Engländer uns hier fanden, würden wir alle wegen Verrats am Galgen enden. Wir drängten uns an einer Mauer zusammen, deckten uns mit Plates und Umhängen zu und warteten. Ich döste unruhig, an Jamies Schulter gelehnt, während Dougal schweigend an meiner anderen Seite saß. Wir sprachen wenig, aber ich wusste, was die anderen dachten. Ebenso wie ich fragten sie sich, ob die englischen Soldaten noch draußen auf der Lauer lagen, damit niemand im Schutz der Dunkelheit aus der Kapelle entkam. Wenn, dann würden sie wohl erst bei Tagesanbruch zur Tat schreiten. Als es dämmerte, bekamen wir die Antwort auf diese Frage. Holla, ihr da in der Kirche, kommt heraus und ergebt euch. Die kräftige englische Stimme kam von weiter unten. Mit einem Schlag waren die Männer auf den Beinen und auf eine Geste Jamies hin, verschwand ich wieder in meinem Versteck hinter dem Altar. Jamie zog seine Steinschloss Pistole und überprüfte die Ladung so gelassen, als hätte er alle Zeit der Welt. Dann ließ er sich auf ein Knie nieder und zielte auf die Tür. Ich hörte das leise Klirren von Waffen und Schritte, die sich der Tür näherten. In einiger Entfernung erstarben die Geräusche und dann ertönte wieder die Stimme, diesmal lauter und näher. Im Namen seiner Majestät König George kommt heraus und ergebt euch, wir wissen, dass ihr da drin seid. Jamie feuerte. Ohrenbetäubend halte der Knall im Innern der Kirche nach. Das Geschoss hatte ein kleines Loch in die Tür geschlagen. Dougal trat vorsichtig heran und spähte hinaus. Verdammt, sagte er leise. Es sind viele. Jamie warf mir einen Blick zu, dann presste er die Lippen zusammen und lud seine Pistole nach. Offenbar hatten die Schotten keineswegs die Absicht, sich zu ergeben. Doch leider hatten wir es bei den Engländern mit einem klugen Kopf zu tun. Wieder näherten sich Schritte und dann ertönte eine befehlsgewohnte Stimme. Ihr habt noch eine Minute Zeit, um herauszukommen und euch zu ergeben, sagte er, dann zünden wir das Dach an. Entsetzt sah ich nach oben. Die Mauern der Kirche waren aus Stein, aber das Ried würde innerhalb kürzester Zeit in Flammen aufgehen. Nein, brüllte ich, verdammte Hunde, dies ist eine Kirche, habt ihr noch nie von Kirchenasyl gehört? Wer ist das? fragte die Stimme schroff, habt ihr Dugel und drückte die Tür einen Spalt weit auf. Ja, wir halten eine englische Dame gefangen. Setzt das Ried in Brand und sie stirbt mit uns. Jamie wirbelte herum und blickte Dugel finster an. Was? Es ist die einzige Möglichkeit, zischte Dugel. Gib sie ihnen im Tausch gegen unsere Freiheit. Sie werden ihr nichts antun, solange sie glauben, sie sei unsere Geisel. Ich trat aus meinem Versteck hervor, ging zu Jamie und packte ihn am Ärmel. Tu es, forderte ich, Dugel hat recht, wir haben keine Wahl. Hilflos sah er mich an. Angst und Wut standen ihm ins Gesicht geschrieben. Aber darunter glaubte ich, eine Spur Heiterkeit zu erkennen, denn schließlich entbehrte die Situation nicht einer gewissen Ironie. Dass ich eine Sessnack, eine Engländerin bin, lässt sich nun mal nicht leugnen, sagte ich. Mit wehmütigem Lächeln streichelte er mein Gesicht. Ei, Moduin, aber du bist meine Sessnack. Er wandte sich an Dugel und straffte die Schultern. Dann holte er tief Luft und nickte. Gut, sag ihnen, wir haben sie, er fuhr sich mit der Hand durchs Haar und überlegte rasch, gestern Abend auf der Straße nach Falkirk gefangen genommen. Stirnrunzelnd sah mich Jamie an, dann warf er einen Blick auf die Tür, hinter der immer noch englische Stimmen zu hören waren, obwohl wir die Worte nicht verstanden. Ich weiß nicht, was du ihnen sagen sollst, Claire, vielleicht ist es besser so zu tun, als stündest du unter Schock und könntest über deine Erlebnisse nicht sprechen. Denn wenn sie herausbekommen, wer du bist, je hielt er inne und strich sich über die Stirn. Wenn sie herausbekamen, wer ich war, würden sie mich nach London bringen, in den Tower, und die Hinrichtung würde wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Als ich die Hand auf Jimmys Arm legte, spürte ich, wie rasch sein Puls ging. Du holst mich zurück, bevor sie auch nur das geringste merken. Jamie schloss kurz die Augen, nickte und trat auf mich zu. Du solltest lieber ohnmächtig werden, Cessnick, sagte er, dann ist es leichter. Er beugte sich über mich, nahm mich in die Arme und trug mich durch die Tür, die Dougal ihm aufhielt. Mein Ohr lag an seinem pochenden Herzen und ich spürte, wie seine Arme zitterten. Nach der stickigen Kirche, in der es nach Schweiß, Blut, Schwarzpulver und Pferdemist stank, raubte mir die kühle, frische Morgenluft fast den Atem. Zitternd schmiegte ich mich an Jamie. Seine Hände schlossen sich noch fester um meine Knie und Schultern, fest wie ein Versprechen. Niemals würde er mich gehen lassen. Mein Gott, sagte er leise, und dann waren wir bei ihnen. Scharfe Fragen, undeutliche Antworten, seine Hände, die sich widerstrebend von mir lösten, als er mich auf den Boden legte, und dann seine Schritte, die sich durchs nasse Gras Entfernten. Ich war allein unter Fremden. Dass Jamie mich als angeblich Ohnmächtiger aus der Kirche getragen hatte, mochte die Sache zu Anfang vereinfacht haben, hatte aber zweifellos zu dem Gesamteindruck beigetragen, er und die anderen Schotten hätten mir Gewalt angetan. Und dank des ausführlichen Briefes, den der Hauptmann meiner Retter geschrieben hatte, wusste jeder, dem ich später übergeben wurde, Bescheid. Oh, hier heißt es, sagte der Oberst, der mich in Livingston befragte, dass einer ihrer Entführer dem Fraser-Clan angehörte, ein großer Mann mit roten Haaren, ist das richtig? Ja. Ich fragte mich, worauf er hinaus wollte. Er neigte den Kopf, sodass seine Brille etwas tiefer rutschte. Die Männer, die sie bei Falkirk gerettet haben, glauben, dass es sich bei ihrem Entführer um niemand anders handelt, als um den roten Jamie, den berüchtigten Hochland-Clan-Führer. Nun bin ich gewahrt, dass sie während ihrer Gefangenschaft große Not gelitten haben. Er verzog den Mund, aber es war kein Lächeln, sodass sie vielleicht nicht in der Verfassung waren, genau zu beobachten, was vor sich ging. Aber vielleicht ist ihnen aufgefallen, ob die anderen Männer den Betreffenden mit diesem Namen angesprochen haben. Ja, das haben sie, sie nannten ihn Jamie. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es schaden würde, ihm das zu erzählen. Aus den Flugschriften, die ich gesehen hatte, ging klar hervor, dass Jamie ein Anhänger der Stuarts war. Jamies Teilnahme an der Schlacht von Falkirk war für die Engländer vielleicht interessant, durfte ihn aber kaum noch stärker belasten. Zunächst war alles nach Plan verlaufen. Doch während ich in einem Vorzimmer saß und den Gesprächen in meiner Umgebung lauschte, wurde mir klar, dass die vermeintlich große Schlacht am Vorabend nur ein Scharmützel zwischen den McKenzys und einem Trupp englischer Soldaten gewesen war, die sich der Armee anschließen wollten. Besagte Armee sammelte sich soeben, um sich dem erwarteten Angriff der Hochländer am Falkirk Hill zu stellen. In Wahrheit hatte die Schlacht niemand eine Ahnung hatte, was mit mir geschehen sollte, wurde ich in die Obhut eines jungen Gefreiten gegeben und zusammen mit einem Brief weiter geschickt. Die Reise war weder angenehm noch ging sie besonders zügig von statten. Ich sollte mit einer Wagenkolonne mit Nachschub südwärts ziehen und noch immer gab es keine Anzeichen dafür, dass ich meinen Bestimmungsort bald erreichen würde. Richtung Ohne Rücksicht auf die landschaftliche Schönheit kehrte das Herrenhaus den offenen Wiesen den Rücken zu und blickte trotzig landeinwärts auf eine öde Felslandschaft. Den Eingang zierten zwei schlichte Steinsäulen, auf denen das Wappen des Besitzers prangte. Im langen Gras beim Tor regte sich etwas und als sich eine zerlumpte Gestalt in den Schatten zurückzog, um sich vor den Pferdehufen in Sicherheit zu bringen, erspähte ich hellblaue Augen. Der Bettler kam mir irgendwie bekannt vor. Konnte das Hugh Munro sein, der stumme Kesselflicker, der Jamie Troy ergeben war? Vielleicht hatte ich aber auch schon Halluzinationen und klammerte mich an jeden Eindruck, der nichts mit englischen Soldaten zu tun hatte. Die Eskorte blieb auf dem Vorplatz und machte sich nicht einmal die Mühe abzusitzen, als ich »Mrs. Beecham?« Der Butler sah aus, als rechnete er mit dem Schlimmsten, zweifellos zurecht. »Ja«, erwiderte ich, »wem gehört dieses Haus?« Doch noch während ich das fragte, warf ich einen Blick ins Dunkel der Halle hinter ihm und sah ein Gesicht, aus dem mich große Rehaugen verwundert anstarrten. Es war Mary Hawkins. Mary und ich öffneten gleichzeitig den Mund, nur dass ich schrie so laut ich konnte. Verblüfft trat der Butler einen Schritt zurück, dann hörte ich, wie die Soldaten draußen aufgeschreckt vom Pferd sprangen und die Treppe herauf eilten. Während ich meine Röcke raffte, kreischte ich »Eine Maus! Eine Maus!« und floh wilde Schreie ausstoßend in Richtung Besuchszimmer. Angesteckt von meiner Hysterie schrie auch Mary. Ich zog sie hinter mir her, in den hintersten Winkel des Besuchszimmers. »Sag niemandem, wer ich bin«, flüsterte ich ihr ins Ohr, »Niemandem, mein Leben hängt davon ab.« Erst fand ich das klinge zu melodramatisch, doch während ich die Worte aussprach, dämmerte mir, dass ich vielleicht die reine Wahrheit sagte. Mit dem roten Jamie Fraser verheiratet zu sein, war eine heikle Angelegenheit. Mary fand nur Zeit, benommen zu nicken, bevor sich die Tür am anderen Ende des Raumes öffnete und ein Mann hereinkam. Marys letztes angstvolles Wort brachte Klarheit. »Mein Pate«, stieß sie hervor. Und im selben Augenblick verkündete der Lakai, »Seine Hoheit, der Herzog von Sandringham. »Mrs Beecham? fragte der Herzog, dem der Mund vor Überraschung offen stand. Ja, antwortete ich matt, oder so ähnlich. Die Tür des Salons wurde hinter mir geschlossen und ich war allein mit seiner Hoheit. »Ein schönes Haus habt ihr hier?« bemerkte ich freundlich. Der Herzog stand vor dem Feuer, die Hände unter seinen Rockschößen gefaltet und beobachtete mich aufmerksam und belustig zugleich. »Noch schöner Dank Ihrer Gegenwart, meine Liebe,« erwiderte er mit der hohen Stimme, die so schlecht mit seinem kräftigen Körperbau harmonierte. »Warum Beecham? Das ist doch nicht zufällig Ihr richtiger Name?« »Mein Mädchenname.« Aus purer Nervosität griff ich auf die Wahrheit zurück. »Sind Sie Französin?« »Nein, Engländerin, aber schließlich konnte ich mich schlecht Fraser nennen, oder?« »Verstehe.« Mit einem Nicken bedeutete er mir, auf einem kleinen, brokatbezogenen Sofaplatz zu nehmen. Ich raffte meine durchnästen Röcke so anmutig wie möglich und ließ mich behutsam auf dem blassgelben Satin nieder. Der Herzog schritt langsam vor dem Feuer auf und ab. Ein leises Lächeln umspielte seine Lippen, während er mich aufmerksam betrachtete. »Wer sind Sie?« fragte der Herzog plötzlich. Eine englische Geisel, eine glühende Jakobitin oder eine französische Spionin? An belanglosen Plaudereien waren wir beide nicht interessiert. Ungeachtet der herzoglichen Leutseligkeit herrschte im Augenblick lediglich Waffenstillstand und das war uns beiden klar. Leise gab er dem Lakai, der auf sein Klingeln hin erschienen war, Anweisungen den Tee zu servieren. Er nahm seine Tasse und bedeutete mir, es ihm gleich zu tun. Schweigend tranken wir unseren Tee. »Nun denn«, sagte er mit so viel Festigkeit, wie ein Mann mit Fistelstimme zustande brachte, »lassen Sie mich zunächst Mrs. Fraser, ich darf sie doch so nennen, vorausschicken, dass ich schon viel über sie weiß. Und ich muss sagen, dass es erstaunlich schwierig ist, sie zu töten. Lächelnd verneigte er sich vor mir, aber ich bin sicher, dass es sich mit der nötigen Entschlossenheit doch noch zu Wege bringen ließe. Sprachlos starrte ich ihn an. »Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie sprechen. Wirklich nicht, meine Liebe?« Er griff nach dem vergoldeten Silberglöckchen auf dem Tablett und klingelte. Der Mann musste im Nebenzimmer auf sein Zeichen gewartet haben, denn die Tür öffnete sich sofort. Er war groß und hager und an seiner dunkelblauen Livree erkannte ich den Dienstboten. Mit einer tiefen Verbeugung wandte er sich an den Herzog. »Eure Hoheit?« Er sprach Englisch, aber mit unverkennbar französischem Akzent. Sein mageres Gesicht wurde blass, als er aufblickte und mich sah. Unwillkürlich wich er einen Schritt zurück. Sandringham sah mich lauernd an. »Erkennen Sie ihn nicht?« Ich wollte gerade den Kopf schütteln, als die rechte Hand des Mannes plötzlich zuckte. So unauffällig wie möglich machte er das Zeichen gegen das Böse, die mittleren Finger gefaltet, Zeige und kleinen Finger auf mich gerichtet. Da wurde es mir klar. Der kleine Leberfleck an der Gabelung von Daumen und Zeigefinger. Ich hatte nicht den geringsten Zweifel. Das war der Mann, der mich und Mary in Paris überfallen hatte. Und offensichtlich stand er im Dienst des Herzogs. »Sie dreckiger, ekelerregender, abscheulicher, perverser«, rief ich. Ich sprang so hastig auf, dass ich den Teetisch umwarf. Dieser Ausbruch schien den Herzog zu langweilen, denn er nickte nur gleichgültig. »Ja, ja, meine Liebe, all das gewiss und noch mehr, und manchmal habe ich auch Pech. Zumindest bei jener Sache. Pech? Würdet ihr es so bezeichnen? Ich wankte zu dem Sofa und setzte mich. Meine zitternden Hände verbarg ich in den Falten meines Rocks. In mehrfacher Hinsicht, meine verehrte Dame, sehen Sie nur, verständnis heischend streckte er beide Hände aus. Ich entsende meinen Diener, um sie zu beseitigen. Er beschließt sich erst ein wenig mit ihnen zu vergnügen, aber unerklärlicherweise kommt er zu dem Schluss, sie seien eine Art Hexe und läuft davon. Aber zuvor wird noch meine Patentochter geschändet, die zufällig anwesend ist, sodass an die hervorragende Partie, die ich so mühsam für sie eingefädelt habe, nicht mehr zu denken ist. Bedenken Sie nur die Ironie des Schicksals. Wie gelähmt lauschte ich seinen Enthüllungen. Der Raum schien zu schwanken und ich versuchte mich mit einem Schluck Tee zu stärken, jedoch ohne großen Erfolg. Sagen Sie, meine Liebe, bemerkte Sandringham freundlich, was halten Sie von einem Glas Sherry? Ich musterte ihn misstrauisch. Weinbrand, sagte ich, ein ganzes Glas Er ließ sein hohes Kichern hören, begab sich zu der Anrichte und sagte über die Schulter, Hauptmann Randall meinte, sie seien eine überaus unterhaltsame Frau. Höchstes Lob aus seinem Munde, müssen sie wissen. Er macht sich normalerweise nicht viel aus Frauen. Also arbeitet Jonathan Randall tatsächlich für sie? Ich nahm das Glas und nahm einen herzhaften Schluck. Der Herzog tat es mir gleich und erwiderte selbstverständlich einen Mann wie ihn sollte man allerdings nicht in seine Dienste nehmen, wenn man ihn nicht zügeln kann und Geld allein taugt nicht, um ihn an der Kandare zu halten. Im Gegensatz zur Erpressung bemerkte ich trocken. Die Hände über dem runden Bauch gefaltet, lehnte er sich zurück und betrachtete mich mit unverhohlener Neugier. Ah, sie in umgekehrter Richtung in Betracht. Er schüttelte den Kopf, wobei ein paar Brösel Schnupftabak auf seine Seidenweste fielen. Nein, meine Liebe, Gerüchte dieser Art könnten meinem Ruf zwar in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen schaden, doch bereitet mir dies keine große Sorge, während der gute Hauptmann, nun ja, die Armee hat deutliche Vorbehalte gegen derartige widernatürliche Vorlieben. Die kleinen Randall dient mir, weil ich ihm gebe, was er braucht. Ich betrachtete seine korpulente Gestalt mit unverhohlenem Abscheu, was seine Gnaden veranlasste, sich vor Lachen auszuschütten. Nein, nicht, was Sie meinen, sagte er, Bestrafung, aber das wissen Sie ja, nicht wahr? Zumindest Ihr Gatte weiß es. Allein durch seine Gegenwart fühlte ich mich beschmutzt und ich stand auf, um mich ein Stück zu entfernen. Warum wolltet Ihr mich ermorden lassen? fragte ich unvermittelt und drehte mich zu ihm um. Damals erschien es mir ratsam, erwiderte er ruhig. Ich hatte erfahren, dass Sie und Ihr Gemahl versuchten, eine bestimmte Angelegenheit zu vereiteln, die für mich von Interesse war. Ich zog in Betracht, ihren Gatten zu beseitigen, aber das erschien mir zu gefährlich, da er zwei der mächtigsten Familien Schottlands angehört. Mir ging ein Licht auf. Haben die beiden Seeleute, die Jamie in Paris angegriffen haben, in Eurem Auftrag gehandelt? Der Herzog nickte gelassen. Das schien mir die einfachste Methode, wenn auch ein wenig rüde. Aber dann tauchte Dougal McKenzie in Paris auf, und ich fragte mich, ob ihr Gatte nicht in Wahrheit für die Stuarts arbeitete. Es war nicht mehr klar, welche Ziele er wirklich verfolgte. Ich hingegen fragte mich, welche Ziele der Herzog verfolgte. Seine merkwürdigen Äußerungen erweckten den Eindruck, er sei ein heimlicher Jakobit. Wenn das zutraf, hatte er es meisterhaft verstanden, sein Geheimnis zu wahren. Sobald sich herausgestellt hatte, was wirklich vor sich ging, versuchte ich, ihren Gatten zurück nach Schottland zu locken, indem ich ihm die Begnadigung in Aussicht stellte. Das war nicht billig, meinte er nachdenklich, und alles für die Katz. Plötzlich fiel mir etwas ein, und ich betrachtete das Cembalo, das in der Ecke stand. Auf dem Ständer lagen mehrere Notenblätter in einer schönen, klaren Handschrift. Fünfzig tausend Pfund stehen euch zur Verfügung, sobald eure Hoheit englischen Boden betreten. Es. Es stand natürlich für Sandringham. Der Herzog lachte entzückt. Wirklich klug von ihnen, meine Liebe, denn da ihr Gatte, wie ich hörte, völlig unmusikalisch ist, musste der Einfall von ihnen stammen. Demnach seid ihr also Jakubit, nicht wahr? fragte ich. Nicht unbedingt, erwiderte der Herzog herzogfreundlich. Die Frage ist, meine Liebe, ob Sie es sind. Gedanken verloren nahm er seine Perücke ab und kratzte sich die blonden, schütteren Haare, bevor er sie wieder aufsetzte. Wenn ihr versucht, mich durch Drohungen zum Sprechen zu bringen, kommt ihr nicht weit, sagte ich mit weitaus mehr Selbstvertrauen, als ich empfand. Sandringham betupfte sich die Augen mit einem Taschentuch. Nun gut, sagte er halbwegs ruhig. Ich denke, dass meine Handwerker nun die nötigen Veränderungen an ihrem Zimmer vorgenommen haben. Eins der Mädchen wird sie hinauf begleiten. Ich musste ihn ziemlich dumm angesehen haben, denn er lächelte spöttisch. Im Grunde spielt es keine Rolle, bemerkte er. Wer immer sie sein mögen und welche Kenntnisse sie auch besitzen, als Hausgast haben sie eine unschätzbare Eigenschaft. Und welche wäre das? fragte ich. Die Hand an der Glocke hielt er inne und lächelte. Sie sind die Gemahlin des roten Jamie, sagte er leise. Und er liebt sie heiß und innig, nicht wahr, meine Liebe? Ich hatte schon schlimmere Gefängnisse gesehen. Der Raum war riesig mit einem Himmelbett auf einem kleinen Podest und vor dem gewaltigen Kamin luden zwei brokatbezogene Sessel dazu ein, es sich bequem zu machen. Das Zimmermädchen stellte Wasserkrug und Schüssel ab und beeilte sich, das vorbereitete Holzfeuer zu entfachen. Der Lakai stellte ein Tablett mit meinem Abendessen auf den Tisch und postierte sich dann breitbeinig vor den Eingang, sodass an Flucht nicht zu denken war. Seine Hoheit hofft, dass Sie sich hier wohlfühlen, Madame, sagte das Mädchen und verabschiedete sich mit einem zierlichen Knicks. Mit einem knirschenden Geräusch des großen Schlüssels wurde die Tür geschlossen. Vor Kälte zitternd verschränkte ich die Arme und ging zum Feuer, wo ich mich in einen Sessel fallen ließ. Ich zwang mich zur Ruhe. Schließlich befand ich mich im Augenblick außer Gefahr und wenn ich tatsächlich Hugh Monroe als Bettler verkleidet erkannt hatte, würde er Jamie finden und ihn hierher führen. Während ich noch nach Fassung rang, hörte ich von draußen gedämpfte Schreier. Ich zog die schweren Samtvorhänge vor den Fenstern zurück und stellte fest, dass der Herzog nicht zu viel versprochen hatte. Die Fensterrahmen waren mit einem Gitter aus massiven Holzbalken vernagelt. Aus dem Park kamen Rufe und plötzlich erschienen drei Männer mit Fackeln. Ich stand auf Zehenspitzen, umklammerte das Gitter und drückte die Stirn gegen das Holz, um besser sehen zu können. Das Tageslicht war nun ganz geschwunden und im Schein der Fackeln sah ich kaum mehr als die Umrisse der Kämpfenden. Jamie konnte das nicht sein, sagte ich mir und versuchte, den Kloß in meiner Kehle herunter zu schlucken. Nicht so bald, nicht jetzt. Ich konnte nun erkennen, dass sich alle auf eine geduckte Gestalt stürzten, während die Wildhüter und Stallknechte des Herzogs mit Fäusten und Stöcken auf ihn eindroschen. Dann beugten sich zwei Männer vor und packten ihr Opfer unter den Armen. Als sie auf dem Weg zum Haus unter meinem Fenster im zweiten Stock vorbeikamen, fiel der Fackelschein auf einen zerlumpten, schmutzigen Kittel. Das war nicht Jamie. Ich zitterte so sehr, dass mich meine Beine kaum noch tragen wollten, aber ich lief zur Tür und schlug mit aller Kraft dagegen. Lasst mich raus, schrie ich. Ich muss den Herzog sprechen, lasst mich raus, sage ich. Ich rief, ich flehte und ich drohte, bis ich heiser wurde und ich schlug gegen die erbarmungslose Tür, bis meine Hände rot und wund waren, aber niemand kam. Dem Schweigen nach zu urteilen, hätte ich in dem riesigen Haus allein sein können. Auf dem Korridor war es ebenso still wie draußen im nächtlichen Park, still wie im Grab. Meine Angst brach nun ungezügelt hervor und ich sank hemmungslos schluchzend auf die Knie. Au! Mit steifen Gliedern drehte ich mich um und richtete mich auf allen Vieren auf. Claire, oh, bitte sei still, Liebes, bist du verletzt? Gestarktes Leinen raschelte, als sich Mary neben mich hockte. Hinter ihr fiel die Tür wieder ins Schloss und der Schlüssel wurde umgedreht. Ja, ich aber was in drei Teufels Namen machst du hier? Ich habe die Haushälterin bestochen, damit sie mich hereinlässt, flüsterte sie. Mühsam richtete ich mich auf, stolperte zur Waschschüssel und benetzte mein Gesicht mit kaltem Wasser. Im Halbdunkel des Zimmers sah Mary kreide bleich aus. Mehr habe ich nicht erreicht. Mrs. Gibson hat Angst vor dem Herzog. Sie hat eingewilligt, mich mit dir einzuschließen und am Morgen lässt sie mich wieder heraus. Ich dachte, du freust dich über Gesellschaft, fügte sie schüchtern hinzu. Oh, ja, danke, das ist lieb von dir. Ich nahm eine Kerze aus der Schublade und ging zum Kamin, um sie anzuzünden. Claire, sagte Mary, hast du Schwierigkeiten? Ich biss mir auf die Lippen, um nicht überstürzt zu antworten. Ja, erwiderte ich, ziemlich große fürchte ich. Selbst wenn Mary mir bei der Flucht keine große Hilfe sein konnte, war sie vielleicht in der Lage, mir mehr über ihren Paten und die Gepflogenheiten in seinem Haushalt zu erzählen. Hast du vorhin den Tumult am Waldrand gehört? fragte ich. Sie schüttelte den Kopf. Nein, aber eins der Mädchen hat erzählt, die Wildhüte hätten im Park einen Wilddieb gefangen. Es ist schrecklich kalt, können wir nicht ins Bett gehen? Mary kniete bereits auf der Tagesdecke und suchte nach den Kopfkissen. Weißt du vielleicht, wo der Wilderer jetzt ist? Wenn man Hugh an einem leicht zugänglichen Ort eingesperrt hatte, konnte Mary ihn am Morgen vielleicht freilassen. Ihre Lippen zitterten so sehr, dass sie nur noch stammeln konnte, aber die Worte trafen mich wie ein Schlag. Sie haben ihn aufgehängt am Tor zum Park. Es dauerte einige Zeit, bis ich wieder fähig war, meine Umgebung wahrzunehmen. Eine Welle von Trauer, Angst und Hoffnungslosigkeit hatte mich überwältigt. Verschwommen nahm ich wahr, dass Marys kleine Hand zaghaft meine Schulter tätschelte, dass sie mir ein Taschentuch und ein Schluck Wasser anbot, aber ich rollte mich zitternd zusammen und wartete darauf, dass ich die Verzweiflung löste. Es geht schon wieder und ich bin so froh, dass du hier bist. Plötzlich fiel mir etwas ein. Ich ließ das Taschentuch sinken und sah sie forschend an. Was ich dich fragen wollte, warum bist du überhaupt hier? In diesem Haus, meine ich. Mary senkte die Augen und errötete. Der Herzog ist mein Pate, das weißt du doch. Ja, das habe ich inzwischen mitbekommen, erwiderte ich, doch ich habe so meine Zweifel, dass es ihm nur um deine reizende Gesellschaft geht. Meine Bemerkung entlockte ihr ein zaghaftes Lächeln. Nein, aber er, der Herzog meine ich, er denkt, dass er einen passenden Gemahl für mich gefunden hat. Die Anstrengung, das Wort Gemahl auszusprechen, hatte ihr die Röte ins Gesicht getrieben. Ich nahm die silberne Haarbürste vom Nachtkästchen und begann gedankenverloren, meine Haare zu bürsten. Nachdem aus der Verbindung mit dem französischen Adel nichts geworden war, beabsichtigte der Herzog, sein Patenkind an einen reichen Kaufmann zu verschachern. Vielleicht ist er ein guter Mensch, versuchte ich, ihr Mut zuzusprechen. Gerade davor habe ich ja Angst, sie wich meinem fragenden Blick aus. Und Alex, ich konnte es ihm nicht sagen, ich habe es nicht über mich gebracht, ich war so ein Feigling, ich habe ihm nicht einmal Lebewohl gesagt. Mary warf sich in meine Arme und ich tätschelte ihr den Rücken. Bei dem Versuch, sie zu trösten, trat mein eigener Kummer ein wenig in den Hintergrund. Keine von uns hatte jetzt noch Verlangen nach den Speisen auf dem Tablett. Wir krochen unter die warmen Decken und Mary schlief, vor Kummer erschöpft, nach wenigen Minuten ein. Obwohl ich mich nicht weniger ausgelaugt fühlte, fand ich keine Ruhe, die Trauer um Hugh, die Sorge um Jamie und die Rätsel, die sich um den Herzog rankten, hielten mich wach. Die Laken waren klamm und meine Füße eiskalt. Um mich nicht mit schlimmeren Sorgen quälen zu müssen, dachte ich über Sandringham nach. Welche Rolle kam ihm in diesem Spiel zu? Vielleicht wollte er Charles Einzug in England abwarten, damit sein Geld nicht verschwendet wurde, bevor die Hochlandarmee den entscheidenden Vorstoß nach London wagte. Jeder vernünftige Mensch, der Charles Stuart kannte, hätte eingesehen, dass man ihm nicht zu viel Geld auf einmal anvertrauen durfte. Doch es war noch ein weitaus unheilvolleres Motiv für das herzogliche Verhalten denkbar. Indem er seine Unterstützung davon abhängig machte, dass das jakobitische Heer englischen Boden erreichte, beschwor er einen Konflikt zwischen Charles und seinen Clan Führern herauf. Wenn sich der Herzog schon von den Stuarts reichen Lohn versprach, sofern sie den Thron zurückeroberten, was hatte er dann erst vom Hause Hannover zu erwarten, falls er Charles Stuart aus Schottland weglockte und ihn und seine Anhänger auf Gedeih und Verderb der englischen Armee auslieferte. Vielleicht war es in dem trügerischen Sumpf der Machtpolitik nicht weiter schwierig, seine Zugehörigkeit zu verbergen. Sorgenvoll blies ich die Kerze aus und kuschelte mich an Mary. Ob es an der Nähe eines warmen Körpers lag, jedenfalls tauten meine Füße auf, ich entspannte mich und schlief ein. In die warmen Decken gehüllt schlummerte ich traumlos und fest. Umso mehr erschrak ich, als ich jäh aus dem Tiefschlaf gerissen wurde. Es war immer noch dunkel, aber in unmittelbarer Nähe herrschte der reinste Tumult. Etwas schweres war auf dem Bett gelandet und ich fiel der Länge nach auf dem Boden. Die hastete ich umher und zündete eine Kerze an. Das flackernde Flämmchen wurde größer und ruhiger und offenbarte das, was ich schon vermutet hatte, als ich jene gälischen Flüche hörte. Mary, von der man nicht sah, außer wild um sich schlagenden Armen und bäuchlings auf ihr meinen sichtlich aufgebrachten Gatten, der trotz seiner körperlichen Überlegenheit buchstäblich alle Hände voll zu tun hatte. Ich unterdrückte ein hysterisches Lachen und klopfte ihm auf die Schulter. Jamie! Mein Gott, Sesnick, tu das nie wieder, hörst du? Seien sie still, fuhr er Mary an, die keuchte und große Augen machte. Ich wollte ihnen nichts tun. Ich dachte, sie sind meine Frau. Er umrundete das Bett, nahm mich an beiden Schultern und küsste mich so fest, als wollte er sicher gehen, dass er jetzt die richtige Frau in den Armen hielt. Ich erwiderte seinen Kuss leidenschaftlich, rieb mich an seinem unrasierten Kinn und sog seinen Duft nach feuchtem Leinen und Wolle und Schweiß ein. Zieh dich an, befahl er, als er mich los ließ, in diesem verdammten Haus wimmelt es nur so von Dienstboten. Wie bist du hereingekommen? fragte ich und sah mich nach meinem Kleid um. Durch Dann sah er Mary, die aufgestanden war und ihren Morgenmantel überzog. Ich komme mit. Sie hob trotzig den Kopf. Den Teufel werden sie tun, entgegnete Jamie. Er warf ihr einen wütenden Blick zu, doch als er ihre zitternden Lippen sah, zügelte er seinen Zorn. Mary streifte hastig ihre Hausschuhe über und rannte zur Tür. Holla, wohin wollen sie? Verblüfft setzte Jamie ihr nach, doch sie stand schon in der Halle und funkelte ihn an. Ich komme mit, erklärte sie wild entschlossen. Wenn sie mich nicht mitnehmen, laufe ich den Korridor herunter und schreie so laut ich kann. Jamie starrte sie an. Da ich inzwischen Kleid und Schuhe anhatte, stieß ich Jamie in die Rippen und löste damit den Bann. Nimm sie mit, sagte ich, los wir gehen. Das Haus war totenstill und doch voller Geräusche. Dielenbretter knarrten unter unseren Füßen, unsere Kleider raschelten und die Wandtäfelung ächzte. Mary hielt meinen Arm umklammert, als wir hinter Jamie den Korridor hinunterschlichen. Er huschte wie ein Schatten an der Wand entlang, lautlos, aber rasch. Hinter einer Tür, an der wir vorbeikamen, hörte ich leise Schritte. Auch Jamie wurde aufmerksam. Er drückte sich gegen die Wand und bedeutete Mary und mir, es ihm gleich zu tun. Behutsam wurde die Tür geöffnet und eine Frau mit einer weißen Spitzenhaube steckte den Kopf heraus. Sie spähte in die andere Richtung. Hallo, wisperte sie. Bist du's, Albert? Kalter Schweiß lief mir den Rücken hinunter. Das Hausmädchen erwartete den Besuch des herzoglichen Kammerdieners, der dem Ruf der Franzosen alle Ehre zu machen schien. Wir drückten uns in den Schatten. Eng an die kühle Täfelung geschmiegt, hielt ich den Atem an. Nachdem sie die Tür wieder geschlossen hatte, grinste Jamie mich an, sagte aber nichts, als er mich weiterzog. Mary wartete unter einem Fenster auf dem Treppenabsatz. Weiß leuchtete ihr Morgenmantel im Morgenlicht, das durch die dahin jagenden Wolken schien. Allem Anschein nach zog ein Sturm auf. Als Jamie zu ihr auf den Treppenabsatz trat, hielt Mary ihnen seinen Plate fest. Psst, flüsterte sie, da kommt jemand. Tatsächlich näherten sich von unten leise Schritte und der matte Lichtkegel einer Kerze fiel auf die Wände. Mary und ich sahen uns hastig um, aber hier konnten wir uns nirgends verstecken. Jamie seufzte resigniert und bedeutete uns, in den Korridor zurückzukehren, aus dem wir gekommen waren. Dann postierte er sich mit gezücktem Dolch in einer schattigen Ecke auf dem Treppenabsatz. Von bangen Befürchtungen geplagt, hielt Mary meine Hand umklammert. Mein Magen zog sich zusammen vor Mitleid mit dem unseligen Diener, der im der gebeugte Kopf des Kerzenträgers in Sicht kam. Das dunkle Haar war in der Mitte gescheitelt und mit einer ekelerregend süßlichen Pomade geglättet, ein Duft, der sofort die Erinnerung an eine düstere Pariser Straße und schmale, grausame Lippen unter einer Maske herauf beschwor. Er hörte mein entsetztes Keuchen und blickte erschrocken auf. Im nächsten Augenblick wurde er am Hals gepackt und so heftig gegen die Wand gestoßen, dass seine Kerze in hohem Bogen davon flog. Auch Mary hatte ihn gesehen. Das ist er, rief sie. Vor Schreck vergaß sie zu stottern und wurde gefährlich laut. Der Mann in Paris! Mit seinem muskulösen Unterarm drückte Jamie den zappelnden Kammerdiener gegen die Wand. Im wechselnden Licht des Mondes, der immer wieder zwischen Wolkenfetzen hervorlugte, war das Gesicht des Mannes leichenblass. La dame blanche, flüsterte er mit entsetztem Blick. Jamie packte den Mann grob an den Haaren und schlug seinen Kopf gegen die hölzerne Wandverkleidung. Hätte ich Zeit, würdest du langsam sterben, sagte er leise, doch seine ruhige Stimme entbehrte nicht der Überzeugungskraft. Sieh es als Gnade Gottes an, dass ich in Eile bin. Er zerrte seinen Kopf noch weiter nach hinten. Du nennst sie la dame blanche, stieß er hervor. Ich nenne sie meine Frau. So soll denn ihr Gesicht das letzte sein, was du in deinem Leben erblickst. Jamie stieß ihm das Messer mit solcher Heftigkeit in die Kehle, dass sich ein dicker Blutschwall über sein Hemd ergoss. Der Geruch des jähen Todes erfüllte das Treppenhaus, während der Mann mit einem nicht enden wollenden Gurgeln in sich zusammensank. Als ich mich zu Mary umdrehte, sah ich weit hinten im Korridor einen Lichtschimmer, der durch eine sich öffnende Tür fiel. Offenbar wollte jemand nachsehen, woher der Lärm rührte. Jamie, der wie benommen den Leichnam betrachtete, schüttelte sich unvermittelt, kam wieder zu sich und wandte sich zur Treppe. Offenbar wusste er den Weg, denn er führte uns ohne Zögern durch die dunklen Flure. Schwer atmend stolperte Mary neben ihm her. Vor der Tür zur Spülküche blieb Jamie plötzlich stehen und stieß einen leisen Pfiff aus. Die Tür öffnete sich und schemenhafte Gestalten tauchten aus der Dunkelheit auf. Gedämpfte Worte wurden gewechselt und durch eine Art Rumpelkammer gelangten wir ins Freie. Die Männer waren nicht weniger erleichtert als ich. Sie tauschten halblaute Bemerkungen aus und lachten gedämpft, bis Jamie sie zur Ruhe rief. Dann huschte einer nach dem anderen wie ein Schatten über den freien Platz vor dem Haus. Neben mir stand Jamie und beobachtete, wie sie im Gehölz verschwanden. Wo ist Mörtek? brummte er, während er stirnrunzelnd dem letzten seiner Männer nachblickte. Wahrscheinlich sucht er Juk, beantwortete er seine Frage selbst. Weißt du, wo der stecken könnte, Sassnack? Ich schluckte und spürte plötzlich den beißenden Wind unter meinem Mantel. Die Erinnerung dämpfte das Hochgefühl der Freiheit. Mit knappen Worten erzählte ich es ihm. Sein blutverschmiertes Gesicht verfinsterte sich und seine Züge wurden hart wie Stein. Wollt ihr die ganze Nacht hier herum stehen? Erkundigte sich eine Stimme hinter uns. Oder sollen wir Alarm schlagen, damit sie gleich wissen, wo sie uns suchen müssen? Jimmys Gesicht hältte sich ein wenig auf, als Mörtek lautlos wie ein Geist neben uns aus den Schatten trat. Gehen wir, mein Junge. wie finstere Gestalten vor den Wolken ab. Als wir den Park durchquert hatten, begann es zu regnen. Drei Männer waren bei den Pferden geblieben. Mary war bereits vor einem von Jamies Leuten aufgesessen und ich raffte die schweren Falten meines Rockes, als ich einen Fuß in Jamies Hand setzte. An der südöstlichen Ecke des Parks machten wir Halt. Die Pferde stampften und scheuten, während zwei der Männer zwischen den Bäumen verschwanden. Es konnten nicht mehr als zwanzig Minuten vergangen sein, bis sie zurückkamen, doch die Zeit kam uns endlos vor. Die Männer saßen nun zu zweit auf einem Pferd, das andere trug quer über dem Sattel eine leblose Gestalt, die in ein Fraser Plate gehüllt war. Den Pferden behagte das nicht. Meins warf Zügel, fluchte auf Gälisch und das Tier fügte sich. Ich spürte, wie sich Jamie hinter mir in den Steigbügeln aufstellte und sich umsah, als wollte er seine verbliebenen Gefolgsleute zählen. Dann legte er mir den Arm um die Talie und wir schlugen den Weg nach Norden ein. Wir ritten fast die ganze Nacht hindurch. Während einer kurzen Rast zog mich Jamie unter den schützenden Zweigen einer Kastanie an sich, zögerte aber plötzlich. Was ist? fragte ich lächelnd. Hast du Angst, deine Frau vor deinen Männern zu küssen? Nein. Er bewies mir seine Furchtlosigkeit, dann lächelte er mich an. Nein, mich überkam nur die Angst, dass du anfängst zu schreien und mir das Gesicht zerkratzt. Er betastete vorsichtig die Spuren, die Marys Fingernägel hinterlassen hatten. Du Armer, sagte ich lachend, nicht der Willkommensgruß, auf den du dich gefreut hattest, oder? Immer noch lächelnd schüttelte er den Kopf. Nein, aber als ich ins Haus kam, wusste ich mehr oder weniger, wo du bist, wegen der vergitterten Fenster. Er zog eine Braue hoch. So wie die aussahen, musst du einen teuflischen Eindruck auf seine Hoheit gemacht haben. Das habe ich auch, erwiderte ich knapp. An den Herzog wollte ich jetzt keinen Gedanken verschwenden. Erzähl weiter. Ja, meinte er grinsend, das Zimmer hatte ich ja nun erkannt, aber ich brauchte den Schlüssel nicht, war? Genau, bestätigte ich, und das wolltest du mir erzählen. Er schluckte kurz. Den hat mir die Haushälterin gegeben, allerdings nicht ganz freiwillig. Er rieb sich behutsam den Unterleib. Allem Anschein nach ist die Frau schon öfter nachts im Bett gestört worden, und es hat ihr nicht gefallen. Oh ja, amüsiert stellte ich mir die Szene vor. Wahrscheinlich hat sie dich für eine erfrischende Abwechslung gehalten. Das wage ich zu bezweifeln, Cessnack. Sie kreischte wie eine Todesfee und stieß mir das Knie in den Unterleib. Während ich mich vor Schmerz krümmte, hätte sie mir beinahe mit dem Kerzenleuchter den Schädel eingeschlagen. Und was hast du gemacht? Ich habe sie niedergeschlagen. In dem Augenblick war mir nicht gerade ritterlich zumute und sie mit den Bändern ihrer Nachthaube gefesselt. Dann habe ich ihr ein Handtuch in den Mund gestopft, damit sie endlich aufhörte, mir Schimpfnamen an den Kopf zu werfen und ihr Zimmer durchsucht, bis ich die Schlüssel gefunden hatte. Gut gemacht. Doch da fiel mir etwas ein. Aber woher wusstest du, wo die Haushalterin schläft? Das hat mir die Wäscherin erzählt, meinte er gelassen, aber erst musste ich ihr erklären, wer ich bin und ihr androhen, sie auszuweiden und am Spieß zu braten, wenn sie mir nicht sagte, was ich wissen wollte. Er lächelte gequält. Ich hab's dir gesagt, Cessnick, es hat seine Vorteile, wenn einem der Ruf eines Barbaren vorauseilt. Vermutlich haben inzwischen alle vom roten Jamie Fraser gehört. Gegen Morgen setzte heftiger Schneeregen ein, aber wir ritten noch eine Weile, ehe James sein Pferd zügelte und sich in den Steigbügeln aufstellte, um Ausschau zu halten. Dann deutete er auf einen Hügel, der sich zur Linken erhob. Da es immer noch dunkel war, mussten wir absitzen und die Pferde den fast unsichtbaren Pfad hinaufführen, der sich durch Heidekraut und Granitfelsen wand. Als wir auf dem Gipfel angelangt waren und verschnauften, wurde es hell. Beim Abstieg konnte ich nun wenigstens die Rinnsale sehen und den Fußangeln in Gestalt von Brombeerranken ausweichen. In dem kleinen Talkessel am Fuße des Hügels standen sechs Häuser, obwohl Haus nicht das rechte Wort war für die armseligen Hütten, die sich dort unter den Lärchen duckten. Die strohgedeckten Dächer waren so tief hinuntergezogen, dass von den Mauern kaum noch etwas zu sehen war. Vor einer Hütte machten wir Halt. Ich sah Jamie zögernd an, und als dieser nickte, legte ich Ich blickte erst auf den dunklen niedrigen Eingang der Hütte und dann auf den schlaffen Körper unter dem Plate, den zwei der Männer losbanden. Jamies Arm zitterte, er schloss kurz die Augen und seine Lippen bewegten sich. Dann trat er vor und nahm die Last mit ausgestreckten Armen entgegen. Ich strich mir das Haar aus dem Gesicht und folgte ihm gebückt durch Jugs Witwe lauschte schweigend und mit gesenktem Haupt Jamies gälischen Beileidsworten, während ihr die Tränen über die Wangen liefen. Zögernd streckte sie die Hand nach dem Plate aus, als wollte sie es weg ziehen, aber dann verließ sie der Mut. Unbeholfen ruhte ihre Hand auf dem Leichentuch, während sie mit der anderen ein kleines Kind an sich zog. Neben dem Feuer kauerten gewickeltes Bündel. Der Anblick des Babys hatte etwas Tröstliches, wenigstens das war von Juk geblieben. Doch dieses Gefühl wich der kalten Furcht, als ich die schmutzigen Kindergesichte im Halbdunkel sah. Juk hatte für sie gesorgt. Der Älteste war tapfer und arbeitswillig, aber nicht älter als vierzehn und das nächste Kind war ein Mädchen von etwa zwölf Jahren. Wie Zähne mehr. Erschrocken bedachte ich, dass sie wohl nur einige Jahre älter war als ich. Sie wies auf das Bett und Jamie legte den Leichnam behutsam nieder. Dann sprach er wieder auf Gälisch mit ihr, doch sie schüttelte hoffnungslos den Kopf und starrte unverwandt die verhüllte Gestalt auf dem Bett an. Jamie kniete neben dem Bett nieder, neigte den Kopf und legte eine Hand auf den Leichnam. Er sprach leise, aber deutlich, und selbst ich mit meinen beschränkten Gälisch-Kenntnissen konnte ihm folgen. Ich schwöre dir, Freund, und Gott, der Allmächtige, sei mein Zeuge. Um der Liebe willen, die du für mich empfunden hast, sollen die deinen niemals Not leiden, solange ich etwas zu geben habe. Reglos verharrte er auf den Knien. In der Hütte war außer dem Knacken des Torffeuers und dem Geräusch des Regens auf dem Strohdach kein Laut zu hören. Jamies Haare waren dunkel vor Nässe und Regentropfen leuchteten auf den Falten seines Plates. Dann ballte er seine Faust zu einem letzten Abschiedsgruß und stand auf. Jamie verneigte sich vor Mrs. Monroe und nahm meinen Arm. Doch bevor wir gehen zurück, um Mary Hawkins, gefolgt von Mördeck, Platz zu machen. Mary war nicht nur durchnässt, sondern auch verwirrt. Ein feuchtes Plate lag um ihre Schultern und unter dem durchweichten Samt ihres Morgenmantels lugten ihre schmutzigen Hausschuhe hervor. Als sie mich erblickte, trat sie rasch an meine Seite, als wäre sie dankbar für meine Gegenwart. Ich wollte nicht hereinkommen, aber Mr. Mördeck hat darauf bestanden. Jamie runzelte fragend die Stirn, während Mördeck Mrs. Monroe respektvoll grüßte und sie auf Gälisch ansprach. Mördeck sah aus wie immer, grießgrimmig, aber tüchtig, doch mir fiel auf, dass seine Haltung noch mehr Würde zeigte als sonst. Vor dem Bauch trug er eine pralle Satteltasche, vielleicht ein Abschiedsgeschenk für Mrs. Monroe, dachte ich. Mördeck legte die Tasche vor mir auf den Boden. Dann richtete er sich auf und sah erst mich an, dann Mary, dann Hugh Monroe's Witwe und zuletzt Jamie, der ebenso verdutzt wirkte wie ich. Nachdem Mördeck sich der Aufmerksamkeit seines Publikums vergewissert hatte, verbeugte er sich in aller Form vor mir, wobei ihm eine dunkle Locke in die Stirn fiel. Ich richtete er sich wieder auf und verneigte sich nacheinander vor Mary und Mrs. Monroe. Und Gerechtigkeit für das Unrecht, das euch widerfahren ist. Mary nieste und wischte sich hastig die Nase mit ihrem Plate ab. Mit großen Augen starrte sie Mördeck an. Ich blickte auf die ausgebeulte Satteltasche und die Kälte, die mir plötzlich über den Rücken kroch, hatte nichts mit dem Wetter draußen zu tun. Aber es war Hugh Munroes Witwe, die auf die Knie niedersank, mit ruhiger Hand die Tasche öffnete und den Kopf des Herzogs von Sandringham herauszog. Die Reise nach Schottland war beschwerlich. Wir mussten Umwege machen und stets auf der Hut sein, damit uns niemand als Hochländer erkannte. Deshalb konnten wir weder Lebensmittel kaufen noch betteln, sondern mussten uns da und dort ein paar Bissen aus unbewachten Schuppen stehlen oder uns mit den wenigen essbaren Wurzeln begnügen, die ich auf den Feldern fand. Wir kamen unendlich langsam voran. Wir hatten keine Ahnung, wo sich die schottische Armee inzwischen befand, außer, dass sie nördlich von uns liegen musste. Aus diesem Grund beschlossen wir, zuerst nach Edinburgh zu reiten, denn dort wurden wir wenigstens Nachricht über den Fortgang des Feldzugs bekommen. Dort angekommen, begab sich Jamie sofort ins Hauptquartier, während Mary und ich Alex Rundles Wohnung aufsuchten. Wortlos eilten wir die Straße hinauf, beide voller Angst, was wir dort vorfinden würden. Alex war da. Marys Knie gab nach, als sie den Raum betrat und vor seinem Bett niedersank. Oh Gott, murmelte er immer wieder, den Mund in Marys Haar vergraben. Ich dachte, mein Gott, ich habe darum gebetet, dich noch ein einziges Mal zu sehen. Es überraschte mich, dass er so lange durchgehalten hatte. Viel Zeit würde ihm jetzt nicht mehr bleiben. Die Wahrheit, die er in meinem Gesicht las, überraschte ihn nicht, und er drückte Marys Hand. Wir haben es die ganze Zeit gewusst, meine Geliebte, flüsterte er, verzweifle nicht. Ich werde immer bei dir sein, dich beobachten, dich lieben. Mrs. Fraser? Alex musste sich anstrengen. Ich möchte sie fragen, könnten sie morgen wiederkommen und ihren Gemahl mitbringen? Es ist wichtig. Ich zögerte kurz. Ganz gleich, was Jamie in Erfahrung bringen mochte, er würde sofort aus Edinburgh aufbrechen wollen, um sich der Armee anzuschließen und seine Männer zu suchen. Aber die flehentliche Bitte, die aus den beiden Augenpaaren sprach, konnte ich nicht einfach abweisen. Wir kommen, sagte ich. Ich bin ein Narr, brummte Jamie auf dem Weg durch die steilen kopfstein gepflasterten Straßen. Ich weiß, erwiderte ich ungeduldig, aber ich habe es versprochen, und wenn du ihn siehst, dann wirst du mich verstehen. Aber er hielt mir ohne ein weiteres Wort der Klage die Tür zu dem baufälligen Wir fanden Mary halbsitzend, halbliegend auf dem Bett. Als Alex mich erblickte, befreite er sich sanft aus ihrer Umarmung. Sein Gesicht war bleicher als das Leinen, auf dem er lag. Mrs. Fraser, wie freundlich, von Ihnen zu kommen, sagte er keuchend. Mary sah mich und Jamie an. Dann stand sie auf und legte scheu die Hand auf seinen Arm. Ich wir brauchen sie, Warach. Ich glaube, es war mehr das Stottern als die förmliche Anrede, die ihn rührte. Obwohl er immer noch finster drein blickte, entspannte er sich etwas. Höflich verneigte er sich vor ihr. Erlix lächelte Jamie an. Ich verspreche, sie nicht lange aufzuhalten. Wir erwarten noch einen weiteren Gast. Während wir warteten, tat ich, was in meinen Kräften stand. Ich verabreichte ihm Fingerhut sowie etwas Kampfer, um ihm das Atmen zu erleichtern. Mary hielt unterdessen Alex Hand und er blickte sie unverwandt an, als wollte er sich ihre Züge auf ewig einprägen. Da öffnete sich die Tür und John Snell Randall stand auf der Schwelle. Verständnislos sah er mich und Mary an, doch dann erkannte er Jamie und seine Züge versteinerten. Jamie sah ihm in die Augen, wandte sich dann um und wies mit einem Nicken auf das Bett. Ich nahm Mary am Ellbogen und zog sie sanft beiseite. Ganz gleich, was man Randall vorzuwerfen hatte, es stand ihm zu, ungestört einige letzte Worte mit seinem Bruder zu wechseln. Wie erstarrt vor Verzweiflung folgte sie mir zum anderen Ende der Kammer, wo ich sie auf ersticktes Schluchzen. Jonathan Randall hatte sein Gesicht im Schoß seines Bruders vergraben, während Alex seinen Kopf streichelte. Johnny, sagte er, du weißt, dass ich diese Bitte nicht leichtfertig ausspreche, aber um der Liebe willen, die du für mich empfindest. Als er hustete, färbten sich seine Wangen vor Anstrengung rot. Jamie sah mich mit großen Augen an, ein Schauer lief mir über den Rücken. Marys blühende Erscheinung trotz ihres Elends, alles fügte sich nun zu einem Bild. Es geht nicht um Geld, erklärte ich an Hauptmann Randall gewandt. Sie erwartet ein Kind. Er will, ich räusperte mich, ich glaube, er möchte, dass sie Mary heiraten. Die Lieder immer noch gesenkt, nickte Alex. Er seufzte tief, dann sah er mit glänzenden Augen in das verblüffte, verständnislose Gesicht seines Bruders. Ja, sagte er, Johnny, ich will, dass mein Kind den Namen Randall trägt. Sehnsüchtig streckte er die Hand aus. Mary ergriff sie und drückte sie innig an ihre Brust. Alex streckte eine Hand nach seinem Bruder aus, der sie zögernd ergriff. Dann führte er beide zusammen, legte Mary's in Randalls Hand und schloss seine Hände fest um die beiden. Ich gebe euch einander, meine Lieben, sagte er leise. Wir haben nicht viel Zeit. Ich werde euch selbst trauen. Jetzt. Deshalb habe ich Mrs. Fraser gebeten, ihren Gatten mitzubringen. Sind Sie bereit, Trauzeuge zu sein, Sir? Er sah Jamie an, der zur Salzsäule erstarrt war und endlich mechanisch nickte. Ich glaube nicht, dass ich je drei so tief unglückliche Menschen gesehen habe. Randall gab sein Eheversprechen mit fester Stimme, wirkte aber völlig unbeteiligt. Jamie berührte meine Schulter und ich blickte zu ihm auf. Er nickte in Marys Richtung. Bleib bei ihr, sagte er ruhig. Es wird nicht lange dauern, oder? Nein. Er nickte. Dann überwand er sich und ging auf Jonathan Randall zu. Er nahm die erstarrte Gestalt behutsam am Arm und führte sie zur Tür. Kommen Sie, Mann, sagte er ruhig. Ich bringe sie sicher nach Hause. Ich schloss die Tür unseres Gasthofzimmers hinter mir und lehnte mich erschöpft dagegen. Draußen war es dunkel geworden und die Rufe des Nachtwächters halten durch die Straßen. Jamie stand am Fenster und beobachtete mich. Dann kam er zu mir und zog mich an sich, noch bevor ich meinen Umhang ablegen konnte. Dankbar sank ich an seine Brust. Er legte den Arm unter meine Knie, hob mich hoch und trug mich zum Fenstersitz. Ich versuchte zu lächeln. Zumindest wissen wir jetzt, dass Frank in Sicherheit ist. Jamie blickte mich finster an, seine rötlichen Brauen zogen sich zusammen. Verflucht sei Frank, rief er zornig, verflucht seien alle Randalls. Er packte mich an den Schultern und schüttelte mich. Und verflucht seist auch du, Claire Randall Fraser, wenn ich schon mal dabei bin. Ich hasse jede Erinnerung, in der ich nicht vorkomme, jede Träne, die du um einen anderen vergossen hast, und jede Sekunde, die du im Bett eines anderen Mannes verbracht hast. Er zog mich an sich und küsste mich hart. Du gehörst mir, Claire Fraser, mir, und ich werde dich nicht teilen, mit keinem Mann und mit keiner Erinnerung, solange wir beide leben. Du sprichst den Namen des Mannes nie mehr aus, hörst du? Er unterstrich seine Worte mit einem leidenschaftlichen Kuss und stieß mich dann wieder von sich. Bei Gott, warum hast du... Ich weiß, aber musstest du... Ich setzte diesem Gestammel ein Ende, indem ich ihn an mich zog und küsste. Ja, sagte ich fest, als ich ihn freigab. Ich musste, aber jetzt ist es vorbei. Ich löste die Bänder meines Umhangs und ließ ihn zu Boden fallen. Jamie, ich bin müde, willst du mich ins Bett bringen? Er sah mich lange an. Seine Augen lagen vor Anstrengung und Müdigkeit tief in den Höhlen. Ei, sagte er schließlich leise, ei, ich rauhnte ich einmal. Gott verzeih mir, Moduin, ich konnte nicht, ist schon gut. Ich verschloss seine Lippen mit einem Kuss, hielt ihn fest und spürte, wie die Wut in ihm abflaute und die Zärtlichkeit wuchs. Ohne den Mund von meinem zu lösen, verharrte er still, erforschte sanft meine Lippen und liebkoste sie mit der Zungenspitze. Er hatte sich seit dem Morgen nicht rasiert dann ließ er sich zur Seite rollen, um mich nicht unter sich zu erdrücken und wir fuhren fort, Körper an Körper in Zärtlichkeit vereint und verständigten uns in einer Sprache ohne Worte. Er umspannte meine Hüften mit seinen großen warmen Händen und zog mich an sich und der Schauder, der mich überlief, erfasste auch ihn, als wären wir ein Leib. Nachts erwachte Moduin. Er sprach sanft, leise und beruhigend, aber der Unterton entging mir nicht und als ich nach seinem Gesicht tastete, spürte ich die Tränen auf seinen Wangen. Was ist, Geliebte? flüsterte ich. Jamie, ich liebe dich. Das weiß ich, erwiderte er ruhig. Ich weiß es, meine Einzige. Wenn du schläfst, will ich dir sagen, wie sehr ich dich liebe. Denn wenn immer wieder dieselben armseligen Worte, aber wenn du in meinen Armen ruhst, kann ich dir Dinge anvertrauen, die bei Tage dumm und verrückt klingen würden. Schlaf wieder ein, Moduin. Ich streifte mit den Lippen seinen Hals, dort, wo unter der kleinen, dreieckigen Narbe die Schlagader pulsierte. Dann bettete ich meinen Kopf auf seine Brust und gab meine Träume in seine Obhut. Als wir der Armee der Hochländer auf ihrem Rückzug nach Norden folgten, stießen wir immer wieder auf Soldaten und ihre Spuren. Wir überholten kleinere Gruppen, die verbissen zu Fuß dahin stapften, den Kopf vor dem Regen gebeugt, den ihnen der Wind ins Gesicht peitschte. Die Männer, die wir trafen, kamen nur noch langsam voran, viele konnten sich vor Hunger und Erschöpfung kaum noch auf den Beinen halten. Doch allesamt zogen sie auf Befehl ihres Prinzen trotzig nach Norden. Nachdem wir uns und die Pferde unbarmherzig zur Eile angetrieben hatten, trafen wir am Vormittag des 15. April am Kolodenhaus ein. Auf den Landstraßen hatte Reges Treiben geherrscht, aber der Hof lag verlassen da. Die erschöpften Männer hatten auch den letzten Winkel des Hauses mit Beschlag belegt. Im Schlaf suchten sie den nagenden Hunger zu vergessen und das Wissen um die bevorstehende Katastrophe zu verdrängen. Jamie ließ mich mit einer Entschuldigung vor der Tür stehen, die zum Quartier des Prinzen führte. Meine Anwesenheit wäre jetzt keine Hilfe gewesen. Leise ging ich durch die Räume, die von dem schweren Atem der Schlafenden und einer fast greifbaren Verzweiflung erfüllt waren. Unter dem Dach fand ich eine kleine Abstellkammer. Das einzige kleine Fenster zeigte nichts als trüben grauen Nebel. Mit der Ecke meines Umhangs wischte ich die Scheibe sauber, doch auch danach war der Ausblick nicht klarer. So lehnte ich die Stirn gegen das kühle Glas. Irgendwo dort draußen lag das Schlachtfeld von Koloden, doch ich Inzwischen hatte die Nachricht vom grausamen rätselhaften Tod des Herzogs von Sandringham auch Prinz Charles erreicht. Als wir uns auf unserem Weg nach Norden sicher genug fühlten und es wieder wagten mit Passanten zu reden, war das Ereignis in aller Munde gewesen. Es verging eine lange Zeit, wie mir schien, bis ich endlich das Knarren der blanken Bodendielen auf der Treppe hörte. Als ich die Tür öffnete, trat Jamie gerade auf den Absatz. Ein Blick auf sein Gesicht und ich wusste Bescheid. Es stimmt, sagte Jamie ohne Umschweife. Hunger und Zorn ließen seine Wangenknochen deutlich hervortreten. Unsere Soldaten ziehen nach Koloden, soweit sie dazu in der Lage sind. Seit zwei Tagen haben sie weder gegessen noch geschlafen und für die Kanone gibt Dolch und rammte ihn mit aller Kraft in die Tischplatte, wo er zitternd stecken blieb. Auf dem Lande heißt es, wenn ein Mann Blut an seinem Dolch sieht, ist er dem Tod geweiht. Scharf sog er den Atem ein. Nun, jeder von uns sieht Blut an seinem Dolch, das hilft uns aber auch nicht weiter. Er stützte sich auf den Tisch und vergrub den doch sie mussten gesagt werden. Doch es gibt einen Ausweg, flüsterte ich. Alles hängt von Charles Stuart ab. Die Schlacht, der Krieg, alles liegt in seiner Hand. Wenn er tot wäre... Jamie hatte die Augen geschlossen und alles Blut war aus seinem Gesicht gewichen. Wenn er stirbt, jetzt, heute, ohne Charles gibt es nichts, für das wir kämpfen müssen, es würde nicht zur Schlacht kommen. Jamie schluckte schwer, dann öffnete er die Augen und blickte mich entsetzt an. Herr im Himmel, stammelte er, das kann doch nicht dein Ernst sein. Meine Hand schloss sich um den gold gefassten Kristall an meiner Kette. Ich wüsste schon, wie ich es anfangen würde. Das Herz klopfte mir bis zum Halse, so dass ich kaum Luft bekam. Ich würde ihm damit er stirbt, nachdem er deine Medizin getrunken hat. Himmel Claire, sie würden dich auf der Stelle umbringen. Spielt das eine Rolle? Verzweifelt bemühte ich mich, meiner Stimme einen festen Klang zu geben. Denn in Wahrheit tat es das, weiß Gott. Gerade im Augenblick war mir mein Leben weitaus kostbarer als die Hunderte, die ich durch diese Tat vielleicht retten würde. Zitternd vor Angst, ballte ich die Hände zu Fäusten. Im nächsten Augenblick war Jamie mir zur Hilfe geeilt. Da meine Beine unter mir nachgaben, brachte er mich zu der Bank, wo wir uns gemeinsam setzten und er mich fest umschlang. Du hast den Mut einer Löwen, Morduin, flüsterte er mir ins Ohr. Aber ich lasse nicht zu, dass du das tust. Der kleine Raum, in dem wir saßen, hatte zwar einen Kamin, doch ein Feuer brannte nicht, es gab keinen Brennstoff mehr. Jamie starrte auf die Feuerstelle, als könnte er dort eine Antwort finden. Mord. Nicht nur gewöhnlicher Mord, sondern Königsmord. Und zu allem Überfluss noch an einem Mann, den er einmal seinen Freund hatte nennen dürfen. Schließlich ließ er die Luft mit einem fast unhörbaren Seufzer entweichen und mit unendlicher Trauer blickte er mich an. Ich kann es nicht, flüsterte er. Er strich mir über die Wange. Ich wünschte bei Gott, ich könnte es, aber ich kann es nicht. Die Woge der Erleichterung, die mich durchströmte, raugte mir fast den Atem. Oh, Jamie, ich bin ja so froh, flüsterte ich. Er legte den Kopf auf meine Hände und ich legte die Wange auf sein Haar. Doch mitten in der Bewegung erstarrte ich. Im Türrahmen stand Dougal McKenzie und musterte uns hasserfüllt. Du schmutzige, verräterische, buhlerische Hexe! Jamie fuhr auf, als wäre er von einer Kugel getroffen worden und sein Gesicht war weiß wie der Schneeregen vor dem Fenster. Auch ich sprang auf und riss dabei die Bank um. Dougal McKenzie trat langsam auf mich zu. Dabei schob er die Falten seines Umhangs beiseite, sodass er sein Schwert packen konnte. Die Tür zu unserer Kammer musste angelehnt gewesen sein. Wie lange mochte er dort draußen gestanden und unser Gespräch belauscht haben? Du, sagte er leise, ich hätte es wissen müssen. In seinen Augen sah ich Angst und Wut. Plötzlich nahm ich neben mir eine Bewegung wahr und Jamie drängte mich zurück. Dougal sagte er es ist nicht so wie du denkst. Nicht so wie ich denke? Noch immer sprach er leise. Da höre ich wie diese Frau dich überreden will einen Mord zu begehen einen Mord an unserem Prinzen und nicht nur einen schändlichen Mord sondern auch Verrat und dann willst du mir einreden es wäre nicht so wie ich denke? Er schüttelte den Kopf sodass ihm die roten Locken auf den Schultern tanzten. Ich gebe dir keine Schuld mein Junge. Plötzlich klang seine Stimme müde. Sie hatte ich in ihren Bann geschlagen, das sieht doch jeder. Verächtlich verzog er den Mund, als er den Blick wieder auf mich richtete. Mit der gleichen Hexerei hat sie es seinerzeit auch bei mir versucht. Mir schlugene mordlüsterne Schlampe wie die packt einen Mann bei seinem Schwanz und führt ihn in den Untergang. Das ist der Zauber, den sie anwenden, Junge, sie und diese andere Hexe. Sie zerren dich in ihr Bett und wenn du den Kopf zum Schlummer auf ihre Brust legst, stehlen sie dir die Seele. Sie stehlen dir die Seele und verschlingen deine Männlichkeit, Jamie. Er fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen. Noch immer starrte er mich an, die Hand unerbittlich um den Schwertgriff geschlossen. Tritt beiseite, Junge, ich werde dich aus den Klauen dieser englischen Hure befreien. Die tief liegenden Augen unverwandt auf mein Gesicht gerichtet, zog das Oberhaupt der McKenzie's seinen Dolch aus dem Gürtel. Sie gehört mir, sagte er heiser, Hexe, Verräterin, zur Seite, Junge, ich will dir keinen Schaden zufügen, aber bei Gott, wenn du sie schützen willst, dann töte ich auch dich. Er drängte sich an Jamie vorbei und packte mich am Arm. Ich schrie vor Schmerz und wehrte mich verzweifelt, als er mich zu sich heranzog. Doch er packte mich an den Haaren und zwang meinen Kopf nach hinten. Im nächsten Augenblick rammte ihm Jamie mit aller Wucht die Faust in die Rippen. Bei Jamies zweitem Schlag lockerte sich sein Griff in meinem Haar. Ich taumelte und fiel nach hinten gegen den Tisch. Dougal wirbelte herum, um sich Jamie zu stellen, den Dolch noch erhoben. So soll es denn sein, sagte er schwer atmend. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, du verdammter Fraser-Spross. Um deiner Mutter Willen schenke ich dir einen schnellen Tod. Da Jamies Dolch immer noch in der Tischplatte steckte, war er praktisch unbewaffnet. Dennoch ging auch er in Kampfstellung und blickte wachsam auf die Klinge, die ihn bedrohte. Mit einem Satz war Dougal bei Jamie und der Dolch traf Jamie seitlich, fuhr durch sein Hemd und hinterließ einen dunklen Kratzer in seiner Haut. Scharf zog Jamie die Luft ein. Dann sprang er nach hinten und griff nach Dougals Handgelenk. Er konnte die Attacke im letzten Moment abwehren. Die Klinge blitzte noch einmal auf und dann war sie zwischen den Kämpfenden verschwunden. Sie rangen ineinander verschlungen wie Liebende. Die Luft war von dem Geruch nach Schweiß und Wut erfüllt. Plötzlich eine hastige Bewegung und ein Ruck, ein angestrengtes Stöhnen und ein Schmerzenslaut. Mit verzerrtem Gesicht taumelte Dougal nach hinten. Aus seiner Kehle ragte der Griff des Dolches. Jamie stützte sich keuchend auf den Tisch. Seine Augen waren dunkel vor Entsetzen, sein Haar schweiß nass und sein aufgerissenes Hemd saugte sich mit dem Blut aus seiner Wunde voll. Dougal stieß einen schrecklichen Laut aus, einen röchelnden Entsetzensschrei. Er taumelte, doch Jamie fing ihn auf und wurde von dem Gewicht selbst in die Knie gezwungen. Dougals Kopf lag auf seiner Schulter und Jamie hielt ihn fest in den Armen. Er bewegte die Lippen, als wollte er mit letzter Kraft etwas sagen, doch aus seiner durchschnittenen Kehle kam nichts außer einem blut erstickten Krächzen. Jamie war aschgrau. Offensichtlich wusste er, was Dougal uns sagen wollte. Mit aller Macht versuchte er, den zuckenden Körper stillzuhalten. Nach einem letzten gewaltigen Aufbäumen und einem furchterregenden Rasseln blieb Dougal McKenzie reglos liegen. Wie benommen griff Jamie nach seinem Dolch, zog ihn aus der Tischplatte und schob mich aus der Tür und die Treppe hinunter. Auf halbem Weg blieb er stehen und lehnte sich mit geschlossenen Augen gegen die Wand. Sein Atem ging so schwer, als würde er gleich das Bewusstsein verlieren und voller Angst legte ich ihm die Hand auf die Brust. Sein Herz schlug wie wild und er zitterte. Doch nach einem Augenblick richtete er sich wieder auf, legte mir zu und nahm meinen Arm. Ich brauche Mörtek, sagte er. Wir fanden ihn vor der Tür. Er kauerte unter einem Dach Vorsprung und hatte sich zum Schutz vor dem Schneeregen in sein Plate gehüllt. Fergü hockte neben ihm und döste vor sich hin. Ich habe Dougal McKenzie umgebracht, sagte Jamie ohne weitere Vorrede. Mörteks Gesicht wurde vollkommen ausdruckslos. Doch schon bald nahm es wieder die gewohnte Miene mürrischer Verbissenheit an. EI, sagte er. Und was tun wir jetzt? Ich brauche ein paar Stunden, um meine Frau in Sicherheit zu bringen. Dann komme ich zurück und gebe euch Rechenschaft. Du hast mein Wort darauf, bei meiner Ehre. Aber diese paar Stunden brauche ich noch. Jamie griff in seine Feldtasche und beförderte einen zusammengefalteten Bogen zutage. Mit zitternden Fingern nestelte er daran herum, bis sich ihm das oben auf dem Bogen. In knappen Worten wurde darin, unter dem Namen Broch Tuarach bekannte Anwesen einem gewissen James Fraser Murray überschrieben. Als Treuhänder bis zur Volljährigkeit sollten die Eltern des besagten Kindes fungieren, nämlich Janet Fraser Murray und Ian Murray. Unter dem Dokument prangte Jamies Unterschrift und darunter befanden sich zwei freie Zeilen mit dem Wort Zeuge. Datiert war es auf den 1. Juli 1745, einen Monat bevor Charles Stuart seinen Aufstand begonnen und Jamie Fraser zu einem Verräter an der Krone gemacht hatte. Ich brauche Clares und deine Unterschrift, sagte Jamie, aber das bedeutet, dass du wegen des Datums ein falsches Zeugnis ablegst, und ich habe kein Recht, das von dir zu verlangen. Mertex dunkle Knopfaugen glitten rasch über die Urkunde. Nein, sagte er trocken, das Recht hast du nicht, aber dass ich es unterzeichne, steht wohl außer Frage. Er stieß Fergü mit dem Fuß an, und der Junge fuhr blinzelnd auf. Troll dich und hole deinem Herrn Tinte und Feder aus dem Haus, Junge, sagte Mertex, und spute dich. Wann mochte Jamie die Urkunde verfasst haben? Durch das falsche Datum wurde der Eindruck erweckt, dass er seinen Besitz übereignet hatte, bevor er zum Verräter geworden war, dessen Hab und Gut jederzeit beschlagnahmt werden konnte. Auf diese Weise konnten wenigstens Jenny und ihre Familie im Gutshaus bleiben. Nacheinander leisteten wir unsere Unterschrift. Soll ich das Papier zu deiner Schwester bringen? fragte Mertex, als ich es zum Trocknen hin und her schwenkte. Jamie schüttelte den Kopf. Nein, das macht Fergü. Ich? Erstaunt riss der Junge die Augen auf. Ja, du. Jamie nahm mir den Bogen aus der Hand, faltete ihn zusammen und schob ihn unter Fergü's Hemd. Du musst es unverzüglich zu meiner Schwester bringen, zu Madame Murray. Es ist mehr wert als mein Leben und auch mehr als deins. Ein schwaches Lächeln zog über James Gesicht. Er legte die Hand auf den weichen Schopf des Jungen. Fergü sank auf die Knie und küßte Jamie stürmisch die Hand. Doch im nächsten Augenblick war er schon wieder auf den Füßen und schoss davon. Eine kleine Gestalt, die rasch vom Nebel verschluckt worden war. Und dich brauche ich, um die Männer zu sammeln. Mörtek runzelte die Stirn, doch er nickte gehorsam. Ich bringe meine Frau in Sicherheit und dann er zögerte und zuckte die Achseln. Werde ich einmal und wandte sich zum Gehen. Doch dann blieb er stehen und wandte sich zu Jamie um. Seine schmalen Lippen zuckten, als er sagte, um eins möchte ich dich bitten, mein Junge. Lass es die Engländer sein und nicht dein eigenes Volk. Jamie fuhr zusammen, doch nach einem Augenblick nickte er. Wortlos streckte er die Arme nach dem Älteren aus. Kurz hielten sie sich umschlungen, dann war auch Mörtek fort. Ich war der letzte Punkt auf Jamies Tagesordnung. Komm, Sersnack, sagte er und nahm meinen Arm, wir müssen aufbrechen. Niemand hielt uns auf. Ich bringe meine Frau in Sicherheit. Ich hatte keine Ahnung, was er damit meinte, doch als er sein Pferd zwei Stunden später Richtung Süden wandte und der steile grüne Berg namens Craig vor uns auftauchte, wurde es mir klar. Nein, rief ich, als ich begriff, was er vorhatte, nein, Jimmy, ich gehe nicht zurück. Er antwortete nicht. Stattdessen gab er seinem Pferd die Sporen und ließ mir keine andere Wahl, als ihm zu folgen. Meine Gefühle waren in Aufruhr, denn zu dem Grauen vor der anstehenden Schlacht und dem Entsetzen über Dougals Tod gesellte sich nun noch die Aussicht durch den Stein zu gehen, in den Zauberkreis zu treten, durch den ich hierher gekommen war. Jamie hatte nichts anderes im Sinn, als mich in meine eigene Zeit zurück zu schicken, wenn das überhaupt möglich war. Aber sollte er sich in den Kopf setzen, was er wollte, ich biß die Zähne zusammen und folgte ihm auf dem schmalen Pfad durch die Heide. Keine Macht der Erde konnte mich dazu bringen, ihn jetzt zu verlassen. Wir standen nebeneinander an der Schwelle der verfallenen Karte, die am Fuß des Berges lag. Sie war schon seit Jahren unbewohnt, denn die Einheimischen glaubten, der Berg sei verzaubert, ein Feenhügel. Jamie hatte mich den Weg entlang gezerrt, ohne meine Einwände zu beachten. Gut, sagte er endlich, uns Er setzte sich auf den Boden und hüllte sich in sein Plate. Zwar hatte der Regen vorübergehend ausgesetzt, doch von den nahegelegenen Bergen mit ihren schneebedeckten Gipfeln blies ein kalter Wind. Erschöpft ließ Jamie den Kopf auf die Knie sinken. Ich hockte mich neben ihn und wir saßen lange so da und schwiegen. Jamie, sagte ich schließlich. Ich streckte die Hand aus, um ihn zu streicheln, doch dann zog ich sie zurück und ließ sie sinken. Jamie, verzeih mir für das, was ich dir angetan habe. Er lächelte mich mit unendlicher Zärtlichkeit an und legte seine warme Hand an meine Wange. Ei, und was ist mit dem, was ich dir angetan habe, Sesnik? Ich habe dich aus deinem Heim herausgerissen, in die Armut, in das Dasein eines Geächteten und ich habe dich über Schlachtfelder geführt und dein Leben in Gefahr gebracht. Wirfst du mir das vor? Du weißt genau, dass ich das nicht tue und ich ebenso wenig Sesnik. Als er zur Bergkuppe hochblickte, schwand das Lächeln aus seinem Gesicht. Der Steinkreis selbst war vor unseren Blicken verborgen, doch ich spürte die Bedrohung, die von ihm ausging. Ich gehe nicht, Jamie, wiederholte ich hartnäckig. Ich bleibe bei dir. Nein, er schüttelte den Kopf. Er sagte es sanft, aber seine Stimme war fest und ließ keinen Widerspruch zu. Ich muss zu meinen Männern zurückgehen, Claire. Wir könnten versuchen, nach Frankreich zu fliehen, schlug ich vor. Doch noch während ich das sagte, wusste ich, dass ihn nichts von der einmal getroffenen Entscheidung abbringen würde. Nein, sagte er leise. Er wies auf das dunkle Tal unter uns und die Berge, die sich dahinter abzeichneten. Charles Stewart wird von den Engländern gejagt. Doch mir werden nicht nur die Engländer, sondern auch die Clans auf den Fersen sein. Ich habe beide Seiten verraten, bin ein Aufständischer und ein Mörder, Claire. Er hielt inne und rieb sich mit der Hand den Nacken. Claire, mich erwartet der sichere Tod. Tränen strömten mir über die Wangen. Aber du! Mit einem Finger zog er die Form meiner Lippen nach. Dich kann ich retten, Claire, und daran wird mich niemand hindern. Das ist das Wichtigste. Und dann gehe ich zurück und bringe meine Männer in Sicherheit. Die Männer von Lallibruch? Wie willst du das anstellen? Jamie runzelte die Stirn und strich Gedanken verloren über sie fortschaffen. Auf dem Moor wird ein großes Durcheinander herrschen. Sie werden mir folgen, ohne Fragen zu stellen. Mörtek hat sie sicher bereits versammelt und ich werde sie vom Schlachtfeld fortführen. Wenn sich mir jemand in den Weg stellt, verweise ich auf das Recht, meine Männer selbst in die Schlacht zu führen. Er holte tief Luft. Seine gerunzelte Stirn verriet, dass er sich die Szene auf dem Schlachtfeld bildlich vorstellte. Und dann führe ich sie fort, in Sicherheit. Ich werde sie bis zur Straße nach Lallibroch geleiten. Er schwieg, als wäre sein Plan bis dahin gediehen und nicht weiter. Und dann? fragte ich. Die Worte waren mir entschlüpft, obwohl ich die Antwort nicht hören wollte. Und dann kehre ich zurück nach Koloden, sagte er mit einem tiefen Seufzer. Unsicher lächelte er mich an. Ich habe keine Angst vor dem Tod Sessnick. Wehmütig verzog er den Mund, nun zumindest keine große Angst. Obwohl ein Schauer durch seinen Körper fuhr, hörte er nicht auf zu lächeln. Plötzlich wich alle Angst von mir. Ich konnte ihn nicht verlassen und ich würde ihn nicht verlassen. Jamie, sagte ich den Kopf an seine Brust geschmiegt. Ich kehre mit dir zurück. Er machte sich von mir los und funkelte mich wütend an. Trotz meiner Entschlossenheit begann meine Stimme zu zittern. Jamie, ich kann nicht ohne dich leben. Er öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Umfassung ringend schüttelte er den Kopf. Über die Bergkuppen senkte sich die Dämmerung, während die Wolken noch dunkelrot schimmerten. Endlich streckte er die Arme aus und zog mich an sich. Glaubst du etwa, das wüsste ich nicht? fragte er leise. Aber du musst gehen, Moduin. Meine tapfere Löwin, du musst. Warum? Ich fuhr zurück und blickte ihn fragend an. Als du mir beim Hexen Prozess zur Flucht verholfen hast, hast du gesagt, du wärst notfalls auch mit mir Ei, das wäre ich, erwiderte er, aber ich trug auch nicht dein Kind unter dem Herzen. Du Hund, rief ich wütend, du hast mitgezählt, mitten im blutigsten Krieg hast du mitgezählt. Du etwa nicht? Nein! Ich hatte mir nicht eingestehen wollen, dass mein sehnlichster Wunsch jetzt und damit viel zu spät in Erfüllung gegangen war. Er blickte mich skeptisch an und legte seine große Hand sanft unter meine Brust. Du bist wirklich dünn, aber obwohl man deine Rippen zählen kann, sind deine Brüste rund und prall. Du vergisst, dass ich das schon einmal gesehen habe. Ich habe keinen Zweifel und du ja wohl auch nicht. Jamie ließ meine Hand los und baute sich, die Fäuste in die Seiten gestemmt vor mir auf, so werde ich sterben. Dieses Kind ist alles, was von mir bleibt. Dieses Kind und sonst nichts. Claire, ich bitte dich, ich flehe dich an, bring es in Sicherheit. Mir wurde schwarz vor Augen und im selben Moment wusste ich, dass mein Herz brach. Schließlich beugte ich mittlerweile war es fast dunkel. Jamie trat hinter mich und umschlang mich mit den Armen. Ich lehnte mich gegen ihn und gemeinsam blickten wir über das Tal. In der Ferne wurden Wachfeuer entzündet, sie flackerten wie kleine schimmernde Punkte. Schweigend sahen wir zu, wie die Nacht hereinbrach. Es war still auf dem Berghang. Ich hörte nichts anderes als Jamies gleichmäßigen Atem, der mir mit jedem Zug kostbarer wurde. Ich werde dich finden, flüsterte er mir ins Ohr, das verspreche ich dir, und wenn ich im Fegefeuer schmoren muss, zweihundert Jahre ohne dich, das soll die Strafe für meine Sünden sein, ich habe gelogen und getötet, gestohlen und mein Wort gebrochen, aber es gibt eine Sache, die vieles ausgleicht, wenn ich vor den Herrn hintrete, kann ich einen Punkt zu meinen Gunsten anführen. Er sprach so leise, dass ich ihn kaum noch verstand, dafür umschlang er mich noch fester. Herr, du hast mir eine wunderbare Frau gegeben, und Herr, ich habe sie von Herzen geliebt. Er liebkoste mich langsam und zärtlich, und ich erwiderte seine Liebkosungen voller Behutsamkeit. Jede Berührung, jeden Augenblick musste ich im Gedächtnis bewahren, als ihn. Ich strich über jeden geheimen Winkel seines Körpers, spürte die Anmut und die Kraft seiner Glieder, die Macht seiner Muskeln. Ich spürte den salzigen Schweiß in der Grube unter seiner Kehle, roch den warmen Moschusduft in den Haaren zwischen seinen Lenden, küßte seinen großen weichen Mund, der nach getrockneten Äpfeln und bitteren Wacholderbeeren schmeckte. Meine Einzige, du bist so schön, flüsterte er mir zu, als er über die feuchte, zarte Haut zwischen meinen Schenkeln strich. Sein Kopf war in der Dämmerung nicht mehr als ein großer, dunkler Fleck auf meiner weißen Haut. Das leise Donnergrollen eines Frühlingsgewitters ließ die Wände erzittern. So stark war sein Verlangen, dass er bei meiner Berührung schon fast schmerzlich aufstöhnte. Als er nicht mehr länger warten konnte, nahm er den höchsten Gipfel der Vereinigung, einen Gipfel, den wir ersehnten und den wir fürchteten, denn dahinter lag die Trennung. Wieder und wieder brachte er mich zum Höhepunkt, während er sich selbst schwer atmend und bebend zurückhielt. Schließlich strich ich ihm übers Gesicht, fuhr mit den Händen durch sein Haar, presste ihn an mich und bäumte ihm fordernd die Hüften entgegen. Komm, flüsterte ich zärtlich, begleite mich, jetzt gleich. Wir umklammerten uns leidenschaftlich und verzweifelt zugleich und unsere Schreie schienen in der Dunkelheit der alten Steinkarte endlos wiederzuhallen. Danach lagen wir reglos aneinander geschmiegt. Sein köstliches Gewicht war mir Schutz und Schild zugleich. Konnte es wirklich sein, dass aus dem Körper, der so warm, so kräftig, so pulsierend war, in den nächsten Stunden alles Leben weichen sollte? So lagen wir lange Zeit eng umschlungen, warm und geborgen unter Plate und Umhang mit unseren Kleidern als Matratze. Schließlich löste sich Jamie von mir, drehte mich auf die andere Seite und legte seine Hand auf meinen Bauch. Sein warmer Atemstrich über meinen Nacken. Schlaf ein wenig, Moduin, flüsterte er, ich möchte noch einmal so da liegen und dich und das Baby in den Armen halten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Schlaf finden würde, doch die Erschöpfung forderte ihren Tribut. Ohne Wellen aufzuwirbeln, tauchte ich in das Vergessen. Als ich in der Morgendämmerung erwachte, hielt Jamie mich immer noch umschlungen und ich sah zu, wie die Dämmerung die freundliche schützende Dunkelheit vertrieb. Der Schmerz, der mich durchzuckte, war so heftig, dass ich aufstöhnte und er öffnete die Augen. Als er mich sah, lächelte er und forschen glitt sein Blick über meine Züge. Er tat es mir gleich, wollte sich mein Gesicht einprägen. Jamie, sagte ich. Vom Schlaf und den vielen Tränen, die ich hinunter geschluckt hatte, war meine Stimme heiser. Jamie, ich möchte ein Zeichen von dir tragen. In meiner Reichweite entdeckte ich das kleine Messer, das Jamie immer im Strumpf trug. Schneide mich, drängte ich ihn, so tief, dass ich eine Narbe behalte. Wenn ich gehe, möchte ich ein Zeichen von dir mitnehmen, etwas, was mir immer bleibt. Als er die rasiermesserscharfe Klinge nahm, streckte ich ihm meine rechte Hand entgegen. Unter unseren Decken war es warm, doch in der kalten Luft des Raumes bildete unser Atem kleine Wölkchen. Jamie drehte meine Handfläche nach oben und untersuchte sie sorgfältig. Dann hob er sie an die Lippen und küßte sie sanft. Doch gleich darauf sog er scharf an meiner Daumenwurzel. Als er sie freigab, schnitt er rasch in das gefühllose Fleisch. Ich spürte nicht mehr als ein leichtes Brennen, doch auf der Stelle quoll Blut aus dem Schnitt. Rasch führte er meine Hand an seinen Mund und hielt sie dort, bis das Blut versiegt war. Dann verband er die mittlerweile schmerzende Wunde sorgsam mit einem Taschentuch, doch zuvor zeigte er mir den Schnitt. Ein etwas schiefes J. Als ich aufblickte, hielt er mir das kleine Messer entgegen. Ich nahm es und griff zögernd nach der Hand, die sich mir entgegenstreckte. Jamie schloss die Augen und presste die Lippen zusammen. Trotzdem entfuhr ihm ein schmerzliches Stöhnen, als ich die Messerspitze in die Wölbung seiner Daumenwurzel drückte. Erst als ich den kleinen, halbkreisförmigen Schnitt vollendete, merkte ich, dass er mir die linke Hand gegeben hatte. Ich hätte die andere nehmen sollen, sagte ich. Es wird wehtun, wenn du dein Schwert führst. Er lächelte leicht. Was könnte schöner sein, als dass ich in meinem letzten Kampf deine Berührung spüre. Ich löste das blutgetränkte Taschentuch und presste meine Wunde fest gegen seine. Als ich unser Blut vermischte, schlangen wir unsere Finger ineinander. Über den Tod hinaus, sagte er fest und zog mich wieder an sich. Um rechtzeitig am Moor von Drummussi einzutreffen, musste Jamie mich jetzt verlassen. Der Augenblick des Abschieds war gekommen, doch wir wussten beide nicht, wie wir Abschied nehmen sollten. Schließlich lächelte er traurig, beugte sich zu mir herab und küßte mich sanft. Die Morgensonne schien herein und ließ sein Haar in tausend Funken aufleuchten. Ich legte ihm die Hand auf die Schulter und suchte nach Worten. Jenny hatte mich einige der alten gälischen Bittgebete gelehrt und jetzt kramte ich in meiner Erinnerung nach ihrem Wortlaut. Heiliger Herr Jesus, stammelte ich heiser, ich rufe dich an. Heiliger Apostel Johannes, ich rufe dich an und alle Heiligen, sie mögen dich schützen im Kampf, der dir bevorsteht. Weiter kam ich nicht. Von unten drangen Geräusche in die Karte, Stimmen und Schritte. Jamie erstarrte, dann wirbelte er zu mir herum und schob mich zu der eingefallenen Rückwand des Häuschens. Da lang, raunte er mir zu, das sind Engländer, lauf Claire. Mit einem Stoß schob er mich zur Maueröffnung. Als ich darauf zulief, blickte ich mich noch einmal um. Jamie stand mit halbgezogenem Schwert in der einen und gezücktem Dolch in der anderen Hand in der Tür. Der Hang hinter dem Häuschen war menschenleer und ich kämpfte mich keuchend und blind vor Tränen durch die Zweige und das Unterholz. Von der Karte drangen Rufe und das Klirren von Waffen zu mir herauf. Plötzlich knackte es hinter mir im Gebüsch. Also hatte mich doch jemand aus der Karte fliehen sehen. Ich wischte die Tränen fort und da der Hang jetzt steiler wurde, kroch ich auf allen Vieren voran, so schnell ich konnte. Ich hatte den Felsvorsprung aus Granit erreicht, an den ich mich noch erinnerte. Dann sah ich auch das Gestrüpp, das aus den Felsspalten wuchs und das Geröll. Am äußeren Rand des Steinkreises blieb ich stehen und blickte nach unten. Verzweifelt versuchte ich zu erkennen, was dort geschah, wie viele Soldaten waren zur Karte gekommen. Hatte Jamie sich retten und zu seinem Pferd durchschlagen können, das weiter unten angebunden war, ohne Reittier würde er nicht mehr rechtzeitig am Moor eintreffen. Plötzlich wurden weiter unten die Zweige geteilt und eine Gestalt in Rot brach aus dem Unterholz. Ein englischer Soldat. Keuchend überquerte ich die Grasnarbe im Steinkreis und zwängte mich durch den gespaltenen Stein. Natürlich hatte er recht. Der verdammte Kerl hatte fast immer recht. Claire klang fast wütend, als sie das sagte. Mit einem kläglichen Lächeln blickte sie Brianna, die mit ausdruckslosem Gesicht auf dem Kaminvorleger saß an. Außer einer Haarsträhne, die sich in der Hitze des Feuers bewegte, zeigte sie keine Regung. Wieder eine Risikoschwangerschaft und dann eine schwere Geburt. Dort hätten wir beide wahrscheinlich nicht überlebt. Claire sprach nur ihre Tochter an, als wären sie allein im Raum und Roger, der sich nur langsam vom Zauber der Vergangenheit befreite, kam sich wie ein Eindringling vor. Ich will dir die ganze Wahrheit sagen. Ich konnte es nicht ertragen, ihn zu verlassen, sagte Claire leise, auch wenn es um deinetwillen geschah. Vor deiner Geburt habe ich dich manchmal gehasst. Er hat mich dazu gezwungen, um dich zu retten. Mir hätte es nichts ausgemacht, mit ihm zu sterben. Aber so musste ich ohne ihn weiterleben, und er hatte Recht, mein Teil war der schwerere. Ich habe mich seinem Wunsch gebeugt, weil ich ihn liebte. Und du und ich, wir sind am Leben geblieben, weil er dich geliebt hat. Brianna keuchte, doch Claire sprach weiter. Ihre Stimme wurde weich, als sie ihre Tochter ansah. Aber mit der Zeit wurdest du zu einem eigenständigen Wesen, warst weder Teil von Jamie noch von mir. Und da begann ich, dich um deinetwillen zu lieben, und nicht nur wegen des Mannes, der dich gezeugt hatte. Jäh fuhr Brianna in die Höhe. Frank Randall war mein Vater, rief sie, das weiß ich genau. Die Hände zu Fäusten geballt, starrte sie ihre Mutter an. Ihre Stimme zitterte vor Wut. Ich weiß nicht, warum du mir das alles antust. Daddy, Daddy hat mich geliebt. Wenn ich nicht sein Kind gewesen wäre, hätte er das nicht getan. Warum willst du mir einreden, er wäre nicht mein Vater? Mit einer Geschwindigkeit, die Claire und Roger auffahren ließ, wirbelte Brianna herum, griff nach den vergilbten Zeitungsausschnitten auf dem Tisch und warf sie in die Flammen. Dann nahm sie den Schürhaken und stocherte wild in der Glut herum. Schließlich stürmte sie aus dem Zimmer und warf die Tür hinter sich zu. Claire holte tief Luft und wandte sich an Roger, der ratlos in der Zimmermitte stand. Ihr fragte sie. Roger sah sie nachdenklich an. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, erwiderte er schließlich. Seine Antwort zauberte ein schwaches Lächeln auf ihr Gesicht. Das hat Jamie auch gesagt, als ich ihm erzählte, wo ich herkomme. Daraus kann man ihm keinen Vorwurf machen. Nach kurzem Zögern gab Roger sich einen Ruck und ging zu ihrem Sessel. Darf ich? Er kniete sich vor ihr hin, nahm ihre willenlose Hand und drehte sie zum Licht. Claires Handfläche war rosig, doch auf ihrer Daumenwurzel zeichnete sich weiß wie Schnee die schwache Linie eines J ab. Das beweist noch gar nichts, sagte sie, und in ihrer Stimme schwang Bitterkeit mit, das kann auch von einem Unfall her rühren. Roger richtete sich auf. Langsam ging er im Zimmer auf und ab und strich sich dabei immer wieder durchs Haar. Aber es ist ihnen wichtig, nicht wahr? Sehr wichtig sogar. Ja. Sie war jetzt aufgestanden und ging zum Schreibtisch, wo der Aktendeckel mit Rogers Forschungsergebnissen lag. Ich musste es einfach wissen. Ihre Stimme bebte leicht. Ich wollte wissen, ob es ihm gelungen war, ob er seine Männer retten konnte, oder ob er sich für nichts und wieder nichts geopfert erzählen. Auch wenn sie es mir jetzt nicht und vielleicht sogar nie glauben kann. Jamie war ihr Vater. Ich musste es ihr sagen. Ja, das kann ich verstehen. Aber das war nicht möglich, solange Frank Randall ihr Ehe noch am Leben war. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Ist schon gut. Sie können Frank ruhig meinen Mann nennen. Schließlich war er das viele Jahre lang. Und Brianna hat recht, in gewisser Weise war er ihr Vater. Sie blickte auf ihre Hände und spreizte die Finger, sodass auf den beiden Ringen, dem Silbernen und dem Goldenen, das Licht der Flammen tanzte. Plötzlich hatte Roger eine Eingebung. Der Ring, sagte er und trat wieder auf sie zu. Der silberne Ring, trägt er ein Zeichen vom Silberschmied? Im 18. Jahrhundert hatten Claire wirkte verdutzt. Unter langsamem Drehen schob sie den Ring mit den Hochland Ornamenten und den Distelblüten über ihren Knöchel. Sie hielt den Reif unter die Lampe und betrachtete prüfend die Innenseite. Da ist etwas eingraviert, stellte sie verwundert fest. Ich habe gar nicht gewusst, dass er... Oh mein Gott! Ihre Stimme brach und der Ring fiel ihr aus den Fingern und rollte davon. Roger fing ihn rasch auf, doch sie hatte sich schon abgewandt. Er wusste, dass sie ihr Gesicht vor ihm verbergen wollte, denn offensichtlich hatte sie die Selbstbeherrschung, die sie den ganzen Tag auch in der Auseinandersetzung mit Brianna gewahrt hatte, nun verlassen. Dami Basia Mille Claire sprach den Satz, nicht Roger. Ihre Stimme zitterte und er wusste, dass sie weinte, doch von Katul aus einem Liebesgedicht Hugh Munro hat mir das Gedicht zur Hochzeit geschenkt. Es stand auf dem Bogen, in den ein Stück Bernstein eingeschlagen war, ein Bernstein mit einer eingeschlossenen Libelle. Hilflos ließ sie die Hände sinken, ich kann nur einen Teil des Gedichts auswendig, Dami Basia Mille, dann übersetzte sie, gib der Küsse mir tausend und hundert darauf, hernach wieder tausend und noch einmal hundert. Nachdem sie geendet hatte, verharrte sie reglos mit dem kläglichen Versuch zu lächeln, aber kein Zeichen des Silberschmieds, also wieder kein Beweis. Doch Roger hatte das Gefühl, als würde ihm ein Kloß in der Kehle sitzen und rasch räusperte er sich, sogar der endgültige Beweis, zumindest für mich. In der Tiefe ihrer Augen leuchtete es auf und ein freudiges Lächeln huschte über ihr Gesicht. Dann strömten ihr plötzlich wieder Tränen über die Wangen und sie war nicht mehr in der Lage, die Flut aufzuhalten. Kommen Sie, sagte er, wir sollten ein bisschen Luft schnappen. Der Regen hat aufgehört, wir machen einen Spaziergang. Die Luft draußen war frisch und kühl, bei Sonnenuntergang hatte der heftige Regen nachgelassen. Claire empfand unendliche Erleichterung. So lange hatte sie sich davor gefürchtet und nun hatte sie es hinter sich. Trotz der traurigen Erinnerungen waren ihre Gefühle allmählich zur Ruhe gekommen. Brianna wusste jetzt, woher sie stammte. Claire hoffte inständig, dass sie es mit der Zeit auch glauben würde. Mehr, als sie es sich je eingestanden hatte, brauchte sie einen Menschen, mit und es gab noch etwas, das sie erledigen musste. Schweigend gingen sie eine Zeit lang nebeneinander her. Weil Roger sie nicht an Dinge erinnern wollte, die Claire vielleicht lieber vergessen hätte, mochte er kein Gespräch beginnen. Doch die Schleusen waren ein für allemal geöffnet worden und nichts konnte die Flut noch aufhalten. Zögernd und stockend stellte sie ihm einzelne Fragen. Er beantwortete sie, so gut er konnte, bevor er gleichfalls zögernd seine eigenen stellte. Die Gelegenheit nach all den Jahren der Selbstbeherrschung und Geheimnistuerei endlich frei sprechen zu dürfen, schien auf Claire wie eine Droge zu wirken. Roger hörte ihr wie gebannt zu und hatte sie bald aus der Reserve gelockt. Charles war ein Narr, ein Trunkenbold, ein schwacher, törichter Mensch, erklärte sie leidenschaftlich. Sie alle waren Narren. Und seltsamerweise ist es genau das, was überdauert hat, ihre Dummheit, ihr Unvermögen, ihre Feigheit und trunksüchtige Prahle reisend in Vergessenheit geraten. Geblieben ist von Charles Stewart und seinen Männern nur der Ruhm, den sie gesucht, aber nie gefunden haben. Schuld haben die Künstler, fuhr Claire fort, die Schriftsteller, die Benkelsänger, die Geschichtenerzähler. Denn sie gestalten die Vergangenheit nach ihren Vorstellungen um. Sie nehmen einen Narren und machen ihn zum Helden. Sie nehmen einen Säufer und machen ihn zum König. Sind sie denn allesamt Lügner? fragte Roger. Claire zuckte die Achseln. Lügner? fragte sie. Oder Zauberer? Sie wissen es nicht und ich weiß es nicht und wir werden es nie erfahren. Verstehen sie, man kann es nicht wissen, weil wir das Ende nicht kennen. Und es gibt kein geschehen musste und dass es alle anderen nach sich zog. Was Charles dem schottischen Volk angetan hat, war das eine historische Notwendigkeit? Oder musste sich alles so abspielen, damit aus Charles das wurde, was er ist, eine Ikone, eine Leitfigur? Hätte Schottland ohne ihn die 200 Jahre Vereinigung mit England überstanden und trotzdem seine Eigenständigkeit bewahrt? Sie wandte sich Roger zu. Ihr Gesicht schimmerten in der dunstigen Regenluft und in ihren Locken hatten sich feine Tropfen gefangen. Unnachgiebig wie der Wind, der die Segel eines Bootes aufbläht und es vorantreibt, legte sie Roger die Hand auf den Arm. Gehen wir zurück ins Pfarrhaus, Roger, sagte sie. Ich muss Ihnen noch etwas Wichtiges erzählen. Als sie im Pfarrhaus eintrafen, konnte er seine Neugier kaum noch zügeln. Claire ließ sich aufs Sofa sinken, während Roger ihnen ein Glas Whisky einschenkte. Claire dankte ihm und nahm einen Schluck. Dann setzte sie das Glas ab und blickte ihn müde, aber gefasst an. Wahrscheinlich fragen sie sich, warum sie die ganze Geschichte mit anhören sollten, stellte sie mit jener nervenzermürbenden Gabe, die Gedanken ihrer Mitmenschen zu lesen, fest. Dafür gibt es zwei Gründe, auf den zweiten komme ich gleich zu sprechen, aber zuerst einmal fand ich, dass sie ein Recht haben, die Wahrheit zu erfahren. Sie sah ihm in die Augen, das gleiche Recht wie Brianna, zu erfahren, woher sie stammen. Sie ging zur gegenüberliegenden Korkplatte mit den Fotos, Notizen und anderen Sammelsurium. An diese Wand kann ich mich noch gut erinnern. Claire lächelte und begann, die vergilbten Papiere sorgsam voneinander zu lösen. Hier ist es, glaube ich. Unter einer Schicht von Predigtentwürfen und alten Quittungen holte sie ein einzelnes Blatt hervor und legte es auf den Schreibtisch. Ach, das ist ja mein Familienstammbuch, wunderte sich Roger. Sie wollen mir doch nicht etwa erzählen, dass ich adoptiert worden bin, das weiß ich nämlich schon. In die Aufstellung vertieft nickte Claire. Ja, natürlich, deswegen hat ihr Vater, ich meine Mr. Wakefield, diese Ahnentafel ja angefertigt. Da er ihnen seinen Namen gegeben hat, wollte er sicher gehen, dass sie ihre Herkunft kennen. Roger seufzte. Ja, aber die kenne ich auch schon. Mein Familienname war McKenzie. Wollen Sie mir etwa sagen, dass ich mit einigen der McKenzies, die Sie damals kannten, verwandt bin? Auf dem Stammbaum sind sie jedenfalls nicht zu finden. Claire schien ihn nicht gehört zu haben, denn sie fuhr mit dem Finger das spinnenwebartige Geflecht der Ahnentafel nach. Plötzlich verharrte ihr Finger. Hier, sagte sie, dies waren ihre Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter, aber darüber stimmt es nicht. Sie zeigte nach oben. Roger blickte auf die Tafel und sah dann nachdenklich auf. Dann geht es wohl um diesen hier, um William McKenzie, geboren 1744, gestorben 1782. Claire schüttelte den Kopf. Gestorben 1744, im Alter von zwei Monaten, an Pocken. Sie sah auf und ihre goldenen Augen blickten ihn eindringlich an. Ihre Adoption war nicht die erste in ihrer Familie, müssen sie wissen. Sie zeigte auf den Eintrag, dieser hier brauchte eine Amme, sagte sie, weil seine leibliche Mutter gestorben war, gab man ihn zu einer Familie, die ein Neugeborenes verloren hatte. Und er bekam auch den Namen dieses Kindes, was damals keineswegs ungewöhnlich war. Ich glaube, man wollte die Aufmerksamkeit nicht auf seine Vorfahren lenken, indem man seine Herkunft im Taufregister verzeichnete. Schließlich war er bei der Geburt getauft worden, also bestand kein Grund, es noch einmal zu tun. Callum hat mir erzählt, in welche Familie sie ihn gegeben haben. Gilles Dunkins Sohn, sagte Roger langsam, das Kind der Hexe. Genau, den Kopf zur Seite geneigt, blickte sie ihn prüfend an, und Dougal McKenzie war der Vater. Roger vergrub die Hände in den Haaren und starrte auf die Tischplatte. Vor seinen Augen verschwammen die Linien des Stammbaums zu einem Geflecht verworrener Schlangenlinien. Ja, und im Grunde bin ich deshalb nach Schottland zurückgekommen, fuhr Claire fort. Als ich das Land gemeinsam mit Frank verließ, habe ich mir geschworen, nie mehr hierher zurückzukehren. Das schien mir das Geringste, was ich für Frank und Jamie und das Baby, in mir wuchs, tun konnte. Sie presste die Lippen zusammen. Aber Jillis hat mir beim aber um mich zu retten, verspielte sie auch die letzte Chance, die sie vielleicht noch hatte. Sie ließ mir etwas ausrichten. Dougal hat mir die Botschaft überbracht, als er mir in einer Höhle in den Highlands mitteilte, dass Jamie gefangen genommen wurde. Die Botschaft bestand aus zwei Teilen. Zum einen aus dem Satz »Ich glaube, es ist möglich, aber ich weiß es nicht« und aus einer Folge von vier Zahlen. Eins, neun, sechs und acht. 1968 Roger bekam allmählich das Gefühl zu träumen, bestimmt würde er gleich aufwachen. Dieses Jahr? Was soll das heißen, sie glaubt, es sei möglich? Zurückzukehren, durch die Steine. Sie hatte es zwar nicht versucht, aber sie tauchte es mir zu, und natürlich hatte sie recht. Claire drehte sich um und nahm ihr Glas vom Tisch auf. Über den Rand hinweg sah sie Roger an. Ihre Augen hatten die gleiche Farbe wie der Whisky. Wir haben 1968, das Jahr, in dem sie in die Vergangenheit reiste. Nur glaube ich, dass sie noch nicht fort ist. Roger rutschte das Glas aus der Hand und er fing es gerade noch rechtzeitig auf. Sie wollen doch nicht sagen, stammelte er, während sich in seinem Kopf die Gedanken überschlugen. Sicher weiß ich es nicht, stellte Claire richtig, aber ich glaube es. ich bin überzeugt, dass sie Schotten ist und alles deutet darauf hin, dass sie irgendwo in den Highlands in die Vergangenheit reiste. Roger spürte ihren nachdenklichen Blick. Die Entscheidung liegt bei ihnen, sagte Claire. Sollen wir sie suchen? Langsam hob Roger den Kopf und blinzelte sie ungläubig an. Wenn das alles wahr ist, dann müssen wir sie finden. Wir können sie doch nicht in die Vergangenheit reisen lassen, damit sie bei lebendigem Leibe verbrannt wird. Natürlich müssen wir sie finden, brach es aus ihm heraus. Wie können sie eine andere Möglichkeit doch gefunden haben? entgegnete Claire. Sie legte ihre schlanke Hand auf die vergilbte Tafel und blickte ihn an. Was wird dann aus ihnen? fragte sie leise. Roger nahm sein Glas und trank den letzten Schluck Whisky. Im Jahr des Herrn 1968. Das Jahr, in dem Gillis Duncan in den Steinkreis treten würde, in dem sie den ersten Schritt auf einem Weg tat, der sie zu den Ebereschen in den Bergen unweit von Leoch führen würde, zu einem außerehelichen Kind und dem Tod durch die Flammen. Roger stand auf und wanderte vor den Bücherregalen, die an den Wänden des Studierzimmers standen, auf und ab. Bücher zur Geschichte, dieser trügerischen Wissenschaft, die einen Gelehrten immer wieder zum Narren hielt. Ruhelos strich er über die Bände im obersten Regal. Es waren Werke über die Jakobiten über die Aufstände von 1715 und 1745 1746. Claire hatte einige der Männer und Frauen, über die in diesen Büchern berichtet wurde, gekannt, hatte mit ihnen gelitten und gekämpft, um ein Volk zu retten, dem sie nicht angehörte, hatte alles verloren, was ihr teuer war, und war schließlich doch gescheitert. Aber sie hatte ihre Entscheidung selbst getroffen, so wie er jetzt die Seine treffen musste. Er breitete die Hände auf der Tischplatte aus und betrachtete sie. Hatte er nur sein eigenes Schicksal in der Hand oder auch das einer Frau, die er noch gar nicht kennengelernt hatte? Keine Antworten. Langsam schloss er die Hände zu Fäusten, als würde er einen kostbaren Gegenstand darin bergen. Dann traf er Man hatte uns bei unseren Nachforschungen an das Institut für Volkskunde der Highlands verwiesen, wo eine gewisse Mrs. Jillian Edgars arbeitete, auf die unsere Beschreibungen zutrafen. Die Empfangsdame säuselte jedoch, als wir unser Anliegen vortrugen, sie verbringt viel Zeit hier bei uns. Nun ja, sie stürzt sich mit solchem Feuereifer in die Arbeit, dass man fast schon sagen könnte, sie sei besessen, aber heute ist Montag, da ist sie nie da. Da ist sie wahrscheinlich bei dieser Gesellschaft der Weißen Rose. Mein süßer kleiner Prinz Charlie kommt doch zurück, ein Haufen Einheimischer in Kills und mit Schwertern. Sie übertreibt gern, hat immer vom Prinzen geredet und wie toll es wäre, wenn er den Aufstand damals gewonnen hätte. Und dann diese Steinkreise, das ist ihre neueste fixe Idee. Es gelang uns, sie davon zu überzeugen, Roger als Historiker die Studierzimmer zu zeigen, kaum zwei Quadratmeter große Verschläge, in die ein kleiner Tisch, ein Stuhl und ein schmales Bücherregal gezwängt waren. Während er sich mit ihr über Steinkreise und ihre mythologische Bedeutung unterhielt, fiel mir plötzlich an Jillian Edgars Arbeitsplatz ein großes graues Notizbuch mit der säuberlichen Aufschrift Verschiedenes in die Augen. Panik überfiel mich bei der Vorstellung, Jillis Duncan tatsächlich zu treffen. Trotzdem ließ ich es wie unter Zwang blitzschnell unter meinem Mantel verschwinden. Dass mir das Herz bis zum Halse klopfte und mir sein Schlag in den Ohren dröhnte, lag daran, dass ich mich fürchtete vor dem, was ich darin finden würde. Doch wenn es irgendwo einen Hinweis auf Jillis Dunkans augenblicklichen Aufenthaltsort gab, dann in diesen Terrasse anlangte, kam es mir vor, als würde ich eine Bombe bei mir tragen. Eine Weile lief ich ziellos durch die Gegend. Schließlich steuerte ich ein kleines italienisches Restaurant mit einer Terrasse am Fluss an. Ich bestellte ein Glas Chianti. Das Notizbuch lag auf der Papiertischdecke vor mir. Der April neigte sich dem Ende zu. Nur noch wenige Tage bis Beltene, dem Mai-Fest. Der gleiche Tag, an dem ich meine Reise in die Vergangenheit angetreten hatte, vermutlich hing es mit diesem Datum zusammen. Oder vielleicht nur mit der Jahreszeit? Mitte April war ich zurückgekehrt. In dieser Phase war die Zeitreise also möglich. Aber womöglich hatte die Jahreszeit auch gar nichts damit zu tun. Der Besuch im Institut hatte mich davon überzeugt, dass Jillian ihre verhängnisvolle Reise noch nicht angetreten hatte. Denn jeder, der sich mit den Legenden der Highlands beschäftigte, wusste, dass Beltene näher rückte und würde die Reise für diesen Zeitpunkt planen. Über meine eigenen Beweggründe war ich mir mittlerweile nicht mehr im Klaren. Hatte ich Roger in die Suche nach Jillis verwickelt, weil es die einzige Möglichkeit war, Brianna von der Wahrheit zu überzeugen? Aber wenn wir die Frau rechtzeitig aufspürten, hätte ich nur dann mein Ziel erreicht, wenn Jillian in die Vergangenheit zurückkehrte und dort in den Flammen starb. Als man Jillis als Hexe zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilte, hatte Jamie zu mir gesagt, trauere nicht um sie, Cessnack, sie war eine böse Frau. Damals war es für mich relativ unwichtig gewesen, ob sie nur schlecht oder verrückt war. Sollte ich Es gibt keinen dunkleren Ort auf der Welt als eine Straße in den Highlands in einer mondlosen Nacht. Hin und wieder tauchten die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Autos Rogers dunkle Silhouette in helles Licht. Er hatte die Schultern eingezogen, als wollte er sich gegen kommende Gefahren wappnen. Brianna saß zusammengekauert neben mir auf der Rückbank. Keiner von uns sprach ein Wort. Ich starrte aus dem Seitenfenster des Wagens nahm jedoch weder mein Spiegelbild wahr, noch die Umrisse der schwarzen Steinmauern und Bäume, die in der Dunkelheit an uns vorbeiflogen. Stattdessen sah ich die Bücher vor mir, die säuberlich aufgereiht wie die Gläser eines Apothekers auf dem Regal in dem kleinen Studierzimmer standen. Darunter das Notizbuch, das logische Schlussfolgerungen ebenso wie Vermutungen und Mythen enthielt. Ein uninformierter Leser würde es wahrscheinlich für unausgegorenes Zeug oder bestenfalls für den Entwurf zu einem eigenwilligen Roman halten. Nur ich sah darin einen sorgfältig entwickelten Plan. In naiver Anlehnung an die wissenschaftliche Methode war der erste Teil des Buches mit Beobachtungen überschrieben. Er bestand aus zusammenhanglosen Zitaten, Skizzen und sorgfältig nummerierten Tabellen. Der Stand von Sonne und Mond an Beltene war eine davon, die mehr als 200 Angaben enthielt. Der mittlere Teil des Buches trug den Titel Vermutungen. Zumindest das war korrekt. Auf einer Seite stand, die Druiden verbrannten ihre Menschenopfer in Weidenkäfigen, die dem Körper des Menschen nachgebildet waren, doch manche wurden auch durch den Strang getötet. Anschließend schlitzte man ihnen den Hals auf, damit alles Blut entscheidende Bestandteil, Feuer oder Blut? Die kaltblütige Neugier, die aus dieser Frage sprach, ließ Gillis Duncans Bild deutlich vor meinem inneren Auge entstehen, die geheimnisvolle Frau des Prokurators mit dem schiefen Lächeln, die so bewandert war in der Anwendung von Kräutern und dem Einsatz ihres Körpers, die die Männer zu ihrem Instrument machte und leidenschaftslos tötete, um ihre Ziele zu erreichen. Der letzte Teil des Buches war mit Schlussfolgerungen überschrieben und hatte uns in der Nacht vor Beltene auf die Reise geführt. Roger bremste und bog in den Feldweg am Fuße des Craig Nadoon. Nichts zu sehen, sagte er, da er so lange nicht gesprochen hatte, kam die Bemerkung nur als heiseres, kämpferisch klingendes Krächzen heraus. Offensichtlich war Brianna angespannt, er aber auch. Nur Claire wirkte ruhig und unberührt von der Spannung, die sich im Wagen ausgebreitet hatte. Sie ist da, sagte Claire plötzlich. Roger trat so heftig auf die Bremse, dass Claire und Brianna nach vorn geschleudert wurden. Claire wies mit einem Kopfnicken nach rechts. Hinter diesem Gebüsch steht ein Auto. Brianna stieß die Autotür so heftig auf, warf, trieb ihm die Röte auf die Wangen. Noch bevor Roger ausgestiegen war, knöpfte Claire sich den Mantel zu und stapfte davon, ohne ihre Tochter anzublicken. Hier geht's lang, meinte sie nur. Sie ging vor den beiden her und als Roger sie den Berg hinauf eilen sah, fühlte er sich an den Ausflug nach St. Kilda erinnert. Brianna schien es ähnlich zu gehen, denn sie zögerte und schimpfte dann halblaut vor sich hin. Doch schließlich griff sie nach seinem Arm und drückte ihn. Ob sie ihn ermutigen oder um seine Unterstützung bitten wollte, konnte er nicht sagen. Obwohl er sich nur mit gemischten Gefühlen aufgemacht hatte, packte ihn eine gewisse Erregung, als sie sich der Bergkuppe näherten. Die Nacht war klar, mondlos und dunkel. schweigend hielten die drei auf der sanft gerundeten Bergkuppe inne. Roger kam sein eigener Atem unnatürlich laut vor. Das hier, zischte Brianna leise, ist Schwachsinn. Nein, ist es nicht, entgegnete Roger. Plötzlich musste er nach Luft ringen, als hätte sich ein unnachgiebiger Ring um seine Brust gelegt. Da drüben ist ein Licht. Obwohl man es kaum erkennen konnte, nur ein Flackern, das gleich darauf wieder verschwunden war, hatte Brianna es auch gesehen. Roger hörte, wie sie scharf die Luft einzog. Was nun? fragte sich Roger. Sollten sie rufen, oder würden sie Jillian dadurch zu einer voreiligen Tat treiben, und wenn, was würde sie tun? Dadurch brach Clares lauter und drängender Ruf die Stille. Jillian! Doch in diesem Moment zischte leise eine Flamme auf, und die Nacht war plötzlich taghell erleuchtet. Roger stolperte, vom Licht geblendet und fiel auf die Knie. Einen Moment lang konnte er außer der schmerzenden Helligkeit des Feuers nichts erkennen. Er hörte einen Schrei und spürte Briannes Hand auf seiner Schulter. Tränen traten ihm in die Augen und verzweifelt blinzelte er, aber er nahm nur undeutlich wahr, was vor sich ging. Vor dem Feuer zeichnete sich eine schlanke Gestalt ab. Sie trug ein enges Mieder und einen langen bauschigen Rock, Kleider aus einer anderen Zeit. Bei Claires Ruf hatte sie sich umgewandt und Roger erhaschte einen Blick auf die großen Augen und das blonde Haar, das von der Hitze des Feuers aufgewirbelt wurde. Er schob sich an Brianna vorbei und steuerte geradewegs auf die große schlanke Frau zu. Als sie ihn kommen sah, wandte sie sich um und lief rasch wie der Wind zu dem gespaltenen Stein am anderen Ende des Kreises. Einen Augenblick blieb sie vor dem Stein stehen, legte die Hand auf den Felsen und sah zurück. Roger hätte schwören können, dass ihr Blick auf ihm verweilte und über die Feuerbarriere hinweg dem Seinen begegnete. Er öffnete den Mund zu einem stummen Ruf, doch sie wirbelte herum und verschwand in der Felsspalte. Das Feuer, ja, die Nacht selbst, verschwand in einem ohrenbetäubenden Schrei. Plötzlich lag Roger auf dem Bauch und fuhr mit den Händen wie rasend über das Gras auf der Suche nach etwas Vertrautem, an dem er sich festhalten konnte. Selbst der Boden, auf dem er lag, schien unter ihm nachzugeben, als läge er auf Flugsand statt auf Granitgestein. Jegliches Zeitgefühl war ihm abhandengekommen, es war, als würde er schon immer in dieser furchtbaren Leere kämpfen. Endlich jedoch wurde er etwas außerhalb seiner Selbst gewahr. Hände klammerten sich verzweifelt an seine Arme, weiche Brüste pressten sich an sein Gesicht und er vernahm eine Stimme. Du mit fast übermenschlicher Anstrengung streckte er den Arm aus und griff nach Brianas Handgelenken. Halb blind sah er ihr tränen überströmtes Gesicht über sich. Oh mein Gott, stammelte sie, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich noch zurückhalten könnte, oh mein Gott, du bist geradewegs auf den Stein zugekrochen. Er zog sie an sich und sie leistete keinen Widerstand. Ist ja gut, sagte Roger und strich ihr über den Rücken. Es wird alles wieder gut. Vom Boden kam ein leises Knacken, doch ansonsten war die Nacht still. Roger fuhr in die Höhe. Deine Mutter, wo ist Claire? Entsetzt riss Brianna den Mund auf. Ihr Blick flog verzweifelt über das leere Rund des Kreises, an dessen Rand die mannshohen Steine im flackernden Schein der Flammen glühten. Mutter, schrie sie, Mutter, wo bist du? Es geht ihr gut, sagte Roger beschwichtigend, bald ist sie wieder in Ordnung. Sie hatten Claire bewusstlos am Rand des Kreises im Gras gefunden, bleich wie das Licht des Mondes, der sich allmählich am Himmel zeigte. In aller Eile hatte Roger Claire den Berghang hinunter getragen, wobei er ständig über Steine stolperte und mit den Kleidern im Gestrüpp hängen blieb. An diesen höllischen Abstieg wollte er sich lieber nicht erinnern. Brianna hatte den Wagen zurück zum Fahrhaus gefahren. Jetzt beugte sie sich über das Sofa, auf dem ihre Mutter reglos lag. Roger setzte sich auf einen Schemel. Er fühlte sich matt und ausgelaugt. Mit letzter Kraft griff er nach dem Telefon auf dem Tischchen und ließ die Hand Arzt rufen und die Polizei? Nein. Brianna klang entschlossen. Aufmerksam beugte sie sich über die reglose Gestalt auf dem Sofa. Sie kommt zu sich. Claires Lieder flatterten. Als die Erinnerung an die Schmerzen zurückkehrte, schlossen sie sich fest, doch dann entspannte sie sich und öffnete die Augen. Ihr Blick war klar und weich. Er glitt über Brianna, die hoch aufgerichtet und steif neben ihr stand und blieb schließlich an Roger haften. Aus Claires Gesicht war alles blutgewichen und sie musste mehr als einmal ansetzen, bevor sie ein heiseres Flüstern herausbrachte. Ist sie durch den Stein gegangen? Ja, nickte Roger, sie ist fort. Claire runzelte die Stirn und sah ihre Tochter fragend an. Doch es war Brianna, die die Frage in Worte fasste. Dann ist es also wahr? fragte sie zögernd. Das alles ist wahr? Ein Zittern durchlief Briannas Körper und ohne weiter nachzudenken nahm Roger ihre Hand. Sie drückte sie so fest, dass er zusammenzuckte. Claires blasse Lippen zeigten den Ansatz eines Lächelns und ein Ausdruck tiefen Friedens glättete das müde bleiche Gesicht. Ja, es ist wahr, sagte sie. Ein Hauch von Röte überzog die fahlen Wangen. Oder glaubst du, deine Mutter lügt dich an? Dann schloss sie wieder die Lieder. Roger ging ins Studierzimmer. Nach mühevoller Suche fand er sie schließlich, jene kurze Passage, die ihm von seiner Recherche für Claire noch in Erinnerung geblieben war. Die Ergebnisse hatten ihr Frieden und Trost gebracht, dies würde eine entgegengesetzte Wirkung auf sie haben, wenn er ihr davon berichtete. Doch auch wenn dem so wäre, er musste es ihr sagen, denn es erklärte das abgelegene Grab, das so weit von Koloden entfernt war. Wenn er die Augen schloss, sah er wieder die stechenden Flammen auf dem dunklen Hügel und die fliegenden blonden Haare, die er fast hätte aufsteigen. Claire hatte seinen inneren Frieden zerstört, also konnte er Gleiches mit Gleichem vergelten und Brianna, wenn sie schon die Wahrheit kannte, dann sollte sie auch alles erfahren. Claire? Seine Stimme klang heiser und er räusperte sich, Claire, ich muss Ihnen etwas sagen. Sie wandte sich zu ihm um. Ihr Gesicht zeigte nicht die geringste Spur von Neugier. Er las darin den Frieden eines Menschen, der Schrecken, Verzweiflung, Trauer und schließlich die erdrückende Last überleben zu müssen ertragen hatte und sich dennoch nicht hatte unterkriegen lassen. Als er sie so vor sich sah, hätte er seinen Plan am liebsten aufgegeben. Doch sie hatte ihm die Wahrheit gesagt und er schuldete ihr das Gleiche. Ich habe etwas herausgefunden. Überflüssigerweise hob er das Buch in die Höhe über Jamie. Den Namen brechen schien ihn zu stärken, als hätte er damit die kräftige Gestalt des Schotten herauf beschworen, die nun fest und unerschütterlich zwischen Claire und ihm in der Halle Stellung bezog. Roger wappnete sich, indem er tief Luft holte. Sein letztes Vorhaben, ich glaube, es ist ihm nicht gelungen. Sie wurde blass und blickte mit großen Augen auf das Buch. Seine Männer? Aber sie haben doch gesagt. Das stimmt, fiel Roger ihr ins Wort. Ich bin mir eigentlich sicher, dass er es geschafft hat. Er hat die Männer von Lallibroch auf die Straße nach Hause gebracht und so vor der Schlacht bewahrt. Ja, aber was? Anschließend wollte er zurückgehen in den Kampf und ich glaube, das hat er auch getan. Immer mehr widerstrebte es ihm fortzufahren, doch er hatte keine andere Wahl. Da er keine Worte fand, schlug er das Buch auf und las ihr vor. Nach der Entscheidungsschlacht von Koloden suchten 18 jakobitische Offiziere, allesamt verwundet, zu Flucht in einer alten Karte. Zwei Tage lagen sie dort in Schmerzen, ohne dass ihre Wunden versorgt wurden. Dann führte man sie zur Hinrichtung hinaus. Einer der Männer namens Fraser entkam dem Gemetzel. Die anderen wurden am Rande des Parkes bestattet. Einer der Männer, ein Fraser entkam dem Gemetzel, wiederholte Roger leise. Er sah von dem Buch auf und blickte Claire in die Augen. Blind und wie gebannt starrte sie in weite Ferne. Er wollte auf dem Schlachtfeld von Koloden sterben, flüsterte Roger. Aber das ist ihm nicht gelungen. Er hat das ist er ist er